Ja, das war Surah, nochmal bitte. Surah Al-Azad, Vers 50. 33 Vers 50. Surah Al-Azad. Ich schreibe dann auf Arabisch besser. Ja, mach mal, Al-Azad. Ja, Stenkeha. Ja, Stenkeha. Ja, guck mal, dass wir das Wort verwendet. Und wie kann ich das übersetzen? Du kannst doch viele Frauen heiraten. Ja, Stenkeha. Ja, bedeutet heiraten. Ich dachte, ich dachte, heiraten bedeutet Zawaj. Ja, 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 Zawaj. Aber bitte. Ich muss ja nur darauf deuten, dass Mohammed mit so vielen Frauen ... ... kann, wie er will. Ja, Stenkeha. Das ist keine Zawaj, sondern das ist etwas anderes. Das ist Sex mit Frauen. Ich sage das nicht. Ich mache das nicht. Ja, ich sage das nicht. Ich sage das nicht. Ja, ich sage das nicht. Ich sage die Wahrheit nicht. Guck mal, wie die das versetzen. Er sie heiratet. Das tut ihr eigentlich. Jetzt denke ihr, ihr solltet nicht heiraten. Das heißt, pumpen. Ja, Amir, du machst dieses Wort, gell? Wie Leute traut sind, um den Koran zu übersetzen. Wenn die den ehrlich übersetzen, steht da, oh Prophet, wir haben dir erlaubt, mit so vielen Frauen zu pumpen, wie du möchtest. Amir, kennst du diese Ayah, diese Ayah, inna allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, yayhi wa ladina amanu. Sallu alayhi wa sallamu tasliman. Taslima, ja. Genau, ja. Oh, ihr, ihr glaubt, und betet für den Propheten. Die sagen, weißt du, Amir, die sagen, das ist Segen. Und das stimmt überhaupt nicht. Auf Arabisch yusallun, yusallun, das heißt beten. Natürlich, ich habe den Leuten gesagt, nehmt das Wort und macht mal eine Wortstudie. Das kommt nur beten raus. Genau, Segen. Die machen ja die Christen an und sagen, ja, dein Gott betet, ja, dein Gott betet doch genauso. Zu wem betet der? Zu dich selber oder zu wem? Aber weißt du, weißt du, Segen, das ist al-baraka. Das hat nicht mit dem, zum Beispiel, al-rabbu yubarik hayatak. Allah yubarik hayatak. Das heißt, baraka, Segen. Und usallun, weißt du, das ist ein Beten. Aber die sagen Segen. Die lügen einfach. Das, was ich meine. So, jetzt bin ich bei dir. Surat al-Ahzab war 33, gell? Surat 33 vers 50. Ja, jetzt hab ich bestand. Naam, naam. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja. Tafsir Surat al-Ahzab. Ah, Tafsir al-Saadi ist besser. Nicht den Tafsir. Du sollst den Fers erstmal den Koran-Fers lesen, bitte. Ja. Ja, alles Naam. Ey, Nesang, naam, naam. Ja, Zeit, naam, naam. Ey, ich hab, ich hab, nicht die, unden naam. Gut. Ja, Nesang, naam. Naam. Ja, Nesang, naam. Ich hab, ich hab. Naam. 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 Ich hab. Naam. Ich hab. Ich hab. Naam. 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 33 bis 50 50 50 genau ich verzeihe das niemals wachum hast du nur deine augen gemacht habe ich gesagt ja wadi mich mit tuten weißt du Ja. Sorte Lachza. 13, 13. Oh. So. Ja. Mhm. weißt du das problem bei mir ist ich habe meine warte ich habe gerade vor habe ich runtergeladen und das ist so schwierig ich schreibe auf deutsch ist besser 33 55 siehst du jetzt kommt so schnell siehst du ja ich bin bei g unit bleibst du jans tankeha es besser warte mal ich bin jetzt gleich fertig warte mal habibi ich bin nicht auf arabisch da kriegst du doch schon tausend ergebnisse ja genau oh profit wir haben die deine gattinnen zu frauen gegeben bla 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 du darfst mir aussuchen von welchen du gerne möchtest guck hier genau dann schickst du mir das wird für mich einfach weil ja euha anna bina like azuwaj kelle laeti allatiajta örgehu ruhamama wamala melekat yaminuka mama afaak allahu alaihi wabana at ammak wabana at amatak wabana at haalatak wabana at zehra na mag wama Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel frei bin, wenn ich zu Nebbi gehe und sage, ich komme doch, machen wir zusammen. Das heißt, mit ihr geschlafen, das heißt Sex. Wie haben die Muslime das übersetzt? Guck mal, wie die Muslime das übersetzt haben. Mit heiraten. Das heißt, da steht das Zawar? Nein, da steht Yastankihaha. Weißt du, die helfen uns dazu? Yastaniqah, das heißt, weil das Problem, Yastaniqah, das Wort Arabisch, bedeutet viele Sachen. Die meinten, zum Beispiel, wenn ich heirate, ich würde mit meinem Mann Sex machen. Verstehst du? Und deswegen, ja, und deswegen, ja, deswegen der Grund, die sagen, ja, ähm, äh, äh, die, ähm, zum Beispiel, ähm, Tiktok-sportlich, weißt du, die sagen, pass auf, A-Fahrer. Ja, äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann heirate und dann Tiktok-sportlich mache, das heißt, El-Zawaj, heiraten. Aber, ja, und, aber normalerweise, das ist kein Zawaj, El-Zawaj kann man sein heiraten. Ich könnte sagen, ja, eyuhal Nabih, ja, eyuhal Nabih, konnte man so schreiben, ja, eyuhal Nabih, ja, äh, äh, Hier, äh, wo amraætan mu'minadan in wahhabat nafsi halil Nabih, an araden Nabih, an yatazaožaha. Ja, so heißt, an yatazaožaha. Ja, da steht wieder heiraten, die du möchtest, aber da steht Yastankiha. Aber hier, genau, genau, Amir. Aber hier, zum Beispiel... Jeder Araber, wenn du ihm das Wort sagst, Jastanki, haha, das ist ein Aib, das ist ein Aib, das ist ein Aib, darf man nicht zum Beispiel dieses Wort benutzen, weil es ist, was bedeutet, heißt ohne heiraten, er will mich mit, so sagt man, Teglos sportlich, aber ohne heiraten. Aber zum Beispiel kann man hier nicht sagen, das heißt, Jastankahha ist ein heiraten, weil Jastankahha ist ein heirat, Jastankahha, aber Jastankahha, nein. Für die Leute sind das nicht. Okay, Pfarrer, danke dir. Okay, mein Lieber. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, und ich habe auch voll gefreut, weil ich so lange nicht mit dir geredet und unterhalten, weil deswegen, ja, aber Gott mir segne dich, Amir, und ich habe voll gefreut, mit dir heute die Zeit gehabt und mit dir Hallo sagen. Und falls du mir so Hilfe brauchst, ich versuche dran, gearbeitet, das ist schnelles Sucher raus. Ja, danke dir vielmals. Aber du kannst schon Arabisch bist, ja, ich höre manchmal, wenn ich auf der Arbeit bin. Ja, Gott mir segne dich und schönes Wochenende. Ja, alles gut, Pfarrer. Ciao, ciao, meine. Ciao. Jetzt kann ich dich sehen. Hi. Hörst du mich? Ja. Hallo, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch. Danke, danke. Ja, du hast, ich sage, Bayern auseinander, genau, hast du gesehen? Wie der Lüge von 2000 Leuten. Ja, genau. Ist das ein Gauner oder ist das ein Gauner? Hälfte ich, ne? Wie die Leute vorgucken. Absolut. Ja, Leute, das ist die, die das Video erstellt hat, als sie den Issam-Bayern beim Lügen erwischt hat, die Deborah. Danke. Ja, das ist das, die meisten Muslime klicken dann nicht auf diesen Artikel, den er erwähnt hat bei National Geographics oder bei CNN, weil da geht es ja darum, dass es nur um 16 Fragmente gibt, aber die Authentischen sind ja alle im Jerusalemer Museum. Ganz genau. Aber das kannst du mal erläutern. Ja, ich habe das von ihm gehört live und dann habe ich mir schon gedacht, das kann ja nicht sein. Er hat da alle Kumran-Funde für Fake erklärt. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Woher hat er diese Info? Und dann hat er ja diese Seite eingeblendet und dann habe ich mir das halt einfach mal in Ruhe angeschaut und schon die erst, also schon die Überschrift eigentlich hat es ja schon gezeigt, dass es nur um dieses Museum geht. Und dann habe ich es einfach mir angeschaut, durchgelesen und habe gemerkt, ey, come on, was hat der da gelesen? Weil der hat ja selber den Leuten gesagt, hey, ihr müsst Englisch verstehen, lest euch das durch. Aber anscheinend, also wie erklärst du dir das? Ich hätte das auch scrollt, damit die Leute das nicht lesen. Ja, aber denkst du, der hat bewusst gelogen oder hat der das nicht gerafft oder was ist das? Ich gehe davon aus, dass er das schon mal gelesen hat, aber das ganz schnell nochmal so für die Leute, weil der dachte sich so, die meisten gucken sich das eh nicht an. Deswegen lügt er einfach so rum, weißt du? Muslime sind ja so, die lügen ja, um ihren Hintern zu retten. Im Islam geht es nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern alles zu vertuschen und zu verheimlichen, damit noch sehr viele im Islam drinne bleiben. Islam without lies dies. Ja, genau. Also in drei Fällen darf man ja lügen. Im Krieg, in der Ehe und um Frieden herzustellen. Ja, genau. Und da hatte ich auch schon mal in einer Debatte mit KalimaTV und auch Joker gesprochen, die mich dann beide gefragt haben, wo man denn lügen darf. Man dürfe nicht lügen im Islam. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, in drei Fällen. Und das haben die auch irgendwie entweder nicht gewusst oder tatsächlich da auch bewusst gelogen. Und nicht nur das, du kannst sogar Menschen anlügen, um sie hinterrückst zu Nacken therapieren. Das sagt der Imam Bukhari, überliefert uns eine Überlieferung gegenüber Kabe bin Aschaf in Sai Bukhari 3032. Das kann sich jeder mal durchlesen. Da hat der Kabe bin Aschaf dem Mohammed so mit einem Gedicht geschmäht, anstatt der Mohammed so darüber hinweg sieht, weil es sowieso nur ein Gedicht war. Da sagt er, wer ist bereit, Kabe bin Aschaf zu Nacken therapieren? Dann stand so ein Sahabi auf und sagt, er möchtest du das, als ich das mache, Rasulallah, hat er gesagt, ja, mach das. Dann hat der Sahabi zu ihm gesagt, dann erlaube mir, ihm etwas zu erdichten, das heißt, ihn anzulügen, um sein Vertrauen zu gewinnen, um ihn hinterrückst zu Nacken therapieren. Wahnsinn, ne? Da siehst du mal, zu was er bereit ist. Da siehst du mal, zu was er bereit ist. Ja. Ja, ich verstehe das halt auch nicht, wie man Mohammed folgen kann. Das ist halt so gut, ein bösartiger Mensch zu sein. Oder du hast dein Leben ausgeblendet, das ist das. Ja. Ja, ich wollte ja bei ImanTV auch rein, beim letzten Livestream, ne? Ganz am Ende, das hat mich so aufgeregt, weil die ja so viele Falschaussagen da tätigen. Und dann haben sie mich kurz reingenommen, ne? Haben ja eigentlich gesagt, jeder darf rein, wir machen heute fünf Stunden, Finale und so weiter. Und dann haben sie mich kurz reingenommen und sofort wieder rausgekickt. Ja, sobald du Ahnung hast von der Materie, und die wissen ganz genau, dass du dich schon sehr gut damit beschäftigt hast und dich nicht so ganz schnell einlullen lässt von dieser islamischen Propaganda, Unsinn, Blödhaufen. Und das ist dann schwer, ihre Propaganda durchzusetzen, wenn sich jemand damit auseinandergesetzt hat. Ja. Weil sobald du etwas sagst, hast du schon im Hintergrund, ey, warte mal, Mohammed hat aber das Gegenteil gesagt. Oder die Bibel sagt etwas ganz anderes zu dem Thema als das, was ihr da von euch gibt. Verstehst du? Ja. Ja, auch da. Also ich meine, Sertac müsste es eigentlich besser wissen, aber er sagt zum Beispiel, ja, Aisha hat mit Puppen gespielt, aber Erwachsene spielen ja auch mit Puppen. Das kommt jedes Mal, ne, dieses Argument. Aber da gibt es ja das Bilderverbot. Also die Aisha war ja eine Ausnahme, weil sie ja ein Kind gewesen ist, ne? Was soll das denn? Guck dir das mal an, zu was die fähig sind. Wenn etwas eine Lüge ist, dann ist es eine Lüge. Du brauchst doch nicht das schön so auszuschmücken mit so, ähm, so List und Taktiken, um das den Leuten so schmackhaft zu machen. Wenn es schlecht ist, dann sag es doch. Ja, dann erklär doch nicht Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis. So wie in Jesaja 25 steht. Wehe euch die Lust zu Finsternis erklärt und äh, Finsternis zu Licht, ne? Also ich meine, heute im Zeitalter vom Internet, ne, kann man wirklich online recherchieren, selber, ne? Mal einen Tag sich hinsetzen, einfach recherchieren, von mir aus islamka.info. Und da kann man das doch selber lesen. Überall steht es doch, dass sie ein Kind gewesen ist. Dass sie noch nicht in der Pubertät war. Weißt du, was dem Ganzen noch einen draufsetzt? Das habe ich dem Muslim auch gezeigt. Im Jahre 620 hat Mohammed sie geheiratet. Da war sie sechs Jahre alt. Im Jahre 623 war sie neun und da hat er die Ehe mit ihr vollzogen. Und dann im Jahre 630, als die Schlacht von Tabuk war, hat sie immer noch mit Puppen gespielt. Und da war sie 16 Jahre alt. Und du weißt, was das bedeutet, wenn jemand mit Puppen spielt, ne? Mhm. Ja, und das Ganze findet sich in Fatal Bari von Ibn Hajar al-Azqalani im Band 10 auf der Seite 544. Da geht er auf diese ganze Thematik ein. Die hatte noch nicht mal mit 16 ihre Menstruation erreicht und Mohammed hat mit ihr verkehrt. Unglaublich, ne? Ja, die, also bei jemand.tv wird wirklich offenkundig sozusagen eine Ehe mit Minderjährigen propagiert, ne? Also die sagen halt, man muss in die Pubertät gekommen sein, aber selbst ein Mädchen, was gerade in die Pubertät gekommen ist, ist doch noch überhaupt nicht ready, jemanden zu heiraten. Vor allen Dingen nicht einen 40 Jahre älteren Mann, ne? Also es ist alles abstrus. Ja? Ein Kind, was gerade vielleicht in die Pubertät kommt, ist ja auch nicht der Fall bei Ishan, muss man ja auch sagen, wie du gerade gesagt hast. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wäre es ja immer noch verwerflich. Also die kommen ja aus der Nummer nicht raus, egal wie. Ja. Ja, das ist das, ne? Die versuchen dann halt, so gut es geht, den Islam in ein gutes Licht zu rücken, obwohl es da gar nichts mehr zu sagen gibt. Im Zeiter des Internets, hast du ja gesehen. Genau, genau. Alles ist ja offen, wir übersetzen ja alles auch schon in ihren Internetseiten. Also man muss wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, um eine Entscheidung für den Islam zu treffen, ne? Du hast dich also täuschen lassen. Das ist das. Hm. Ja, was ich auch hammermäßig fand, ist, dass da so bei EMA TV ganz offensichtlich gesagt wurde, Sexsklavinnen sind erlaubt, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Die prägen da eine Generation von jungen Leuten und sagen, das ist erlaubt. Ja, aber da sind die wieder ehrlich, weil der Koran dazu aufruft, ne? In Surah 4, Vers 24. Verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von rechts wegen besitzt. Sie können sogar Frauentausch machen in Surah 33, Vers 52. Der Morabert hat das ja gemacht mit seinen Dschihadisten. Die haben also Dörfer angegriffen, Frauen erbeutet und vorher haben sie ihre Frauen gegenseitig miteinander getauscht und da hat Allah ihnen das auf einmal verboten. Hat er gesagt, mit Ausnahme denen, die ihr von euren Rechts, von rechts wegen besitzt, das heißt eure SEX-Sklavinnen. Ja, und dann siehst du, dass die so Frauentausch betrieben haben. Ja. So wie der IS. Hast du gesehen den SEX-Sklavienmarkt? Hast du das mitbekommen? Ja, ja, genau. Das, siehst du, wie authentisch diese Gruppierung ist? Und die ganze Welt empört war über den islamischen Staat? Das ist so krass. Ja, ja, ich hab das dann halt auch nochmal recherchiert und da kommt man eben auf, diese Seiten, die vor dem IS warnen, die haben auch Sex-Sklavinnen. Da fragt man sich dann schon, was wird da bei ImanTV propagiert, ne? Ja, wenn das so, wenn sowas propagiert wird, dann muss der Staatsschutz da auf jeden Fall hinter. Wenn du sowas lehrst mit SEX-Sklavinnen und dass du diese Dörfer angreifen willst oder beziehungsweise Deutschland eines Tages dann, ne? Du weißt ja, wozu die fähig sind. Mhm. Der Mohammed hat sogar in Surin 9, Vers 49, hat der so einen Mann dazu aufgerufen, ein Dorf anzugreifen, um dort Blondinen klarzumachen. Surin 9, Vers 29. Lass uns die Stadt Tabuk angreifen. Dort sind bleichhäutige Frauen, also so auch Blondinen. Und dann hat der gesagt, verführ mich nicht mit diesen Blondinen, Mohammed. Heftig, ne? Und der Typ hieß Al-Jad. Musst du mal den Tafsih von At-Tabari durchlesen. Da kriegst du das Grauen. Der Mohammed versucht, so seine ganzen Leute eine Stadt anzugreifen, um dort Frauen zu erbeuten. Wundervoll, ne? Crazy. Crazy, ja. Und dieser Typ, der dann von Mohammed, da diese... dazu so angestachelt wurde, hat natürlich so eine Art Herz noch gezeigt. Da hat er gesagt, Mohammed, verfehle mich nicht mit diesen Frauen. Ich möchte das nicht. Übel, ne? Mhm. Tja. Da fehlen die Worte, ja. Und ich stelle dir mal vor, auf der anderen Seite der Herr Jesus Christus mit seinen wundervollen Worten. Genau, genau, absolut. Allein nur diese zwei Personen nebeneinander mal so zu betrachten, wem man eigentlich folgen will. Du wirst zu keinem anderen Entschluss kommen. Wenn du jemandem folgen willst, dass du auch selbst auswanderst und an Kriegen teilnimmst, dann bist du bei Mohammed sehr gut aufgehoben. Aber wenn du in Frieden leben willst mit deinen Mitmenschen und in Liebe und Wahrheit dann sein möchtest, dann kannst du zu Jesus Christus kommen. Amen. Amen. So sieht's aus. Genau, wir folgen Jesus nach. Amen. Amen. So ist das. Siehst du, deswegen muss sich jeder Muslim einmal selbst den Gedanken darüber machen, wem willst du folgen? Willst du Mohammed folgen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, die Zunge in den Mund von einem Kleinkind gesteckt hat, den PINIS von einem Kleinkind geküsst hat, unzählige Männer und Frauen versklavt hat und nackentherapiert hat, Dörfer angegriffen hat, obwohl sie ihm nichts getan haben? Gar nicht. Also was ist das für ein Vorbild? Ja. Verrückt. Verrückt. Also ihn auch noch als den besten Menschen zu bezeichnen. Also unfassbar eigentlich. Also ich lese auch manchmal so ein bisschen Hadith und so weiter. Ich meine, wenn Muslime das auch mal machen würden, auch mal den Koran lesen, kann man ja machen, dann wird man das eigentlich schon auch erkennen. Natürlich. Aber viele sind halt auch nur so Namensmuslime, die sind da reingeboren, das ist kulturell, Familie ist das und dann lehnt man das halt auch nicht gleich so ab. Aber man kann da nur auffordern, hey, schau dir mal an, vergleich mal Jesus mit Mohammed, du bist mit deiner eigenen Quellen und dann entscheide dich bitte für den besseren Weg. Weil in der Ewigkeit, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, da kann man auch nicht sagen, ja, meine Familie war halt so, deswegen habe ich das gewählt. Genau so sieht es aus. Wenn du versuchst, die Muslime auch immer zu motivieren, auch mit den Worten des Herrn, glückselig sind diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen leiden. Wenn du alles für den Herrn Jesus Christus aufgehst, und er weiß, wie schwer das ist, auch gerade in den Familien, die in so Religiosität aufwachsen, nicht nur bei den Muslimen, auch bei Hindus oder Buddhisten oder was auch immer. Du siehst also, wenn du in so einer religiösen Familie aufwächst, ist es ein Ultra, also ultra schwer, da so rauszufinden und deinen Verstand zu benutzen und das Ganze mal zu vergleichen. Verstehst du? Allein der Druck von der Familie, das ist so heftig. Ja. Deswegen muss man immer ins Gebet gehen, die Leute ermutigen und ihnen sagen, Leute, ihr müsst ein Vergleich ziehen zwischen Jesus Christus und Mohammed. Absolut. Wem wollen wir nachfolgen? Absolut. Ja genau, wir müssen alle für die Muslime beten. Gebet hat Kraft. Jakobus 5,16. Genau. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Ganz genau. Und du bist jetzt hier fleißig am Videos machen gegen diese ganze Dauer. Ja, 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 ja. Dauergubi verwandeln. Da sagt der Hansi, ich habe mich totgelacht, als er mit diesen Hansi und allen debattiert hat, wo er gesagt hat, zeigst du mir eine Vers, wo sagt Jesus, ich bin für Sünden von Menschen gestorben. Ich werde Christ. Ich werde Christ. Und dann zeigst du dir in Matthäus 26, 28, wo der Herr den neuen Bund einleitet, mit seinem Blut, das vergossen wird, für die Sünden der Menschen. Und dann sagt er so, nein, wo sagt Jesus? Ja, ja. Also wie unehrlich kann man nur sein, das ist so krank. Ja, ja. Du hast es auch sehr gut gesagt, wie kann man sein Glauben so billig verkaufen, so nach dem Motto, ja komm, zeig mir das und dann verlasse ich so den Islam. Siehst du? Ja. Unglaub. Ich habe mich totgelacht. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach. Ja, ich bin gestorben vor Lachen. Zeigst du mir so. Ja, ich kriege ganz schön Hate so von denen ab, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also mir macht es nichts. Also ich bin da wirklich so sicher in meiner Identität, in Gott und ich weiß, dass ich in Jesus mein ewiges Leben gefunden habe, dass er mein Herr ist, mein Gott, mein Freund, mein Hirte, er ist mit mir. Das macht mir nichts. Ich weiß ja, woher das auch kommt. Jesus hat ja auch seinen Feinden vergeben. Also wir haben ja Jesus als Vorbild und von daher mache ich einfach weiter. Wir müssen weitermachen. Ja. Ich muss mal hier ein paar Leute mal stumm diese blöme Beleidigung direkt hier. Ja, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht. Das war sehr, sehr gut. Es ist ja schön auf den Boden eine Tatsache angeholt. Also wie kann man sagen, dass Jesus Christus nicht sagte, dass er für die Sünden der Menschen gestorben wäre. Das ist Quatsch. Hat man die Bibel ja nicht gelesen, oder was? Hör mal, ich habe mal eine kurze Frage. So als letztes hätte ich noch mal eine Frage. Ich bin letztens auf ein Hadith gestoßen und habe jetzt auch ein Video tatsächlich zufällig darüber gesehen. Da gibt es so ein Hadith, dass der Allah, also da geht es um die Liebe und den Hass von Allah gegenüber seinen Dienern. Und da kommt der Engel Gabriel quasi zu Allah und Allah sagt, den und den Diener, den liebe ich, lieb du ihn auch. Kennst du diesen Hadith? Und da habe ich noch nicht gesehen. Worum geht es denn da so? Ja, eben. Und dann geht dieser Engel Gabriel dann quasi zu dem Diener und liebt ihn und alle sollen ihn lieben sozusagen, weil Allah ihn liebt. Aber wenn Allah ihn hasst, dann geht der Engel Gabriel und hasst ihn und alle sollen ihn hassen. Aber das ist total kurios, weil was macht das für einen Sinn? Also wenn quasi dann alle dich hassen, dann zeigt das, dass Allah dich hasst. Aber in der Bibel ist es ja genau andersrum. Jesus sagt, wenn sie euch hassen, sozusagen dann liebt Gott euch, weil das ist das Normale, dass sie euch hassen, weil die Welt ist böse. Also es macht einfach, dieser Hadith macht gar keinen Sinn. Das würde ja dann bedeuten, wenn Muslime irgendwie Hass erfahren, dass sie dann auch gleichzeitig von Allah gehasst sind. Total kurios. Ja, die Doktrin Liebe und Hass in Allah, wenn die Muslime sich auch damit auseinandersetzen, dann ist es sehr, sehr heftig. Du wirst also komplett gehirngewaschen, programmiert und dann, wenn du an Vorträgen teilnimmst und diese ganzen Bücher liest, Liebe und Hass in Allah, dann musst du halt Liebe für die empfinden, die Allah und seinen Gesandten gehorsam sind und Hass gegen diejenigen pflegen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. Das heißt auch die Juden und Christen, die Mohammed als Propheten ablehnen und ihn nicht akzeptieren, denn die müssen ja dementsprechend dann auch sofort bedrängt werden. Und da gibt es ganze Vorträge, die gehalten werden. Liebe und Hass in Allah. Und wenn der Muslim sich mit solchen Texten oder mit solchen Vorträgen dann vergiften lässt, dann weißt du, wohin diese Reise geht. Ja, das war ja jetzt so interessant, dass der Hamdi sich ja gegen Issam und Enes gewendet hat. Der hatte ihnen ja vorgeworfen, sie wären nicht hart genug. Und dann hat er ja das eingeblendet da. Er seid hart zu den Ungläubigen. Da gibt es ja auch ein Tafir davon. Also crazy. Ja, weil Mohammed so war. Der Mohammed hat ja gesagt, ich wurde mit dem Schwert entsandt, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Erst wenn sie die Schahade aussprechen, hat er erst aufgehört, in die Menschen so reinzudonnern. Heftig. Ja, der hat ihm ja auch vorgeworfen, dass er den Stürzenberger da umarmt hat, der Enes. Wo wir ja sagen würden, wir können ja noch froh sein, dass es solche Muslime gibt, ne? Ja, genau. Aber der handelt so wieder. Das wollte der Hansi sagen. Der Hansi hat recht. Der Hansi hat recht. Der Anas öffnet seine Brust für so, indem seine Augen so ein Ungläubigen weiß. Und das darf er nicht. Suche 9, Vers 23 verbietet ihm das absolut. Ja, ja, das ist halt die softe, so eine softe Version vom Islam. Und die hat dann gesagt, in dem Moment mal, das läuft ja anders, ne? Ja, genau. Das ist die softe Version des Islam. So, komm, wir machen Kuschel-Islam. So, das ist Bidda. So, was nennt man? Erneuerung, Bidda machen. Oder vielleicht macht er auch Takiyah, weiß man ja nicht, um ihn sein Herz zu gewinnen. Sheikh Al-Husaymin, sagt zum Beispiel, das ist ein Salafi-Gelehrter, es ist kein Problem, den Nicht-Muslim zu schmeicheln, um sein Herz zu gewinnen. Verstehst du? So, ihn anzulügen, um sein Herz zu gewinnen. Oh, du bist aber ein toller Tür und so, ihn zu schmeicheln, um ihn in den Islam reinzuholen. Das ist erlaubt im Islam. Heftig, ne? Ja, ja, und innerlich verfluchen, ne? Ja, genau, innerlich verfluchen. Sehr gut. Ja, ja. Das ist heftig, ne? Was für eine Religion, ne? Und was sagt der Apostel Paulus? Darum legt die Lüge ab und sagt gegeneinander die Wahrheit. Und der Apostel Paulus wurde ja die ganze Zeit bedrängt, weil er ja das ausgesprochen hat, was auszusprechen werden musste. Siehst du? Ja. So einfach ist das. Naja. Aber ich bin ja eigentlich froh, dass man bei Ennis zum Beispiel so manchmal diese Züge sieht, ne? Dann, vielleicht sind sie ja dann doch irgendwann nochmal offen für die Wahrheit, ne? Ja, kann sein. Also der hat eine sehr liberale Auffassung. Ich weiß auch nicht, ob das gespielt ist oder ob der das so, keine Ahnung. Also nach dem, was ich alles so herausgefunden habe, würde ich sagen, dass der islamische Staat die wahrhaftigste Gruppierung des Islams ist. Die wahrhaftigste, die den letzten Teil in Mohammeds Leben praktiziert, ne? Die Suche 9. Mhm. Ja. Alle Kufar vor die Wahl zu stellen, vor den Jizia zu nehmen, die haben ja einen ganzen Staat gegründet, der hat ja funktioniert. Auf Grundlage der Texte des Islam, islamischen Texte. Koran, Hadith, und nach Aussagen der Gelehrten. Bei jedem Akt, bei jedem Nackentherapie oder was auch immer. Die haben ja hochheftige 4K-Videos erstellt, wie sie da die Leute am, du weißt schon, ich kann das hier nicht ausbrechen, sonst habe ich Angst, dass gesperrt wird. Ja, und dann siehst du, dass sie zum Beispiel so Zitate bringen von Koran und Zitate bringen von so Gelehrten, ne? In ihren Büchern. Ja, und dann holen sie sich ihre Legitimation daraus. Und die ganzen Leute sind dann zockiert, ne? Naja. Also, auch diese ganze Unterscheidung, dieses mit denen, ja, wir sind nur gegen die Zionisten, aber nicht gegen die Juden, ist auch irgendwie total lächerlich eigentlich, weil in den, in den Hadithen steht ja von den Juden, ne? Also überall sind ja dann immer die Juden verflucht und so und Isan Bayern hat tatsächlich den Hadith erklärt, der ja auch in dieser Kata der Hamas steht und hat dann gesagt, dass damit tatsächlich Gebiet Israel gemeint ist, ne? Unglaublich. Ja, natürlich, der Allah verspricht ihnen sogar, das Land gehört ihnen, in Suche 17 Vers 101 bis 103. Der Allah hat ihnen das Land gegeben und die Muslime sagen, nee, das Land gehört nicht den, äh, ihr den Juden. Gar nicht. Obwohl Allah ihnen das Land gegeben hat. Super. Ja, und dann kannst du jetzt auf einmal, wie die immer lautstarker werden, äh, hier auch in Hamburg, hast du das ja mitbekommen, was dort abgibt. Und das schwillt so in den Klöpfchen der ganzen Muslime, der Traum eines Kalifats, dass ein muslimischer Führer über die Muslime herrscht und dass die, äh, hier muslimische Oma alles nach Scharia herrscht und alles mögliche und dann, ja, super. Was passiert dann mit den Andersgläubigen? Wie muss man denn den dann verfahren in einem islamischen Staat? Das haben wir gesehen in dem Tag in Syrien. Als der Islam sein hässliches, hässliches Gesicht gezeigt hat, ne? Sein wahres Gesicht. Mhm. Ja, da hat Enes ja auch so ein Stream dazu gemacht. Ich hab da nur ein bisschen reingeguckt. Der hat ja das da so ein bisschen, äh, ja, reaktet da drauf. Aber man kann das ja als Muslim eigentlich nicht ablehnen, dass man einen Kalifat möchte, ne? Das geht ja nicht. Das geht nicht. Das ist der Traum eines jeden Moslems. Das ist in ihren Köpfen drin. Klar will der Muslim unter der Scharia ein muslimischer Führer, der die Muslime führt und der der Nachfolger des, äh, von Mohammed ist, ne? Der auf der Grundlage der Scharia alles so leitet, lenkt und alles, ja. Also auch verrückt, dass man zurück will, ne? Zu diesen Methoden wie Steinigung und so, wo wir einfach froh sind, dass wir einen Erlöser haben, der die Todesstrafe für uns auf sich selbst genommen hat, ne? Und den neuen Bund uns geschenkt hat, wollen die da zurück zu diesen Methoden, die ja den Menschen einfach auch nicht verbessern können, ne? Weil der Mensch braucht eine innerliche Erlösung. Er muss ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist bekommen. Das ist das, was uns Menschen hilft und erlöst und freimacht von der Sünde, ne? Nicht noch härtere Gesetze. Ja, genau. Sehr gut, ja. Ja, der Jesus Christus hat ja alles auf sich genommen, ne? So, dass wir leben dürfen, ne? Ja, der das Gesetz erfüllt, was die Propheten über ihn gesprochen haben, hat alles perfekt erfüllt und hat den neuen Bund eingeleitet, ne? Wo du es schon sagst, also dann haben sie das gezeigt, dass Matthäus 26, 28, ne? War das? 26, 28, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. Dies ist der neue Bund, den ich mit allen schließe und dies, das ist der neue Bund, wo ich das, wie heißt das, warte mal ganz kurz. In meinem Blut. Genau. In meinem Blut, genau. Zur Vergebung der Sünden. Der Sünden, genau. Wie ist es, mein Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden? Matthäus 28, äh, Matthäus 26, Vers 28, ne? War das? 26, 28. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Amen. So ist das. Jesus Christus mit seinem Blut, was er am Kreuze von Golgatha vergossen hat, hat er den neuen Bund eingeleitet. Nach Iremia 31, Reich 31, richtig? Mhm, genau. Und es ist ja so schön, dass wir wissen dürfen, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, dass wir nach Hause gehen, ne, eines Tages nach Hause gehen und, äh, der Muslim weiß nicht, wohin er geht, ne? Also jeder Muslim muss damit rechnen, dass Allah ihn in die Hölle wirft und Abu Barra das ja auch auf gelehrten Basis gesagt hat, dass noch 99 von 100 Muslimen in die Hölle geworfen werden, ne? Und selbst wenn es Zeitreise ist, wer will denn in die Hölle? Wer will denn da hin? Jesus ist doch gekommen, um uns vor der Hölle zu erretten. Da sagst du auch sehr gut. Ich glaube, wer hat das zusammengeschnitten? Ja, habe ich auch gemacht. Oder jemand anderes, ne? Wer war das nochmal? Ja doch, ich habe da auch, weil die ImanTV mich ja da verleumdet und hatten mich als Lügnerin hingestellt, weil ich Abu Barra zitiert hatte und die so, äh, 99 von 100, das kann nicht sein und so. Das war auch so eine fette Geschichte, ey. Crazy. Du Lügnerin, du bist ein Lügner. Ja. Obwohl, das hat doch der Abu Barra gesagt, was für mich, ich bin ein Lügner, ich zieh sie doch nur. Die kommen auf ihre eigenen, die Lehren nicht klar. Die kommen auf ihre eigenen Lehren nicht klar. Ja genau, der Abu Barra hat das bestätigt, der hat gesagt, von 100 Muslimen werden 99 erstmal in die Hölle fahren und einer wird nur gerettet werden. Ja, das ist die Akhida der Ahlul Sunna wal Jamaah. Häftig, Ja, genau. Also, der macht den Muslimen, ja, was ist das für eine Hoffnungslosigkeit? Echt? Also, von 100 Muslimen fahren erstmal alle in die Hölle oder was ist das für ein Glaube, Mann? Ja, ja, verstehe ich aber nicht. Ich würde die ganze Zeit nur so Angst kriegen, Panik, ich bin, bin ich, bin ich jetzt gerettet, fahre ich zur Hölle, bin ich einer von den, einen von den 100, was soll das, Mann? Genau. Und vor allen Dingen, wenn du dich als das 1% siehst, was direkt ins Paradies geht, ganz ehrlich, dann hast du ja voll den Hochmut in dir und da sagen die Hadiese wieder, wenn du nur einen Funken Stolz hast, dann siehst du sowieso das Paradies nicht. Na, sehr gut. Du brauchst gar nicht so groß aus der Nummer. Ja. Ne? dann guckst du, du wirst du, du wirst du, Ja, und jetzt kommt Allah, und jetzt kommt Allah und sagt, ja, es gibt einen Weg, wie du sicher ins Paradies kommst. Und zwar, wenn du mit mir den Vertrag eingehst, deine Seele gegen das Paradies eintauscht. Du kämpfst auf meinem Weg, auf Allas Weg, und so nacken therapierst du andere und wirst nacken therapiert. Surah 9, Vers 111. Das ist der Vertrag, den du mit Allah eingehst. Und Allah ist der Beste, der die Verträge einhält. Du erkaufst dir das Paradies mit deinem eigenen Blut, mit deiner eigenen Seele. Wahnsinn, ne? Das ist der einzige Weg. Du kannst jeden Muslim fragen, der authentisch ist und ehrlich ist. Er wird dir sagen, Amir hat recht. Das ist der einzige Weg, nur fiesa bilillah kämpfen zu gehen für Allahs Sache, weil bei dem ersten Bluttropfen, der aus deiner Haut rausgeschossen kommt, werden dir alle Sünden vergeben und du wirst die Krone der Ehre auf deinem Haupt haben. Heftig, ne? Mhm. Ja, es ist die Doktrin des Islams und des Dschihads. Heftig, ne? Nur da ist nur die Sicherheit. Was für eine emotionalen Schieflage sie kommen. Ja, warte mal, wenn mein Gott sagt, in Surah 66, Vers 8, dass er vielleicht uns vergibt. Gibt es denn eine Möglichkeit, wirklich Vergebung zu erlangen von ihm? Ja. Und dann kommst du auf einmal zu Surin 9, Vers 111 und da kannst du den Vertrag mit Allah eingehen, deine Seele gegen das Paradies einzutauschen. Und was ist das für ein Paradies, Deborah? Ja, mit Huris. Und Knaben. Und Knaben. Und Zelten. Ey, und Zelten. Und grünen Stoffen. Und alle in Reihen, sagt der Koran ja, ne? In Reihen, auf hohen Betten. Für was die aber auch, da gibt es so richtige Naschids, damals, als der Syrien-Krieg anfing, da hat sich sogar jemand so einen Stein um seine Genitalien gebunden, damit der mit seine, falls er im Krieg stirbt oder irgendwie in die Luft gejagt wird, das will seine Genitalien noch irgendwie bestehen, damit er in Gender kommt. Das war so krass. Ich bin gestorben vor Lachen. Oh, meine Güte. Ja, und dann singen diese ganzen Mujahideen, ja, wir freuen uns, zu unseren Huris wollen wir gehen und das ist das Schönste, glückselig jeden Tag SEX machen. Das ist abgefahrener Unsinn. Ich verstehe auch nicht, wie man das glauben möchte, ne? Erzähl mal den Leuten, wenn die Muslime, diese ganzen Dauerteams, mal ehrlich wären und denen sagen würden, ja, Allah hat uns ein Himmelreich versprochen, Wäsche voll mit Alkohol, kleine Knaben, die uns bedienen und wir auch mit denen SEX haben dürfen, weil im islamischen Himmelreich da alles erlaubt und dann siehst du auf einmal, wie diese ganzen Huris zu dir kommen mit 1,6 Kilometer breiten Hintern und du einen Palmen-Pi-Yenis bekommst, der so dick und so lang ist wie eine Palme und du damit beschäftigt bist, deine, hier, Tanten, Oma, Nichten, zwei Schwestern, alles auseinanderzunehmen. Wer kann an so einen Unsinn denn glauben, Mann? Ja. Ich verstehe nicht, wenn man denen das so ehrlich präsentiert, wer kann denn da noch Muslim sein? Ich habe irgendwie mal gehört, dass das mit diesem großen Penis irgendwie nicht authentisch sein soll, aber ich sage mal so, selbst wenn man das weglässt, es ändert nichts daran, dass das einfach verwerflich ist und dass diese Huris nur dafür geschaffen wurden, um diese Männer dort zu erfreuen und dass die ja, die sind so durchsichtig, dass der Mann sich in ihnen spiegelt auch, ne? Und er sieht quasi sich die ganze Zeit in diesen Frauen, das finde ich auch total kurios. Das macht aber alles keinen Sinn. Das ist heftig, ne? Ja, und die leben in Zelten, in Zelten. In Zelten, schön, da ragt der Palmen-Pi-Yenis immer raus, ne? Oh, Mann. Hier, das Buch Das Meisterwerk von Al-Habib über die Erklärung von Al-Khatib. Band 3, Seite 356. Das ist ein authentischer Bericht. Es ist die Sprache der Verbindung und des Plurals und daraus entstandene Bäume, die heiraten, als sie sich schwanken und einander verbanden und ein Vertrag gesetzlich verankert wurde, der die Erlaubnis zum Verkehr mit dem Wort Ehe oder Ehe oder seiner Übersetzung beinhaltete und die Araber verwenden es in dieser Bedeutung eines Vertrags und Verkehrs für alle, für uns alle und für unsere Gefährten in dem Bereich. Er führte Gottesdienste ein, weil sie wichtiger sind als Transaktionen. Da ihr Bedarf wichtiger ist, erwähnten sie zu Beginn der zweiten Hälfte die obligatorischen Pflichten, um anzuzeigen, dass es sich bei ihnen um die Hälfte des Wissens handelt. Wie im Hadith, dann um die Ehe. Denn wenn die Wünsche des Körpers erfüllt sind, werden die Verbrechen begangen, weil es auftritt, nachdem die Wünsche des Magens und der Vulva erfüllt sind. Die Ehe ist eines der alten Gesetze Adams und ihre Wirkung wird auch im Paradies erhalten bleiben. Mit der Ehe ist ein Vertrag gemeint, der aus einem Angebot und einer Annahme besteht und dessen Ursprung in der Zulässigkeit liegt. Und aus diesem Grund ist sein Gelübde nicht gültig, selbst wenn suggeriert wird, dass es wünschenswert ist. Es kann über die Zulässigkeit des Eheversprechens hinausgehen. Rest der Urteile. Ich möchte, warte ganz kurz, ich gehe mal zu diesem Teil, wo der sagt, guck mal hier. Hier. Es ist, hier, warte. Und wenn er nicht besonderes Kind und auf dieser Welt geboren wird, ist es für sie nicht richtig. Und es ist nicht wahr. Und sie sind in dieser Welt nicht verboten. Genau wie Seide. Wein und die Vereinigung zweier Schwestern. Al-Kurtevi erklärte vielmehr, dass es erlaubt sei, alle Maharams im Paradies außer die Mutter und die Tochter zu heiraten. Denn der Grund dafür ist Hass und Trennung von Verwandtschaftsbanden, die es dort nicht gibt. Siehst du, der Allah erlaubt dir, mit deinen eigenen weiblichen Verwandten es X zu haben, außer deine Mutter und deine Tochter. Pass auf. Wie ANAL-Verkehr einschließlich Verkehr mit den Genitalien wie etwa Verkehr mit der eigenen Tochter seiner Mutter. Es wurde berichtet, im Paradies wird einer von euch ein PINIS wie eine Palme bekommen und eine Vulva, die groß genug dafür ist. Was für ein Müllhaufen ist das Mann? Aber was mir auch gerade einfällt ist, dass man ja im Paradies auch so ein Riese ist. Da gab es doch auch so ein Paradies, dass man Meter hoch groß ist. Ich meine, dann passt das ja wie dann zusammen. Ja, natürlich im Paradies wirst du riesig sein, sagte Allah. Ich war ja beim islamischen Unterricht und damals hat er uns das erklärt. Der hat uns die Paradies-Vorstellung erklärt, dieser Chef. Und da hat er gesagt, dass wir ungefähr so 70 bis 80 Ellen lang sind. Das ist dann so ungefähr 30, 40 Meter oder was sind wir dann. Ja, genau. Dann passt es ja wieder zusammen. Siehst du, also habe ich recht, wenn ich das sage und ich zitiere diese ganzen Gelehrten. Heftig. Guck mal, ich lese das nochmal vor. Das ist krass. Guck mal, was der Allah im Himmelreich verspricht. So einen heiligen Ort. Trennung von Verwandtschaften, die es dort nicht gibt und nicht etwas, was ein Laster mit sich bringt wie ANAL-Verkehr, einschließlich Verkehr mit den Genitalien, wie etwa Verkehr mit der eigenen Tochter seiner Mutter. Es wurde berichtet, im Paradies wird einer von euch einen PINIS wie eine Palme bekommen und eine Vulva, die groß genug, dass der PINIS dafür bereit ist. Passt. Heftig. Oh man. Das ist so. Stell dir mal vor, Iman TV würde das so thematisieren und den Leuten sagen, ja, in unserem Himmelreich, wenn die ehrlich werden und sagen, ja, wir stehen dazu. Was meinst, wie die Leute lachen würden und sagen, okay, du stehst das, okay, wenigstens bist du ehrlich. Aber jetzt wissen wir die Wahrheit über den Islam. Das war's. Aber weißt du, ich merke halt, es ist immer ein Stück nur so eine Teilwahrheit, die da gesagt wird, damit halt Menschen konvertieren. Und das geht ja auch insbesondere bei der Erlösung auch darum, dass sie immer nur propagieren, naja, wenn du gesündigt hast, Allah vergibt dir einfach. Das ist so das Einzige, was die Leute sich merken und dann denken, ah, okay, dann konvertiere ich. Aber das Erlösungskonzept im Islam, das ist auch total chaotisch, weil mal vergibt Allah alle Sündenberge, mal hast du Juden und Christen, die da einen Höllenplatz einnehmen, mal ist es aber eine Sünde, die zu viel ist und dann gehst du doch in die Hölle, dann sind es auch wieder 99 Prozent, die in die Hölle gehen und danach erst wieder, also es ist einfach ein Chaos. Chaos, genau. Siehst du, diese Religion hat keinen, also keinen inneren Frieden in sich, ne? Und deswegen sagt der Herr Jesus Christus, ich gebe dir meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Das gehört zu Weltreligionen, Weltanschauungen und hast du nicht gesehen. Siehst du, wie präzise der Herr ist? Mhm. Ja, nur Jesus gibt Frieden. Amen. So ist das. Das ist das. Das hilft nicht, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Bestandteile, was dann auf einmal zugegeben ist. Weißt du, wie ich mich damals damit beschäftigt habe? Was für ein Schock ich hatte, als ich diese ganzen Sachen herausgefunden habe, das ist doch keine normale Religion mehr, das ist ein riesen Wirrwau-Chaos. Der Koran ist nicht mehr chronologisch geordnet, also es ist ein kompletter Chaos schon im Koran drin. Nach Längen ist er ja geoffenbart worden. Jetzt zur Zeit ist er gerade nicht nach zeitlich chronologisch geordnet, sondern einfach nur nach Längen der Surah. Super. Ich habe den Koran komplett gelesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Also am Ende tatsächlich mich ein bisschen durchgequält, weil es ist ja auch ein sehr, sehr dunkles Buch, so habe ich das empfunden. Also ich als Ungläubige, in denen ihren Augen oder im Augen des Korans werde ja immer nur irgendwie bedroht. Da kommt nicht keine Liebe rüber, da kommt nicht rüber, dass Allah mich retten will, dass er ein Interesse daran hat, dass ich eines Tages war ihm bin oder so. Wie die Bibel uns das ja sagt, der Heilandgott, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das findest du im Koran ja nicht. Allah möchte die Hölle mit Menschen füllen. Was ist das für ein Gott? Ist das der Herr Jesus Christus, der die Hölle mit Menschen füllen will? Ist das der Satan, Mann? Ja, ja. Allein, wenn man sich nur darüber Gedanken macht, dass Gott ein Verlangen hat, die Hölle mit Menschen zu füllen, so wie er das sagt, also der Allah, da weißt du ganz genau, irgendwas stimmt hier nicht. Er hat auch ein Anliegen, Hass und Zwietrach zwischen den Menschen zu stiften. Obwohl im Koran im gleichen Kapitel, im Vers 91 steht, dass Satan Hass und Zwietrach zwischen den Menschen stiften will. Also klar geht es ja gar nicht mehr. Ja, dann wird bei uns halt auch immer dann gesagt, ja, aber euer Gott wirft doch auch Menschen in die Hölle. Aber wir sagen, ja, aber sein Wille ist unsere Rettung. Nicht er will die Hölle füllen. Nein, will er eben gerade nicht. Deswegen ist ja Jesus gekommen, um uns zu retten, hat einen teuren Preis bezahlt, um uns aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts zu holen. Und das ist das Schöne am Herrn Jesus Christus. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist und darfst deine Sünden bei ihm ablegen und dich von ihm retten lassen. Das ist das Geschenk der Gnade. Amen. Wunderbar. Amen. Er hat uns teuer erkauft, der Herr. Absolut. Ja, dafür danke ich ihm jeden Tag. Also wenn ich bete, dann ich bin immer berührt. Das hört auch nicht auf. Ich glaube, wir werden in Ewigkeit Jesus dafür danken, was er für einen großen Preis für uns bezahlt hat. So ein Gott der Liebe, so eine starke Liebe, so vorbildlich. Da kann Allah überhaupt nichts bieten dagegen. Was will Allah dir bieten? Frau Huris mit Schwellen, du weißt schon was? Nein. Du weißt also, wie dein Name schon ist, in die Glückseligkeit eingehen beim Herrn. Du weißt dann bei ihm sein, alle Zeit, alle Tage und nicht bei Odel M. Amen. Maranatha, Jesus komme bald. Ich komme bald, ja. Sehr gut. Ja, Armin, danke für das Gespräch auf jeden Fall. Gott segne dich, Deborah. Gott segne dich und deine Arbeit. Lass dich niemals einschüchtern von dieser ganzen Muslime. Mach immer weiter. der Herr wird dir schon beistehen. Mach dir keine Sorgen. Amen, danke. Du auch. Alles klar. Mach's gut. Wenn was ist, kannst du mich immer kontaktieren. Danke sehr. Tschüss. Danach. Wer sieht die? Nein, ihr sieht er. er direkte Das ist die Camilo-Ringleitung. Amir Leonidas Spartaner. Sieht echt so aus an sich Leonidas. Ich bin nochmal da bei dir. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Kann man jetzt mit dir vernünftig reden? Ich habe vernünftig geredet, aber du lässt mich ja nicht reden. Du hast einfach nur geredet. Ja, aber ich höre dir auch zu. Weißt du, das ist Respekt. Und ich bin zu Besuch bei dir auf dem Programm. Okay, ich habe doch gesagt, kein Problem. Du hast doch einen Vers aus dem Koran genannt. Dann habe ich gesagt, können wir das zusammen durchgehen. Hör mal bitte deinen Koran her. Und wann wolltest du das? Du wolltest einfach nicht den Koran holen. Ich habe dir gesagt, ich habe das jetzt nicht verraten. Und Koran auswendig lernen. Dann brauchst du Jahre lang, um das auszubilden zu lernen. Um die Geister vorzulesen. Ich habe doch einen Koran. Nein, mir geht es darum. Mir geht es darum, um die... Du weißt, um was es geht hier. Du siehst nur deinen Punkt und die Kreis drum herum siehst du nicht. Verstehst du? Das ist... Du machst hier mit mir lächerlich und so. Und du weißt nicht, was davor für Religionen waren, was davor für Propheten waren. Du weißt nichts, verstehst du? Du erzählst noch nicht mal davon und so. Fangen wir mal an. Wo... Was ist das Leben vor dem Sinnflut? Du kennst dich doch aus, sagst du. Was ist das Leben vor dem Sinnflut? An die Aschenor glaubst du ja. Als Christ muss man ja an die Aschenor glauben, oder? An Noah. An Noah. Oder? An Christ. Oder ist das nicht so? Was ist das Leben davor? An Laura Abirai. Gibt einem nur Gott segnend. Gott segnend. Ich hab eine Frage, gell. Ich bin seit 2017 Christ, mir ist Jesus erschienen. Ich hab gebetet. Er ist in meine träume gekommen und so. Und ich hab auch damals nicht verstanden mit Heiliggeist, Heilige Geist ist und das und so. Der Herr hat mir sogar einen Traum gegeben, wo ich den Sohn und den Heiligen Geist gesehen habe. Der Heilige Geist war wie so ein unsichtbares Licht. Ich war im Haus des Vaters, der öffnet die Türen und schließt und wirkt. Ich meine, es ist mir seit Tag 1 klar, dass es Vater gibt, Sohn gibt und auch den Heiligen Geist, die sieben Geister Gottes stehen vor dem Thron des Lammes, welches die sieben Augen sind und so weiter. Und so, und jetzt habe ich vor kurzem hier mal einen Modalisten kennengelernt und so, das habe ich ja auch noch nie in mein Leben gehört. Also ich habe alle verrückten Urlehrerinnen auf TikTok schon kennengelernt und gehört, alle unbiblisch und so. Die Bibel redet ja klar und deutlich und so. Ich wollte mal dich fragen, was ist deine Meinung zu einem Modalisten oder Modalismus? Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, aber der Gott, der Bibel besteht aus einem drachlichen Gott und jeder von ihnen ist gleich ewig, gleich wir haben die gleichen Wesen, Wesen teilen sich das eine Wesen zusammen und der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen als ein Mensch und hat die zwei Hypostasen angenommen. Sowohl 100% Mensch als auch 100% Gott. Dem Geist nach ist der 100% Gott, dem Fleisch nach ist der 100% Mensch. Nicht Gott ist am Kreuze gestorben, sondern der Menschensohn ist am Kreuze gestorben. Der Südl ist der Perfektor, der Heilige, der Messias. Ja, da macht sich jemand drüber lächerlich und so. Ich glaube, die Modalisten sagen, dass Jesus und der Vater ein und dieselbe Person werden. Ist das so? Das ist eine Katastrophe. Das ist der Wahnsinn. Das ist wie wenn ich sage, Materie kann ja auch fest, flüssig, gasförmig sein. Das ist ja wie wenn ich sage, ist alles das Gleiche. Und das zeigt sich auch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der Raum ist auch dreidimensional. Man kann ja auch Gott an der Schöpfung erkennen, weiss? Und so weiter. Der Jesus spricht doch zum Vater in Johannes 17, 4. Als er sagte, Vater, verherrlichte du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, eh die Welt war. Siehst du? Sie waren also zwei Personen und der eine hat den anderen verherrlicht, genau wie der eine den anderen verherrlicht hat. Ganz einfach. Und sie nicht eine Person, nein. Sie teilen den gleich ewigen Gott. Sie sind der gleich ewige Gott, der Sohn, als auch der Vater und der Heilige. Ich habe das früher nicht verstanden und dann habe ich zu Gott gebetet und dann hat Gott mir einen Traum gegeben, wo mir das erklärt. Und ich habe mich so gesehen, ich laufe durch den Wald, da war ich ungläubig und dann komme ich an den Wald raus und dann sehe ich das Haus des Vaters. Und ich habe einfach gewusst, dass der Vater sein Haus, gell, und es war mit Gottes einfach so, du fühlst jetzt Gott, es ist einfach so wunderschön gewesen. Ich habe drin den Hausherrn, den Menschensohn gesehen, Jesus. Ich habe ihn von hinten gesehen, gell, und dann habe ich auch so einen, ja, den Heiligen Geist habe ich dann gesehen, so ein unsichtbares, goldenes Licht, was mich durchs Haus führt quasi und Türen auf und zu macht und so. Und in dem Traum habe ich auch einen Mensch gesehen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, der ergraut war und so und ist dann wieder gekommen. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich diesen Mensch wirklich so im Traum wieder getroffen und kennengelernt und also in real und der war auch wirklich ergraut und sowas und der hat das Gleiche getan und gesagt wie in dem Traum. Der Traum hat mir auch die Zukunft vorausgesagt. Und da habe ich echt, ja, das ist schon verrückt, aber der Herr erscheint auch in Träumen und so. Aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, gell. Das habe ich gehabt, wo ich neu zum Glauben gekommen bin und ja, seitdem nicht mehr. Das war 2017, 18, 20 sowas, aber seitdem nicht mehr. Aber am Anfang habe ich da schon. Und ich kenne auch den Herrn durch seinen Geist, ja auch eine lebendige Beziehung und so. Und klar, Gott redet auch durch sein Wort. Man muss die Bibel lesen, aber seine lebendige Beziehung, du kennst ihn und so und du weißt, wer er ist. Und das ist real Gottes Geist, unsichtbar, aber real und du kennst ihn. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ciao, Bruder, gell. Ciao, ciao. So, ich mache dich ein bisschen schlau. So, vor dem Sinnflut, hör mal zu. Nee, nee, jetzt hör mal zu. Guck mal, du bist so einer. Ich habe noch nicht mal Wort geredet. Du lachst mal drüber. Vor dem Sinnflut ist es der Computer. Du warst vor dem Flut, war Mann. Was für einen Sinn ergibt, das um nur vor Flut zu reden? Du redest mir von 2000-Geschichten. Du redest mir nicht von... Habib, habib, guck mal, ich komme mal runter. Lass uns mal lieber darüber reden, was ist das Konzept des Islams, wie man gerettet wird. Erzähl uns das. Du bist doch Moslem. Moslem. Gerettet wirst du, indem du immer reinbleibst. Verstehst du? Im Gedanken, so wie in Praktiken. Was bedeutet das? Immer reinbleiben. Rein, das heißt, sich vor dem richtigen Gott zu beten, in die Knie zu gehen und gute Taten zu tun, beten, rein zu bleiben, ein Abdest, immer mit Abdest zu leben. Verstehst du? Das ist ein richtiger Moslem. Hör mir mal zu, hör mir mal zu. Kennst du Bauchnabelhügel? Bauchnabelhügel. Googelt alle mal Leute, Bauchnabelhügel. Bauchnabelhügel, genau. Bauchnabelhügel. Schau, da weiß man, was er sagt. Bauchnabelhügel. So ein Typ, das ist unglaublich. Gott der Bibel sagt, egal wie viel du dich wächst, dein Herz bleibt immer dreckig vor mir. Jeremia 2,22. Verstehst du? Und der Hinduist, Buddhist, denkt auch, dass er den richtigen Gott hat. Was macht denn dein Gott zum richtigen Gott? Erzähl mal. Was für Billo-Argumente. Möchtest du mich nicht verstehen? Willst du global denken oder willst du dich auf einen Punkt sehen? Ich möchte wissen, wie kann man dich auf einen Punkt sehen? Wie ist das Konzept, um gerettet zu werden? Erzähl mal. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sicher. Ich habe dir das gesagt. Das reicht mir nicht. Ich habe meine Pflicht. Allah sagt, du hast deine Pflicht und deine Gebote. Du musst immer mit Abdest bleiben. Im Gedanken, so wie in deiner Seele. Verstehst du? Dann bist du ein guter Muslim. Dann gehst du, guck mal, wir Kurden, wir haben die ISIS bekämpft. Die Leute, wo du hier darstellst, wo du darstellst und denkst, da sind Muslime, die haben wir bekämpft. Wir haben die ISIS alle bekämpft. Was macht sie denn zu Nicht-Muslimen? Was macht sie denn zu Nicht-Muslimen? Was haben sie getan, was Wormit nicht getan hat? Erzähl mal bitte. Du kannst jetzt nicht ein bestimmtes Volk oder ein bestimmtes Muslim mit anderen vergleichen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht jemand mit Jesus vergleichen. Verstehst du, was ich meine? Nein, das geht nicht. Ich kann auch nicht jemand mit mir vergleichen. Das geht doch nicht. Mein Lieber, du sagst, dass der islamische Staat, die Muslime des islamischen Staates gar keine Muslime sind, weil sie diese und diese Handlung getan haben. Was haben sie für Handlungen getätigt, was Mohammed nicht getan hat? Bitte. Mohammed hat das nicht getan. Unser Prophet hat das nicht getan. Der hat das Gleiche getan, was wir Kurden, der hat die bekämpft, der hat die Götzenanbeter alle bekämpft. Verstehst du, was ich meine? Der hat das, was nicht sinnvoll ist, das hat er weggeschafft. Verstehst du, was ich meine? Was hat der islamische Staat? Als allererster hat er doch die Araber, sowieso 90 Prozent der Araber sind keine guten Muslime. Guck mal, Okay, dann sag mir mal, wenn du dich so gut vom Islam herkennst, wer hat den Islam verbreitet? Waren das die Kurden oder waren das die Araber? Nach den Propheten, das erste islamische Staat war Shaddaati. Shaddaati, das war ein kurdisches islamisches Staat. Und dann kamen die Mervaniten und dann kamen die Ayubiten. Die erste Ua, die erste Triebwerke, das war Al-Jaziri, das war ein Kurde, das war 4,500, das war schon im Mittelalter. Wenn die Kurden nicht so schlau wären und nicht nach dem Koran gegangen wären, die hätten dieses Wissenschaft nicht... Wieso sind die Kurden denn überhaupt Muslime geworden? Die Kurden waren die ersten Christen, die waren die erste Ahura Mazda. Ja, das waren die ersten. Die ersten Krieg... Guck mal in Farkin, Diyarbakir ist die erste Kirche. Die ist älter wie jede andere Kirche. Du erzählst das deinen Leuten nicht. Die erste Volk, wo Muslime waren, das waren... Wo sind denn die Kurden, die heute sagen, Alhamdulillah Muslim, wir sind überhaupt Muslim geworden? Ihr wart da noch nie Muslime. Ihr wurdet... Was ist mit euch passiert? Die waren nicht Muslime. Die Ashabis sind nach Diyarbakir gekommen. Die sind gekommen und die sind vom Christentum... Von alleine sind sie Muslime geworden. Glaubt mir das. Von alleine, ohne einen Turten. Die haben das direkt angenommen. dass der Islam gezwungen hat, ne? Und wie euer heutige Gelehrte das gesagt haben. Nein, weil die Kurden... Die Kurden haben gelebt mit der Originalbibel, aber ihr lebt ja nicht mit der Originalbibel. Ihr seht ja die Wahrheit nicht. Wenn ich jetzt die Originalbibel... Ich danke dir, ich danke dir mit der Originalbibel. Wir leben nicht mit der Originalbibel. Was für ein Typ... Dass ich mir das auch noch antue, das ist ja unglaublich. Ich habe auch... Wie nennt man das? Selbstverletzung. Der Dr. Schiff... Der Dr. Schiff verletzt sich immer selber. Servus, mein Bester. Hallo, mein Bester. Gott segere dich und deine Familie. Gott segere dich und deine Familie auch. Hier. Guck mal, wo der Prophet... Wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angegriffen worden ist. Eine lange Zeit angegriffen worden. Gedemütigt. Was weiß ich, was gemacht worden ist mit denen. Die Sahaba haben gesagt, wir müssen zurückgreifen. Zurückschlagen. Lange, lange, lange hat er nichts getan. Lange, lange hat er nichts getan. Bis... Bis der Engel, Gabriel, die Botschaft gegeben hat, dass das in Ordnung ist und dass Allah damit zufrieden ist. Lange, lange hat er das hinausgezögert und hat nichts gemacht, obwohl die angegriffen worden sind. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okay. So sieht es auf mein Bester. Als der Allah, Muhammad befohlen wurde, die Menschen zu bekämpfen, bis sie... Nicht die Menschen zu bekämpfen, sondern die Angreifer zu vertreiben und gegen die Angreifer, gegen die Hochmütigen zu kämpfen. Nicht Menschen. Was sind Menschen? Die sind alles Menschen. Die sind alles Menschen, oder was? Es gibt Täter, es gibt böse Menschen, es gibt gute Menschen. Beruhige dich, beruhige dich. Was ist denn dein Problem? Ich kann auch emotional werden. Komm, ich versuche gerade, dich zu beruhigen. Beruhige dich. Ja gut, aber was verstehst du da nicht? Du hast die eine Seite jetzt von Mohammed gezeigt, und was ist denn mit der anderen Seite? Aus irgendwelchen Lügen, Haditen holst du dir irgendwelche Sachen raus und denkst, das wäre die Wahrheit. Das ist dein Problem. Nein, du musst dich beruhigen. Lese den Koran und beweise alles nur mit dem Koran. Okay, Surah 9, Vers 9. Und töte dir auch, wo ihr sie auch immer findet. Kenn ich, ja? Beruhige dich, nicht nervös werden, Beruhigung. Wenn sie aber aufhören, dann hört ihr auch auf, weil Allah ist barmherzig, als ergeben. Beruhige dich, beruhige dich, alles mit dem Koran. Ja, ja. Lese mal, ich meinte nicht Surah 2, Vers 191 bis 194, ich meinte Surah 9, Vers 29, die letzte Etappe in Mohammed's Leben. Lese uns das mal bitte vor. Ja, sag mir, sag, du weißt es doch schon, erzähl doch. Mach doch keine Rätsel aus der ganzen Geschichte. Mach doch keine Rätsel. Ruhige dich, deine Stimme nicht laut machen. Mach doch keine Rätsel aus der ganzen Geschichte. Immer tranquilo, immer tranquilo machen. Immer diese Philosophie, immer tranquilo machen, tranquilo. Ja, ja, alles. Allah sagt in Surah 9, Vers 29, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Der sagt nicht, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen oder kämpf gegen diejenigen, die euch vertrieben haben. Nein, kämpf gegen diejenigen, die nicht sagen, dass Allah der Gott ist und Mohammed der Gesandte ist. Aus welchem Zusammenhang ist dieser Vers herabgesandt worden? Schaust du dir das an oder ziehst du dir nur nur diesen Vers raus, ohne es zu verstehen? Weil Allah, weil Allah keine Lust mehr hatte, im Krieg sollen wir das tun. Ja, im Krieg sollen wir das tun. Im Krieg. Weil Allah keine Lust mehr hatte, im Krieg. Im Krieg. Ja, was ist daran, was ist daran nicht so verstanden? Im Krieg? Hallo, der Islam befindet sich dort seit 1400 Jahren im Krieg. Wer greift denn die ganzen Muslime jetzt in diesem Moment an? Sind das die Muslime oder werden die Muslime getötet? Wenn die Muslime, mein Lieber, wenn die Muslime die Macht hätten, würden sie ganz Deutschland auseinandernehmen? Guck mal, es gibt so viele Muslime in Deutschland. Wo sind die Attentate? Wo wird irgendwas in Deutschland in die Luft gesprengt? Seit wie vielen Jahren leben Muslime in diesem Land? Hast du schon mal gesehen, wie es aussieht? Was laberst du da? Hast du schon mal gesehen, Letztes Mal lese ich die Bild-Zeitung, deutsche Kinder konvertieren zu Nisztan? Das ist der Typ, ich kann mit dem nicht mal ein normales Gespräch führen. Ist das ein Typ, Mann? Labert, 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 lass doch mal anreden, Mann. Ist das ein Typ, raus! Ich wollte ihm sagen, hast du schon mal gesehen, wie ein Weihnachtsmarkt in Deutschland aussieht? Wie die Kirchen auf einmal aussehen? Polizei steht davor. Weswegen? Wegen Juden, Buddhisten, Hinduisten? Ist das ein Typ, wo sind Attentäte, Anschlag? Ich mach mal die Nachrichten auf, die sind nur, das muss nie mehr Anschläge verüben. Ist das ein Typ, Mann, Kamelurin in seinem Kopf? Das kannst du keiner erzählen, Mann. Der labert einfach, labert einfach, ist unglaublich. Beruhig dich doch, ich hab doch gesagt, beruhig dich mal, die ganze, diese emotional kochen und übertönen und so, was ist das, Mann? Haben die alle Ausbildung bei Hansi gemacht, oder was ist das? Richtige Ausbildungscamp dieser Dauerpropagandisten? Moin, Amir, grüß dich. David, mein lieber Gott segne dich. Hallo, Gott segne dich. Ich hab nur kurz, bitte, nur zwei Sachen ganz kurz. Erstmal zu diesen Typen mit Islamen und Kurden. Die Kurden, beziehungsweise viele Jesiden wurden zwangs-islamisiert nach der islamischen Expansion. Da war nix mit Friede, Freude, Ayakuren. Das war eher Zwang. Soviel zu dem. Und zum anderen, Leute, bitte, ich brauch kurz seine Reichweite. Heute am Steindamm in Hamburg, da war ja letztens diese Demo. Ach so, heute gegen diese Kalifaten. Genau, heute hat eine kurdische... Kurden, ja, die Kurden machen da Druck, ja, ich weiß. Ich wurde angerufen, hört man mich? Ja, man hört sich. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, bitte, bitte, wenn ihr in der Nähe wohnt oder die Möglichkeit hat, hinzugehen, geht hin, schließt euch den Leuten an. Es sollen nicht nur Kurden sein, da sind auch 100 andere, aber trotzdem, macht Statement, zeigt denen wir sie mehr. Dankeschön. Gott segne dich mal. Dich auch, mein Lieber. Ciao. Ja, heute ist ja Kundgebung gegen das Kalifaten, habe ich auch schon mitbekommen, in Hamburg, Steindamm, glaube ich auch. Hallo. Hallo Gabriel, Gott segne dich und deine Familie. Wie geht es euch auch gleich? Wie geht es euch? Abhamdulillah, geht es gut, wie geht es dir? Maschallah, mir geht es auch gut. Ich habe nur eine Frage, wenn ich jetzt mit ihnen diskutiere, was rein, aber Mohammed, hat nichts anderes gemacht, außer er hat gesagt, bitte nicht zu Figuren, halt, ne, macht kein Fetter zu Gott. Er hat nur was Gutes gesagt, ich meine nur halt, ne. Er hat nur was Gutes gesagt, der Mohammed? Ja, sallallahu alaihi wa sallam, ja. Er hat nur was Gutes gesagt, er hat nie irgendwas Schlechtes gesagt, ne? Nein, als er gesagt hat, in Jami As-Sarir, Band 1, Seite 47, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und beißt in den PNAS deines Vaters, ist das schön? Ist das gut? Nein, vielleicht, guck mal, es gibt, guck mal, es gibt Hadithe, die wurden bezahlt, dass sie so lügen sollen. Ach so, die wurden bezahlt, dass sie lügen sollen, natürlich. Es gibt Leute, zum Beispiel, ich sag ich mal, beispielsweise, ein Christ, beispielsweise, der ein Priester, Beispiel, sag ich mal, er hat Kinder misshandelt, sind alle Priester, Schwunur, also keine Ahnung, wie soll ich sagen, nein. Nur wenn einer gemacht hat, dass einer gelogen hat, einer sagt, ich war Christ, mir gefällt der Christ nicht, ich bin Moslem geworden, einer sagt, ich bin Moslem, das heißt nicht von, wenn du Menschen siehst, dann kannst du alles sagen, wo gibt es überhaupt einen Gott, ist das für Allah, so weiß ich meine, du sollst nicht an Menschen, wer glaubt, glaubt, wie der glaubt, glaubt, wir sind alle Menschen. Ja, warum, wenn jemand glaubt, warum lässt der Mohammed die Menschen nicht einfach glauben an das, was sie glauben wollten und hat sie zum Islam gezwungen, wer wusste, steht das in Koran, steht das in Surat Al-Baqarah, boah, ich weiß nicht genau, la ikra fiddin, gibt es in der Religion Zwang, Bruder. Verstehst du, ich meine? Wenn du Menschen siehst, da kannst du nicht sagen, oh, der so, der so, nun, Allah ist der Richtige, der wahrhafte Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm. Alle Propheten haben zu ihm gebetet. Wo ist er da? Wieso ist er weg? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir sind alle Menschen. Wenn du glaubst, so glaubst, glaubst du so. Wir sind alle Aliens. Guck mal, ich rede ganz vernünftig mit Ihnen, so. Ich will nicht jetzt nicht mehr schreiten, boah, wozu. Weil ich meine, wir reden, wir sind alle Menschen. Guck mal, ich habe schlechte, zum Beispiel, Erfahrung mit Serben, du hast selbst mehr, aber der hat das. Guck die Menschen nicht. Weißt du, wie du glaubst, da glaubst du. Wir können alle miteinander menschlich umgehen, aber der Islam will ja nicht mit uns menschlich umgehen. Weil der Islam sagt, in Surah 3,111, äh, 3,1110, dass Allah ihnen das Überlegenheitsgefühl gibt. Verstehst du? Dass er sagt, ihr seid die beste Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Und da haben wir ein Riesenproblem. Wenn die Muslime auf einmal sich die Legitimation geben, über dein Leben zu herrschen, weil sie denken, dass Allah ihnen das so mitgegeben hat, dass sie über dein Leben herrschen, dass sie das verbieten, was du gerne machen möchtest. Verstehst du? So einfach leben, wie du willst. Ich kann dir sagen, zum Beispiel, trink keinen Alkohol, Beispiel. Was? Ich sage dir zum Beispiel, ein Beispiel, ein Wort, ich sage dir, trink keinen Alkohol oder geh nicht fremd, deine Frau. Nicht gut. Was kann ich noch machen, wenn du das immer mal machst? Ich habe den Islam anders kennengelernt. Ich habe mich mit Gewalt gelernt. Ich kenne den Islam nicht als Gewalt. Du hast den Islam nicht mit Gewalt kennengelernt? Nein. Wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Natürlich hast du den Islam auch nicht mit Gewalt kennengelernt. Aber wärst du in Syrien und so aufgewachsen? Ja, das kann sein, Bruder, es kann sein, guck mal, ich sage dir, es kann sein. Ich sage nicht, nein, zum Beispiel, guck mal, wenn mein Vater, zum Beispiel, er sagt, zum Beispiel, zum Beispiel, du musst ihn heiraten, du musst ihn heiraten und sie will nicht. Das ist was anderes, das ist mein Vater, so sein Charakter, ist das dein Islam. Der Charakter, wenn dein Vater so gut ist, Beispiel jetzt, wenn ich Hass habe, der Islam sagt nicht, du sollst hassen, ich kenne keinen Islam. Ich bin dagegen, der jemand, der Menschen, ich, also du bist Deutsche, ich arbeite mit dir zusammen, guten Tag, guten Tag, fertig, willst du das essen, willst du das nicht essen, ich habe was, willst du das, komm zu mir, sitzen, wir reden, das ist der Islam. Es ist Islam, ey, du bist katholisch, ey, du bist verkehrt, mag die Welt, du Ungläubiger, nein. Ja, aber was machst du, wenn Allah auf einmal im Koran sagt, bekämpft diejenigen, die nicht an mich glauben, was machst du denn dann? Nein, Allah sagt mich bestimmt nicht. Das war in diesem, aber guck mal, warte, warte, das war in der Zeit, wo Dings vielleicht, weil ich denke, ich kenne den Koran nicht aus, wenn ich alles so, weiß ich meine. Hast du noch gar nicht den Koran gelesen, sei ehrlich. Ich bin, na klar habe ich den Koran gelesen. Nein, du lügst mich an. Wallah, ich habe den Koran gelesen, warum soll ich dich anlügen? Ich rede von mir. Hast du den Koran verstanden überhaupt? Nicht alles. Ja, super. Ja, und guck mal, der Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat nie gesagt, geh zu den Menschen, hau die kaputt, oder mach das, nimm das, er hat gesagt, oh. Natürlich hat er das gesagt. Natürlich hat er das gesagt. Er hat gesagt. Guck mal, du kennst Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Kannst du mich auch mal ausreden lassen, oder willst du nur reden? Nein, du sagst immer, nein, du redest immer so. Ja, ich möchte ja Beweise bringen, verstehst du? Ich will ja nicht dazu einfach irgendwas in den Raum wirfst und Mohammed genau das Gegenteil von dem, was du da sagst, sagt. Okay, halt die Rede. Ja, der Mohammed hat ja gesagt, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann setzt ihr unter drei Alternativen. Islam annehmen, Jizir bezahlt, oder den Kampf gegen euch. Verstehst du? Der Mohammed hat die Menschen gezwungen zum Islam. Das ist ein Vermächtnis, das er den Muslimen mitgegeben hat. Ich weiß nicht, was mit dir gewohnt ist, dass du über Islam oder Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, redest so. Ich weiß nicht. Hast du mich gerade veräppelt, oder was? Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich sage dir, dass dein Prophet gesagt hat, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann setzt sie unter drei Alternativen und du sagst, dass ich... Was erzählst du denn da für Quatsch? Naja, okay, wenn du so denkst, dann denkst du halt. So, wieder sagst du, wenn ich so denke, ich sage dir, was dein Prophet gesagt hat. Ich sage dir, ich wünsche dir guten Tag, Guten Tag und so, alles Gute. Ich wünsche mir guten Tag. Möge Allah, dich für Recht leiten. Das wäre es. Ich würde dich jetzt mit ihm schreiten oder so. Möge Allah, zwei Rechte, er hätte dich auch recht leiten. Ich bin reich geleitet, Alhamdulillah. Tschüss. Was hast du da erzählt? Jetzt kommt der Nervöse wieder rein, guck mal, jetzt kommt Mr. Nervosität. Hier, mein Mester, alles, was du heute nicht verstehst, was wir irgendwann verstehen, aber vielleicht wird es dann zu spät sein. Verstehst du, Herr Schmein? Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Aber warum hat dein Prophet gesagt, dass man Menschen unter drei Alternativen stellt? Was hat er gesagt? In einem Hadith? Ja, genau. Als seine Muslime. Ja, du bist doch nur einer, der benutzt nur Hadith. Ja, dein Kur'an sagt das genauso. Mit dem Kur'an kommst du nicht weiter, weil wir haben gegen alles einbegleit. Du bist ja noch nicht mal in der Lage zu sagen, es gibt so viele Hadith, die sind falsch. Ich hole jetzt mein Koran, dann will ich das verprüfen, was du sagst. Du kannst sagen, was du willst, aber du willst, willst du sagen, du verstehst auch jede Stelle im Koran? Ich lese ein Tafsir dazu. Du verstehst das so, wie du es verstehen willst? Ich lese ein Tafsir dazu. Ich lese ein Tafsir dazu. Ja, ja, wie viele Tafsire gibt es? Und hast du dir ein Tafsir ausgesucht, ganz genau, was deinen Belüsten passt? Ich gehe nach dem Tafsir, der groß gelangt ist. Und wie viele Tafsir-Schreiber gibt es auf der Welt? Ich gehe nach dem Tafsir, der muphazier ist. Wie viele Tafsir-Schreiber gibt es auf der Welt? Oder nimmst du dir irgendeines, was dir am besten passt? Willst du damit zufrieden, die großen vier Koran-Kommentatoren? Ja? Auch Ibn Khatir hat Verse übersetzt, die sind eine Katastrophe. Und was jetzt? Wer? Ibn Khatir. Was ist damit? Hat Verse übersetzt, die sind eine Katastrophe? Ibn Khatir hat Verse übersetzt oder interpretiert? Interpretiert. Warum sagst du denn übersetzt? Interpretiert. Ich bin kein Deutscher, ich heiße dich Carsten. Ich heiße dich Carsten. Ja, aber ein Mindestmaß an sprachlicher Kenntnis sollte man schon haben. Ja, aber du verstehst mich doch oder nicht, mein Bester, oder? Ich muss dich ja korrigieren, Gott sei Dank. Aber du verstehst mich doch. Du verstehst mich doch, oder? Gott sei Dank kann ich ja ausländisch. Dann würde ich mal einen deutschen Sender ins Auswand gehen, wie schneller eine Fremdsprache lernt. Du kannst ja bitte für uns Zuge 19, 123 lesen. Les mal, les mal. Ich habe jetzt den Koran nicht vor mir. Ja doch, du musst mal Hassanat sammeln. Allah ist wirklich. Ich glaube dir, wenn du lest mir vor, ich glaube dir, ich vertraue dir. Jetzt auf einmal vertraust du mir und glaubst du mir vor? Ich vertraue dir doch. Ich vertraue dir doch. Nur du hast vorhin gesagt, du hast vorhin... Warte mal, warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Du hast vorhin gesagt, es gibt Menschen, die sind auf diese Welt gekommen, um das Böse zu verbieten und das Gute zu verbreiten und so weiter und so fort. Was hast du denn, was für ein Problem hast du denn da? Das ist doch gut, oder nicht? Nein, aber wenn du dann hingehst und von Text, dass das von Gott kommt und dann deine Religion anderen aufzwingst und sie nicht leben lässt, so wie sie wollen, dann haben wir ein Problem damit. Ja, okay, aber guck mal, mein Bester. Ich habe... Ich weiß, dass du nicht einschränkst. Ja, aber ich habe Arbeitskollegen auf der Arbeit und überall. Ich habe noch niemals jemanden etwas aufgezwungen. Brate, Brate, wenn du zum Beispiel die Deutschen siehst, du siehst, dass die gerne in die Kneipe gehen, Bierchen trinken, das... Wir sollen die doch machen, Bruder, gib mir Marsch vorbei, Bruder, was lehntest du da? Ich bin zum Kran. Ich bin zum Kran. Ich bin zum Kran. Aber Allah geht das nicht am Hintern vorbei. Verstehst du jetzt? Was sagt denn Allah dazu? Allah subhanahu wa ta'ala. Im Zuge Al-Imran. Ja. Al-Imran, Ayah 110. Ihr seid die bessere Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ja. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Sehr gut. Also wenn Deutsche auf einmal in ihren Kneipen abhängen, dann verbieten die Muslime ihnen das, weil sie das nicht machen dürfen, weil das Haram ist. Wir verbieten das und empfehlen das. Wir verbieten das und empfehlen das. Ich bin nicht fertig, Mann. Erzähl, erzähl. Erzähl. Wenn also die Deutschen so was machen, dann kommen die Muslime und sagen, du lebst auf Allahs Erde und Allah hat das verboten. Wenn du nicht fachierst, dann musst du in die Ewigkeit gehen. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, erst mal, wir empfehlen so was den Verwandten und unseren Freunden in unseren Kreisen, aber nicht irgendjemanden. Du verstehst schon wieder das, was du verstehen willst. Willst du mich gerade verarschen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, wir sollen unsere Verwandten und unsere Nächsten vor dem Höllenfeuer warnen. Das habe ich nicht gemeint. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Wieso sagst du das? Du bist Lügner. Du benutzt diesen Vers. Du benutzt diesen Vers. Ich gebe dir eben die Antwort und du akzeptierst das einfach nicht. Das ist dein Problem. Du kommst mit Birnen. Ich habe gesagt, wenn die Muslime eines Tages die Oberhand haben, dann verbieten sie das Verwertliche und gebieten das Gute. Und wenn zum Beispiel du hier in Deutschland siehst, dass die Deutschen einfach so leben, wie sie möchten. Sie gehen in Restaurants, trinken Bier, Alkohol und so was. Was sie möchten. Sie hängen ihre Kneipen ab oder gehen zum Fußballspiel, machen Grille, die ist das. Ja, sollen die doch machen. Ich komme auf den Gedanken, hey, Mann. Sollen die doch machen, Bruder. Was ist los? Guck mal, du. Hey. Da kommen die Muslime auf den Gedanken und sagen, nein, heute ist Schluss. Jetzt herrscht Scharia und jetzt werden andere Gesetze herrschen. Okay, aber wie kommst du? Okay, gut, ich habe dich verstanden. Aber wie kommst du auf diese Idee, dass Muslime irgendwann die Oberhand haben? Durch Geburtenrate. Geburtenrate. Ach, du weißt nicht, was das ist, ne? Ich muss dir wieder helfen. Ja, natürlich, weil du weißt nicht, was Geburtenrate ist. Okay, erklär mal, was ist denn Geburtenrate, Slatko Brate? Ja, wir machen viel mehr Kinder. Die Deutschen haben viel weniger Kinder. Irgendwann streben die aus und so werden die Muslime immer mehr. Was bedeutet das, umkehrschluss? Also die Muslime werden immer mehr und die Deutschen immer weniger. Siehst du? Aber ist das nicht ein natürlicher Ablauf? Aber ist das nicht ein natürlicher Ablauf? Was kann man jetzt dagegen tun, wenn man die Muslime mehr Kinder gebären und die Deutschen keine? Das meine ich doch gar nicht. Das meine ich doch gar nicht. Aber wenn ihr eines Tages die Oberhand habt, werdet ihr versuchen, eure Scharia über die Köpfe der Nicht-Muslime zu implementieren. Ja, aber guck, okay, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich vollkommen. Aber guck mal, die Scharia herrscht doch nicht mal in den muslimischen Ländern. Ach, Scharia herrscht nicht in den muslimischen Ländern. In welchen Ländern ist die Scharia? Ach so, in Afghanistan. Außer dieser Fake-Scharia in Saudi-Arabien, das ist auch Fake. Fake-Scharia? Fake-Scharia. Was ist denn daran Fake? Fake ist erstmal, die haben die ganze islamische Welt betrogen und belogen. Slatko, bitte, was machen die, was Scharia nicht sagt? Die machen zum Beispiel, die arbeiten mit vielen zusammen, die Kriegsverbrecher zum Beispiel sind auf dieser Welt. Brate, was ist denn die Strafe für jemanden, der zum Beispiel Diebstahl begangen hat? Hand abschreiben. Sehr gut. Genau. Was ist die Strafe für jemanden, der zum Beispiel beim Ehebruch erwischt wird? 100 Beitschenhebe. Nein, das ist der Tod. Nein, das ist eine Lüge. Nein, das ist eine Lüge. Ich weiß es besser als du. Slatko, Brate. Slatko, Brate, ich weiß es besser als du. Slatko. Dragan. Brate, der Alte, Dragan, ich weiß du, weißt du, sagst du, was passiert. Nein, der Mohammed hat gesagt, der Koran sagt das, aber guck mal, okay, gut, ich habe dich verstanden, aber guck mal, was sagst du zu einem Gesetz in Deutschland? Ahmad ist ja der wahre Gott von euch und er sagt, wenn ihr jemanden bei dir habt, dann muss ich mich reinigen. Okay, dann stelle ich dir eine andere Frage. 129 Fälle, Vergewaltigungs, Kindesmissbrauchsfälle in Deutschland, das war letztens in der Bild, 129 Fälle, zweieinhalb Jahre Bewährung, gut? Das ist natürlich schlecht, das ist eine Katastrophe. ist das, aber unter der Scharia, aber da, aber da, wo die Scharia zum Beispiel, da wo die Scharia aber winks, sowas, man kommt doch nicht mal auf die Idee, sowas zu tun, mein Bester. Bist du dir sicher, unter der Scharia, 100% das beste Gesetz, alle Gesetze. Hallo, 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 unter der Scharia. Und dann kommst du in ein Hotel auch noch dafür, Hotel, kriegst du alles, Playstation 50 bekommst, oder bekommst du einen Fernseher. Schlatko, muss leise sein, muss du hören. Bitte schön. Wenn unter der Scharia, wenn eines Tages Scharia herrscht, und der muslimische Mann, sich dann ein Baby heiratet, dann darf er das legal. Ist das okay? Nein, das ist verboten, was laberst du da für ein Scheiß? Ich bin jetzt nicht verspär. Was laberst du da für ein Scheiß? Was für ein Baby heiraten? Du darfst ein Baby heiraten. Bist du hängen geblieben? Komm mal, halt. Das ist deine Religion, nicht ich. Halt die Fresse, da steht nirgendwo im Koran, was laberst du, du scheiß? du musst dich nicht beleidigen, du musst deinen Koran beleidigen. Das steht nirgendwo im Koran. Lüg dich. Du bist ein Lügner. Du bist ein satanischer Lügner, nicht ein einfacher Lügner. Ein satanischer Lügner bist du. Und nur irgendwelche minderbemittelten Menschen glauben dir, die dir folgen. Minder, die selber minderbemittelt sind. Ich mach's gut, Brate. Tschüss. Und Gott möchte, dass du für alle Ewigkeiten gerettet sein sollst. Und deswegen kam mehr als Reden auf die Erde, um allen Religiösen, Religiosität und allen Religionen ein Ende zu setzen. Als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, hat er für deine Meinung und die ganze Schuld der Menschheit bezahlt. Verstehst du, mein Lieber? Und heute hast du die gute Möglichkeit, weil du das Evangelium gehört hast, eine Entscheidung für ihn zu treffen, für den Herrn Jesus Christus und deine Schuld zu bereuen und deine Seele in Sicherheit zu bringen. Hey, hallo. Darf ich mal was fragen? Ja. Wieso hast du entscheidet, um kein Moslem mehr zu sein? Ja, weil der Koran nicht das Wort Gottes ist, Mohammed niemals ein Prophet war und Islam falsch ist. Und du bist geboren als Moslem? Ja, genau. Und wieso sagst du so etwas? Bitte was? Wieso sagst du so etwas? Wieso? Weil ich die Wahrheit sage. Du willst nicht mal die Wahrheit sagen. So brauch uns Gott helfen. Aber der Koran sagt, dass wir lügen dürfen. Das ist gut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah für was? Wenn solche Sachen passieren. Alhamdulillah. Ja, sehr schön. Wusstest du eigentlich, dass der Allah die Erde auf dem Rücken eines Baals trägt, tragen lässt? Ich denke gar nicht, dass du Muslim warst, denke ich wirklich nicht. Na, was ist dein Name? Amir. Amir. Ja. Was ist deine Herkunft? Iran. Iran. Bist du geboren in Deutschland? Nein. Du bist geboren in Iran? Ja. Okay. Und wieso bist du, sag mal, zu diesem Weg gekommen? Ja, sage ich ja, der Allah lügt ja über die Bibel, der Allah lügt über Jesus Christus, der Allah lügt über alle. Aber eben gerade hast du gesagt, eben gerade hast du gesagt, dass Koran nicht das Wort von Gott ist, von Allah. Ja, genau. Aber jetzt sagst du, ja, dass der lügt. Achso, was ist das denn? Ja, derjenige, der Autor des Korans, lügt. Ja, das ist wahr. Okay, und wer sagt das? Der Allah sagt, dass das Lügen erlaubt ist bei ihm. Zuge 3, Vers 28. Nein, nein. Ich weiß nicht, was du gelesen hast, aber das stimmt nicht. Okay, möchtest du deinen Koran rausholen? Du bist ja der gute Moslem. Wollen wir deinen Koran? Ich brauche gar nichts zu holen. Ich habe es hier. Ja, dann mach mal auf. Was mach mal auf. Du sagst, dass es in Islam erlaubt ist zu lügen. Das ist gar nicht so. Doch, so 3, Vers 28. Schlag auf. Der einzige Grund, wenn du erlaubt bist zu lügen, ist, wenn du die Frieden behalten darfst. Aber sonst nicht. Also es ist doch keine Lüge. Was? Du hast doch gerade gesagt, es ist nicht erlaubt zu lügen. Und dann machst du Ausnahmen. Ja, es ist nur eine Ausnahme, ja. Wenn du die Frieden behalten darfst. Wisst du, was du bei einem Low-Class-Level-Gott hast? Der macht immer Ausnahmen. Ausnahmen, ne? Okay, und was willst du jetzt? Bist du jetzt christlich? Was willst du? Ja, genau. Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, ein wiedergeborener Kind Gottes. Okay, so, du glaubst in 5 Bücher. 6, 7, 18, 20 Bücher. Wie viele Bücher sind da von der Bibel? Glaubst du denn nicht daran? Nein, ich glaub in die Bibel, ja. Aber nicht die 20 Staffeln danach. Das glaub ich nicht. Ja, dein Prophet hat doch gesagt, dass du daran glauben sollst. Er selber hat daran geglaubt. Was? Dein Prophet hat gesagt, dass du daran glauben sollst und die Tora ist nicht verfälscht, sondern Abidawut 4, 4, 4, 9. Du hast jetzt Tora mit Islam. Was sagst du? Bitte was? Was hast du eben gerade gesagt? Ich hab gesagt, die Tora ist nicht verfälscht. Dein Prophet hat gesagt, die Tora ist nicht verfälscht. Tora? Du redest jetzt über irgendwas anderes, Mann. Ja, was ist denn das Alte Testament? Woraus besteht denn die Bibel? Du redest jetzt über Tora. Hast du einen geraucht, oder was? Ja, du hast eindeutig... Du bist wirklich so ein Typ, der nur Hass versucht zu machen. Ich rede ganz normal mit dir. Auf einmal, wenn man dich erwischt hat. Ich rede ganz normal mit dir. Ich rede ganz normal mit dir. Und du bist auf Beleidigung. Für was? Für was denn? Ich frage dich nur, hast du einen geraucht? Aber wieso beleidigt du mich? Ich habe dich nicht beleidigt. Ich habe gefragt. Hast du einen geraucht? Wirklich wahr, weißt du? Am Ende von deinem Leben, ja, dann wird alles über dein Leben gefragt. Ja, wird alles gefragt? Alles wird an dir gefragt. Ja, und dann kannst du nicht mehr reden. Für diesen Hass, was du aussprichst, du kannst nicht mehr reden. Was wird denn denn gefragt? Wie dein Gott ist? Wie dein Prophet ist? Welches Buch du liest? Wie heißen denn diese zwei Engel, die das fragen? Mal gucken, wie viel Ahnung du hast. Was? Wie heißen die zwei Engel, die Allah schickt, um dich im Grabe zu befragen? Mal gucken, wie viel Ahnung du von deiner Religion hast. Wie viel Ahnung du von deiner Religion hast. Wie viel Ahnung du von deiner Religion hast. Ich gehe kaputt. Na jetzt, jetzt, man, ist auch da, Lessa. Lessa, kannst du mich denn einfach nicht in Ruhe lassen? Warum musst du mich bedrängen, Lessa? Ich kann doch einfach nicht mehr. Lessa, hör auf damit. Du sollst mich nicht mehr bedrängen. Lessa, das war Speedy Bees, Speedy Bo. Ja, das ist echt heftig, ne? Und dann zieht er noch Maske an, der hat natürlich... Assalamu alaikum. Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Ex-Muslim. Ex-Muslim. Ja, Allah möchte dich in die Hölle werfen. Jesus will dich retten. Was kann ich für dich tun? Ich wollte dir was zeigen, ich will deine Meinung dazu hören. Liebe Schwester, wir sind uns unbegegnet. Haben leider nie zusammen gebetet. Ich wusste nichts über dich, bis zu jenem Tag, als ich zufällig den Titel las, tot im Gericht. Ich fing an zu lesen, erfuhr, dass du einen Mann und einen Sohn hast. Dann der große Schock im nächsten Satz. Ich las, dass du schwanger warst. Meine Neugier ließ mich nicht mehr los, ich verschlang die Worte, bis zu dem Punkt, als ich erfuhr, warum der Täter dich ermordete. 18 Stiche in 30 Sekunden, überall war dein Blut. 18 Stiche und das wegen deinem Kopftuch. Mir schnüttet es den Hals zu, weil du meine Schwester im Glauben bist. Mein Herz pocht jetzt noch und ich frage mich, wie kann sowas passieren in einem Land, das sich so aufgeklärt und modern hält, was die Gleichberechtigung Menschenwürde an höchster Stelle steht. Hier in einem Land, in dem man frei zu sein scheint, ob als Homosexueller, als Punk oder Nonne, wenn man meint. Ein Land, dessen Geschichte uns erzählt, wohin Hass und Ausgrenzung führt. Denn auch ein Land, welches nicht versteht, sich nicht rührt. Ex-Muslim. Warum? Weil euch das Kopftuch stört, weil du zum Feind bist. Was ist das? Hallo Amir. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, Amir, wie geht's dir? Ja, handel Jesus, mir geht's gut. Wenn ich den Herrn Jesus Christus an ihn überdenke und seinen Namen erwähne, dann biet mein Herz im Augen. Amen. Amen. Amir, ich habe kurz eine Frage. Ich lese die Bibel und momentan bin ich bei Matthäus. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Kapitel es ist, aber es ist, glaube ich, ein ziemlich weit am Anfang. Und da steht, ja, es gibt nur einen Weg zu beten und das ist ja das Vaterunser, denn Gott weiß, was wir brauchen und was wir möchten. Ich sage nicht, da gibt es nur einen Weg zu beten. Weißt du, was ich meine, welches ich meine? Ja, du kannst ja mit mir das Vaterunser sprechen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und gib unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, wir geben unseren Schuldigen. Führ uns aus der Vernunft und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, leider kann ich es nicht auf Deutsch, sondern nur auf Serbisch. Aber trotzdem schon gesprochen. Jetzt wollte ich dich fragen, theoretisch, so wie es da drin steht, wenn er sagt, er weiß ja, was wir brauchen und was wir möchten und dass mir nur dieses Gebet, also dass dieses Gebet reicht, wollte ich kurz bei dir nochmal fragen, ob ich da irgendwas falsch verstanden habe oder nicht. Nein, der Herr Jesus Christus will dir damit sagen, dass wenn du betest, zu deinem himmlischen Vater betest, die Bibel kennt zwei Adressen der Anbetung. Einmal den Herrn, der Herr sagt ja, was ihr mich in meinem Namen bittet, das werde ich machen oder euch geben. Und dann hat er uns auch beigebracht, als er in der menschlichen physischen Form war, uns beigebracht, wie man auch zum Vater betet, wenn man zum Beispiel das Vaterunser spricht. Genau, ja. Ja, also es ist nicht verkehrt, sowohl das Vaterunser sowieso zu sprechen, als auch zum Herrn Jesus Christus zu beten. Okay, gut. Ja, genau. Lubakow, das Problem ist ja, bevor du gehst, die Juden hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht den Heiligen Geist. Der Heiligen Geist kam ja erst, als der Herr Jesus auferstanden ist von den Toten und aufgefahren war zu Himmel und dann hat er den Heiligen Geist gesandt und der Heilige Geist kam dann auf die Gemeinde in Apostelgeschichte Kapitel 2 zu Pfingsten. Bis dahin hatten die Juden ja, die waren ja noch nicht wiedergeboren und sie hatten nicht den Heiligen Geist. Also hatte der Herr Jesus ihnen ein perfektes Gebet, eine Vorlage, eine Schablone gegeben, wie man perfekt betet. Aber nachdem der Heilige Geist kam, Apostelgeschichte 2, dann musstest du keine Vorlage mehr haben zum Beten. Dann haben wir ja den Heiligen Geist, der uns dann halt, wozu wir dann fähig sind, dann ganz frei, ohne Schublade oder ohne Schablone zu beten. Ja. Frei. Und das steht so in Judas Brief Kapitel 1, 20 oder in Petrus Brief war das, glaube ich, Sekunde, nee, das ist in Epheser Kapitel 6, Vers 18, die zwei Stellen. Jetzt beten wir im Heiligen Geist. Vorher hatten wir nicht den Heiligen Geist, aber jetzt haben wir den Heiligen Geist und jetzt kommen wir frei im Heiligen Geist beten. Ja, okay. Das war's. Danke, ne? Kurze Frage noch, bevor ich gehe. Darf ich kurz vor euch noch das Vata Unza auf Serbisch sprechen, bevor ich gehe? Ja, klar. Hoce nas, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude voja tvoja in na zemlji, kao i na nebu. Hleb nas, nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi oprastjamo dužnicima svoje. i ne uvedi nasu izkušnjenje, no izbavi nasu zloge, jer je tvoje carstvo i sila i slava, uvekuje vekova. Amen. Amen. Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich der Vater Unza war und nicht irgendwelche komische Sachen. Nein, 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 das war schon der Vater Unza. Okay, okay. Die Leute haben es da bestätigt, siehst du? Nee, jemand schreibt, er beleidigt. Moment. Nein, das war ein Troll, Mann. Ach so, okay. Ja, gut. Damit ich... Schönen Tag, ne? Warte, ich muss mal den Typen Apriat Kukufar, warte mal, dem muss man ganz schnell ein Stummschaltpaket geben. Also aus mit dir. Stummschaltpaket. Umsonst auch noch. Ich kriege ein richtig schönes umsonst Stummschaltpaket. Wie gnädig der Anläs. Okay, Luca, Luca, Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das ist der Grund, warum der Herr Jesus eben den Juden damals oder die Jünger, die noch nicht den Heiligen Geist hatten, eben diesen Vater Unza gegeben hat, weil die wussten nicht, wie man betet. Perfekt, ne? Ja, hey. Er hat immer nur die Vorlage gehabt. Hi. Hallo, Osman, grüß dich. Hallo, die Lieben. Noch mal auf den Chat, die Geschwister. Gottes Segen euch allen. Gott segne dich und deine Familie, Osman. Ja, euch auch, euch auch. Ich habe das jetzt so ein bisschen mitverfolgt. Was sind die Koram-Schriften? Also ich kenne das gar nicht. Kumran. Ja. Die Kumran-Schriften, die wurden gefunden kurz vor der Staatsgründung Israel 1947, 1948 und die waren in Höhlen am Toten Meer verschiedene Tonkrüge mit den Schriften des Alten Testaments. Alle Schriften des Alten Testaments. Also das komplette Alte Testament wurden dann gefunden. Und diese Schriften sind 2200 bis 2300 Jahre alt. Also die wurden datiert circa 200 vor Christus. Und das ist die komplette Bibel. Ja, und man hat herausgestellt, also herausgefunden, dass diese Schriften, also die Bibel, die man da gefunden hat, mit der unsere Bibel heute absolut übereinstimmt. Ohne Fehler. Amen, Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Das heißt, die Bibel ist vollkommen ohne Verfälschung bewahrt. Hammer, Halleluja. Ja, also was jetzt so Religion angeht, ich schaue mir das jetzt gerade so ein bisschen an, so alles. Ich weiß nicht, wie es haben. Was heißt Zweifel, aber ich habe da so ein paar meiner Bedenken, so meiner Religion zum Beispiel. Ja. Es gibt ja jetzt zum Beispiel, wenn man die Bibel lesen möchte, ich bin da verwirrt, zum Beispiel gibt es ja diese Lutherbibel, dann gibt es ja noch, die haben ja, da gibt es zum Beispiel, die Orthodoxen haben ja noch über 60 Bücher oder so. Was soll man denn lesen? Die Bibel hat 66 Bücher, aber da hat man eben ein paar nicht-biblische Bücher hinzugefügt, und die brauchst du aber. Das sind die Apokryphen, aber man kann das genau unterscheiden. Was sind die Apokryphen und was ist die Bibel? Also erste Buch Mose bis Offenbarung, das ist die Bibel, 66 Bücher. 29 Bücher im Alten Testament und 27 Bücher im Neuen Testament ergeben 66 Bücher. Alles andere, das sind die Apokryphen, die brauchst du nicht zu lesen. Das sind nicht-kanonische Bücher, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert worden sind. Und welche Bibel, also ich sage euch mal so, ich will jetzt nicht so viele Bücher lesen. Gibt es irgendwie so eine kompakte Bibel, also so eine Bibel? Nein, du musst dich durch das Wort Gottes durchkämpfen. So viel sollte dir schon Gott wert sein, dass du Zeit nimmst für ihn, Zeit opferst. Der Herr Jesus, also beziehungsweise Gott hat der Israel aus der Gefangenschaft, aus Ägypten, rausgeholt in die Wüste. Und dann sagte er, ich will mein Volk herausführen, damit sie mir opfern. Das heißt, du musst Gott bereit sein, dein Bestes zu opfern. Zeit, Mühe, Geld. Dann sieht man, okay, dein Gott ist dir was wert. Und was ist jetzt so der Unterschied? Also, ihr seid ja jetzt Freikirche, oder was seid ihr? Nein, wir sind wiedergeborene Christen. Also jetzt nicht so hier orthodox oder so. Nein, nein. Ja, das ist cool. Und wie kann man, ja, das klingt jetzt so komisch, weil im Islam ist ja komplett was anderes. Wie kann man denn so eine Nachricht von Gott erhalten? Indem du betest, indem du fragst, Gott, ich suche dich, ich will dich kennenlernen, ich will wissen, wer du bist. Wenn es dich gibt, zeig dich mir, gib mir eine Nachricht. So ganz, ganz ehrlich, so wie du mit mir gerade redest. So kannst du direkt mit ihm reden, weil der hört dir ja zu, der hört dir alles, was du sagst und alles, was du denkst. In letzter Zeit beschäftigt mich das vor viel. Ich habe voll Angst, wenn ich jetzt mal einfach so mal sterbe oder so, stell dir mal vor, ich lande dann in der Hölle oder so. Ja, natürlich, ja klar. Diese Angst, die du hast, ist mir schon wichtig, sagen wir mal so. Es ist sehr, sehr wichtig. Das ist das Wichtigste, was es gibt, weil wenn du schon sagst gerade, wenn dir heute Abend Gott bewahre, was zustößt und du stirbst und du warst nicht mit Gott, du warst mit dem falschen Gott oder ohne Gott, da bist du verloren in der Ewigkeit. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Also, gleich, wenn du jetzt gleich weggehst von diesem Stream, bete zu Gott, sag Gott, ich habe Angst, was auf mich zukommt nach dem Tod. Wer bist du? Ich will dich kennenlernen, sodass ich bei dir bin nach dem Tod, sodass ich sicher bin, sicher bei dir bin und Gott wird sich dir offenbaren, 100%. Das hoffe ich, Alter. Auf jeden Fall. ich habe mich dann zu bedanken, vielen Dank, Reser, vielen Dank, Abend. Gerne, gerne, alle, Gott bewahre dich. Lies die Bibel, fang an, nicht Zeit verlieren. Gerne, mache ich echt, aber welche, es gibt ja, Schlachter 2000, die Übersetzung Schlachter 2000, die ist ein bisschen neuer, ein bisschen moderner, nicht so altdeutsch und so weiter. Ist mir egal, aber so Schlachter 2000. Aber ist für dich ein bisschen leichter zu lesen. Schlachter 2000, ist eine gute Übersetzung. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich. Alles klar, Manni, danke und Ehre dem Herrn. Gottes Segen. Ja, das war ein guter Junge, ne? Der ist genau jetzt auf dem richtigen Weg, der sucht. Ja. Und Gott wird seine Gebete erhören, auf jeden Fall. Hallo? Hallo, mein Lieber. Ist eine Frage? Kann ich meine Frage stellen? Ja, bitte. Kann man sich auch als Teufel anmelden? Wo als Teufel anmelden? Wenn man ein Beispiel, man möchte nicht in den Himmel kommen, man möchte schäferen werden. Wie geht das? Du musst einfach so bleiben, wie du bist, da bist du schon schäferen. Du musst nichts machen. Einfach so bleiben, so wie du jetzt bist. Also guter Mensch sein. Nee, du bist nicht guter Mensch, weil du hast tausendmal schon gelogen, du hast tausendmal schon gestohlen, du hast tausendmal schon gelogen. Kann ich noch nie gestohlen. Doch du hast schon mal einen Kugelschreiber genommen, was du nicht gehört hast. Hast du schon mal ein Kopierblatt genommen von der Firma irgendwo, wo du gearbeitet hast? Nein. Hast du schon mal ein Lied runtergeladen? Nein. Ja, ja, komm, ist gut. Also siehst du, du bist komplette Lügner und Betrüger. Jetzt lügst du mich schon ab. Ja, ich habe noch nie einen Song geöffnet. Ich höre Spotify Premium. Ja, eine Frage. Ihr Kuffar sagt doch immer, Kamelo gibt es uns. Siehst du? Der hat schießt, aber es ist gesund. Ja. Subhanallah, nein. Subhanallah, nein. Aber siehst du doch, dass du als Moslem so betrügst, direkt hier live, vor allen Leuten. Wallahi, nein. Ich bin ein gläubiger Moslem, ich mache was im Koran steht. Wallahi, du hast gelogen. Wallahi. Wallahi, nein. Beweis mir das Gegenteil. Allein schon, wie du hier jetzt schon lügst. Jeder was ist in die Lüge? Nein, nein. Du hast in deinem Leben schon mal geklaut, ein Bonbon, Brötchen, irgendetwas. Ja, ich habe schon mal geklaut, aber sie sagt, was erhängt, das habe ich noch nicht. Du hast sogar, siehst du, was noch nie getohlen. Du bist kein guter Mensch. Du hast gesagt, du bist ein guter Mensch, bist du nicht. Du hast als Kind, ja, als Kind habe ich geklaut. Das halte ich so, gebe ich auch zu. Ja, also bist du kein guter Mensch, du bist ein Dieb. Ja, ich bin ein Dieb. Ja, bist du auch. Du musst, ja, bin ich auch. Natürlich, ich habe auch als Kind geklaut. Also bist du auch erst ein Scheitan. Nein, ja klar, ich war ein Scheitan, bis ich zu Herrn Jesus gekommen bin und gesagt habe, Herr Jesus, ich war der größte Scheitan. Ich habe alle Sünden gemacht, wie du gesagt hast, du sollst das nicht machen. Ich habe alle deine Gebote gebrochen. Ich kehre um, vergebe mir nichts. Du bist ein Kuffar. Nein, ich bin ein Gläubiger, ein wahre Gläubiger. Nein, wala, nein. Wala, ja. Du glaubst nicht in Allah und Jawa Jawa. Nein, ich glaube nicht an Jungfrauen, also Jungfrauenhäutchen. Ja, dann bist du Kuffar. Aber warum willst du Jungfrauenhäutchen im Himmel zerballen? Weil Allah so will. Allah will, dass Jungfrauenhäutchen zerballen. Ja, subhanallah, ja. Bist du eine Nähmaschine? Ja, subhanallah. Du willst, dass Allah die Jungfrauenhäutchen wieder zusammen näht, damit du wieder die Jungfrauenhäutchen wegballen kannst. Allah gibt mir neue. Neue Jungfrauenhäutchen? Ja, subhanallah. Das ist eine wunderschöne Himmelvorstellung, wunderschön. Ja, jeder will reinkommen. Und Mohammed, der beste Prophet, den ich je gesehen habe. Nein, ich will keine Jungfrauenhäutchen zerballen. Warum? Meine Mutter ist ja auch im Himmel und ich schäme mich, wenn ich weiß, dass meine Mutter da auch ist und ich bin den ganzen Tag am Jungfrauenhäutchen zerballen. Aber der Islam ist der richtige Weg. Ich kann dir auch beweisen, nur mit einem Koranfest. Ja, okay, sagen wir, deine Mutter ist auch jetzt da im Himmel. Ja, und du bist am Ballern, diese Jungfrauen, die ganze Zeit. Ist das eine schöne Vorstellung für deine Mutter? Nein, subhanallah. Ja, also. Aber es ist so. Allahs Plan. Was ist, wenn ein Moslem im Himmel sagt, meine Wunsch ist Allah, ja Allah, gib mir diesen ehrenwertiger Mann, ich will den ballern bis in aller Ewigkeit. Das ist meine Wunsch. Wenn er, also wenn er LGBTQ ist. Ja. Nein, subhanallah. Allah ist haram. Nein, das ist sein Wunsch, muss gegeben werden, weil das ja, also im Himmel darf er sich ja aussuchen, was er will. Heißt das ja im Islam. Ich kann doch nicht ein Mensch haben. Also wenn ich es. Doch, man kann es ein Mensch haben. Warum, ihr wisst doch selber, der Islam wird siegen in Deutschland. Warum seid ihr noch kein Moslem, subhanallah? Islam ist in Siegen, ja. Da sind ein paar Leute in Siege, Muslime, ja. Solche einen Koran-Sieger lang abspielen, hier wird es direkt Muslime werden. Subhanallah. Ja, mach mal ein Koran-Fest, die werden alle muslimen. Wenn ich diese Koran-Fest spiele bei Allah, möge Allah meine Zunge verbrennen, wenn ihr kein Muslime werdet. Okay, mach. Ich will gucken, ob der Armee muslim wird. Wenn ihr das wird, dann werde ich. Ich möchte hören. Ja, warte doch kurz, subhanallah. Ich muss kurz den Vers suchen. Warte mal. Jetzt kommt jetzt auch. Jetzt kommt, die braucht das Musik. Das hat unsere Prophet Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, Diese Versiht euch. Leikert. Der Prophet Mohammed hat gar keine Sohre geschrieben. Das ist das. Ich möchte jetzt sehen, und ihr wird schockiert sehen. Ihr wird Jesus namen von den Propheten, subhanallah. Super Tesla. Ja, subhanallah. Das war uns der Propheten Mohammed, salallahu alaihi wa sallam. Nein, aber du bist ein bisschen trossier. Ja, hab ich auch. Das kann doch nicht wahr sein. Die Leute haben einfach zu viel Zeit. Hallo? Amir, nimm mal deine Geste, Amir. Hallo. Das sind doch deine Gäste. Ciao. Kannst du dir erklären, warum du kein Mosel mehr bist? Ich glaube nicht, dass die Erde auf dem Rücken eines Wales ist. Glaubst du da dran? Ich glaube da dran, ja. Sehr gut. Sehr richtig. Nein, Spaß, ich feiere dich, Bruder. Du bist der Heftigste. Ich schau, ich schau jeden Tag, du bist der Heftigste. Ich hörst dir. Du bist der Heftigste. Ich bin selber auch unterwegs hier im Hetzmobil. Ich bin hier genauso ein bisschen die Hetzige. schön. Sehr gut. Immer viel Hetzologie betreiben. Immer viel Hetzologie, genau. Maria statt Scharia, ne? Ich mach Platz für jemand anderen. Gott segne dich, mein Bruder. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Hallo, hört man mich? Ja, Kiki. Geht's euch gut? Alhamdulillah. Das freut mich doch. Aber ihr wisst schon, dass die Muslime durch die Geburtsrate mehr werden als die Christen. Das wisst ihr schon. Ja, aber Quantität ist nicht Qualität. Das hat doch nichts damit zu tun. Hauptsache, die Mehrheit siegt am Ende. Ne, der Herr Hildus wird die Mehrheit alle in die Hölle schmeißen. Und was? Wann kommt denn der Jesus auf die Erde? Der Jesus kommt erstmal zurück, um seine Braut Christi, seine wahren wiedergeborenen Diener, abzuholen, bevor er seine Zorn über die Welt freien Lauf lässt. Das ist die Apokalypse. Und wie lange wartet ihr schon drauf? Das kann jede Sekunde passieren. Das nennt sich die Entrückung, wenn er uns abholt. In einer Millisekunde holt er uns ab in den Himmel und der Rest der Menschheit kommt unter Feuer hier auf der Erde. Ah, okay. Und wenn du die Entrückung verpasst und deine Familie und du die Entrückung verpasst, dann musst du leider auf der Erde die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurch gehen, durchmachen. Kommt er mit den Engeln auf die Erde? Der kommt dann zurück am Ende dieser Drangsaalzeit, dieser Apokalypse, um noch die letzten Reste der Menschheit zu retten. Aber erst muss ungefähr drei Viertel von der Menschheit sterben. Wie werden die sterben durch Kriege oder wie? Ja, genau. Der Herr lässt dann zu, dass der Satan eben die Weltkriege macht, anzettelt und Hungersnöte solchen Bürgerkriege. Lies Offenbarung ab Kapitel 6. Da steht alles drin, was auf dich zukommen wird, denn nichts und deine Familie wenn du die Entrückung verpasst. Also sollte ich am besten zum Christentum konvertieren? Nein, zum Christentum gehst du verloren. Du musst zum Herrn Jesus kommen und Sünden vor ihm bereuen, dein ganzes Leben, was du getan hast, dieses böse Leben, was du verpasst. Hat das Christentum nichts mit Jesus zu tun? Das Christentum ist Blödsinn. Wir konvertieren nicht wie in Islam in eine andere Religion. Du kommst zum lebendigen Gott und nimmst die Beziehung zum Gott auf, nicht dieser Religionstourismus. Das bringt dir nichts, das wird dich nicht retten, Religionstourismus. Da konvertieren, da konvertieren. Nein, du kommst ein für allemal zum lebendigen Gott und fängst deine Beziehung mit ihm an, keine Religion. Amen. Also sind die ganzen Priester und Pfarrer und die ganzen Pops und wie die alle heißen, alle falsch. Alle falsch, alle verloren, ja. Aber die lesen doch aus der Bibel wahrnicht. Nein, die lesen aus der Bibel aber verstehen nichts, weil die den heiligen Geist nicht haben, weil sie nicht wiedergeboren sind nach Epheser 1, Vers 13 und Johannes 3, Vers 13. Aber ihr habt den Ruf, dass ihr so eine Sekte seid, also viele sagen, das sind auch so auf TikTok, also ihr beiden viele können sagen, was sie wollen. Der Herr Jesus sagt selber, nur wenige werden in den Himmelreich kommen. Aber steht nicht in der Bibel, dass es auch eine Kirche gibt oder sonstiges? Die Kirche sind wir, seine Gemeinde. Das Wort Ekklesia, Ekklesia, griechisch bedeutet Gemeinde, Versammlung. Du kannst es auch Kirche nennen, aber das ist eine geistige Gebäude nach 1. Petrus, Kapitel 2. Ist das jetzt eine Sünde, in alle Gläubige zu gehen? Bitte? Ist das eine Sünde, in die Kirche zu gehen oder nicht? Das ist so, als wenn du in den Hammam gehst. Ist das Sünde, in den Hammam zu gehen? das ist unwichtig, was Gott betrifft, wenn du in den Hammam gehst oder in die Kirche gehst. Das wird dich nicht retten. Die Rettung ist einzig allein den Herrn Jesus Christus. Wenn du vor ihm kommst, trittst in einem Gebet und sagst, Herr Jesus, ich gebe mein Leben dir jetzt, ich kehre meinen Rücken zu den Sünden, die ich getan habe mein Leben lang. Ich habe vor der Ehe Sex gehabt. Ich habe gelogen. Kann ich euch was aus der Bibel fragen, was gemeint ist? Ja. Okay, und zwar, das ist Paulus. Warte, ich will nichts Falsches sagen. Ich google kurz. nichts, dass ich was Falsches sage. Ganz kurz. Moment, kurz. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, die ihr auch im Chat zuhört. In eine Kirche zu gehen oder so bringt nichts. Ihr müsst eure Beziehung mit Gott anfangen. Ihr müsst euch selbst abstellen, dem Bösen, was ihr in euer Leben getan habt. Musst ihr vor dem Herrn Jesus bereuen und dann erst könnt ihr zu ihm kommen. Ohne Buße könnt ihr nicht wiedergeboren werden. Ihr müsst von euren bösen Taten, die ihr getan habt, Reue zeigen vor dem Herrn. Und dann kommt ihr zu ihm und dann seid ihr errettet. Ihr müsst der Sünde und der Welt absterben. Dann gehört ihr zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die ihr errettet sind und der Rest der Menschheit kommt in die Hölle. So einfach ist es. Warte, warte, ich leider Gottes. Darf ich kurz den Vers sagen? Ja, bitte. Lukas 26. Sag den Vers, Lukas 26. Also 14, 26. Ich wollte schon sagen, Lukas 26. Gibt es ja gar nicht. Lukas 12? Nee. 14, 26. Lukas 14, okay. Ja, sorry. Ich bin auf Baustell. Hier ist ein bisschen laut. Diese neue App von Bibel ist auch so behämmert. Lukas 14. Die haben das schlechter gemacht. Die App war gut und dann haben die es erneuert und dann ist sie jetzt behämmert da geworden. Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ja, damit ist gemeint, man kann das auch anders, das Wort hassen kann man auch übersetzen, weniger wertschätzen. Also hier geht es darum, dass der Herr Jesus die erste Nummer sein will in deinem Leben. Du musst alles für ihn hinter dich lassen. Deine Frau, deine Kinder, dein Leben, steht ja auch, du musst auch dein Leben wenig wertschätzen, um zu ihm zu kommen, sonst nimmt er dich nicht an. Du musst dich und der Welt absterben. Zu der Welt gehört auch deine Familie, die gehören auch zu der Welt. Du musst die Welt hinter dich lassen, wenn du zu Gott kommst. Erinnerst du dich, als Gott Mose berufen hat auf dem Berg Sinai? Wo er zum Wusch geredet hat? Genau, der hat gesagt, niemand soll sich mir nähern, außer Mose, alleine. Du musst alleine aufsteigen auf dem Berg Sinai, zu Gott, um mit ihm in ein Gespräch zu treten. Ohne Eltern. Also sollte man, noch eine kurze Frage, ich frage jetzt allgemein so ein bisschen, wenn die Mutter jetzt zum Beispiel Jesus nicht anerkennt, und die ihn nicht mag oder sonstiges, wie auch immer, soll man da die Mutter verstoßen? Nein, wenn du zu Gott kommst, musst du alles andere vergessen. Das ist damit gemeint. Alles andere hinter dich lassen, weniger wertschätzen als Gott. Sonst kannst du nicht zum Gott kommen. Okay. Verstehst du, so wie Mose alleine zu Gott aufgestiegen ist auf den Berg. Der hat nicht seine Eltern mitgenommen, der Herr hat gesagt, niemanden darfst du mitnehmen, alleine nur du. So wirst du auch immer vor Gott stehen. Du kannst nicht deine Eltern mitnehmen im Gericht und sagen, ja, die sollen mich unterstützen. Nein, die werden selber Probleme haben im Gericht. Jeder für sich selber wird für seine Taten, für seine Worte, die er gesprochen hat, für seine Gedanken, die er gedacht hat, muss er Rechenschaft ablegen. Jeder für sich alleine. Da kann denen keiner andere helfen im Gericht, wenn du vor Gott stehst. Alleine bist du auf die Erde gekommen und alleine gehst du auch. Du hast nur den Gott mit dir, sonst hast du keinen. Nein. Wie sind Gedanken jetzt auch eine Sünde? Darf man keine schlechten Gedanken haben? Nein, darfst du nicht. Gott scannt. Gott scannt deine Gedanken. Wenn du zum Beispiel etwas Böses denkst über einen Menschen, wenn du denkst, oh, ich könnte dem jetzt so den Kopf umdrehen, weil du so hassen kannst. Meinst du, Gott sieht das nicht? Meinst du, Gott sieht das nicht, wenn du auf einmal auf die Frau eines anderen Mannes schaust, nur weil sie sehr hübsch ist auf der Straße, obwohl das nicht deine Frau ist? Die gehört dem Mann. Da komme ich ja in die Hölle. Das mache ich jeden Tag 24-7. Siehst du? Und deswegen sagt Gott, komm zu mir, mein lieber Kiki, und bereue es, dass du so böse und unrein bist, dass du sündig bist. Bereue deine Sünden von mir, kehre um und lass mich dich retten. Aber im Islam darf man vier Frauen doch haben, oder nicht? Ja, Islam. Islam ist auch nicht von Gott. Ja, aber irgendwie der Islam ist irgendwie für Männer geschrieben worden. Männer haben da irgendwie mehr Vorteile als im Testamentum. Ja, genau. Der Gott der Bibel will, dass ein Mann eine Frau, aber der Gott des Islams will ein Mann vier Frauen oder noch mehr. Und das ist im biblischen Sinne Hurerei. Unzucht, wenn du mehrere Frauen hast. Gott hat ja auch nicht Adam und Eva und Sabine und Claudia geschaffen. Nein. Ja, ich weiß nicht. Also ich werde es mir mal überlegen und alles durchlesen. Dann gucke ich mal, was in der Bibel so alles drinsteht. Und ja, ich mache mich mal schlau. Bete vorher. Sag Gott, wenn es dein Wort ist, gib mir ein Zeichen. Okay. Ich mache mich mal schlau und dann komme ich die Tage noch mal bei euch hoch und dann reden wir darüber. Okay, dann schönen Tag noch. Danke dir auch. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, das ist das. Wenn sie immer mit den gleichen Anschuldigungen kommen, aus dem Lukas Evangelium, als der Herr sagte, wer seine Eltern und sein Leben und alles, was dazu gehört, nicht hasst, der kann nicht zu mir gehören. Das kann man ja auch weniger wertschätzen. Du sollst deine Eltern lieben, aber den Herrn Jesus Christus mehr als alles andere lieben. Ja, genau. Hier geht es darum, dass der Herr den ersten Platz in deinem Leben haben will und alles andere und alles andere musst du hinter ihm anstellen. Was sagt er auf dem Kolosserbrief? Der Apostel Paulus in allem den ersten Rang. Ich gebe mal die Stelle. Kolosser 1,18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. In allem. Also der erste Rang in deinem Leben muss Gott haben, der Herr Jesus und dann alles andere und dann kommt deine Familie, dein Ehemann oder deine Ehefrau, deine Kinder, dein Auto, was weiß ich, was du gern hast. Die müssen erst nach Gott kommen und nicht andersrum. Ja, erst meine Familie und dann Gott oder auf derselben Stufe. Gott, meine Familie ist alles gleich für mich. Nein. Ja, ganz, ganz wichtig. Der Herr Jesus an erster Stelle und dann kommt lange Zeit gar nichts und dann erst Familie oder Freunde oder Ehefrau, Ehepartner, was auch immer. So meint das der Herr in Lukas 22. Was soll ich sagen? Lukas 14. So ist das gemeint. Wer nicht zu mir kommt und achtet nicht weniger alle Menschen um ihn herum, seine Familie und so weiter, kann nicht zu mir gehören. Ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar, irgendwo habe ich das von einem Islamkritiker gehört, dass in einem Hadith steht, dass angeblich, also kläre mich auf, als ich falsch liege, ob das Mohammed bisexuell war, dass er auch Sex mit Jungs hatte, mit Knaben, jungen Knaben, irgendwie so habe ich das gehört. Kannst du mich da aufklären? Oder gab es da so etwas in der Richtung? Es ist ja so, dass der Muslim auch 300 frische Knaben bekommt im Himmel, die nicht bieten. Das habe ich auch gehört, genau. Aber ich meine, ob der Mohammed auch bisexuell war. Irgendwie sowas habe ich in der Art gehört, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen frage ich. Da gibt es solche Handlungen, dass er zum Beispiel den Brauch von Männern küssen lässt und so weiter. Oder dass da eben, Armin kennt da sogar ein Hadith, wo eben Afrikaner nackt auf ihn rumreiten. Oh mein Gott, so eine kranke Ideologie. Aber ey, ich danke euch, dass ihr darüber aufklärt, weil diese Ideologie überschwemmt Deutschland und Europa. Das ist eine schlimme Ideologie, wirklich sehr, sehr gefährlich. Und danke wirklich, dass es euch gibt. Okay? Also, alles gut, ja? Ja, danke dir auch. Aber Armin kann noch was dazu sagen über diese Bisexualität oder was. Der ist, glaube ich, weg. Der ist weg, oder? Wo ist der? Nee, ich glaube, der ist noch da. Armin? Armin? Der ist auch stumm. Erklär mal, vielleicht weiß er mehr, vielleicht hat er irgendwas gehört in der Richtung. Der ist, glaube ich, ausgestiegen. Kann gut sein. Ja, es ist ja so, dass in den islamischen Ländern gibt es das Batsche-Basi. Kennst du das? Hast du das schon mal gehört? Nein, was ist das? Das ist mit Kindern, Jungs, sich zu vergnügen, bis man halt eine Frau hat zum Heiraten. Ach, du Scheiße. Ja, das nennt sich Batsche-Basi. Das ist islamische Kultur. Das ist, also ich weiß jetzt nicht, wo genau diese Sachen stehen im Islam, aber da muss es irgendwas geben. Sonst würden das, zum Beispiel, die Afghanen nicht machen, die Iraner nicht machen. Und so weiter. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, dass auch so viele Menschen noch immer noch an dieses Buch glauben, obwohl es so oft zerpflückt wurde von Islamkritikern. Es ist ja auch so offensichtlich Schwachsinn, dieser Koran. Allein Polygamie erlaubt, allein diese unmoralischen Verse, Unterdrückung der Frau, der Ungläubigen, Tötungsbefehl. Es gibt so viele schwachsinnige Verse und ich verstehe es nicht, dass so viele Muslime noch dran glauben. Es ist für mich unbegreiflich. Es ist ein Phänomen. 99,9% der Muslime kennen diese Sachen ja gar nicht, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, die beschäftigen sich nicht. Das sind so eure Muslime, das stimmt, ja. Aber diejenigen, die es wissen, okay, die sind wahrscheinlich dann auch in dem Sinne auch radikal in ihrem Glauben und stehen auch dazu. Die stehen einfach auch dazu. Die IS hat ja auch kein Problem damit, mit diesen Sklavinnen halten, Dschihad machen, die Männer um die Ecke bringen, ihre Frauen zu versklaven. Die IS schämt sich nicht, ihrer Religion. Das ist das. Die sind mir sogar lieber, also ich mag die, ich hasse sie, aber ich meine einfach, die sind wenigstens ehrlich, nicht so heuchlerisch. Die gefährlichen Moslems sind diejenigen, die das so vertuschen und dann, das sind diejenigen in Anzügen, die in der Politik arbeiten. Die sind gefährlich, weil die machen das Gleiche, die Islamisierung und so weiter. Ja, genau. Durch solche Leute, die eben das ignorieren, diese schlimmen Stellen im Islam, wächst der Islam. Ja, man kann den Islam nicht richtig offenlegen vor allen Leuten, wie der ist. Das ist das Traurige. Aber der Islam wird sowieso nicht Fuß fassen in Europa, weil Gott sagt in seinem Wort, Gott wird eine Diktatur entstehen lassen in Europa und die Muslime selber werden versklavt werden und die europäische Bevölkerung zusammen mit den Muslimen werden in eine Diktatur hineinkommen, wo sie dann versklavt werden. 666 Antichrist. Aber ich finde es auch gut, dass solche, du hast ja bestimmt von der Demo gehört in Hamburg, ich finde es gut, dass sie ihr Gesicht zeigen. Das ist wichtig, weil dann stehen die Deutschen auch auf und machen auch was dagegen. Das ist gut, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber du kannst ja in der Hoffnung eigentlich nicht mehr auf diese Welt setzen, weil wenn du die Bibel kennst, weiß, dass Gott diese Welt bestrafen will bald. Also die Welt geht sowieso unter, da bin ich mir auch sicher. Deswegen sollst du gar nicht auf sowas wie hier die Welt setzen mit AfD und dass die Deutschen aufwachen und den Muslimen so dazwischen gehen und die Riegel vorschieben und den Islam ein Einhaltgebiet, kannst du vergessen. Gott hat das dafür gesorgt, dass so viele Hunderte von Millionen von Muslimen hier reingekommen sind, weil er die Muslime gebraucht für eine Sache, was er demnächst mit den Deutschen und den Europäern veranstalten will. Er will große Bürgerkriege. Ja, Bürgerkrieg, da bin ich mir sogar sicher, dass das früher das Schwerste passiert. Da steht auch in Offenbarung Kapitel 6, kannst du lesen, da steht, dass der Herr den Menschen also ein Schwert noch dazu gibt, damit sie einander hinschlachten sollten in Europa, in Amerika, im Westen. Warum? Weil diese Leute diese Europäer und Amerikaner den Herrn Jesus gekannt haben, aber ihn verworfen haben, das Evangelium, und in ganzer Sünde gelebt haben. Deswegen holt der Herr Muslime hier hin und nach Amerika, stationiert sie, damit es, wenn es losgeht, damit die Muslime auch schön gewaltbereit sind. Weil der Herr kann ja nicht Buddhisten hier hinholen, ja, weil der weiß, Buddhisten, die werden nicht so gewaltbereit sein, wenn es darum geht. Also holt die Leute, die schon reinschlagen können. Ja, man kann was sagen, was man will über Buddhisten, aber das sind wirklich friedliche Leute, die machen keine Probleme. friedlicher als Muslime und die werden da nicht einfach so losschlagen. Aber bei den Muslime siehst du ja, du musst nur die Nachrichten lesen. Es ist einfach die, die in Gefängnisse gehen, das siehst du. Ja, proportional an ihrer Bevölkerungsanteile sind die Gefängnisse voll, voll von Muslimen. Die Frauenhäuser, ja, die muslimischen Frauen, die da voll, das sind fast 100%, was weiß ich, 98% der Frauen, und die von ihren prügelnden, mordenden, schlagenden, messerstechenden Ehemännern fliehen um ihr Leben in den Frauenhäuser. Alles Muslimen. Ich sag's immer wieder, Krebsgeschwür ist der Islam auf dieser Welt. Der Herr braucht den, aber wie gesagt, ne? Ja, aber trotzdem, Mohammed hat mit dieser Ideologie die Welt vergiftet. Also der hat wirklich so schlimm war, wirklich was der gemacht hat. Ja. Gut, dann bedanke ich mich, und, ja, Ex-Muslim ist leider weg, der ist gar nicht mehr da. Ja, okay. Nächstes Mal komme ich rein. Ja, alles mal. Vielleicht kannst du ihn ja fragen, wenn er wieder online ist, bezüglich dieser Bisexualität, das würde mich echt interessieren, vielleicht weiß ich nicht. Wenn ich jetzt kurz in Shisha war, er ist Doppelapfel, jetzt brauchen wir eine Kante. Okay, alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute, ja? Alles Gute, ihr auch, mein Lieber, kurzes Segen. Ciao, ciao. Also ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, ja, ihr dürft nicht eure Hoffnung hier auf die Welt setzen, auf gar keinen Fall. Das können Atheisten machen, die eben keine Hoffnung haben und die kennen die Zukunft nicht. Wir aber, die die Schrift kennen, die Bibel, und wir wissen ganz genau, die Prophezeiung, was Gott vorhat. Das ist eine Idiotie, auf die Welt, die Hoffnung zu setzen. Wir wissen ganz genau, was Gott in der Offenbarung, in der Apokalypse mit der Welt vorhat. Der will diese Welt zerschlagen und der will demnächst drei Viertel der Menschheit ausrotten. Und da kannst du nicht dein Herz hier an der Welt hängen. So oder so sind wir durch die Welt abgestoßen bei der Wiedergeburt. Ja. Also das ist für Leute, die die Bibel nicht kennen, keine Ahnung haben von der Prophetie, ja, die setzen halt ihr Herz und ihre Hoffnung auf diese Welt. Aber, das dürfen wir nicht tun, auf gar keinen Fall. Diese Welt wird sowieso von Gott gerichtet werden bald. Also es ist schlau, Buße zu tun, aus der Welt auszusteigen, vor dem Herrn treten, ja, Buße zu tun und dann in seine Herde, in seine Gemeinde eingehen und auf ihn warten, dass der Herr uns abholt zur rechten Zeit. In der Filmentschlüsselung World War Z, geht mal auf YouTube, ja, Reza Arapour entschlüsselt World War Z, den Film mit Brad Pitt, der Zombie-Apokalypse. Da erkläre ich alles, alle Sequenzen des Films anhand der Bibel und den Versen. genau, wann was kommt, ja. Da gibt es eine Stelle, da ist ja Brad Pitt mit seiner Familie und die haben einen bestimmten Zeitpunkt, wo der Helikopter kommt und sie in den Himmel entrückt. Und die dürfen diesen Zeitpunkt nicht verpassen. Und in letzter Sekunde schaffen sie es dann bis zum Helikopter und dann wird entrückt. Ja, das ist einfach die Symbolik dahinter. Aber wenn du das verpasst, die Entrückung, da musst du mit den Zombies, die auf der Erde, wenn die sich alle den Köpfe einschlagen werden, demnächst, ja, musst du draufgehen mit denen, leider. Das wird also eine schreckliche Zeit auf die Menschen zu rollen, wovon die Menschen keine Ahnung haben. Aber wenn die die Bibel gelesen hätten, wären sie vorbereitet und wären errettet. Konnten gar nicht in diese Zeit hineinkommen, aber weil die Menschen eben keine Ahnung haben und weil sie den Gott nicht kennen, lässt Gott sie sozusagen dahin gehen in ihr Schicksal, als sie sie fallen. Das ist das Problem. Und die Muslime genauso, die werden genauso Opfer werden bald hier in Europa, weil die kennen ja 666 nicht. Die kennen ja diese biblischen Prophezeiungen nicht, was mit denen noch geschehen wird. Sie denken, dass sie hier nach Europa gekommen sind, damit sie Europa übernehmen können. Nein, der Herr lässt solche dreisten Sachen nicht einfach ungestraft. Stell dir mal vor, ihr Lieben, geht in ein anderes Land, um Schutz zu suchen, weil in eurem Land euer Leben in Gefahr ist und dann dreist sagt ihr, ja jetzt übernehmen wir das neue Land. Obwohl ihr dankbar sein solltet, dass ihr überlebt habt und das andere Land euch aufnimmt. Nein, dreist, ja jetzt übernehmen wir das andere Land. Und Gott wird solche Menschen, die undankbar sind, die ungerecht sind, die dreist sind, die frech sind, hier richten, auf der Erde bald und wenn sie tot sind, später in der Ewigkeit, in der absolute Hölle, in den Feuersee. Und das ist das Ende. Das wird hier richtig, richtig Fahrt aufnehmen, der Islam und so weiter. Ihr seht ja, dass die Einschläge immer näher kommen. Ja, das, was ihr gesehen habt, da mit der Kalifatstaat und dass sie das gefordert haben, dass sie nur kleine Einschläge sind, wird immer schlimmer werden. Die ganzen Messerstöchereien und so weiter, was geschehen ist, die letzte Zeit, was sie überhand genommen hat. Misshandlungen und so was von Frauen, etc. In den Kindergarten, in den Schulen, dass die Kinder aus Angst konvertieren. Ja, ihr seht ja, die verdichten sich die Nachrichten. Und Gott erlaubt das, damit die Menschen in Deutschland aufwachen und denken, oh, 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 wir gehen bald unter. Dazu noch, parallel noch zu dieser sozialen Unruhen kommt noch die finanzielle Unsicherheit, die Wirtschaftsunsicherheit. Und wenn das zusammenricht mit diesem Chaos zusätzlich, was wir noch haben hier, ja, dann beginnen die Spiele. Dann beginnen die Schlachtungen. Offenbarung Kapitel 6. Dann geht's los. Jeder gegen jeden. Und zwar deswegen, weil die Menschen eben den Herrn Jesus verworfen haben. Sie wollten nicht errettet werden. Jetzt müssen die auf der Erde durch. So einfach ist das. Und das ist gerecht. Ja, genau. 666 auf Griechisch ist dann Allah, mit den zwei Schwertern gekreuzt. Dann die Schlange, diese Allah da und dann dieser Strich, ja, XS, wenn man das umdreht, ja. so ist das. Deswegen muss man halt alles dran setzen, die Menschen zu retten, zum Evangelium zu bringen, zum Herrn Jesus, damit der Herr Jesus sie rettet, damit sie noch bei der Entrückung dabei sind. Ja, wenn sie die Entrückung verpassen, ist vorbei. Dann kommen sie in die Apokalypse und dann werden die gerichtet. Die Muslime genauso. Deswegen ist das Blödsinn, gegen die Muslime zu sein. Wir müssen auch die Muslime retten. Ja, da sieht man, dass die AfD eine Verführung ist für die Christen. Dass die AfD die Christen von ihren geistigen Aufgaben ablenkt, um sie wiederum an diese Welt zu binden, ihr Fokus auf die Welt zu richten, damit sie wieder ihre Hoffnung hier auf das Weltliche setzen. Und das ist fatal. Versteht ihr, ihr Lieben? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eben, Dankeschön, Khalifat ist so Gottes Staat im Islam. Das ist ein Khalifat. Deswegen ist das wirklich ganz, ganz wichtig in diesen letzten Stunden und Minuten, wir sind kurz vor der Entrückung, dass wir eben so viele Menschen wie möglich retten. damit sie auch in das Boot steigen, so wie bei Titanic, ja, so viele Menschen wie möglich in diese Rettungsboote rein, weil die Welt ist schon am Untergehen. Ganz, ganz wichtig. Und nicht auf die AfD gucken, auf die Situation hier auf der Erde. Nein, wir sind in der Ruhe, in der Ruhe des Herrn Eingegnern, wir sind in der Ruhe und wir müssen die Menschen auch in die Ruhe bringen, damit sie auch aus diesem Chaos da draußen aussteigen und zur Ruhe kommen und in Sicherheit kommen und auf den Herrn Jesus setzen. Wann macht Armin ein Fantreff? Armin macht Fantreff nur mit Leuten, die Seite auf Null haben vorher. Seite auf Null und den Kamel-Orig zu singen, dann kommt er dazu. Was ist ein Templer? Ah, Bruder Pavlos. Die Templer waren eine Organisation, die eben von der Kirche irgendwann mal verfolgt wurden, weil sie eben sehr mächtig waren. Die Tempelritter, die wurden von dem Philipp der Schöne, von dem französischen König Philipp der Schöne zerschlagen und ihr Orden aufgelöst und die wurden dann halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jacques de Molay, ihr Großmeister des Ordens, wurde auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber die haben ja heute noch Bestand. Einige sind ja geflohen und leben ja heute noch. Die Hochgrade der Freimaurerei sind auch die Templer gerade. Der König von Frankreich den Orden zerschlagen. Dann hat er die verhaften lassen alle. Deswegen Freitag, der 13. dieser Unglückstag. Tempelritter sind böse. Sie verehren Baphomet. Sind Hochgrad, Freimaurer und so weiter. Dritter Tempel, nein, aber die Vorboten, das dritte Tempel ist sozusagen die Weichenstellung für den dritten Weltkrieg. Tempel wird gebaut und für den Messias, aber vorher wird er der Antichrist sich in den Tempel setzen. Zweiter Thessalonischer 2 und sich selbst zu Gott machen und der wird dann ein Götzenbild aufstellen im Tempel und die Juden werden darauf reinfallen. Und das ist der Beginn des Weltkrieges und Israel kommt total unter Beschuss. Das ist aber die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniels, die Drangsalzeit. Die ersten dreieinhalb Jahre werden noch relativ friedlich verlaufen, aber wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt und den Tempel verunreinigt, dann wird Israel unter Beschuss kommen. Gott wird dann als Zorn über Israel, weil sie das getan haben, den Antichristen geglaubt haben und Götzendienst betrieben haben, wird Gott Israel ihren Feinden ausliefern. Und das ist die muslimische Achse. Dann werden die Muslime Israel angreifen, die gesamte muslimische Liga. Und dann bricht auch der Weltkrieg aus, wovon der Herr Jesus Matthäus 24 spricht. Zacharia 12 spricht der Herr davon, ich lese mal vor, ich mache Jerusalem zum Taumel für alle Völker ringsum. Und auch über Judah wird das kommen bei der Belagerung Jerusalems. Ja. Und ich werde Jerusalem zum Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wund reißen. Und alle Völker der Erde werden sich gegen es versammeln. Ja. also es wird ein Weltkrieg geben, wo jetzt auch Israel im Fokus, im Zentrum des Weltkrieges sein wird. Und dann kommt der Herr Jesus runter vom Himmel, um die restlichen Juden zu retten, die den letzten Drittel aus Sahara 13 Versach. Ja. So wird, so, das ist die prophetische Reihenfolge demnächst, was auf die Menschen, auf Israel zukommen wird. Dann muss die zweite Thessalonische 2 lesen, das ist eine ganz, ganz wichtige Textstelle in der Bibel, zweite Thessalonische 2, das kommt des Antichristen, die Entrückung. Genau, die 70. Jahrwoche aus Daniel 9, die zweite Hälfte wird ganz schlimm werden, die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche Daniel, diese letzten dreieinhalb Jahre, da wird der Satan vom Himmel mit seinen Dämonen verbannt werden, endgültig, sie haben keinen Zugang mehr zum Himmel, sie werden auf die Erde geworfen, der Zugang wird geschlossen zum Himmel und dann hat der Satan großen Mut und das ist offenbar Kapitel 12, wenn er los, sein Zorn, wenn der Satan zornig ist und dann beginnt auch der dritte Weltkrieg. Der Bau des Tempels wird demnächst kommen, aber vorher, bevor der Antichrist auftritt, werden wir ein Drück sein. Also es kann sein, dass wir noch etwas von dem Bau des Tempels mitbekommen, aber nicht mehr den Antichristen. Das steht ja in 2. Thessalonischer 2, dass wir, also die Braut Christi, solange sie noch auf der Erde ist und der Heilige Geist noch auf der Erde ist, in der Braut Christi erst beiseite geschafft werden müssen, weil wir das Kommen des Antichristen aufhalten. Ja. Und das ist die, das kann, keiner kann das in Zeitung schätzen, aber wir sind dem Ganzen sehr nahe. Ihr seht ja, dass die roten Kühe schon bereit stehen für die Tempelweihe. Also es sind nur, ich weiß es nicht, Sekunden, Minuten, Stunden, daher müsst ihr auf euch Acht geben, ihr Lieben, dass ihr wirklich noch einmal in euch kehrt und noch einmal fragt euch selbst und natürlich dem Herrn, den Herrn, bin ich wahrhaftig ein Kind Gottes? Bin ich von Neuem geboren? Oder hänge ich an irgendwelche Religion? Oder hänge ich noch an dieser Welt? Ja? Keine 50 Jahre mehr laut Roger Libby. Nein, man kann auch keine Zeitangaben geben. Natürlich wissen wir, dass das nicht mehr lange dauern wird, aber nein, sollte man solche Sachen nicht sagen wie keine 50 Jahre. Kein Mensch weiß das. Aber es ist nicht mehr viel Zeit, ja, das kann man sagen, weil wir sehen, dass die Zeichen der Zeit eben vor der Tür stehen. Wenn wir nächsten Sommun berichtet, nein, keiner kann eine Prognose geben, du bist German, du bist kein Prophet. Der Zeitpunkt ist egal, der Heil ist wichtig, genau, der Heil, das Heil ist wichtig, das ist das, genau, wie dein Lieb in der Nacht, für die Leute, wo der Herr Jesus kommen wird und sie dann auf dem falschen Fuß erwischt. Weiß man, wie lange der Antichrist regieren wird? Also der Antichrist wird auf jeden Fall mindestens dreieinhalb Jahre regieren, das ist eine Regentschaft auf der Erde, bis der Herr Jesus rückkommt und Israel also errettet und den Antichristen beseitigt. Ja, genau, so wird es sein. Ach, du bist das, Abi. Was passiert? Warum bist du raus? Amir, hol den rein, den Abi, was hast du gemacht? Ja. Abi, was ist das für ein komisches Gesicht und komischer Name? Sieht aus wie ein Hindu. Mit Kacke. Nein. Nein. Ich bin Adriano. Adriano Celentano. Siehst du nicht, wie ich aussehe? Ich bin Adriano schon wieder raus. Was ist das? Schmeißt den jemand raus oder was ist das? Ja, ihr Lieben, so wird das laufen. Das ist der prophetische Plan Gottes. dazu Daniel 9 lesen. Daniel 9, 2. Thessalonischer 2. Daniel 11. 1. Daniel 11, 38 zum Beispiel wird der Antichrist, den Gott der Festungen zusammen mit dem Diktator aus Europa, dem Tier aus dem Meer aus Offenbarung 13, anbeten. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Daniel 11, Vers 38. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten. Also der Antichrist, ja, er ist ein Jude und der wird nicht den Gott seiner Väter, also Abraham, Isaac, Jakob, sondern den Gott der Festungen und das ist Jupiter, der höchste römische Gott. Verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele zu Belohnungen, Ländereien, also er wird auch den Leuten belohnen, die diesen Götzendienst wirklich da mitmachen. Und dann kommt das, ja, Daniel 11, Vers 40. Der Angriff der islamischen Achse auf Israel. Zur Zeit des Endes, also die Endzeit, das Ende über Israel, zur Zeit des Endes, aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nords mit dem Wagenreiter und viele Schiffe mit ihm losstürmen und die Länder einringen in Israel und sie überschwemmen und überfluten. Es wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden mit der Hand, diese werden seiner Hand entfliehen. Edo, Moab und die vornehmsten der Ammoniter, also bestimmte Gegenden werden auch bewahrt werden. Es wird auch eine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. Ägypten kommt unter Beschuss. Da wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeit Ägyptens bemächtigen. Und werden Lubia und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus dem Osten, also das ist dann schon der Kriegsplan, wie es dann abgeht in Israel, wenn die Muslime dann angreift. Da steht das alles eins nach dem anderen. Genau, Daniel 11, Abwärts 38, steht eben über den Antichrist. Das sind diese Stellen, die ihr euch merken müsst. Daniel 11, 38 bis 40, Antichrist, der Angriff der Muslime auf Israel, Saharier 12, Vers 2, Jerusalem wird der Haupt Schauplatz sein des dritten Weltkrieges. 2. Thessalonicher 2, Abvers 5, die Gemeinde hält das Kommen des Antichristen auf und muss erst durch die Entrückung weg sein von der Erde, damit der Antichrist aufkommen kann, tauchen kann und übernehmen kann. Das ist der Fahrplan. Und die Muslime kennen das alles gar nicht. Die kennen ja die Bibel nicht. Die kennen die Prophezeiungen gar nicht. Die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Die sind also völlig ausgeliefert demnächst hier in Europa. Die wissen gar nicht, was in Europa noch auf sie zukommt. Die kennen ja 666 nicht. Offenbarung 13 kennen sie nicht die Diktatur, die auf Europa zuholen wird und die Muslime dann auch versklavt wird. Und weiß man, wie der Antichrist aussieht. Was man weiß eben ist, dass er ein sehr, sehr charismatischer Führer sein wird und dass Israel auf den Rhein fallen wird. Israel wird ihn als Messias anerkennen, wovon der Herr Jesus in Johannes 5 gesprochen hat. Ich komme im Namen meines Vaters und ihr nehmt mich nicht an. Also ihr nehmt mich als Messias nicht an. Jener aber, der kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Und das ist der Antichrist. Also Israel wird dann den Antichrist bis nach, rüber nach, aus der Region von Europa. Das sind Europäer, die rübergegangen sind. Also das sind die Kontinente, die am meisten in ihrem Evangelium betroffen waren. Und die haben es verworfen. Hört ihr mich, ihr Lieben? Amir Jun, hörst du mich? Pavlos, hört man mich? Ah, okay, alles klar. Reza und Pavlo, ihr habt das so ausgelegt, dass der dritte Tempel Jesus und seine Gemeinde ist. Nein, da hast du schlecht zugehört. Da hast du schlecht zugehört, da hast du was falsch verstanden. Der dritte Tempel betrifft Israel, nicht die Gemeinde. Wir haben mit dem dritten Tempel nichts zu tun. Ja, der Tempel ist, ist, sozusagen betrifft Israel, nicht die Gemeinde. Ja, es gibt einen himmlischen Tempel und es gibt einen ehelischen Tempel. Diese zwei dürfen nicht miteinander vermischt werden. Seine Gemeinde ist sein Leib, ja, genau. Aber Israel ist ja auch die Spiegelung seines Leibes, aber auf der Erde. Ja. So sagt der Herr Jesus ja in Johannes Kapitel 2, Vers 19, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Ja. Und das, es gibt natürlich ein Tempel, ein himmlischer, den machen wir aus, die wiedergeborenen Christen. Es gibt einen irdischen Tempel. Und das ist für Israel. Genau. Ich hoffe, du hast es verstanden, Robi. Ja, ich weiß, dass es Israel betrifft. Der dritte Tempel wird ja Jesus und seine Gemeinde, nein. Der dritte Tempel ist für Israel. Nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist schon längst entrückt. Das Leib, der Leib Christi, seine Braut oder sein Tempel wird abgeholt für den Himmel. Nach Epheser Sekunde. Epheser 1, Vers 12 war das, glaube ich. Ich sage, wie ich stelle. Oh, mein Handy ist auch gleich voll leer. Ja, also es gibt zwei Bündel. Einmal betrifft es das irdische Volk Gottes und den irdischen Bund mit Israel und einmal der neue Bund. Ja, nach Jeremia 31, 31. Der neue Bund beinhaltet A, die Braut Christi und B, das neue Jerusalem. Also, das neue Israel. Die zusammen mit der Braut Christi den neuen Bund ausmachen. Aber die Israeliten, die nach der Entrückung während der Drangsalzeit zum Herrn kommen, nach Sacharie 13, Vers 8, die gehören nicht zu Braut Christi. Sie sind zwar errettet, sie gehen in diesen neuen Bund ein, nach Lukas 22. Was ist denn hier los? Aber sie gehören nicht zu Braut Christi. Was ist hier passiert? Nichts. Ich habe dir noch ein bisschen erzählt von der Prophetie und wie es demnächst laufen wird anhand der Bibel hier in Europa, auf der Welt, dass man keine Angst brauchen muss vor der Islamisierung und so weiter. Sondern das ist alles geplant und das hat der Herr erlaubt. Das hat er alles in seiner Macht. Und das lässt der Herr zu, damit eben die Europäer, Amerikaner und, was weiß ich, bis nach ganz Osten in Australien alle bestraft werden. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist die Strafe dann, weil sie den Herrn abgelehnt haben. Ja, genau. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, auf das sie gerettet werden. 2. Thessalonischer 2. Ja, heftig. Und diese Prophezeiungen, die Bibel, kennen noch nicht mal die Christen. Die wissen ja gar nicht, was auf die zukommt. Gar nicht. Die meisten Christen haben null Ahnung von Prophetie. Null. 0,001% der Christen, die wirklich die Bibel wirklich studieren. Die kennen das. Aber sonst, sonst haben die gar keine Ahnung. Das ist eine Theorie. Die brauchen sich für Gäste hochheben, wenn du weg bist. Hallo Bruder, Bruder Favlos. Gottes Segen. Ja, die Alex hat das geschrieben. Die braucht die Rechte. Weil der Bruder, wenn er weg ist, damit die, wenn du hier drin bist, Bruder Rieser, damit die ja weg hochkommen kann. Ach so, ja. Ami, hast du gehört? Was denn? Wenn du weg bist oder so, damit die Leute hochkommen können, die Leute, die Admins. Nee, Alexa braucht das. Bruder Rieser, kannst du Videos dazu empfehlen? Ja, der Bruder Rieser auch. Das sind mehr Rieser. Ja, die Alexa braucht das, weil die hat es geschrieben. Ich bin ja später dazu gekommen, so gesehen. Ach so, ja. Habe ich die doch gemacht oder nicht? Nee, mir ja, aber Alexa nicht. Alexa, schreib mal kurz irgendwas, damit ich dich sehe. Ja, Erx 28, ich bin wiedergeboren. Ich bin kein Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Du solltest auch nicht Christ sein, sondern wiedergeboren sein. Wir werden zwar von außen stehen, der als Christen bezeichnet, ist, die dem Christus nachfolgen, aber wir selber nennen uns nicht so. Wir sind Kinder Gottes, die von neuem geboren sind. Für uns gibt es keine Bezeichnung. Und mal Bruder Rieser. Ja, bitte. Da hast du recht gesprochen, wo du sagtest, die meisten kennen tatsächlich Prophezeiungen gar nicht. Die wissen null, was auf die zukommt. Gerade Katholiken und Orthodoxen, wenn man die fragen würde, was passiert denn eigentlich in so einer Zukunft mit der Offenbarung? Keine von den kann das auslegen. Nicht ein einziger. Die würden sagen, wir haben alle keine Ahnung davon. Nicht mal die Kirchefitter mit ihm die Ahnung davon. Ja. Das ist ja heftig. Ja, wenn du wüsstest, dass zum Beispiel demnächst der Herr Jesus doch zur Entrückung ansetzt, dann würdest du noch AfD wählen. Sag, ich hole dich nächste Woche ab, wenn du bereit bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du wahrhaftig bist. Wirst du dann noch AfD wählen? Niemals. Gott auf den Herrn. Und dann zerschläge ich die Welt. Nachdem ich dich abgeholt habe zur Entrückung in den Himmel, zerschläge ich dann die ganze Welt. Würdest du dann noch AfD wählen? Wann die AfD wird auch zerschlagen? Ja. Ich bin der Jesus. Ich war kein Eindruck. Lisa ist so hart wie da. Lisa entfernen. Oh Mann. Häftig. Das wird nur nicht wahr sein. Ja, ich bin wieder gesund. Danke euch, meine Lieben, für die Gebete. Häftig. Was ist das? Was hab ich denn jetzt? Amir. Ah. Leibsichtbarkeit eingeschränkt, sonst nichts? Nee, sonst nichts. Leibsichtbarkeit eingeschränkt. Ach so, ja. Da musst du einen Neustart machen. Bruder, Danny hatte das auch. Und dann hab ich gesagt, neustart, zwei Sekunden später bei der Bank, also in zehn Sekunden neu machen. Bis gleich wieder. Ich mach Neustart. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Brief bekommen. Und ich wusste nicht, wo ich diesen Brief bekommen hab. Da war kein Absender, gar nichts. Ich pack diesen Brief aus. Kleinen Moment. Ich schließe ihn euch vor. Und dann, danach hab ich mich getauft. Ich hab es erkannt, dass Jesus Christus der einzig wahre Weg ist. Und auf diesem Brief, der ist rot, da stand nur für dich. Ich lese ihn vor. Ich lese ihn jetzt ganz vor. Ich lese nur einen Teil davon. Also. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Psalm 139,1. Ich weiß, wann du aufschließt, wann du schlafen gehst. Psalm 139,2. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst du und existierst du. Du bist mein Kind. Also er hat mir, also ich hab einen Brief bekommen. Und am Ende steht drauf, alles Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott. Ich hab geweint. Und eine Woche danach hab ich euch getauft. Halleluja. Halleluja. Dankeschön. Tschüss. Besten Teil deines Lebens. Danke dir. Mach's gut. Danke dir. Ja. Ja. Ich hab nur eine Frage, ne? Eine schnelle. Ja. Ich hab manchmal zugeguckt und die Leute sagen die ganze Zeit dieses Wort, dieses ABK. Und wer ist das überhaupt? Was sagst du? Die Leute, die reinkommen und sagen ja manchmal ABK, ne? Ja. Ich mein, also was ist das? Also wer ist das? ABK ist ein YouTuber, der damals auf mich reagiert hat, vor fünf Jahren. Der hat über eine Million Abonnenten und der ist selber Moslem. Und das war ein sehr, sehr fataler Fehler, dass er mich erwähnt hatte. Und dann ging das natürlich hin und her. Und das hat für YouTube eine riesengroße Welle geschlagen. dass ich durch ihn sehr viele Menschen erreichen konnte und den Islam, den Erdboden gleich gemacht habe. Also muss man, also ist er sehr bekannt oder geht? Ja, ABK ist sehr, sehr bekannt. Ja, viele, viele kennen ihn. Ach so, ja, ich hab keine Ahnung, deswegen. Ja, du kannst ja einfach mal bei YouTube eingeben. ABK Ex-Muslim, dann siehst du schon. Also, wie schreibt man das? Also? ABK. ABK. Einfach ABK. Ja, ja, okay, ich guck mal, was da. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja. So, ihr Lieben, ich geh mal ein bisschen jetzt offline. Ich guck mal, ob ich gleich nochmal live komme. Ein paar Sachen erledigen. Und dann hören wir uns dann zu Gott gleich, ja. Gottes Segen, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Und lasst ihm mal zu, dass euch Religionen irgendwie was, äh, sagen sollen. Denn Religionen sind vom Teufel, das wissen wir. Und der lebendige Gott Jesus Christus ist gekommen, um uns wegzurollen von zu lassen. Lach nochmal kannst du den nennen, der ein sechjähriges Kind geheiratet hat. Hast du verstanden, Chettin? Jetzt kannst du nochmal Lach nochmal sagen. Oder den, der sich von einer Ziege hat überwältigen lassen. Du Lach nochmal. Gottes Segen, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Chettin. Chettin. Alles gut, ciao. Was haben die euch angetan, Mann? Nichts. Das sind gute Leute. Das sind feine Leute. Warum hat dieser Elfwester dann so ein Profilbild? Welches hat er? Keine Frage, bist du Illuminati? Äh, nein. Aber was haben die euch angetan? Warum bist du dann für die? Äh, äh. Ja, okay. Wenn jetzt eine Frau draußen geschlagen wird, bist du dann nicht für die oder so? Ist das nicht mit deinem Leben, hä? Also wenn, ja, okay, du bist... Wenn eine Frau von der Illuminati draußen geschlagen wird, wo denn? Bei Shisha-Baren? Nee, nee, okay, warte, bist du schwarz? Nein, aber du bist doch auch so, dass die so... Das hört sich richtig an mir zu müssen. Was hat das mit dem Schwarz zu tun, hä? Nee, aber guck mal, er sagt ja, ich bin kein Illuminat, deswegen darf ich nicht für die... Nein, der ist ja ganz fertig, der ist ja wirklich fertig. Das ist Döner-Universität. Ich danke, dass du hier warst. Döner-Universität Offenbach. Wahnsinn. Gott segne Mike. Und das segne meine Geschwister. Grüß dich. Das liegt auf den Herzen, Mike. Hey, warum habe ich Verstoßwarnung bekommen wegen Döner-Universität? Was soll das? Du musst rein rauskommen. Das gibt es doch nicht so was. Dabei will ich das Gute für die Menschen. Das gibt es nicht so was. Geh mal rein und raus, Bruder Reza. Guten Tag, meine Bruder. Ich wollte euch einfach nur mal Gottes Segen wünschen. Ich hoffe mal, dass ich es richtig schön finde, was ihr hier macht. Gott segne dich von deiner Familie. Gottes Segen, mein Bester. Danke, meine Bruder. Ich wollte euch einfach nur mal gesagt haben. Macht weiter so. Meine Frage, mein Bester. Ich bin von neuem geboren. Ich bin von neuem geboren. Amen. Ja, Amen. Mein Bester, ich habe eine Frage. Bist du von neuem geboren? Natürlich, mein Bruder. Ja, so soll es sein, mein Bester. Ist keine Religion, nur die Bibel allein? Also ich, auf jeden Fall die Bibel allein, ja. Aber ich finde natürlich auch den orthodoxen Glaube sehr schön. In einer Richtung, weil meine Freundin ist gerade in Griechenland sehr lange. Und dadurch kam ich auch sehr zur orthodoxen Kirche. Finde ich auch sehr schön. Aber an für sich ist es einfach der Herr Jesus Christus. Ja, mein Bester, ich kann dir jetzt schon sagen, weil die orthodoxe Kirche hat ja eine ganz andere Lehre als das, was die Bibel hat, ne? Das wollte ich dir auf jeden Fall sagen. Weil Religionen sind ja von Menschen gemacht. Religion fordert, du musst was tun, damit du im Paradies kommst. Die Bibel sagt, du musst glauben, um in den Paradies zu kommen. Da ist der große Unterschied. Hast du das verstanden? Weil ich höre dich jetzt nicht, mein Bester. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, alles klar. Ich habe gerade gesagt, ich weiß, wenn ich vom Herr Jesus Christus stehe und dann mit meinen Taten, was ich getan habe, das erlöst mich nicht. Weil ich ein Sünder bin wie jeder andere von uns. Das Einzige, was uns errettet, ist die Gnade. Genau, aber das sagt nicht die Orthodoxie. Die Orthodoxie sagt, du musst ja was tun. Die Orthodoxie sagt ja, du musst eine Taufe machen, die Babytaufe zum Beispiel. Weil die Taufe gibt dir den Heiligen Geist, sagt die Orthodoxie. Und das ist eine Irrlehre, eine Falschlehre. Die Bibel sagt, du musst Buße tun und dann sich taufen lassen, weil der Glaube dich rettet. Markus 16, 16 und Epheser 1, 13. Und wir sehen, eine andere Lehre. Aber die Bibel spricht in Römer 16, 17, 18, wenn er eine andere Lehre hat, als das, was wir euch gelehrt haben, meidet sie, denn sie dienen nicht unseren Herrn Jesus. Deswegen dient die Orthodoxie nicht unseren Herrn Jesus. Das bedeutet, die haben einen anderen Jesus, als das, was in der Bibel steht. Verstehst du, was ich meine? Deswegen kann man nicht mit ihnen sympathisieren, beziehungsweise ein Fleisch werden mit denen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du kannst dir mein Video anschauen, fixiertes Video, das ist viral gegangen. 150.000 Aufrufe, drei Fakten gegen die Kirche, weil wir sind die Kirche. Wir sind die Eklassiergemeinde, Versammlungen, Kirche. Das müsstest du ja auch wissen, ne? Laut 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Schau dir das an, das ist sehr, sehr wichtig. Mein Bester, bewahr dich vor die Ehelehre. Du bist ja von 9 geboren, hast du ja selber bezeugt. Ja. Das ist sehr gut so. Dann bist du ein Bruder, dein Glaube. Nimm mich erstmal auch so an. Ja, mit der Zeit wird das alles offenbart. Aber hüte dich vor die falschen Lehren. Der Herr Jesus hat immer wieder gemahnt. Die ganze Bibel, was sie nur auf Warnungen fasst, mit hütet euch vor den falschen Lehren. Weil es gibt nur eine Lehre, nicht Lehren. Und die Orthodoxie, da gehe ich automatisch auch auf den Kommentar ein. Weil einer sagt, warum habe ich Abu Bergkrat oder wie er da heißt, Bergland blockiert. Ich habe mit denen eine Debatte geführt. Das könnt ihr auch in meinem Video sehen. Habe ich gezeigt. Die glauben an eine falsche Trinität. Die sagen, Jesus ist kleiner als der Vater. Würdest du das auch so sagen? Auf keinen Fall. Siehst du? Und das glauben die Orthodoxen. Und die sagen, nicht Menschensohnfleisch. Die bezeugen auf Hypostase. Der Menschensohnfleisch ist untergeordnet gewesen. Philippa 2, 6, 8. Aber der Sohn Hypostase war doch immer gleich. Er ist ja der Allmächtige. Und da sagen die Orthodoxen. Nein, der auch. Und das ist die große Feinheit. Siehst du, was den anderen Jesus die vertreten? Ja, ich verstehe, was du meinst. Schau dir das an. Wirklich. Ich habe Videos und Beweislage dafür. Gehe in meinen Kanal. Einmal die drei Fakten. Und einmal, wo ich mit Abu Berkland da geredet habe. Und dann gibt er selber mit seinem eigenen Mund zu. Dass du es nochmal siehst, was die Orthodoxen glauben. Alles klar. Mach ich. Okay. Gott siegt in dich und deine Familie. Euch auch. Schönen Sonntag. Danke dir auch. Bruder Reza, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Sehr schön. Hey, du. Gottes Segen. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Was machen Sachen? Warte, kein Mero. Kali Mero. Geh doch in meinem Video rein. Kanal, also TikTok-Kanal. Und da sagt Abu Berkland in seinem eigenen Munde, dass Jesus ein kleiner Gott ist. Und er bezieht sich auf Sony Postase. Also ich habe Beweislage. Was hast du? Hey, du. Gottes Segen. Hey, du. 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 Nur für euch. Nur für euch. Das ist das Sonntagsständchen. Ja. Gottes Segen. Hallo. Ich bin gerade hier online. Ich sehe das. Und ich bin gerade ein bisschen sauer geworden, weil ich mich nur im Chat mitgeteilt habe. ich bin deutsche mein sohn ist christ mein sohn ist jeden tag freudig wenn er im kindergarten irgendwas lernt und es wird mir hier gerade du mal das aus übelste mein kind platt gemacht wo ich mir denke das kann nicht sein das ist ein fünfjähriger der durch das christentum verarbeiten konnte dass unser vater verlassen hat es kann doch nicht wahr sein dass man nicht mal mehr irgendwo die freiheit hat irgendwo dazuzugehören also dein sohn wird schikaniert meinst du von den muslimischen kindern nein nein ich bin jetzt gerade hier reingekommen wollte mich einfach nur hier beteiligen und ich finde es langsam eine frechheit du kannst ja gar nicht mehr irgendwas machen ohne dass es eine sünde ist kannst du mal die grundlage noch mal klein ich habe das nicht ganz genau verstanden einfach nur reingekommen weil ich das hier gesehen habe mit konvertieren zum islam wir wurden damals verfolgt also ich komme aus einer gegend wo viele christen sind und alles und habe damals einen islamischen mann kennengelernt der wollte meinen sohn loswerden also beziehungsweise uns töten das war extrem meine patentante ist kirchenvorstand mein sohn konnte durch das christentum mit vielen umgehen und alles aber ich finde schon heftig dass wenn mein sohn nur irgendwas zitiert oder sonst was er macht das mit einer freude er macht das mit einem gewissen stolz dass selbst das als der teufel abgestempelt wird wenn ich das nur lese was lieb ich habe das geschrieben so ich wusste erst jetzt nicht ich kann es erklären also ganz kurz ja du bist eine völlig fremde person du hast geschrieben mein sohn ist stolz christ zu sein so meine außerdem stolz war das verarbeitet ich kenne dich nicht ich wohne nicht in einem briefkasten darf ich das bitte erklären also ich kenne dich nicht ich weiß nicht wie alt dein sohn ist ich habe nur auf das wort stolz reagiert dass du gesagt dass mein sohn ist stolz drauf da habe ich nur geantwortet stolz kommt vom bösen man sollte dankbar sein mein sohn ist fünf die kannst du dich wagen ich weiß nicht wie alt dein sohn ist keine ahnung es ist geht mir nur ums prinzip dass stolz vom bösen kommt und nicht wie alt dein sohn ist weiß ich nicht verstehst du und daraufhin geht die komplett ab und dreht komplett durch es ist nun mal so stolz kommt vom bösen entweder wird es begreifen oder eben nicht aber greift mich nicht so an ich habe nichts falsch gemacht ja das ist richtig wir sind nicht stolze christen gibt es nicht weil wenn du stolz bist dann kannst du nicht christ sein wenn du christ bist und ich weiß doch nicht bruder ist woher soll ich das denn wissen ja das hast du schon richtig gemacht nur die hat das jetzt sehr persönlich genommen ja die hat das sehr persönlich genommen und hat nicht verstanden den hintergrund den geistlichen hintergrund dahinter dass stolz eine schlechte tugend ist eine also etwas schlechtes ja ich weiß doch nicht dass sie so um fünf ist woher soll ich das denn wissen naja okay ich gehe darunter dank ja genau richtig wir sagen nicht von uns dass wir stolz zu christen sind weil gott sagt ich widerstehe dem stolzen und dem demütigen also dem bescheidenen gebe ich die gnade es gibt auch leute die sind bescheiden aber also die wirken bescheiden sind aber so trotzdem stolz aber so nach außen wirken sie so bescheiden aber innerlich sind die doch sehr sehr hochmütig ja es dort war bei den satan na ja sein stolz brach den zum fall weil das hochmut geführt hat ja ja dankeschön noch mal für alles was ihr macht die ganze zeit vor allem bei hamdi oder so da macht man das späßchen über gott was ich gar nicht gut finde ich meine es gibt auch ganz viele christen die haben nicht so viel ahnung von der bibel und dann gehen die in irgendwelche leist von irgendwelchen muslimen und dann machen die sich da lächerlich und das man sollte schon aufpassen dass man nicht da reingehen soll wenn man von der bibel nicht so viel weiß und eigentlich mit pavlos oder so meinte ja dass alle orthodoxe irgendwie falsche lehren machen oder so das stimmt ja eigentlich gar nicht so wirklich ich meine ja ich meine die baby taufe ist auch so eine andere geschichte aber ich meine wo steht das in der bibel da steht ja drauf dass die priester sozusagen die macht dazu haben halt irgendwie zu taufen wo steht das in der bibel dass wir babysäuglinge taufen sollen kommen wir sicher mit kinder kinder darf man taufen ich komme mit babys an säuglinge wo steht das in der bibel darf man die nicht taufen apostelgeschichte 38 tut bus und dann lasst du dich taufen kann ein baby bus zu tun da hast du die antwort die selber gegeben siehst du dann habt ihr doch alle ehelehrer warum ist das ein ehelehrer du kannst ja das kind der büste und dann lasst du dich taufen das kommt ihr sagt einfach macht drauf und dann mache ich mal büste also auf wen soll ich mehr an auf den menschen und auf gott auf gott er siehst du dann und du zu den menschen ich meine so was ist daran so schlimm wenn man das macht ich meine das kind wenn das erwachsen ist doch eine andere haben wir ganz genau zu die bibel sagt doch eine anordnung eine regel ja also die regel ist gut zu tun und dann sich taufen lassen wer eine andere also wer diese regel miss achtet der mit achtet das wort gottes richtig siehst du das ist jetzt selber gesehen wenn die weg und die orthodoxie gehen nach der bibel da ist die wahre wahrheit ja okay ich meine das ist ja nicht nur bei der orthodoxie das ist ja in jeder kirche der katholische kirche orthodoxe evangelische sind alle katastrophal ich habe mal eine frage was was bist du denn orthodox okay ich habe eine kurze frage oder geschweige jetzt katholiken auf die straße gehen und das evangelium verkündigen das tun das orthodoxe menschen das machen ja rausgehen und dass die gar dass der pastor und die ganzen die markieren rausgehen bibeln verteilen gutes tun das wort gottes predigen auf der straße ich habe noch nie orthodoxen gesehen ich habe noch nie katholiken gesehen wieder noch die evangelische kirche ist sind bekehrte christen evangelisten aber die rausgehen aber keine orthodoxen so ich habe noch nie einen gesehen nicht einfach orthodoxen die raus gehen man siehst das ja nicht das muss ja nicht aufgenommen werden das wird ein gar nicht einen einzigen gesehen in meiner stadt seit sieben jahren ist eine einzige jetzt muss ja nicht in einer stadt sein ja aber wo denn zeig mir mal wo denn man ja in dessenloch gibt es auch nicht in neues ordentlich in hauen die gegend gibt es gar nichts weiß wenn ich denn zwischen deine kirche gehe weiß was ich denke das museum gehen dann sehe ich so bilder gemalt hübsche bilder was götzen bilder für mich sind dann gehe ich dahin die atmosphäre dann sehe ich große statuen maria wo ich mir denke woher wisst ihr dass die mutter so aussah ich sicher dass maria so aussah und dann sehe ich ja auch natürlich dass sie sich da niederwerfen und denn ihre gebete machen also es tut mir leid aber ihr seid die götzen den ob es wahrnimmt oder nicht aber ihr praktisch sind keine götzen anbeter das ist einfach nur ein abbild kurze frage warte aber die bibel sagt du sollst du kein abbild machen also gehörst du gehäust das wort gottes nach guck mal das ding ist nein die bibel sagt nein nicht guck mal die die bibel sagt du sollst du kein abbild machen da müsstest du das verschlagen im alten testament müsste man diese ganzen statuen zerschlagen ja warte mal kurz habe ich recht orthodoxe beten maria an die nennen es anbeten an heilige was das denn das ist also wenn die bibel sagt gesagt ich kein bild machen noch ein bildnis machen dann auf dem bild gehen schon auf den punkt dass sie maria anbeten schon aufzurichten zeig mir bitte das fürbitte gebet der maria macht das mal nach das fürbitte gebet von maria hier und jetzt müssen hast du sammeln mach doch jetzt das fürbitte gebet dass ihr nennt es ja für bitte dann zeigt man den menschen was ein fürbitte gebet der maria ist genau ich will wissen wie das macht ich will das mal hören jeder orthodox ist anders ich weiß ja nicht genau er ist okay du du bist jetzt die orthodox was weit vertreten ist bitte macht mit das fürbitte gebet an maria oder eben einen anderen heiligen kannst jetzt ruhig sagen kein problem schäm dich nicht das fürbitte ist einfach nur dass du halt manchmal dieses gewicht wie das wie geht so ein gebet mehr wie macht mir macht ihr das macht doch mal bitte ich will es hören mach mal ein gebet warum soll ich jetzt irgendwie machen wir wollen doch wissen wie so ein gebet geht was er da tut noch einfach neutral wollen wir wissen wie das geht was sie da tut warum schäbe ich nicht das ist doch wenn du schon orthodox vertreten tun kannst du dieses gebet machen dann müsstest du eigentlich richtig stolz sein auf das gebiet beziehungs für bitte tschuldigung für bitte dann macht bitte die eigentlich dass da die verbindung war weg er will jetzt reden bitte warte sagt noch mal die verbindung war schlecht bei dir er gesagt ich weiß ja nicht welches gebiet ich nehmen soll einfach rügen einzulaufen neben eins das was du meinst das ist eine fürbitte an die maria neben eins ist egal was du musst es nicht bis ende sagen so ungefähr bist du die hälfte mindestens so oder wenigstens ein anderer sozusagen beten würde also fürbitten würde zur mutter maria dass sie mir helfen soll oder auch ja genau genau mach mal davon also erstens ich selber bete nie zu mir sondern nur zu jesus aber ihr macht das doch orthodoxes gibt doch dafür für gebete als beziehungsweise für bitte kannst du ein machen man kann sagen wie das funktioniert ja heilige mutter maria hilf uns das so zu sagen achte meine hilfe jetzt zu jesus christus den alleinigen warte aber warum sagst du warum du bist ja so in deinem götzendienst und ein wahnsinn drin das ist gar nicht mehr mit kriegst weil du bist der hinein geboren dein vater und deine mutter haben das vom klein auf seit du ein baby bist in dein gehirn eingetriggert alleine heilige maria mutter helfen wir weiß für mich anrufe ich rufe doch nur gott an ich rufe doch nicht weil ich rufe nicht mal die ich rufe nicht mal die propheten wieder noch die noch die engel an nur den warum soll ich ein mensch anrufen und sagen maria hilf mir nein ich sag herr hilf mir gott kannst du bitte er wurde wenn ich sage und 70 vers 12 lesen soll 79 vers 12 für uns zum herrn bitten und nicht dass wir sie anbieten sie sollen uns zum herrn zu beten was ist jesus christus und niemand anders und das auch nur jesus schauen was wir erwähnen wir um hilfe bitten psalm 71 vers 12 wenn jetzt ein heiliger ja ein heiliger der immer gut war und zu jesus mein gott eile mir zu helfen hast du mich noch aussprechen hast du gehört was das wort gottes gesagt dass wir die bibel lesen ja also noch mal oh gott sei nicht ferne von mir mein gott eile mir zur hilfe so einfach ist das wir bilden aber eine zeige haben die haben die juden für bitte gemacht für abraham haben die auch zu starten aufgerichtet von abraham und von mose und haben die auch für bitte gemacht haben die auch so startung gemacht von den propheten haben gesagt oh ihr heiligen propheten hilft uns ihr heiligen propheten oder erzengel michael erzengel gabriel engel des fürstens helft uns das haben die gemacht ihr seid gützendiener der sache oder denny einer hat das gemacht und weiß dass dann passiert ist dann dann hatte richtig ärger bekommen weil dann ist er gekommen das haben mit samuel war es glaube ich na soll sich nehmen das war mit saul und der hat das gemacht und dann kam ja der prophet obwohl er ja gestorben ist also entschlafen hat gesagt was rufst du mich was stört du meinen prägen ich will noch ganz kurz was sagen zu den orthodoxen gehen auf den jetzt auch mal sagen warte bitte geh mal bitte auf deine knie und das meine ich wirklich nicht böse geht bitte auf deine knie wer bist du gott bin ich auf dem weg bin ich errettet bin ich errettet du bist nicht nur immer du bist als christ geboren sondern du musst dich entscheiden ein christ zu werden wie das gibt es das gibt es gar nicht christen geboren ich bin als christ und du musst dich entscheidend ich bitte dich vom ganzen herzen die demütig auf deine knie dann gott widersteht den hochmütigen den demütigen ihnen gibt der gnade denn jeder der sich selbst erhöht der wird erniedrigt werden jeder der sich selbst erniedrigt der wird erhöht werden darum demütige sich und getragen ja frag ihn frag ihn gott bin ich auf dem richtigen weg ist das der wahre weg komme ich so in den himmel offenbare ist mir danke dass du hier warst oder es bringt nichts es ist einfach zeitverschwendung weil da können wir jetzt tausend mit ihnen reden der ist da der muss der muss busse tun ja ja man muss sie langsam an die wahrheit heran führen vor allen dingen schreibt hier rein pavlos warum hast du angst vor abu bergland abu bergland hat mit mir ein gespräch geführt über eine stunde und über eine stunde hat er bewiesen dass er sagt und zeugt das beweis video habe ich mein kanal tiktokanal könnte reingehen und er sagt jesus ist kleiner als der vater und schon hat er sich selber zerstört das war's abu bergland ist schon geschichte warum soll ich jetzt noch mal mit dem reden wenn der wenn der von selber bezeugt dass jesus ein kleinerer gott ist und soll ich noch mit dem reden ein versteckter unitarier färg ist zum beispiel geht ja mit den ganzen orthodoxen live mit diesen abu bergland mit diese ganzen leute das ist dem scheiß egal das ist der aja bitte toni toni komm doch noch mal bitte hoch das wäre sehr gut toni und erzähl doch noch mal was der flex gemacht hat bitte für die ganzen zuschauer hier ich bitte dich toni bitte toni komm mal bitte ganz kurz hoch das ist sehr wichtig damit die zuschauer das von dir höre also erzähl noch mal die komplette geschichte über flex leute nimmt das war auf und als immer toni der erst mal gottes segen gottes segen ja die geschichte ist ganz einfach erzählt ich habe ja nach bruder amir gesucht und ihn dann irgendwann auf tik tok entdeckt und er war keine drei wochen auf tik tok dadurch bin ich auf andere streams auch aufmerksam geworden und dann war ich ein zwei mal in seinem stream habe so paar sachen ausprobiert hier dieses geschenke system da ein bisschen herausgefunden und weil ich damals noch nicht wusste wie man die glocke einstellt habe ich immer immer bruder amir verpasst und war drei vier fünf mal rein im stream und irgendwann hat sich das herausgefunden hatte weil ich dann eben weil ich ja durch bruder amir auf tik tok gekommen bin halt durchgehend bei ihnen im stream und dann schrieb nämlich privat an nur mit dem folgenden satz wie geht sie ja wir müssen unbedingt reden sprechen und dann hatte ich darauf geantwortet was kann ich für dich tun und dann meinte wir müssen telefonieren nummern ausgetauscht rief er mich an und sagte ja ich habe verfolgt dass du in anderen streams bist und dass da nur die also das ist nicht kurzer so weil wir haben knapp 20 minuten telefoniert dass du dass sie da die lehre verbreiten vor allem der kleine also ich konnte mir denken wer mit der kleine meinte mit kleine kannst ruhig die namen sagen ja später später als das gespräch ich sag mal so ein bisschen fortgeschritten war meinte dann auch ja pavlos und ist immer aufgefallen dass die streaming zahlen von amir gesunken sind dass die zuschauer keine lust mehr haben der damals 2000 zuschauer und dass die quasi ja auch das beleidigen beschimpfen in dem sinne keine lust mehr haben lange rede kurzer sinn ich dadurch dass ich noch frischer hatte ich natürlich ich kann weil falls das rekordet wird muss ich auch die wahrheit sagen daraufhin meinte ich zu ihm ja mir schon aufgefallen dass das bei amir so ein ansturm an muslimen ist dass er quasi so die leute nach und nach abfertigen muss weil sonst müssen die anderen zu lange warten im umkehrschluss war mir aber bewusst er rief mich nur an weil es darum ging dass er gesehen hat dass da jemand drei euro in hut geworfen hat und jetzt auf einmal nicht mehr da ist und auf einmal in den anderen streams ist und dort ich sag mal so bewusst sein geld lässt jetzt mal so negativ konnotiert und das war der einzige grund weil von den 800 700 600 zuschauen ist doch klar warum weißt du also theoretisch müsste ja dann 500 leute jeden tag am tag aber wenn es ihm nur um den glaubern nur um den heiligen geist gehen würde müsste ja jeden tag 500 leute anrufen er hat dich angeschrieben weil es um geld geht und da sehen wir ganz klar ok der junge mann der hat die spendierhosen an und sowas lasse ich mir doch nicht hingehen er hat dich angeschrieben und beziehungsweise anrufen wollen und so weiter statt die anderen 700 leute bei amir die aber amir drin sind ja und ein platz ein satz noch dazu natürlich das hat man erst mal abgehakt dann ist ja woche für woche monat für monat vergangen und wenn das wieder thematisiert wurde hat man ja sicher auch gedanklich damit anders beschäftigt weil es ja auch eine zeit dann eben zurück lag und ja man hat sich so gedacht also nachhinein hat man sich so gedacht dass ihn also das ist jetzt nur meine meinung das wird kein vorruf sein aber es wirkte so auf mich dass er euch brüder vor dem bus wirft um quasi nicht wieder zurückzuholen um fünf rosen zu kriegen also ihm war das quasi wer wirkt es auf mich wahnsinn 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 gut ich gehe wieder runter dass er gar nicht dank dir mein bester dass du dass du hier warst gott segne dich schon deine ganze familie danke euch auch gottes segen amen ostblock gottes segen gottes segen nachgedacht ostblock meine freunde also ich denke die ganze zeit nach und bei mir ist es so dass ich weiterhin bibelfester werden muss und ich finde es wirklich sehr sehr schön wie viel ihr euch damit beschäftigt und wie was für eine große eloquenz hier an den tag liegt ich wollte aber kurz reingehen vorhin zum thema mariengebet wo der junge glaube ich ein bisschen überfordert war mit dem ave maria gegrüßt seist du maria wo ich einfach sagen möchte dass das eigentlich nur eine rezitation des lukas evangeliums ist beziehungsweise eine zitation nehmen das ist nicht die rezitation die es ist du bist ja diese katholische richtung na genau ja ja genau er hat eine orthodoxe richtung er hat ein anderes gebet bei euch eine katholische ist sich die rezitation vielleicht der erste satz gegrüßt seist du maria und da kommt die ganze hinzubehörungen ist mit mir aus genau das dann kommt die hinzufügung die nicht mehr mit der bibel konform ist weil da geht es geht dann geht das gebiet doch weiter macht doch mal das gebiet einmal sehr gerne gegrüßt seist maria voller gnade der herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den frauen und gebenedeit ist die frucht deines leibes jesus heilige maria mutter gottes bitte für uns sünder jetzt und in der stunde unseres todes amen siehst du wo steht das der letzte zeit wo steht das in der bibel genau okay ihr kennt wahrscheinlich dieses argument weil ihr habt euch sehr sehr damit befasst aber es geht ja darum dass es eine für bitte ist so wie wenn ich für euch brüder beten würde in einem anliegen wenn ihr zum beispiel irgendein anliegen habt gott behüte krankheit irgendwo und dann fragt ihr mich zum beispiel hey du dominik kannst du bitte für mich mit beten das ist die für bitte in der bibel ist biblisch die für bitte an die brüder und schwestern die hier lebend sind und die so fragen kannst du für mich beten würdest du jemals sagen wir mal du siehst jetzt grise als bruder sagen jetzt mal so ja katholischer bruder er wäre jetzt katholik ob würdest du jetzt jemals sagen begrüßt seist du resa und so weiter würdest du dieses gebet noch aber gegrüßt seist maria ist ja wieder aus der bibel grüßt begrüßt das ist doch eine normale grüßung oder gott segne dich resa gebe mir die kraft und seite gibt es so was wird man so was machen ich würde jetzt nicht resa als voll der gnade zum beispiel bezeichnen wir sind doch alle unter der gnade jesu christi oder hat einer märz wird sie haben wir schon unter 99 prozent der gnade da werden wir verloren das islam weil ein prozent könnte sein dass alle einen in die hölle wirft natürlich natürlich also das ding ist halt ich bin nicht gott um zu zu erklären oder beziehungsweise zu entscheiden wer voller gnade ist weil wir haben unterschiedliche ansichten was die interpretation des der bibel zum beispiel angeht ist kein bibelvers wo man das interpretieren kann nicht einen einzigen teile ich hier sogar in jedem ostblock wie wir die menschen die meine maria anzubeten ich zeige dir jetzt eine bibelstelle wie es immer dort vor diesmal lokas kapitel 11 27 27 sehr gerne genau dies das vor und dann reden wir einmal kurz also nur damit ihr bescheid ist ich lese gerade aus der einheitsübersetzung okay es geschah aber als er das sagte da erhob eine frau aus der menge ihre stimme und riefen zu selig der schoß der dich getragen und die brust die dich gestillt hat das war lukas ja 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 okay einheitsübersetzung ist richtig schoß getragen hat und selig die brüche die du gesogen hast ja richtig hast richtig zitiert würdest du sagen das ist richtig weil das hat ja auch jesus ja bezogen würdest du sagen ja korrekt naja ist so wie wir es ja auch machen die maria verehrung richtig ja dann diesmal ein vers weiter aber erwiderte ja selig sind viel mehr die das wort gottes hören und es befolgen aber ich sehe da den widersatz erwiderte was heißt erwiderte ja jemanden ein ein noch noch etwa eine hinzufügung ne 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 aber erwiderte bedeutet wieder es ist mir wieder das heißt gegen ich will ich nehme deine aussage nicht an ich gebe dir jetzt was anderes was besser ist nicht dass das ist nicht richtig ich stimme dir nicht zu wieder das wort wieder heißt dagegen ist ein anderes wort für gegen er entgegnete also er nahm das wie der bruder schon sagt nicht an sondern da entgegnete sogar mit was anderem was höherem besseren was korrektem glückselig ist der der das wort gottes hört und das bewahrt ja das sind wir wir machen das die katholiken machen das andere aber jesus erwiderte glückselig sind viel mehr die jenigen die das wort gottes und bewahren das heißt wie sie haben wir sie noch glückseliger als maria machen wir jetzt aus bock die leute die maria anbeten entschuldigung sagen wir mal sagen wir mal ehre bei ihr sagt es immer ehre ist kein problem komme ich mal mit euch mit also wir haben jetzt anhand der bibel herausgefunden dieses ehre ist eine falsche richtung aber das was jesus sagt ist schon richtig ist ja klar ist er sie jesus absolut ja gut dann willst du jetzt darauf hören oder willst du noch immer wie oder willst du jetzt jesus er wieder schau mal ich finde es immer schwierig mit einzelnen versen zu argumentieren weil ich hier nicht geht jedoch römer kapitel 1 vers 25 römer kapitel 1 sie vertauschten die wahrheit gottes mit der lüge sie beteten das geschöpf an und verehrten es anstelle des schöpfers gepriesen ist er in ewigkeit amen ja soll ich noch einen kommentar dazu machen oder möchtest du dazu was sagen sag du erst mal okay sehr gerne also sie beteten das geschöpf an und verehrten es anstelle des schöpfers aber wir tun ja nicht maria anstelle des schöpfers verehren wir verehren gott vollkommen verstehst du auf was ich hinaus will wir ehren sie aber es steht im vollen umfang quasi sie vertauschen die wahrheit mit der lüge sie beten das geschöpfern und verehren es anstelle des schöpfers als also ich sag mal was anderes habt ihr nicht sogar ein gottesdienst für maria in der römisch katholische kirche wir haben die das rosenkranz ja das rosenkranz gebet das ist noch mal ein on top bonus wir gehen jetzt auf den gottesdienst ein der 15 august ist ein gottesdienst für maria gemacht oder ja warum machen wir gottesdienst für einen mensch das ist nicht gottesdienst im sinne von es ist ja nur über die bezeichnung des gottesdienstes dass es halt ein raum geschaffen wird wo man maria verehrt aber nicht als dem gott dienen in dem fall das ist eben ein bisschen eine schwierigkeit mit der deutschen sprache ein anderes wort dafür gibt ich gebe meine ehre keinem anderen sagt gott in jesai 42 versagt ja genau aber ein seltschen bruder aber wir aber kein aber doch 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 weil wir nicht die ehre weil wir nicht maria anstelle von gott anbeten ist maria eine mittlerenz wir haben gottes den menschen laut der römisch katholische kirche und dann kommst du auf die ich kenne ich weiß worauf du dann hinaus willst du sag einfach nicht worauf ich weiß dass wir eine mittlerin nein sag einfach ist maria eine mittlerin zwischen gott in dem menschen laut der römisch katholische kirche ihre dogmen ja genau ja erste timotheus kapitel 2 vers 5 lesen danke erster timotheus welcher ist es kapitel 2 kapitel 2 vers 5 ja denn einer ist gott einer auch mittler zwischen gott und menschen der mensch christus jesus also maria ist nicht dabei nein aber der mittler ist ja auch nicht so ist ja auch nicht gemeint immer rosa wie seist du rosa gegrüßt rosa warum bist du so rosa warum stehst du so rosa nein nicht warum stehst du so rosa warum sagst du immer aber rosa aber rosa aber rosa der die ganze zeit aber rosa muss doch aufmachen raus blicken weißt du siehst doch anhand der bibel und anhand dem was die bibel da sagt kannst du nicht anfangen für bitte bei maria zu meinen heilige anzurufen und hast nicht gesehen ich erinnere mich noch damals als ich angefangen habe mit facebook da hat mich ein hat mich ein griechisch orthodoxer angeschrieben und da hat er gesagt aber du hast gar keine ahnung von gebet ich werde dir jetzt zeigen wie die orthodoxe kirche betet und dann hat er mir so ein link geschickt von seinem pfarrer da hat er erst mal angefangen ich glaube zehn minuten einfach erst mal nur die heiligen anzurufen heiliger christophorus wir beten zu dir und bitten dich dass du für uns weiter und weiter und weiter ja genau und dann dachte ich will wo ist denn da gott wo ist der jesus was für christophorus und so johannes christophorus der gegen sogar die orthodoxie spricht das ist auch noch mal lustig das war sehr sehr verstörend mit anzuhören sehr sehr verstörend war der heilige gyros auch dabei amir oder bruder bitte ich weiß es nicht ich habe keine ahnung was die alles heilig nennen und anbeten ich weiß es nicht ich frage ja nur ich habe keine ahnung von diesen sachen ich habe keine ahnung von wort gottes und diese neben sachen habe ich keine ahnung das ist sehr sehr heftig du gesagt dass du gehört habe wo ist denn der jesus der jesus kommt nach heiliger gyros er ist an 100 stelle das ist genau wie bei muslimen wenn man sagt ihr betet diesen stein an da sagen die nein 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 der stein verehren wir aber das ist nicht anbetung dass du verehrung verherrlichen wer du verhörst du auch deine mutter ja ich bete und preise meine mutter ja genau verherrliche meine mutter ausglock jetzt gebe ich dir noch was darf ich ein vers ranbringen kannst du mal bitte hier ob 42 8 aufschlagen was steht denn hier auf 42 8 so nehmt nun sieben jungstiere und sieben wieder geht hin zu meinem knecht job und bringt ein brandopfer für euch da mein knecht job soll für euch für bitte einlegen denn auf ihm nehme ich rücksicht so dass ich euch nichts schlimmes antun denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie ein knecht job das ist das ist ja nichts anderes hat der job gesagt gegrüßt seit meiner kann ich sag jetzt einfach franz ja der hieß jetzt franz der freund gegrüßt seist du franz ich bitte dich um kraft o franz na und sie bitte bete für mich o franz hat job so gemacht oder hab hier einfach normales schönes gebet gemacht und beispielsweise gesagt ja vater ich bitte dich gedenken meine brüder und schwester die leiden dass du die hilfe dass wir ihnen kraft gibt dass du den helfen tust und 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 welchen gebiet hatte er gemacht was denkst du schau mal ich würde das mit sowas beantworten ich bin zum beispiel also da muss ich auch sagen ich bin großer fan von amis arbeit bei der aufklärung über den islam und er sagt auch immer friede und gnade des herrn jesus christus sei auf euch ihr es ist eine gruß formel ja frieden und gnade des herrn jesus christus sei auf euch es ist eine grußformel das steht schon das steht auch in der bibel so hat paulus beispielsweise sogar angefangen zu reden gegrüßt genau das ist mit euch aber das heißt das ist doch eine normale segnung du siegst mich ich siegne dich das ist doch kein gebet nein aber das ist ja quasi ein gruß ein ein das ist der hey jesus christus das ist doch kein mein besser wenn ich sage die gnade des herrn jesus christus sei mit dir ja das ist doch das ist ein 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 guter aber auch eine verehrung an den jesus aber das aber mein bester das ist doch nicht so vergleichen was ja maria macht okay genau aber gegrüßt seist du maria ist ja keine keine kein gebet ist es ein gruß ein hallo eine und was sagst du dazu dass dein eigener papst der papst leo x 111 also leo der dreizeh in 18 18 jahrhundert das war 18 92 oder ein rundschreiben gemacht hat du musst immer bedenken jetzt sprich aus der person der republika hat er direkt so angefangen wir beten maria an so hat angefangen hat er das auf welcher sprache hat er das gesagt hat er das auf na wie heißt die sprache um gott latein das ist wahrscheinlich auch für italienisch gemacht und ja also die sprache des vatikan ist eigentlich latein und alle gelehrten ja dazu ist nicht auf italienisch gemacht weil dann rundschreiben gemacht hat wie beton aber das ist ja genauso übersetzt meint man kann sache nicht übersetzen und da sagt man wie bei den arabischen falsch übersetzt das problem ist dass auch mit arabischen sprache und latein ist eine sehr komplexe sprachen wo es mehrere bedeutungen oft gibt ich gehe oder eine kirche rein ja das war nicht lange her ich gehe in eine kirche rein und ich nehme ein zettel daraus direkt steht da drinnen wir bitte maria um kraft soll man maria um kraft bitten nein das nicht da steht sogar drinnen da steht in ihren briefen drin weil der papst das so sagt der franzisco zum beispiel der fand der papst franz ist das ist ein paar neben benedikt ich glaube benedikt war das ich bin einfach in kirche reingang einfach so random reingehen und dann war da so das hat immer sehr gebet da war so ein zettelchen habe ich den sette vor ein jahr war das habe ich den mitnehmen lassen und ich gucke mir da an da steht direkt der erste satz und zitat von denen die bitte maria um kraft ja das kann ich das kann ich auch nicht nachvollziehen also wenn ja das ist eine kirche wir dürfen nicht was vergessen der mir maria beispielsweise gesagt maria sind frei wo ist die sünden frei das ist etwas mit dem ich auch sehr hartere in der katholischen kirche und darum bist du kein katholik mehr wenn du dagegen bist bist du gegen die dogma und wer gegen die dogma ist es kann dagegen auch mal ist es kein katholik ich weiß ich sage ja auch ich habe damit ich sage nicht dass ich das gänzlich ablehne ich müsste ich müsste mich mit mit der argumentation dessen beschäftigen um was es geht es geht also so viel ich das verstanden habe ging es darum dass maria unbefleckte empfängnis aus der logik sein müsste weil damit der unser herr jesus christus keine erbsünde mit nein jetzt erkläre ich die eine logik der jesus christus ist sündenfrei und nicht mit der erbschaft sünde verbunden aufgrund dessen weil er nicht gezeugt ist wie zwei menschen zeugen ja sondern er ist doch einfach durch das wort einfach entstanden und bedeutet er ist ohne einen geschlechtsakt in die welt gekommen also hat er mit der erbschaft sünde schon deswegen schon nicht mehr zu tun also brauchen wir nicht eine sündenfreie maria diesbezüglich das kapitel 11 46 47 vor da sagt maria selber mein retter so den herr jesus christus mein retter genau genau das 11 welche 46 47 da steht es doch genauso drin also sehen wir dass maria ein retter benötigt der retter ist der herr jesus christus vor was muss sie gerettet sein natürlich für ihre sünden weil jesus christus ein opfer da brachte an die an den tag wo jesus christus hoch aufgefahren ist in johannesevangelium ja ich glaube johannes 18 müsste das sein lass mal kurz überlegen da hat maria ihn ja festhalten wollen und so weiter und hat ja jesus gesagt ich muss das zu meinem vater aufhören damit alles erfüllt wird und da hat die komplett alles erwidert weil sie wollte die noch reiz sohn weiter nehmen aber die ist nicht mehr dass die sich mit dem mutter nichts mehr die muss ihn jetzt als gott ansehen und sich unterordnen noch mal welche du hast ja auch gesehen als als der herr jesus christus von seinem von den leuten gefragt wurde ich war das noch mal die szene als der zu sehr zu maria gesagt hat frau was habe ich mit dir zu schaffen genau wo die maria ein befehl geben wollte und dann hatte gesagt frau was habe ich mit der die sie nie als mutter richtig angesprochen nicht ein einziges mal und die reaktion von maria und die reaktion von maria sieht genau verstanden wer der jesus christus ist hört auf ihn also macht was er sagt macht was ja klar wusste sie wenn sie hat natürlich genau warum sieht denn die maria solche von den orthodoxen anders aus als die maria in der katholischen kirche ja ich werde ein foto von dir aus block also ein mister bien foto nehmen und dann sagen wir kommen alle zu mir guck mal hier ist unser guter ostblock würdest du nicht beleidigt sein der heilige gyrus jetzt jetzt nein jetzt spaß beiseite wenn ich jetzt mister bienen nehmen würde ja ungefähr aus wie du ja da zwei augen ein schnuppert ja kleine zähne im mund so ungefähr ja und ja und dann würde ich sagen das ist der ostblock würdest du nicht sagen moment mal reza was wirst du da ich sehe nicht so aus wie kannst du so vorgehen du kennst mich doch gar nicht wie das ist eine beleidigung ich finde ich finde die karikatur mit mr bienen schon lustig aber guck mal mr bien strahlt ja was aus das ist ja so eine lach oder mein foto ich würde mein foto nehmen und sagen dass du dass du das bist ist das nicht eine beleidigung die gegenüber würdest du nicht sagen das bin ich nicht was erlaubst du dir da sowas zu machen obwohl du nicht weiß wie ich aussehe ich verstehe ich verstehe den punkt auf jeden fall mit den mit den ikonen verehren natürlich ja verstehe ich verstehe den punkt ich weiß nur nicht ob unser herr jetzt beleidigt wäre wenn man an ihnen gedenkt dadurch also maria meine ich mit maria mit maria statuen und bilder jede maria sieht anders aus würde die maria denn nicht erdingens werden also sagen moment mal so sehe ich gar nicht aus jetzt aus der reinen logik raus als mensch zum beispiel würde ich auch nicht wollen dass bilder von mir falsche bilder von mir sind aber in einem historischen kontext zum beispiel wir haben ja auch andere aber es gibt es so ne sagt dem aber resa ich gebe dir jetzt was was richtig klar ist klarer als jedes wasser auf dieser erde ja erste timotheus kapitel 3 1 bis 5 und wenn du gerade so ist wie ich dir was dazu sagen die römisch katholische kirche vertritt den zölibat und du musst den zölibat einhalten das bedeutet kapitel 4 1 bis 5 du musst den zölibat einhalten und das niemand heiraten wenn du natürlich auch eine kirche erleiden möchtest du hast die speisegebote genauso wie jeden freitag wo du auf fleisch verzichten musst wenn du an richtiger katholik bist und jetzt lies mal erste timotheus kapitel 4 1 bis 5 ja der geist aber sagt ausdrücklich in späteren zeiten werden manche vom glauben abfallen sie wenden sie werden sich betrügerischen geistern und den lehren von dämonen zu wenden getäuscht von heuchlerischen lügnern deren gewissen gebrandmarkt ist sie verbieten die heirat und fordern den verzicht auf bestimmte speisen die gott doch dazu geschaffen hat dass die die zum glauben und zur erkenntnis der wahrheit gelangt sind siehst du sie mit dankssagung zu sich nehmen siehst du und was macht die römisch katholische kirche verbietet zu heiraten und verbieten und du denkst das ist bezogen auf die machen wir so ein bisschen einfacher damit du auch den kontext da steht und den bezug auch darauf geben ein kapitel zurück kapitel drei eins bis fünf kapitel drei da siehst du jetzt was muss der bischof dienst machen also muss der bischof man eine frau sein muss er verheiratet sein muss er kinder haben der bischof ist jetzt mal das vor und dann hast du die antwort mein freund er muss nicht verheiratet sein das wort ist glaubwürdig wer das amt eines bischofs anstrebt der strebt nach einer großen aufgabe deshalb soll der bischof untadelig mann einer einzigen frau nüchtern besonnen sein und würdiger haltung gastfreundlich fähig zu lehren er sei kein trinker und kein gewalttätiger mensch sondern rücksichtsvoll er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig er muss seinen eigenen haus gut vorstehen seine kinder in gehorsam und allem anstand erziehen wenn einer seinen eigenen haus nicht vorstehen kann wie soll er für die kirche gottes sorgen was heißt denn in seinem eigenen haus gut vorstehen und wenn sogar noch kindernamen nicht genannt er muss seine kinder christlich erziehen und wenn er es nicht mal da schafft wie wird er dafür die gemeinde gottes also für die kirche sorgen also ist doch ein muss oder ich sehe ich verstehe ich hier das wort kinder wie als die gemeinde der ist verheiratet mit allen menschen da in der gemeinde und an kindern nicht nur um diese tradition beizubehalten ist unfassbar nein langsam bitte langsam aber die letzten zwei sätze die letzten zwei versen aber bitte aus welchem geist nicht aber ich habe das nicht die letzten zwei versen noch mal langsam vor langsam ja er muss seinem eigenen haus gut vorstehen seine kinder in gehorsam und allen anstand erziehen wenn einer seinem eigenen haus nicht vorstehen kann wie soll er für die kirche gottes sorgen so ein eigenes haus differenziert wird osblock du siehst du dass differenziert wird seine eigene familie muss er erstmal sich drum kümmern und wenn er das nicht mal schafft wie will er denn die kirche gottes denn die gemeinde gottes führen du siehst auch das unterschieden wird zwischen seiner familie und der gemeinde ja da muss ich auch sagen ich habe das vorhin falsch verstanden ich habe das jetzt hast du es verstanden ich verstehe das natürlich also du verstehst dass das was die katholische kirche da macht mit zölibat und der priester ist nicht verheiratet und lehrt sowas auch noch verstehst du das ist absolut nicht biblisch ich würde aber auch nicht sagen dass es der bibel widerspricht weil in dem zusammenhang wenn wir bei mir nicht weiter sagt paulus sogar also der heilige geist spricht das sind dämonische lehren wenn man sowas macht du sagst das widerspricht nicht er muss aber du meinst jetzt erwarte ich ließ mal weiter er darf keine neue er darf kein neu bekehrter sein damit er nicht hochmütig wird und dem gericht des teufels verfällt er muss aber auch bei den außenstehenden einen guten ruf haben damit er nicht in üble nachrede kommt und in die falle des teufels gerät das bezieht sich ja gar nicht die antwort nicht finden wenn du ein kapitel sogar weiter liest kapitel 4 1 bis 5 was wir gerade gelesen haben vers 1 gerade in späteren zeiten dämonische lehren kommen die verbieten zu heiraten und die speisen zu genießen genau darauf bezogen ja da haben wir es doch paulus sind die sogar dämonische lehre wie römer 16 17 18 auch sagt sie dienen nicht unseren jesus weil die ein widerspruch zu liefern und du wirst ja sein das ist kein widerspruch zur kirche und zu das wort gott ist die bibel du siehst da gar kein widerspruch besteht du musst kinder haben und man eine frau sein um die christlich zu erziehen und damit du dann da gut vor uns bringen kannst und dann eine gemeinde erziehen kannst also kirche und dort und die kirche sagt nee du musst du lieber machen du siehst ja kann ich ja genau also im umkehrschluss ja was ist wenn ich jetzt nur verheiratet wäre und kein keine kinder hätte dürfte ich dann ein sein amt bekleiden steht zumindest nicht im widerspruch finde ich weil wir schauen noch mal bei vers 2 deshalb soll der bischof untatlich mann einer einzigen frau er darf nicht ehebrecher etc sein aber er muss nicht verheiratet sein das impliziert man besser einheitsübersetzung ist sogar schwach übersetzt da steht tatsächlich muss aber du findest aber anhand der einheitsübersetzung gebe ich dir vers 4 und 5 und dann erkennst du dass es ein muss ist auf kontext basiert mal wie kann denn einer kinder bekommen ohne eine frau zu haben schnappt er sich ja kein kind und sagt dass mein kind oder wenn er kinder hat falls er kinder hat muss er die gehörse egal anstand erziehen nein 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 da steht drin er muss die wenn er kinder hat muss er die erziehen nicht mehr also du hast ja so drauf wenn er hat aber wenn er nicht hat dafür trotzdem leiten stimmt nicht da steht drin er muss die kinder haben und er muss sie erziehen sonst kann er nicht wie die gemeinde gottes und also für die kirche sorgen ok vielleicht vielleicht muss man dann von einer anderen übersetzung das noch mal schauen so wie es hier in der einheitsübersetzung auch die einheitsübersetzung sagt das ganz klar er muss noch mal fest vorstellt mir doch mal ein kommentiert vier und fünf doch mal vor er muss seinem eigenen hausgut vorstehen kommen seine kinder in gehorsam und allen anstand erziehen wenn er kinder hat muss er sie in gehorsam das muss bezieht sich auf gehorsam und allen anstand erziehen nicht aber dass er kinder haben muss das ist nicht wen er zieht er die wand oder nein falls er kennt eine kleine puppe die annabelle heißt oder mein bester wenn er keine kinder hat dann muss er sie natürlich nicht in gehorsam und er steht nicht er muss kinder haben und sie in gehorsam und wenn er keine kinder hat wie will er denn für die gemeinde gottes um weil du dich ja in gehorsam übst mit deinen eigenen kindern sie erziehen muss und es gibt leute die können ihre eigene kinder nicht vernünftig unterordnen wie wollen die denn eine gemeinde gottes führen da kommt ja jeder und macht mit dem was er will mit dem mit dem priester bestehst du das ist das ist das was gott von dem von dem priester verlangt genau dass das er falls er kinder hat sie so gut erzielen muss man da haben das heißt ein verheirateter mann der kein kinder hat der darf nicht eine gemeinde führen warum man wenn er noch nicht mal kinder hat die er in unterordnung hält wie will er dann die gemeinde gottes und der muss geübt sein in unterordnung halten seine kinder seine eigenen kinder so beweist er dass auch im stande ist für ordnung zu sorgen autoritär in einer gemeinde gottes meine freunde noch mal wir machen das noch einmal ließ bitte jetzt vier um fünf langsam noch mal langsamer vor er muss sein dort eigenen hausgut auf den ja er muss sein eigenen hausgut vorstellen dass die antwort seinem haus in maus halt und wenn er nur genau wenn er die fassade streicht wenn er die schön gestrichen hat dann darf eine kirche sorgen das kann doch nicht wahr sein du checkst das doch ja aber ihr checkt es doch auch dass er checkt es und wir checken jetzt auch ja was denn jetzt zwei ihr checkt doch bitte auch dass man dass man aus diesem satz nicht hervorrufen kann dass man kinder haben muss das schiebe ist noch mal vor er muss seinem eigenen hausgut vorstehen wer ist sein eigener haus mein freund wenn du einen haushalt hast wenn du ein haushalt hast und nur mit deiner frau lebt dann hast du doch auch ein haus wo du gut vorstehst oder nicht ja genau ich muss ich muss die küche sauber halten ich muss immer den boden schön kurz und wenn er nicht in den boden putzt dann dafür die kirche nicht sorgen jetzt hast du frau gesagt aber die haben ein zölibat zum beispiel eine kirche die dücken keine frau haben ja interessanterweise weißt weißt du wieso das zölibat eingeführt worden ist ja warum sagt man aus fetterles wirtschaft weil die betrieben worden ist ich glaube es war erst im 13 jahrhundert nagel mich mal sagt er warum sagt jetzt warum weil die ganzen leute ihre ganzes geld und ihre erbschaft an ihre kinder vererbt hat und 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 da haben ein problem die kirche dachte sich nie ich will geld also zölibat das wort gottes die bibel das ist das war jetzt eine argumentation nein ich sage nur dass die traditionen nicht der der bibel widersprechen tue ich sie verarschen nein 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 ich will dich nicht verarschen ich will euch ganz ruhig mein bester ja ganz ruhig hoffentlich mein bester lasst dich nicht verführen jetzt gerade zur wut das ist das ist eine große sünde lasst mich nicht vom im wut verführen hören wir jetzt ganz genau so ja der muss seinen haus gut vorstehen wenn es nicht schafft dann darf er auch die kirche nicht leiten weil das die kirche nicht vor stehen und sorgen kann genau warum hat dann jetzt die römisch katholische kirche eine zölibat um gegen die korruption anzukämpfen die es damals gab was um gegen die korruption anzukämpfen die es damals gab oder nenn es wie du willst weil leute also ist korruption wenn man sein geld seine kinder vererbt korruption ja wenn man kirchliche gelder veruntreut natürlich was ist das ach so dann gehen wir gegen die bibel ich kann doch jetzt auch nicht wenn ich politiker bin vom staat geld nehmen und es an meine kinder vererben das erzählst oder nein es ging darum dass sie eigenes geld was sie verdient haben an die kinder gegeben haben so viel ich weiß aber danach will mich jetzt auch nicht weißt du viel ich weiß ging es um kirchliches geld so uns der steht dort drin er muss die kinder und die frau christlich erziehen ja du hast keine kinder das ist weißt du was ich meine erst steht nicht dass der kinder haben muss wenn er auch hier auch hier machen wir jetzt machen das machen das muss ja eine frau haben nein er muss aber auch wenn eine frau hat darf er nicht eine römisch katholische kirche als priester oder als bischof anstehen genau ja aber wie gesagt du musst eine frau haben warum risa bitte mach du bitte ist verhärtet leider ja danke dass du hier warst ich wünsche dir einen schönen tag noch wiedersehen ja das ist schon grauenhaft das ist wirklich traurig wie verhärtet er hat den vers vor sich dass ein ein priester oder ein gemeinde ältester egal wie du das nennst ein bischof verheiratet sein muss kinder haben muss weil wenn er keine kinder hat wenn er da drin sich schon nicht bewiesen hat als guter führer seines eigenen hauses hauses wenn er sich schon da nicht bewährt hat wie will er dann die gemeinde gottes führen also versteht ihr noch nicht einmal ein verheirateter bruder der keine kinder hat er darf eine gemeinde nicht führen er muss kinder haben und sogar sich darin bewährt haben weil was wäre wenn der verheiratete bruder auch kinder hat aber die kinder machen was sie wollen die springen auf seinen kopf rum darf er darf er eine gemeinde führen wie wird er dann für die gemeinde sorgen verstehst du das ist das ist dreifache bedingung um eine gemeinde zu sorgen und die katholiken erfüllen noch nicht mal die erste bedingung nicht mal eine der also der priester im katholizismus darf noch nicht mal verheiratet sein also genau das entgegengesetzte gebot was in der bibel steht das ist katholiken sind einer antichristlichen lehre unterworfen und deswegen erste katholik kapitel 4 in späteren zeiten werden diese menschen dämonischen lehren anhängen das heißt diese dämonen lehren das gegenteil weil sie anti gott sind diese dämonen lehren sie das gegenteil was das wort gottes lehrt und so kommt es dass viele bischöfe und kardinele und so weiter an kinder ran gehen weil sie natürlich diese bedürfnisse haben die sexuelle bedürfnisse und die können das nicht ausleben in der ehe weil das sind verboten ist also gehen die an jeden ran der in ihrer nähe ist sagen zum beispiel auch so freuen sich die dämonen was sagen bei dem usa was sagst du zu vergewaltigen frauen denn mein bester du kannst das mal kurz warten stumper geht oder denn die bitte keine manieren also ihr habt keine manieren ich komme gleich zu deiner orthodoxie keine sorge du kriegst schon gleich dein ticket bitte wurde denn ganz ehrlich ich raus also auf jeden fall wenn ich das schon sehe dass orthodoxen die priester da diese waffen dane mit segnen mit weiwasser ja wasser und die freuen sich ja auch zum beispiel da gibt es ja auch viele die sich darüber freuen die finden das sehr gut weiß ich jetzt nicht aber es gibt einige die finden das sogar sehr gut zum beispiel mit den abo der bei uns in der gruppe ist der abo abo ich hole dich mal bitte hoch weil du hast ja die ganze nee 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 das ist dieser christian david den hole ich den den schmeiße ich raus weil wenn ich den jetzt hoch holen er lande ich in der ehrenanstalt dieser abo der hat ja mal ein orthodoxen gefragt und dann hat der orthodox gesagt was meint dass das dieser orthodox hat gesagt ich würde euch freikirchler alle nackentherapie machen der orthodoxen hat das gesagt ja ich würde mit euch freikirchler alle wenn wir an der macht wären wie damals und wie die macht hätten dann würden wir alle euch ja wir wissen ja was die finger ist sind ich weiß es ja die katholiken genau so docks der jetzt hier eben oben war ich weiß nicht was möchte ich kann sie wieder rein tun ist kein problem jetzt können wir reden richtig so richtig wir kommen bald nach deutschland wir kommen bald nach deutschland die ukraine ist schon am ende wir kommen nach deutschland und dann werdet ihr sehen was ihr mit euren zungen die ganze zeit sagt da haben sie den orthodoxen und ich weiß dass du dass du in hamburg lebst mein lieber du wirst dich dafür rechtfertigen was du gegen uns katholiken leute da 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 sind muslime in christen gewandt das war die verbreitigung von den frauen diese aufnahme von die resa ne was denn was nicht warte ganz kurz okay okay und jetzt machen wir nicht umbringen du willst du umbringen ist doch kein problem das ist ja sehen wir da sehen wir dass sie nicht unseren jesus sind ihr dient den teufel ihr habt den teufel als krasser und der war ein mörder das sind ja dämonen runter ihr sagt sogar dass vergewaltige frauen selber schuld haben wenn sie vergewaltigt sind es gibt sogar aufnahmen von euch wo resa ganz klar gesagt hat dass sie eure da waren gerade gedroht die zuschauer haben es doch gerade gehört du hast gerade gedroht was machte willkommen und die kreuzügel machen kreuzügel du willst die nackentherapieren obwohl wir den vierten kreuzügel machen du willst die nackentherapieren mein bester du willst dein eigener weg macht das leben ja aber amir der geist der in den steckt der geist weißt du was der kann der kann höchstens meine langen fingernägel und fuß abschneiden ja aber hier geht es darum was die orthodoxen für den geist haben meine eier mein bester warum warum was meinst du gerade gesagt angst du ist thiöpär Aber zu Konträrwanderung... Das ist ja voll gerne... Warte, was ist mit dem Mustafa? Was hat der denn gesagt? Das habe ich nicht vergessen... Ligigigigigig... Patient... Du bist wie gewiss. Du bist am Schlafen, dann kommt der mit Kiffen drohen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Geht, nein, Gehdi... Jetzt zu deiner Frage, was mit der FAIR geht... Ich kann das nennen... Du hast beleidigt... Du willst die Antortüren, dann lass mal Bruder Reza reden, dann hat man diesen Respekt, hat man diesen Anstatt und das den Reden ist. Warte, weißt du, was das Traugige ist? Diese ganzen Kontrohungen. Respecken sich vor den Muslimen, weil sie Angst haben vor den Muslimen. Deswegen zeigt es dir auch, wie leid, wie arm ihr war, mit seinem Gesicht. Bruder, streitet nicht über Moslem, Chris. Es ist der Zionist, der hat euch beide benutzt. Beide Religionen sind von Zionisten. Christusbewusstsein ist keine Religion, es ist ein Zustand. Bitte warte, bitte warte. Auf Wiedersehen. Ihr seid doch beide in der Falle, ihr labert hier euch gegenseitig, das ist doch der Plan der Zionisten. Ja, Reza, weißt du, wer das ist? Das ist ein Schauspieler, der war fünf Jahre im Fernsehen. Hä? Ehrlich? Sechs Jahre im Fernsehen war er. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jesus, geht's doch. Du kannst eine Kamera anmachen, sechs Jahre war er im Fernsehen. Bruder, was ist das Thema erstmal? Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das Thema. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das Thema. Bruder, reden wir, kleine Kinder, sag mal, was das Thema ist und dann können wir weiterreden. Ja, mach ein Thema auch. Der Thema, da steht doch, deutsche Kinderkonvention, ja, dem gebe ich recht, aber der CNL steckt dahinter. Warum laufen die Christen mit der IAL-Fahne rum? Ihr wisst schon, ich will den Namen nicht... Warum? Ich verstehe das nicht. Also, beide dienen dem, guck mal, dem Saturn-Gott. Der Saturn-Gott ist Satan. Wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht, dann könnt ihr lange streiten. Entschuldigung. Ja, aber der Saturn wird doch von den Muslimen verehrt, dieser schwarze Stein. Aber Bruder, wenn du das, wenn du das Kreuz zusammenfaltest, das Kreuz, hast du einen Cube. Ja, und was verehrt ihr im Mekka? Was steht da? Ich bin kein Problem. Ich bin Jesiden. Ich bin vor euch da gewesen. Vor allem. Nein, natürlich nicht. Stimmt, Jesiden waren vor Adam und Eva, vor uns. Nein, 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 warte mal, die Geschichte beruht auf 12.000 Jahre, laut Sachen, die in der Türkei, in Mesopotamien gefunden worden sind. Und was sagt die Bibel? 6.000 Jahre, ne? Ja, genau. Ja, dann stimmt sie nicht. Ne, Mustafa, gib mir die Diktatierung und die Quelle, bitte. Quelle, hör auf. Quelle, hör auf. Ja, siehst du, wenn es um Kreuz geht, ist es ein bisschen schwer, ne? Du hast dich angestellt, gerade wie ein, ey, zeig mal Quelle, dass wir an der Impfung sterben. So hört sich das an, Alter. An der Impfung sterben? Hör doch auf. Zeig mal Quelle. Bruder, Wissenschaft hat gesagt, wir haben. Otto, Quelle, Kataloge. Ich danke euch. Egal. Der Deutsche soll ausgelöst werden. Was geht, Bruder? Es geht um die Verfassung, 18 und 19 was, weil die Person und der Mensch sind zwei Paar Schuhe, was hier der Personenkult hier von der römisch-katholischen Kirche aufgebaut worden ist, soll, naja, der Mensch, der Deutsche ist der Letzte, der den Schlüssel hat zum Menschsein zurückzukehren und die Welt ist hier im Ersten Weltkrieg noch. Und der kann ihn beenden. Das würde Frieden bedeuten. Lass mal bitte den Entlarv-TV reden. Entlarv-TV. Ich hab' aber nicht geredet, Bruder. Ich hab' nicht geredet, der ist so warte. Bruder, Reza, weißt du, wer das ist? Nee. Dabei geht's im SZ fünf Jahre lang, ne? Ja, ja, der hat bestimmt auch schon unterschrieben mit dem Blut. Ja, ja, weißt du, was der uns erzählt hat? Ja, ja, ihr seid bezahlte Leute, glaub' ich. Reza, Reza, ich geh' euch nicht. Ich hab' eure Maut. Sei ruhig, Mann. Der meinte, der ist da ausgestiegen aus diesem Filmgeschäft, weil er herausgefunden hat, dass seine Kollegen da gewisse Symbolik machen und gewisse Rituale mit kleinen Küken. Und dann ist er ausgestiegen und macht jetzt eine Wahrheitsbewegung. Ah, was kannst du uns denn erzählen? Welche Kollegen sind das? Nimm die mal, nimm die mal die Namen. Welche Kollegen waren das denn mit kleinen Kindern? Der ist auch selber befreundet sogar mit den Kollegen. Ah, guck mal, das ist auch aus. Der ist sogar befreundet mit dem, der ist, äh, dieser heftigste, gute, schlechte Zeitens da, der hat sogar mit Chindia ein Video gemacht. Ich weiß nicht, wie der heißt, der ist ein richtiger, der ist ein Deutscher. Nee, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Der hat auch, der Top, Reza, das ist ein Topstar in Deutschland, den kennt viele. Der ist, ich glaub' sogar auch schon so, wie David Otega. Der ist wie David Otega. Der ist wie David Otega. Der ist da, aber wenn er fünf Jahre bei IC ist, gssz, gssz war gute Zeitenscheibe. Gssz war gute Zeiten, schlechte Zeit. Kette, diesen Song, dieses gute Zeiten, schlechte. Ja, das sind die Leute. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das hat ja damals ganz Deutschland geschaut, ne? Das war heftig damals. Ja, damals war das ein Hype-Sendung. Ich habe mir nicht angeschaut, aber die Deutschen. Er hat auch Lieder gemacht. Ah, der hat sogar ein Album mit denen gemacht, mit Alpagan. Ja, das ist sogar heftig, ja. Da ist er in diesen Kreisen drin. Ja. Aber weißt du, was der Sankt oder Riesabu, wie wir das aufgedeckt haben damals, der sagt so einfach, wir sind von der Regierung bezahlt. Besuchen ihn, sagt er. Aber er weiß, was der gesagt hat, der hat selber sogar bezeugt, der ist dämonisch besessen, hat er gesagt, und der braucht Hilfe. Und er weiß nicht, wie er da wegkommt. Ich habe gesagt, nur die Wiedergeburt rettet, aber... Nein, er hat schon unterschrieben, um in diesen Kreisen mitzumischen. Es ist vorbei. Der denkt, er kann raus, aber er kann nicht raus. Nein, nein, nein. Der ist vorbei mit ihm. Und der besitzt ja die Nummer, der sagt schon mal, der sagt ihm, dass Jesus Christus und so weiter, der sagt, das ist der Satan letztendlich. Der sagt auch, die Bibel, das Wort Tal, und deswegen Satan. Ich so, hey, wie hat er da zusammengereimt? Ja, ja, der kämpft jetzt gegen das Wort Gottes und gegen den Herrn. Bruder, der hat doch... Bruder, der hat doch... Bruder, 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 Bruder. Warte mal, wer will denn hier hoch? So. André, du hattest noch was an, Bruder? Nein, nein, alles gut. Gut, dass du direkt hochgekommen bist, André. Ja, Bruder Paulus hat mich eingeladen. Weißt du, wie viele, der jetzt schon entlarvt hat, der Entlarvt-TV? Deswegen nennt er sich auch Entlarvt-TV, weil er sehr viel entlarvt hat. Das ist der Doktor der Entlarvungstheorie. Er ist die Technologie. Der hat nicht die Leute entlarvt, der hat sie versklavt. Er ist entlarvt und hat versklavt. Bruder, Bruder, Reza, der Orthodox hat doch mir gedroht, oder nicht, ne? Ja, ja, klar. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Wo mein Haus ist? Wo mein Haus wohnt. Oder dein Haus. Ja, der hat gesagt, ich weiß, wo du in Hamburg wohnst. Und der hat gesagt, warte, wenn wir kommen. Ja. Ja, ist doch kein Problem. Wenn du den Stream beendest, bitte den Stream speichern. Genau diese schöne Stelle nehmen und schon veröffentlicht und zeigen, was die Orthodoxen sind. Und dann zeigst du... Und speichern das, Bruder Danny. Nimm dir diese Zeit. Ja, ja. Weil schön die Leuten zeigen, dass die Orthodoxen eigentlich wie die Muslime sind. Ja. Nur voller Hass. Ja. Nochmal zu dieser Geschichte mit dem Verge, was er mir vorgeworfen hat, wo ich darüber gesprochen habe. Wenn man weiß, dass eben Gott die schlimmste Art von Züchtigungen über einen Menschen bringen kann, ob jetzt ein Mann oder eine Frau, um ihn zu bestrafen. Das sieht man im Alten Testament. Zum Beispiel hat man das in Hosea oder in Hosea Kapitel 13, wo es steht, Sekunde, ich lese das mal kurz. Hosea 13, Abvers 17. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben. Und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen, also über schwangere Frauen und Babys. Und kein Mitleid an den Kindern haben. So wird Babel, die Zierde, der Königreiche, der Ruhm und der stolze Kaldäer umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Ja? Das ist zum Beispiel eine Stelle, wo Gott sagt, ich werde die erwecken und dann werden diese Leute solche Sachen mit euch machen. Mit den Frauen. Aber weil sie eben die Bibel nicht lesen, sondern sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Maria-Statuen anzufertigen. Und zu lutschen und zu küssen, weil die lutschen auch Maria-Statuen. Genau. Den ganzen Tag Maria-Statuen anzufertigen, wissen sie nicht, was Gott in der Bibel sagt. Und das ist das Problem. Und was ist das denn? Mit anderen Worten, meine Lieben, dass ihr es alle versteht, ja, der Herr hat eine Schütze in der Hand über einen Menschen. Aber wenn der meint, natürlich gewisse Sachen zu machen, kann der Herr die Schütze in der Hand weglassen. Und dann kann alles mögliche in dem passieren. Das Schrecklichste überhaupt kann dann passieren, weil der Herr die Schütze in der Hand weglässt. So einfach ist das. Wenn du ein Problem damit hast, hat dein Problem mit Gott fertig. Genau. Und weiterhin, hier sei er 13, und ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschenkt, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändigt. Ja, ich will das nicht, also ganz, sonst kann das streamen. Sagt der Herr. Ja, als Sucht, als Bestrafung lässt der Herr das zu. Und weil sie eben den Gott der Bibel nicht kennen, sondern sie ihren eigenen Gott gebastelt haben, kapieren sie nicht, wenn etwas auf der Erde geschieht, was Schlimmes, dann denken die, ja, das war Zufall. Ein Beispiel. Einer schreit jetzt auch ein kleines Mädchen, machen wir sogar noch besser, ein Baby fast, ein ganz kleines Kind. Gott, also der David, Prophet David, hat sich gegen Gott versündigt. Was hat Gott gemacht? Gott hat gesagt, ich werde jetzt dein Leben und dein Leben deines Kindes verlangen. Also er hat, Gott hat im Gericht gesprochen, dass sie sterben werden. Kind und David, weil David eine große Sünde gemacht hat. Ja, also David jetzt nicht, David wurde ja begnadigt, der durfte ja weiterleben, aber das Baby halt von ihm. Ja, genau. Und dann hat David ja richtig bereut und hat der Herr ja gesagt, okay, ich verschwore nicht, aber das Kind, aber das Leben deines Kindes nehme ich trotzdem, damit du die Strafe, die Züchtigung bekommst. Zucht nennt sich das. Und Gott hat die Möglichkeit, Leben zu nehmen und Leben zu geben, weil er ist Gott. Und dann hat er zuge, dann hat Gott die Schüssehands weggemacht und so wurde das Kind sehr schwer krank und ist durch die Krankheit dann gestorben. Und David hat gesagt, was geschehen ist, ist geschehen und kann ich nicht ungeschehen machen. Und jetzt muss ich weitermachen. Genau, das war Züchtigung für den David. Das heißt, Gott hat eben das Erstgeborene, also diesen Erstgeborenen von David, Gete, damit David eine Lektion erfährt, was es bedeutet, solche schwere, bösartige Sünden zu begehen. Und der Herr kann sowas machen als Züchtigung. Das war ein Beispiel von vielen anderen Beispielen. Man muss sich die Perspektive anschauen, warum, weshalb alles passiert ist. Beispielsweise, wenn unsere Brüder und Schwestern, gedenkt an unsere Brüder und Schwestern, die in anderen Ländern sind, so, die Scharia herrscht da jetzt plötzlich. So, das Land war gottlos, der Herr hat zugelassen, dass dann eine gottlose, also ein richtig radikaler Staat dann kommen wird, weil Römer 13, der Staat hat letztendlich Gott immer ausgewählt und dann hat Gott dann die Scharia da letztendlich zugelassen und dann passieren doch ganz schreckliche Dinge. Du weißt doch, ihr wisst alle, was die Scharia macht mit uns. An Kinder, an Frauen, an Männer, an jeden gerichtet. Da ist ja keiner verschont. Das liegt daran, dass der Herr, wenn der sagt, ich tue meine Schütze in der Hand weg, dann wird für nichts mehr garantiert. Da kann alles passieren. Ja, genau. Also Gott hat verschiedene Möglichkeiten in seinen Händen, jemanden zu züchtigen, jemanden zu bestrafen. Und die schwerste Strafe oder Züchtigung ist eben der Tod. Das ist dann die höchste Züchtigung oder Strafe. Züchtigung, insofern, dass er eventuell, also der jetzt nicht mehr daraus lernen kann, weil er der Tod eingetreten ist. Aber das ist die höchste Form der Strafe, wenn ein Mensch eben in Ungnade gefallen ist bei Gott. Und das betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Das betrifft sowohl ein Baby als auch einen Greis von 95 Jahren. Kein Mensch ist vor der Strafe Gottes gefallen, weil alle Sünder und jetzt ein Baby, natürlich ist kein Sünder, aber Gott kann auch so ein Baby von der Erde nehmen. Er rettet ist er ja und er rettet ist es ja, aber er kann durch dieses eben andere Leute eine Lehre erteilen. Ja, genau. Das ist das Problem, Bruder Reza, die lesen alle das Alte Testament, geschweige das Neue. Das Neue spricht ja auch noch davon, aber die lesen nicht. Wenn die Korinther beispielsweise lesen würden, wissen die sofort, dass der Herr eine Zucht sprechen kann, mit gewaltiger Form sogar auch noch. Ja, ja, klar. In 1. Korinther 11 sehen wir ja, dass eben Apostel Paulus sagt, einige von euch sind schon tot, einige von euch sind schwer krank, weil ihr das Abendmahl in unwürdiger Art und Weise genommen habt. Also Gott hat sogar Todesstrafe gegeben, den Korinther 11. Manche Geschwister wurden dann mit dem Tode bestraft. Und, Bruder Reza, dann gibt es noch eine andere Art, statt noch eine Züchtung. Dann gibt es noch die Art, jemand auf die Probe stellt. Würdest du auch zu mir halten, wenn es dir auch schlecht geht, wie in guten oder in schlechten Zeiten sollst du ja zu uns sein, wie in Hiob beispielsweise. Und dann daher kann dann sagen, ich will jetzt die schütze eine Hand jetzt weg und ich will jetzt wissen, ob du in die schlimmsten Situationen deines Lebens, die schrecklichsten Situationen, Vergewaltigung ist eine der heftigsten, sogar, ne, Tod, noch heftiger und, und, und. Und dann wird der Herr sagen, ja, du willst doch da zu mir stehen, wenn sogar das alles mit dir passiert, aber er wird nicht so viel zulassen, was du selber nicht ertragen kannst. Immer an der Grenze, nicht über der Grenze. Den Gedenk doch an einen Hiob. Ja, also jetzt schreibt hier einer im Chat, warum, also der Orthodoxe schreibt hier im Chat, warum wir aggressiv sind zu den Orthodoxen. Das muss man sich umgarten. Achso, einer, der sagt wieso, unser Kopf soll gesehen rollen. Na? Ja, das ist unfassbar. Ja, aber erwarte, wir müssen die Ungerechtigkeit ertragen, Bruder Rese. Ja, 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 nein, ich sag nur, wir müssen diese Ungerechtigkeit ertragen. Das ist halt nun mal so. Ich weiß, man will am liebsten Auge um Auge, aber nein, 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 wir müssen ertragen. Ja, genau. An der Orthodoxen, guck mal, an den Orthodoxen will ich was sagen, die Sekir, wie er da heißt, ja. Möge der Herr dir vergeben, möge der Herr dich segnen, möge der Herr dich wirklich, also möge der Herr wirklich noch geduldig mit dir sein und dich ziehen zu den Herrn Jesus Christus und wir werden für dich. Ich hol mal den Abo hoch, Abo nimm mal bitte an. Überall Abos, ich krieg schon langsam Paranoia. Ja, das ist der aus unserer Gruppe. Ach so, okay, aber auch Abo, Wahnsinn. Abos und Ibus. An der ganzen Chat habt ihr aber jetzt verstanden mit der Zucht und mit auf Probestellung. Schreibt mal ja oder nein. Damit die Leute es dann, damit wir einmal sehen, ob ihr es auch verstanden habt eigentlich. Was das bedeutet, schützende Hand drüber halten und schützende Hand wegzulassen. Die haben Resas Worte einfach verdreht. Die haben einfach gesagt so, Resa befürwortet sowas und das stimmt gar nicht. Resa hat nur gesagt, wenn Gott süchtig, dann süchtig. Oder Resa, oder Resa, du hast ja gewarnt von Lothar Gassmann, da macht der Trinity TV ein Video und sagt, wie kannst du es wagen, den Lothar Gassmann. Und dann auf einmal kommen Juras Leute von der Potsheimer Gemeinde da, verflucht soll zu sein. Und dann, weißt du was, da hat dieser Heuchler, da hat dieser Judas nicht einmal was gesagt. Natürlich nicht. Da hat er nicht einmal, weißt du warum? Ich sag dir warum. Weil sie dich alle hassen, steigt er mit aufs Boot. Weil dann kriegt er auch noch was schön ab. Er will ja auch was vom Kuchen abhaben. Weil wenn er jetzt auf einmal gegen andere schießt, dann wenden sie sich gegen ihn. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Deswegen. Ja, ja, klar. Ja, Bruder Rieser. Er hat ein persönliches Problem mit dir, der hasst dich persönlich. Damals der Trinity TV, der hat ja die ganze Zeit ununterbrochen nur gegen dich geschossen. Nur gegen dich damals. Der, der richtig... Ja, jetzt ist ein Dämon halt. Ja. Der Feind meines Feindes oder Reza. Warte, Christli. Abo? Ja, bitte. Also Abo ist mein Name. Also Abo ist mein Spitzname. Gottes Segen. Abo. Kannst du das einmal erzählen, wo du mit diesen orthodox geredet hast? Wo er... Du weißt doch, das ist schon ein bisschen länger her. Da hat er doch zu dir gesagt, am liebsten würde ich die ganzen Freikirchler alle... Was hat er gesagt? Hallo? Ja, was soll ich... Na, für die Zuschauer. Bitte für die Zuschauer. Wir sagen... Wie bitte? Ich hab die. Nee, den versteht man nicht. Der hat keinen guten Empfang oder so. Hör mal. Der redet, aber es kommt nichts drüber. Ich hör nichts. Ja, der hat sehr oft schlecht den Empfang. Sehr, sehr oft. Ja. So, okay. Oder, Reza, kannst du das... Es haben ein paar Leute geschrieben, nein, nicht alles. Die haben das nicht ganz verstanden, manche Leute. Kannst du ihnen ein anderes Beispiel geben, damit die es verstehen? Was Zucht ist, was Probe ist? Gott hat ja das Leben aller Menschen in seiner Hand. Und er entscheidet, ob ein Mensch als Baby in den Tod geht oder als 5-Jähriger, als 20-Jähriger, als 40-Jähriger, als 90-Jähriger oder als 120-Jähriger. Gott entscheidet, wann ein Mensch geht und durch welche Todesart. Und diese Todesart oder beziehungsweise diese Strafe, nämlich die Todesstrafe, benutzt der Herr als letzte Mittel, wenn seine Gnade für jemanden abgelaufen ist, um zum Beispiel einen anderen Menschen durch diese Todesstrafe eine Lektion zu erteilen. Und nicht nur der Tod, sondern schwerste Gewaltverbrechen benutzt der Herr, um einen Menschen zu züchtigen, um ihn von einer schlechten, von einem schlimmen Weg abzubringen oder um ihn zu, um ihn bescheiden zu machen, um ihn von der Hochmut runterzubringen, damit er es leichter hat, den Weg des Herrn zu gehen. Ja, und da sehen wir im Alten Testament, dass der Herr eben Völker gewählt hat, die eben Israel angreifen sollten, weil Israel dann abgefallen ist und Götzendienst betrieben hat. So hat der Herr eben andere Völker geholt, die eben die Frauen, die israelitischen Frauen, ja, geschändet und die Männer getötet haben. Und das sagt der Herr ja auch. Deswegen werde ich jetzt die Meda erwecken gegen euch, die eure Frauen das und das antun werden und euch sozusagen in die Sklaverei führen werden und so weiter und so fort. Jetzt so Babel zum Beispiel, ja. Ja, und das ist das Problem und die Menschen verstehen nicht, dass wenn ein Gewaltakt da draußen passiert, ja, eine Vergewaltigung oder was weiß ich, was ist da draußen für Sachen passieren, dass der Herr dieses Böse benutzt, dass er das erlaubt, dem Teufel solche Sachen zu tun, weil er eben den Menschen eine Lektion erteilen will. Und manchmal lernt der Mensch eben nur aus diesen schmerzlichsten Lektionen. Es gibt Dickköpfe, die kannst du nicht mit einfach bitte lass es sein, ja, davon abzubringen, von seinem Vorhaben. Der wird nicht darauf hören. So einen Dickschädel, da muss man schon ein bisschen anders behandeln. Und Gott weiß, wie man einen Dickschädel wiegt. und zwar mit den härtesten Maßnahmen. Bruder Pablos, möchtest du einen Stream machen, weil ich beende erstmal den Stream. Ja, eine gute Sache jetzt, weil ich gehe jetzt essen. Der Bruder Amir kann das. Bruder Bruder Amir, machst du einen Stream? Amir ist schon am Schlafen. Abi Amir ist am Schlafen. Ja, komm, da mache ich einen Stream. Ich zeige gleich dann mein Gesicht. Dann kann ich den so anmachen, wenigstens. Oder Rese, wenn du dann kommst und so, dann zeige ich gleich mein Gesicht. Ich kann ja mitreden. Wenn ich dann fertig gehe, gestern kann ich mich dann zeigen. Ja. Wie ihr wollt. Das Amir live geht. Ja, gleich jetzt weiß ich, kein Problem. Nur da mache ich ein Bild rein, kann mein Thema ansprechen, ist für mich gar kein Problem. Ich kann mitreden, nur ich kann mein Gesicht gleich erst zeigen. Die anderen haben es jetzt auch nicht verstanden jetzt, was Probe und Sucht ist. Bedeutet, entweder, es gibt keine Mitte, es gibt keine Zufälle, irgendwas. Entweder du wirst gezüchtigt oder entweder du wirst auf Probe gestellt. Eins von beiden. Möge ich so beten und der Herr wird es dir sagen. Jetzt sind schon mal da, versteht du kurz. Ja, da mache ich jetzt das Team an. Dann folgen wir jetzt alle. Dann mache ich jetzt einen an. Bis gleich. Auf jeden Fall an die 300 Zuschauer. Nehmt den Herrn Jesus Christus an. Werdet von neu geboren. Religion rettet nicht. Nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Verlasse die Kirche. Denn Kirche kommt nicht von Gott. Kirche ist Museum. Guckt euch die Kirchen an. Schaut euch die Zustände an. Schaut euch mal an, was die katholische Kirche gemacht hat. Die orthodoxische Kirche oder auch die groß evangelische Kirche. Es geht nicht um das Wort Gottes. Es geht eigentlich nur um die Bereicherung, Tradition und auch ihre Religionen und was sie da hinzugefügt haben. Das hat mit Gott überhaupt gar nichts zu tun. Lest die Bibel. Werdet von neu geboren, wie es in Johannes 3, Vers 3 geschrieben steht. Ihr müsst auf eure Knie gehen, euch demütigen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Wer sucht, der findet. So. Dann geht alle bei Pavlos rein. Danke erstmal, dass ihr alle hier wart. Danke an alle, die gefolgt sind. Gottes Segen, Bruder Reza und Amir und Bruder André. So Gott will komme ich vielleicht später nochmal. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich habe nur eine Frage. Ich wollte nur wissen, wie dieser Hadith heißt, wo der Morbeter von Schwarzen geritten wird. Den suche ich schon die ganze Zeit. Das kostet dich 4,99 Euro. Das kostet dich heute im Sonderangebot. Eigentlich 19,99 Euro. Du bist einfach geritten. Das sind Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399. Sag mal nochmal bitte. Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399. Ach so, danke sehr. Ihr könnt ja mich wieder rauspressen. Gottes Segen. Du bist einfach geritten. Das kannst du keine erzählen, Bruder Reza. Afrikaner reiten den Mohamed heftig, ne? Das kannst du keine. Ich will immer gerne wissen, was man sehr krass hat. Alles, Edina oder Abul Baram. Reza, stell dir mal vor, was die uns übermitteln über Mohamed. Dass der Mohamed sowas getan hat. Stell dir mal vor, die Leute würden uns, das sind ja Leute, die ihn lieben, die uns sowas über ihn erzählen. Was ist da mit den Feinden von ihm? Ja, das ist schon heftig. Das ist brutal. Ja, das ist heftig, ey. Wenn das die Leute sind, die ihn lieben und sowas über ihn übermitteln. Was ist da mit denen, die ihn hassen? Was kommt denn dann da raus? Ja, das ist Hardcore. Das ist ja wirklich Hardcore, ey. Bruder, Amir, ich habe doch ein Video gemacht, na? Mit diesem Anas Islam. Das hat schon 18.000, 19.000 erreicht. Mal schauen, ob er reagiert darauf. Weil du möchtest auch gerne eigentlich mit Christen debattieren. Der ist auch so ein Typ, Mensch oder nicht? Der sucht auch sogar anzuhören. Mit dir, du kannst ihm gefährlich werden. Die hat er keine Lust. Ich hatte sogar extra deinen Namen sogar noch nicht mal erwähnt. Damit er wenig Angst hat. Extra noch so gemacht, damit er auf jeden Fall kommt. Du hast aber diese Zeigefinger gemacht. Die Leute haben die markiert. Taliban Zeigefinger gemacht. So, jetzt kommt der Watte. Da steht er an. Jetzt kommen wir Watte. Aber warte, warte. Wir haben doch hier Bruder, Bruder Riese. Wir haben doch einen Ehrenkass, der uns alle bedroht hat. Der Kir. Sag doch, was weiß ich, so weiß ich kann nichts lesen. Die Otto, durchsie euch bedrohte. Komm doch mal hoch, mein lieber Kirai. Dann kannst du uns doch einmal sagen, was du uns davor gesagt hast. Dass du uns die Zunge, ne? Dann zu einem mal hochkommen. Wahnsinn. Möge der ihm vergeben. Gott mit Sinn, Christliche Dawa, was liegt dir auf den Herzen? Ja, Gott ist so. Mann. Gott ist so. Was habe ich mit Zungen gesagt? Mein bester, Kirai. Geh da auf, ey. Was hast du gerade? Wiederhole doch mal gerne, wiederhole doch mal gerne, was du gesagt hast, mein Bruder Dennis Teams. wiederhole es doch mal. Wir hören alles zu. Ich wiederhole es. Im Sarkasmus, ja? Nein, nicht im Sarkasmus. Nein, nein, nein. Schöne Ernsthaftigkeit. Wiederhole es. Ja, das ist auch ernst. Also, das ist Sarkasmus? Nein, 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 nein. Du brauchst nicht so, nein, nein, nein. Du brauchst nicht so, ob ich mit den Dingen irgendwas mache. Das ist, nein. Ich habe dich jetzt gestohlen. Deine Ernsthaftigkeit. Zeig mit Ernsthaftigkeit, was du mir gesagt hast. Bitteschön. Ich habe gesagt, im Sarkasmus, ja, bei mir gesagt habt, dass ihr von Orthodoxen bedroht worden seid, ja, wo ihr kein Beweis zeigen könnt, immer noch. Darauf warte ich immer noch, ja. Bei was dem Beweis? Ja, ich möchte den Beweis von dir haben, dass ihr von Orthodoxen bedroht worden seid. Ich habe einen Beweis, da hat eine Orthodoxe mich mal bedroht und das habe ich sogar einmal öffentlich gemacht. Dann schick mir bitte das Video. Und von dir, wo mir doch alle gerade bedroht. Also, das war Sarkasmus gewesen, ne? Ach, das war, ach so, jetzt Sarkasmus, ne? Also, nimmst du das ernst, dass Russland nach Deutschland kommt? Ach so, du sagst jetzt, das war Sarkasmus, was mit unseren Zungen passieren sollte, wegen unserer Zunge. Spiel, spiel das ab, spiel bitte das jetzt ab. Was hast du gerade gesagt? Und sag mir, dass ich das gesagt habe. Hast du nicht gerade gesagt, wegen unserer Zunge, da war da was mit uns passiert? Das habt ihr doch gesagt. Ihr habt doch gesagt, dass ihr von Orthodoxen bedroht. Der ist doch fertig, ne Bruder Rieser, der ist doch fertig. Das kommt davon, wegen Kiel. Der Name ist schon Programm. Kiel. Zeig doch, dass ich das gesagt habe. Der hat das gerade gesagt, dass ich unsere Zunge abschneiden würde. Zeig doch das. Machen wir doch ganzer Chats. Warte bei Bruder Denny ist live dabei. Habt ihr das mitbekommen, was er gesagt hat? Weißt du, was das Problem ist? Der hat auf einmal Angst bekommen, nicht, dass das jemand der Polizei schickt und dann auf einmal sie den Geipriadresse. Schick das doch zur Polizei. Schick das doch zur Polizei. Hatte Angst, sogar also Eierflattern bekommen. Ich habe genug Zeugen, mein lieber Kiel. Das ist doch dein Recht. Aber guck mal, ich kann auch gerne zur Polizei gehen. Nein, Kiel. Ich liebe dich, ich liebe auch meine Feinde und ich sage dir, möge der Herr die Gnade, möge der Herr die vergeben. Hör auf damit, komm doch zu den Herrn Jesus Christus, geht doch nicht zu dieser Orthodoxie, die eine Teufelsreligion ist. Ach so. Nur mal so nebenbei. Also es gibt genug Videos, wo ich euch auch anzeigen kann. Gerade das mit Montana Black, wie ihr verunstaltet habt, das kann sehr, sehr teuer werden. Ich sage das nur mal so. Aber... Siehst du, wie ist für diesen Satanisten? Der will die Brüder im Herrn wegen einem Satanisten anzeigen. Ein Satanisten? Der Montana Black hat ein ungedrehtes Kreuz an seinem Gesicht, den TikTok und der sagt zu mir, ich würde euch auch anzeigen, deswegen seht ihr, wen er beschützen möchte? Natürlich, der Satan beschützt seine eigene Kinder. Also ist das ungedrehte Kreuz ein Satan-Symbol? Was ist ungedrehte Kreuz? Benutzen das Satanist? Ist das nicht das Petrus-Kreuz? Benutzen das Satanist? Komm, du willst doch jetzt recht nicht reden, mein Besser. Benutzen das Satanist nicht? Komm, antworte. Benutzen sie wohl, aber sie wissen es selber nicht, dass das das Petrus-Kreuz ist. Benutzen sie auf einmal. So, ihr Stumpf-Paket. Oh, haben die benutzt, ne? Da hast du dir selber einen Knockout gegeben. Ben, und weißt du was? Mit unwissenden Menschen reden wir nicht. Das war so. Ja, benutzen wir auch, ne? Was ein Satz. Nein, der hat aber schon seine Gesinnung gerade offengelegt, dass er einen Satanisten schützt, wie der liebt, diesen Satanisten Montana Black, und der hasst die Kinder Gottes, die gegen den Satan vorgehen. Das ist die grausame Wahrheit. Und Menschen, die nicht Kinder Gottes sind, die sich hineingeschlichen haben und so einen Anstrich haben von Christlichkeit, das ist das Grausame da dran. Unfassbar. Ungedrehtes, ungedrehtes Kreuz an sein Gesicht, und dann wird gesagt, ja, da könnte ich euch richtig auseinandernehmen. Unfassbar. Das kann sich keiner sehen. Der ist ja auch, der ist ein Freimaurer, der hat sogar einen seiner Finger tätowierten Pyramidzeichen. Ja, gut, das ist aber der Gott der Orthodoxen, die beten ja auch das Dreieck mit dem Auge an. Ja. Die Pyramide mit dem Auge, hoh, hoh, an der Spitze. Und deswegen drehen sie auch alles, das ganze Kreuz um, die Katholik. Und das ist natürlich die grausame Wahrheit, wer diese katholische Kirche führt. Die Schrift spricht ja von einer Hure, Hure Babylon. Die Kinder Gottes verfolgt hat und besoffen ist sogar von dem Blut der Heiligen. So traurig. Traurig wie die Simbruder Reza. Traurig. Ich habe manchmal keine Worte dafür. Ich meine, das Gespräch vorhin mit dem Katholiken, das hat ja mir den Rest gegeben. Ich habe fast meinen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja, das stimmt. Das Wort Gottes sagt, dass wir Katholiken von Dämonen geleitet werden, aber... Ey. Ja, das Wort Gottes sagt, dass wir Ehrlehrer sind, aber... Und so einem Menschen kannst du nicht mehr helfen. Das ist vorbei, ne? Ja, natürlich. Hat das so verstanden. Das Wort Gottes sagt, ja, die katholische Kirche hat dämonische Lehren, aber... Das ist schon... Da ist es vorbei. Das ist dasjenige. Der braucht wirklich professionelle Hilfe dann, ne? So jemand. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hier, warte, der ist doch hier. Bruder Reza, willst du... Da. Nein, 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 nein. Ja, ich will mit ihm reden, aber ich will nicht. Aber... Bruder, werd doch bitte nicht beleidigend mit professioneller Hilfe. Ich will dich nicht beleidigen, sein, aber... Das muss nicht sein. Aber... Du bist ein Kind des Teufels. Bruder. Ich will aber nicht dich beleidigen. Das ist nicht meine Intention, du Kind Satans. Aber... Bruder. Bruder. Du bist mein Bruder, aber... Du bist meine Schwester eigentlich. Aber... Aber... Aber du bist eine Schwester. Ich will mit dir reden, aber... Aber... Ich will nicht reden. Darf ich... Darf ich bitte kurz was anführen? Also, ihr sagt immer... Ihr erkennt ja immer den Geist der anderen Menschen, aber welcher Geist ist das eigentlich, wenn man sich über andere Menschen lustig macht? Welcher Geist hatte Prophet Elia, wo er sich über den Prophet lustig gemacht hat und gesagt hat, wo ist denn dein Gott? Schläft er gerade und hat komplett über ihn gesprochen? Welchen Geist hatte Prophet Elia? Weiß, sage uns. Dachte ich mir schon. Komm, nächste Frage. Aber... Aber selber lacht der dann. Ich will nicht lachen. Ich will nicht lachen. Aber... Ich lache euch nicht aus. Wirklich, bei Gott, ich lache euch nicht aus. Ostblock. Meinst du nicht, dass wir dich eigentlich lieben? Ostblock. Ich lache euch nicht aus, aber ich lache nur mit euch. Ja, ich lache wirklich gerade mit euch. So wie du doch immer gerne lachst, Amir. Ja. Und darf ich eine Sache sagen, wirklich... Ich sage mal Allas Wein. Das ist wirklich Berechtigung. Und ich sage, ich sage das wirklich mit aller, allerhöchstem Respekt und mit großer Liebe zu euch. Ich danke euch wirklich gerade Amir, der uns aufzeigt, mit welchen Gesinnungen wir es zu tun haben, wenn radikale Islamisten hier auf deutschen Straßen sind. Ich danke euch wirklich für eure Arbeit und ich danke euch auch, wie... mit was für einer Intention ihr missioniert. Wirklich, Dankeschön. Und das meine ich gerade aus vollem Herzen. Oh, nee, Entschuldigung. Warte, warte. Ich wollte dich nicht rauschmeißen. Das war wirklich außersehen. Das war wirklich außersehen. Guck mal wieder rein, mein Bester. Das war außersehen, mein Bester, wirklich. Okay, hat mich schon gewundert. Vergib mir. Das war außersehen. Vergib mir. Hat mich schon gewundert. Wir könnten doch gerne einfach respektvoll miteinander umgehen. Und das wäre doch das Schönste für uns alle. Und ich glaube, dadurch dienen wir unserem Herrn am ehesten, wenn wir uns in Liebe ermahnen und nicht uns gegenseitig beleidigen. Aber wir lieben dich doch. Lassen Sie mich doch, dass die römisch-katholische Kirche falsch ist und dass du umkennst und von nun geboren sein sollst. Das ist eure Interpretation der Bibel. Das ist in Ordnung für mich. Muss man von neu geboren sein oder muss man nicht von neu geboren sein? Ja, man muss von neu geboren sein. Ja, die römisch-katholische Kirche zeugt nicht davon. Die sagt, du musst getauft sein. Und danach erhältst du auch die Firmung beispielsweise. Naja, es steht ja auch in der Bibel drin, die Firmung, ne? Nein, das ist aber da bezeuge ich noch mal, dass ich mich für den Glauben entscheide. Dass ich mich für den Glauben entscheide. Es widerspricht dir der Bibel. Gebt die Taufe den Heiligen Geist, wie die römisch-katholische Kirche es so sagt. Äh, Entschuldigung. Gebt die Taufe den Heiligen Geist, wie die römisch-katholische Kirche es sagt. Oder gibt der Glaube den Heiligen Geist. Warte, ich hab's grad nicht richtig verstanden. Sag's bitte. Ich hab am Anfang mich kurz einmal verplappert. Also, gibt der Heilige Geist, na, also kommt der Heilige Geist in dir, wenn du getauft bist, oder kommt der Heilige Geist in dir, wenn du glaubst? Wenn ich glaube und die Taufe erhalten habe. Die Kirche sagt, aber die Taufe. Die Taufe, dann später gibt's andere Sakramente, wo du dich entscheidest dazu. Guck mal, die Kirche sagt, die Taufe gibt den Heiligen Geist. Lies mal Epheser 1,13. Moment, ich muss kurz hier warten. Pavlos, hat Anas Islam geantwortet? Ich dachte jetzt, jemand schreibt ein, Anas hat geantwortet, aber nein. Hat mich zu früh gefreut. Nein, der hat nicht geantwortet. Der macht auch immer. Ich will mit dir reden, aber der Pavlos ist mit dem Bruder Amir. Das geht nicht. So macht Anas. Pavlos, bitte dich. Ich bitte dich. Wir müssen doch nicht uns lächerlich machen und andere, oder mich in dem Fall, sich über den Schluss nicht machen. Ich will dich lächerlich machen, aber ich bitte vielleicht doch lächerlich machen. Was denn jetzt? Das ist doch Kinderkram gerade. Mein Bester, wir machen's noch ein bisschen gemütlicher. Die Taufe gibt den Heiligen Geist laut der römisch-katholische Kirche. Lies der Epheser 1,13. Und dann will ich ein A behören. An alle Zuschauer, seht ihr gerade, wie hier immer gearbeitet wird, wie Leute ins Lächerliche gezogen werden. Kannst du bitte Epheser 1,13 lesen? Natürlich, ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Ja, bitte. In ihm habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung. In ihm habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt. Ja. Okay, und wo ist jetzt das Aber? Weil die Kirche sagt doch, die Taufe gibt den Heiligen Geist, nicht der Glaube. Was machen wir jetzt? Die Kirche? Ich müsste kurz nachschauen, ob die Kirche... Das sind ihre Dogma. Wozu taufen die Babys? Die Babys taufen die nicht aus Langeweile. Dogmataufe. Schauen wir kurz, wie das... Das ist eine der Sakramente, mein Bester. Genau, ja. Die Kirche sagt, du musst getauft sein, um den Heiligen Geist zu bekommen, sonst bist du nicht gerettet. Punkt. Willst du gegen die Kirche sein oder für die Bibel? Ich möchte gerne noch das Dogma dazu lesen und das würde jetzt wahrscheinlich den... Er kann doch nicht sein. Kennst du nicht die sieben Sakramente der Taufe, die sieben Sakramente der Kirche? Natürlich kenne ich die Sakramente. Ja, was ist denn? Ist die Taufe ein Sakrament? Ja, klar ist die Taufe ein Sakrament. Gibt die Taufe den Heiligen Geist laut der Kirche? Ich weiß nicht, ob er alleine den Heiligen Geist gibt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich danke dir, mein Bester. Ich danke dir. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, wirklich. Das reicht. Bruder, Arvo, tut mir leid. Du hast lange gewartet. Bitte rede. Bruder, ich habe nicht viel zu sagen. Ich bin sowieso verkühlt. Ich höre einfach zu, okay? Okay, mein Bester. Mein Gott, ich danke dich und deine Familie. Ja, gott zu sehen. Bruder Reza. Ja. Das ist aber heftig, ne? Jetzt wollte er zeugen, dass die Kirche doch nicht mehr den Heiligen Geist gibt, wenn man tauft. Er wollte das jetzt verdrehen. Er wollte seine eigene Dogma verdrehen. Kannst du niemanden erzählen. Nein, nein, nein. Das ist ein Härtefall. Die Wahrheit soll man, der Herr Jesus sagt ja auch, werft nicht eure Heiligkeit vor Säulen. Nicht die Perlen vor die Säulen werfen. Die Wahrheit ist nur für jemanden, der auch wirklich die Wahrheit sucht. Aber wenn jemand so verhärtet ist, dann kannst du nicht mehr helfen. Ja, traurig. Deswegen sollen wir uns dann auf Leute konzentrieren, die die Wahrheit suchen. Wirklich, aus ganzem Herzen. Die offen sind. So wie ich damals offen war für die Wahrheit. Und offen gesucht habe. Und der Gott hat mir offen und ehrlich die Wahrheit gezeigt, was auf diese Welt vor sich geht. So einfach ist das. Und er hatte mich dann zu sich geholt dadurch, indem er mir die Wahrheit gezeigt hat. Ich war aber wie ein Wissenschaftler neutral. Ich bin neutral an die Sache rangegangen und wollte wissen, was am Ende meiner Reise rauskommt. Bei der Wahrheitssuche. Wer hat dir das Sagen? Was ist die Menschheit? Woher kommt sie? Wohin geht sie? Gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Also Gott gibt es. Dass es Gott gibt, wusste ich immer. Ich wollte nur wissen, wer er ist. Und der Herr hat sich Schritt für Schritt sich mir offenbart. Ja. So einfach ist die Sache. So einfach. Ja, genau. Amen. Gott, Emad. Hallo. Grüß dich, Emad. Hi. Grüß dich. Ich wollte nur fragen, ob ihr mir eine gute Debatte empfehlen könnt auf YouTube. Auf Deutsch aber. Boah. Auf Deutsch. Muslim gegen Fressen. Also Imam gegen, ja. Auf Deutsch finde ich keine. Weil ich habe Ex-Muslim schon gefragt, aber er hat nur auf Englisch. Ja, kannst du vergessen. Auf Deutsch gibt es keine. Ich wollte doch mit einem Imam reden. Die flüchten doch. Ein Imam hat mir erst mal zugesagt, der Achmed Schicke Puppa, der sehr, sehr gute Freund mit Marcel Kras. Und dann hat er gesehen, oh, wenn ich da doch antrete, werde ich jetzt ein Uppercut bekommen. Und deswegen hat er gesagt, der kommt nie wieder. Ja, ganz. Wir sind dafür geflüchtet. Hast du dich niemals gefragt, lieber Emmert, warum so ein Pierre Vogel oder ein Abulbaran niemals zu einer Debatte antreten? Ich weiß nicht, warum. Doch, du weißt, warum. Aber der Grund, den weißt du eigentlich in deinem inneren, tief in deinem, wie weißt du das? Denkst du, weil die sich nicht trauen, oder? Ja, natürlich. Die würden sofort vor allen Leuten losgestellt werden. Hey Mats, ich fordere Pierre Vogel. Pierre Vogel hat mich blockiert. Ich fordere anders heraus. Anders geht nie wieder. Ich fordere diese ganzen anderen Leute heraus. Diesen echten Imam. Was macht der? Der ist sogar einmal mit mir reingegangen, hat mir geredet. Ich habe mir eine Frage gestellt. Was ist mit Kinderehe im Islam? Oh, ja, das müssen wir einmal besprechen bei der nächsten Besprechung, wenn wir die Debatte da machen. Weil das ist ein sehr großes Thema und eine der Knockout-Verse für den Islam. Und deswegen machen wir es beim nächsten Gespräch. Der ist nie wieder gekommen. Jeder hat es gesehen. Der ist nie wieder gekommen. Der schreibt mir auch nicht mehr. Der ist nie wieder gekommen. Der hat mir sogar in Instagram gepostet. Ich will die Debatte machen. Er ist nie wieder gekommen, weil er Angst hat. Scheiße, ja. Ja, gut. Du kannst, guck mal. Ey, man redet mir, Bruder Rezo, redet mir, Bruder Amir über den Herrn Jesus Christus. Der Amir zeigte doch so vieles, dass der Islam falsch ist. Meinst du, er hat dir eine Quelle gezeigt, was nicht echt ist? Hat er nicht alles, der Amir, mit jeder Quelle belegt? Ja, aber ich war ja auch bei den anderen da drin. Ja, die anderen, was haben die anderen? Die ziehen hier wirklich aus dem Kontext raus. Bei uns gibt es kein Tafzeh. Die ziehen ehrlich aus dem Kontext raus. Die anderen, wir haben die Joker wieder leisten. Die haben ja auch genau so alle widerlegt. Ja, aber... Was würdest du denn sagen, welches ist unglaubwürdig beim Islam? Warte mir doch mal, guck mal, ich brauche nur nicht mal auf Interpretation reingehen. Ich gehe mal auf reine faktische Basis auf. Ja? Rein faktisch. Die Bibel ist doch älter als der Koran. Ja, das ist ein Fakt. Die Bibel sagt in Galater 1, Vers 8, selbst wenn ein Engel von Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. 600 Jahre später kommt Mohammed, ein Engel kommt von Himmel herab und erzählt auf einmal ein anderes Evangelium, weil er bezeugt, Jesus ist nicht Gott. Und wo Jesus dort der Bibel Gott ist. Gut. Wir haben Koranstelle, Sura 3, Vers 3. Da sagt Allah selber, dass die Tora und das Inji Allahs Wort ist. Okay. Warum hat dann Allah erstens sein eigenes Wort verfälschen lassen? Warum hat Allah keine Prophezeiung, was älter als der Koran, älter als die Adi, älter als die Bibel ist, wer Mohammed prophezeit? Warum hat Allah nie generell sein Wort schützen können? Wir haben uns 600 Jahre Zeit genommen und wollte erst korrigieren, nach 600 Jahren. Obwohl jemand schon darauf gewarnt hat. Ich habe das Islam, kennst du Issam Bayam ermahnt? Ich habe mit denen geredet, du kannst dir das anschauen, habe ich gepostet. Ja, fast 40.000 Views hat das. Na? Ja. Weißt du, was er mir gesagt hat? Und? Ist doch egal, wer uns prophezeit. Er hat zugegeben, dass niemand die prophezeit. Und dann hat Issam sich einen Gewaltigen ausgeschossen. einen sehr gewaltigen Ausdruck, weil dann habe ich ihnen das erklärt. Und dann hat Issam gemerkt, alles klar. Der konnte nicht, der hat sogar sein Gesicht ausdruckt, musst du nur sehen, sein Gesicht ausdruckt, hat es mir zugeschickt mit den Details. Ja, ne? Das ist schon richtig, was du sagst. Sein Gesicht hat mehr als 1.000 Worte geredet. Und dann war die so gesehen alles vorbei, weil er gemerkt hat, ja, wo ist es wirklich? Und dann siehst du auch nochmal von Joker, den habe ich auch nochmal mit denen geredet, weil er sagt, Christen, also Jesus sagt, so die heiligen Hunde. So reden die, ne? Ja, und dann habe ich ihm das dann erklärt und da war Joker ganz mundtot. Wo ist der Ex? Na, wo ist der Ex-Müsli? Ja, Ex-Müsli ist hier. Der Joker, der bist ein bisschen heftig, ne, Bruder? Der so, Ex-Müsli, der hat gesagt, Ex-Müsli. Der ist so, fertig, ey. Ein Joker ist der Anführer der Muslime in Deutschland. Ja, ja, der macht seine Fußnäge lackieren und ist anführbar. Wer sich auf einmal aufspielt, ne, null Ahnung von nichts, aber Mann, 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 Mann. Der hat hasst, der hat richtigen Hass, ne? Unfassbar. Ja, Emmert, du kannst die Videos sehen, die sind ja offen, die habe ich ja reingemacht in TikTok. Ja, ich gucke mir das kurz an, okay? Ja, guck. Dann hat er wenigstens eine Debatte gesehen, dass er sieht, dass selbst ein Isam Bayam oder wie er da heißt, nicht mal er kann argumentieren. Der ist ja, ich habe von ihm wirklich, Bruder Reza viel erwartet von Isam, ne? Wirklich, ich habe Wissen erwartet, ich habe richtig so höchste intellektuelle Art erwartet, aber ich habe nicht erwartet, dass er wie ein Euro-Shisho muss und redet. Verzeih mir, meine Lieben, weil ich nicht die ganze Zeit reden kann, weil ich bin nebenbei am Essen. was bedeutet Johannes 3, Vers 5? Ganz einfach, ihr müsst aus Wasser und Geisten von neuem geboren sein, sonst kommt ihr nicht in den Reich der Himmel hinein. Das heißt, der heilige Geist, den du empfängst, Wasser ist die symbolische Art, weil damals in einem Testament ist das Wasser dich gereinigt gegen den Sünden und heute reinigt dich natürlich das Blut des Herrn Jesus Christus, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und wir wissen dort, der Feser Kapitel 2, das Wasserbad ist das Wort Gottes, ist das Wort Gottes, also Jesus Christus. Und sein Blut hat uns gereinigt, den neuen Blut, den er uns gegeben hat. Deswegen kam auch aus seiner Seite, was wir auch wiederum sehen, Wasser und Blut. Wenn wir die symbolisch wiederum sehen, Wasser, was das Blut, was verflucht worden ist, bereinigt worden ist und dann sehen wir, das Blut ist rein und das Blut reinigt uns einfach von unseren Sünden. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Damit ist nicht die Taufe gemeint, was die Katholiken und Orthodoxen bezeugen, weil Johannes der Täufer sagte, ich taufe nur mit Wasser, weil er war Taufe der Buße. Aber der Nachmittag kommt, wir taufen mit dem Heiligen Geist oder mit dem Feuer. Feuer ist natürlich das Höllenfeuer, Heiliger Geist, den du empfangen wirst, indem du Jesus Christus annimmst. Weil in Epheser 1, Vers 13 steht geschrieben, dein Glaube gibt, er gibt dir den Heiligen Geist. Der Verheißung mit der Versiegelung und dann bist du gerettet. Das bedeutet wiederum, dein Glaube rettet dich. Warum? Weil das Blut des Herrn Jesus Christus dich alles bereinigt hat. Wenn du wiedergeboren bist, lässt du dich taufen. Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft ist, ist gerettet. Wer aber nicht glaubt, der ist nicht gerettet. Seht ihr? Dein Glaube rettet dich. Deine Taufe ist nur ein Akt, dass du zeugst und beweist, dass du wirklich gläubig bist. Gottes Segen. Hi, Servus. Servus. Was liegt auf dem Herzen? Ganz viel eigentlich, aber dieses Bild von dieser Bild-Zeitung hat mich gerade gestört und ich weiß gar nicht das Thema, was ihr gerade redet. Ich bin gerade eben reingekommen. Aber da steht, was steht da? Der Islamisten auf Marsch mitten in Deutschland. Ja, genau. Also der Herr Jesus Christus ist die einzig wahre Wahrheit. Unser Gott, unser Retter. Er rettet uns. Und der Islam eine Katastrophe, was von Teufel gezeugt ist. Okay. Was, wenn plötzlich die Buddhisten den ganzen Tag verbreiten, dass beide Religionen von Abraham stammen und alles scheiße ist? Und die haben... Die Buddhisten, eine Ehelehre, eine Satans-Religion, was von Teufel ist. Und da haben wir genau das gleiche im Prinzip. Also jetzt gehen wir wieder auf die Samen zurück. Bist du Muslim? Nein, ich bin orthodox. Also ich bin orthodox Christ. Ich komme aus Serbien, Ungarn. Und du willst mir jetzt die Samenverteidigung unterbinden? Nein, aber so ähnliche Aussagen gibt es bei uns auch. Und ähm... Warte, warte, ähnliche Aussagen gibt es in der Bibel auch? Nein, nein, in der Politik. In den Bildschriften. Was schub ich in die Politik? Ja, aber du machst doch hier Politik mit deiner Bild-Zeitung. Warum loggst du hier Leute rein, die über 250 Leute hier drin sind, mit dieser Bild-Zeitungs-Überschrift und dann sagst du, das ist die Wahrheit, was gerade in Deutschland abgeht und ich nutze es als Instrument für meine Religion. Oder, Reza, bitte nimm du. Ich bin am besten. Ich bitte dich, sonst ersticke ich. Ersticke doch. Mir ist scheißegal. Ah, so ein orthodoxer Christ bist du. Siehst du? Natürlich. Da habe ich deine Liebe gesehen. Wie egal hat da von Vers 22 gesagt. An die Brüchte werdet ihr sie erkennen. Halt, halt. Du bist das und das. Warte, du bist das und das. Nein, du bist schlecht. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Und du bist gut. So machst du hier Propaganda. Ich habe dir gesagt, meine Lieben, Orthodoxe sind wie die Muslime. Die haben den selben Geist. Die haben den selben Geist. Möge der Herr wirklich Geduld mit dir haben. Möge der Herr mit dir Geduld mit deinen Aussagen haben. Hm. Ja. Und dann, wenn die Scharia kommt, bist du der Erste, der mein Name schreibt. Das hast du auch wieder von der Bild-Zeitung, oder? Du hast doch weitergelesen bestimmt. Deswegen gab es... Und die sind bestimmt Brüder für dich, ne? Mit denen würdest du genau so das Abendmahl teilen, ne? Alter, geht wieder in die Schule und glaubt nicht jeden Scheiß, was die sozialen Medien euch predigen, in eurer kleinen Hirn rein. Ich möchte... Nein, 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 mein Lieber, mein Lieber. Ich möchte eine Aussage von dir. Ich will wissen, ob du wirklich... Mach es einmal ruhig, bitte jetzt. Aber so ist es... Ey, ey. Urz ruhig. Ich möchte einen Dialog führen. Also, ich möchte, dass du bezeugst, dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Wenn du das bezeugst, weiß ich, du bist kein... Du bist kein Muslim. Wie bitte? Nochmal. Ich bezeuge, dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Er ist kein Prophet. Natürlich ist er mein Prophet. Auch Abraham ist mein Prophet. So hat es sich alles orthodox ausgegeben. Ich glaube, ich glaube, es ist orthodox ausgegeben. Okay, dann muss ich die Orthodoxe jetzt einmal in Schutz nehmen. Du bist ein Muslim. Nein, du hast Spaß. Hör mal zu. Ich glaube, was das Alte Testament gesagt hat. Und das Alte Testament sagt, dass nach Jesus noch einer auf dieser Erde erscheinen wird mit der Gerechtigkeit, mit der Wahrheit. Und wer das... Wo steht das? 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 In deiner Bibel steht das nicht drin. Ja, wo genau. In meiner Bibel? In deiner Bibel heißt der Mohammed, sallallahu a'ala, wo genau. In meiner Bibel? Der Vater wird erscheinen. Wo steht das drin? Kapitel und Vers bitte nennen. Bitte schön, mein lieber Müsli. Also das noch gehört, wie kaputt und fertig man sein muss. Heftig. Heftig, ja. Deswegen kann ich das manchmal gar nicht glauben, dass so Orthodoxe so drauf sind. Ich habe schon einige Sachen gesehen, aber so krank so zu lügen. Ja, wollte ich als Orthodoxe ausgeben. So ein auf, ich bin Christ und da steht dir die Bibel. Unfassbar, ne? Ich hoffe, ihr erstickt an euren Bild-Zeitungen und eurem Titel, an was ihr glaubt. Ihr seid lächerlich. Ja, Hauptsache, dein Prophet wurde vergiftet und ist als ein gealter Prophet gestorben. Das ist für uns das Schönste, was es gibt. Was ihr denn ganz, ich bin das Spiegel. Ich bin das Spiegel von euch. Ihr labert die gleiche Scheiße wie eure anderen Vorfahren. Hauptsache, dein Prophet wurde vergiftet von einer Jüdin. Ja, genau. Jetzt geht der. Jetzt kommt die Angst. Jetzt geht der raus. Das Heftige ist ja, dass diese Leute, die einfach so hier friedlich marschieren für einen Kalifat, selbst die sind nicht richtige Muslime, weil sie müssen eigentlich Dschihad machen. Die haben nicht hier so wie so eine Schupe auf der Straße. Lesa, die Redner, hast du gesehen, wie die aussehen mit ihrer Frisur, wie so diese Rapper-Frisur? Ja, ja, ja. Und dann ist ein nach Islam. Ja, und die sind ja sozusagen für diese Shisha-Muslime schon zu radikal. Und diese Radikalen anscheinend sind ja immer noch nicht richtig radikal, also islamisch. Für die Radikalen sind diese Muslimen interaktiv immer noch nicht radikal genug. Nein, das ist doch alles komplette. Wie krank die Realität ist, wenn man sich da wo. Hallo. Ja, nee, warte, was ist jetzt hier genau? Sag hallo, ich habe ein bisschen was mitbekommen. Diese Islamisten hier, die aufmarschiert sind, das sind eigentlich lauwarme Muslimen. Oh, ich sag euch ehrlich was. Wirklich, guck, ich bin wirklich kein Rassist oder sonstiges. Mich interessiert das auch nicht. Aber, Jani, diese islamische Religion, Jani, was ich nicht verstehe, ist, bevor die gegen Christen oder sonstiges treffen oder sich gegenseitig Fitna machen wollen, warum behält man sich das nicht für sich einfach? Das verstehe ich nicht. Weil Allah dazu aufruft, nach vorne zu marschieren und lautstark immer weiter zu fordern. Was waren die Muslimen, ne? Oh, die haben doch alle keine Ahnung, die Muslimen. Seid ihr aufs Unterlehenchen. Die haben wirklich alle keine Ahnung. Doch, die Leute haben schon ein bisschen Ahnung, haben die schon. Ja, aber die wissen selber nicht mehr, was mit dem Koran ist. Genau was zu tun ist, wenn sie die Mehrheit bilden. Ganz genau, weil ihre Fatwas und ihre islamischen Schriften ihnen das sagen. Die mit ihren islamischen Schriften, ich bitte nicht, Bruder. Die wollen auch selber schreit. Sagen Allah, Haram, Shalafis, Haram, Chigaretten, Alkohol, Haschi, das ist halal. Das ist wie doch eine andere Geschichte. Es gibt also öfter Muslime, es gibt Schrottmuslime. Ja, für mich sind alles Schrottmuslime, sage ich dir offen und ehrlich. Für mich ist alles Schrottmuslime. Die haben doch alle keine Ahnung, die labern mit ihren Propheten, dies und das. Kosuzar Hort, euer Propheten, so. Janie, was ist das? Ach, du bist Kurde, ne? Kosikeri, ne? Oh Allah, ich bin nicht Kurde, nein, nein. Hat sie so Kurde angehört? Ja, ja, aber ich bin kein Kurde. Nee, nee. Ich bin Aramäer. Aramäer, okay. Hey, Janie, was ist das? Janie, der Einer Muslim will was sagen. Ja, behalt das doch für dich, Sabaf, behalt das für dich. Ich lasse das. Ja, und dann siehst du, wenn zum Beispiel die ganzen Gruppierungen innerhalb des Islams aufeinandertreffen, die zwei größten Untergruppen sind ja die Sunni und Shia und dann wirst du sehen, was dann abgehen wird, ne? Wenn die einen den anderen als Kerfel betitelt. Ja. Ja, das ist nicht so mal. Ja, wenn ich so was mitkriege und höre, weiß ich nicht warum. Ja, wenn ich, ja, wenn ich, ja, wenn ich was mitkriege und höre, äh, Gabriel, warte mal. Also, Deutschland ist ein richtiges Pulver, fast von so vielen Gruppierungen innerhalb des Islams, ne? Das ist so krank. Nö, nö, nö. Wenn wir jetzt zum Beispiel in einem islamischen Land, wenn wir, hätten wir jetzt schon losgelegt, den einen auf den anderen Taqfir zu machen und dann zu bekämpfen, ne? Ihr Blut für Halal zu erklären. Ja. Die ganzen Sufis, die hier leben, die sind als erstes dran, dann die Ahmadiyya, dann die Aschariya, dann die Maturidiyya und wie die sich alle nennen, ne? Oh, ich hab doch alle. Ja. Die Dschihadisten untereinander sind ja auch Untergruppierungen und die werden sich dann gegenseitig wegen einer bestimmten Lehre selber fertig machen, das ist so verrückt, so gefährlich, ne? Der islamische Staat, der islamische Staat in Afghanistan hat die Taliban, die sind denen nicht hart genug, die haben die auf Minen sitzen lassen, die sagen, das sind Kuffar, die Taliban. Die muss man nackentherapieren. Ja. Mit Recht. Und was ist denn, ja, wenn Taliban schon Kuffar sind, ja, was ist denn hier die Euro-Shisha-Muslime hier? Also die Euro-Muslime in Europa leben? Die sind Aliban. Das ist Malitan. Das ist Malitan. Kapitan. Kapitan Bra. Kapital. 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 Kapital Bra macht hier Dings, betet in Mosche, Reza Kapital Bra. Der größte Satanist. Reza. Das ist so krank. Das ist eigentlich kein... Imam, Imam, Kapital Bra. Cheikh Kapital. Imam, Kollege, und Cheikh Kapital Bra. Cheikh Kapi. Cheikh Kapi. Ja, aber da siehst du mal, ne? Also die sind denen nicht... Cheikh Kapi kapiert aber nichts, leider ist das Problem. Reza, die sind denen nicht hart genug. Ja, was ist denn die deutschen Muslime hier? Ja, die sind wahrscheinlich für die noch schlimmer als Christen. Die sind heute schon sicher. Die sind unter Christen. So wie Al-Kurdi gesagt hat. Weißt du noch, dass er es mit dem Sprich geführt hat? Da sagt er, du bist zwar vielleicht mein Feind, du bist ein Kerl für... Ja, aber du bist immer noch besser als diese ganze Muslime, die in den Koran leugnet. Ja, weil du nicht lügst über den Koran und über die Sunna. Genau. So wie ich gesagt habe gerade, die sind unter Christen. Na ja, meine Freunde, ich muss auch weiter loshalten. Ich wollte kurz... Mein lieber Gabriel, du musst von neuem geboren werden. Du musst von neuem geboren werden, sagt der Herr Jesus in Johannes 3, um in das Reich Gottes zu kommen. Wenn du es nicht bist, musst du dir echte Gedanken machen darüber. Na ja, Jungs, heute. Ciao, ciao. Dankeschön, dankeschön. Gott segne dich. Gott segne dich. Bitte viel. Dankeschön, Heuchdorf. Dankeschön, der Herr Gechdorf. Ciao, ciao. Gibt es die Herzen Augen öffnen. Dann möge der Herr wirklich Geduld mit dem haben und ihn weiterziehen. Ja, du musst dir mal vorstellen, Armin, stell dir mal vor, du gehst nach Saudi-Arabien, nimmst Kreuze mit 1000 Leuten und sagst, die Etablierung der christlichen Kirche in Saudi-Arabien ist die einzige Lösung. Die würden uns einen Kopfkürzer machen, Riesau. Guck mal, der lacht ja auch. Guck mal hier vorne, wie der lacht. Weil der denkt, voll Pfosten. Guck mal, wie wir hier reinkommen und euch auserladen. Der lacht sich schief. Der hat richtig Spaß über diese Bollos. Heftig, ne, Riesau. Ja, aber das ist genau richtig so. In was für einem Land, Riesau. Ich weiß, meinst du, wenn ich die macht hätte, wie ich da reingeballert hätte? So, ich komme, das willst du nicht nehmen. Kalifat willst du? Wir müssen geliehen. Du kriegst richtige Khalifa, kein Problem. Kriegst du schon. Mach dir keine Sorge. Da, Dauer im Wald. Wir können keine Blockhütte im Wald aufbauen, wo draufsteht Dauer. Wo Dauer. Wo Dauer draufsteht. Du weißt ja, was Dauer ist, ne, auf Persich. Dauer. Ja, zang, streit. Streit, ja. Ärger, Dauer. Ja. Heftig. Heftig, ne? Ja. Salutiert, steht stramm. Ich bin der Leader VR. Boah. Weißt du, wann der meint, ne? Ich bin der Führer VR, ne? Ja, Adi. Ja, Adi, ja, ja. Du weißt ja, dass Adis Buch, ne, in der arabisch-muslimischen Welt Nummer eins ist, die lieben Adi, weil er die Juden halt so behandelt hat. Heftig, ne? Da gibt es einen, hier bei dem Bruder von Arafat, die sind alle nach den Feinden der Juden benannt worden. Ne, heftig. Ja, 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 heftig, total. Einfach Rummel heißt der. Rummel, wie direkt in der Nase von den NS-Zeiten. Ja, 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 ja. Heftig. Ja gut, die Palästinenser haben ja natürlich den höchsten Hass auf die Juden, weil die direkt, direkt betroffen sind mit diesem Kampf zwischen Israel und Palästina und Palästina. Und dieser Kampf ist eigentlich schon im Alten Testament begründet. Und das wird noch richtig, richtig Fahrt aufnehmen in der Nase, dieser ewige Kampf zwischen Palästina, zwischen den Philister und den Israeliten. Und der Herr sagt, alles klar, der Kampf, lass die Kämpfe beginnen. Mal schauen, wer gewinnt am Ende. Und wenn ihr Israel anfasst, ist es so, als hättet ihr dir mein Augeabhell angefasst. Steht so in den Zahlen. Ja. Aber gut, die islamische Welt inklusive Philister, die Philistinenser, werden ja zwei Drittel von Israel töten. Zacharia 13, 8. Ja. Aber der letzte Drittel, wenn übrig bleiben, steht da. Und sie werden meinen Namen anrufen. Und sie sagen, der Herr Jesus ist unser Gott. Ah, Bruder Lisa. Und dann werde ich bekehren zum Herrn. Und dann kommt der Herr runter. Bruder Lisa. Ja. Ich musste was erzählen, heftig. Guck mal, ich bin gestern da. Ich bin in den Kino gegangen, habe mir einen Film angeschaut. Dieser Film hieß Abigate. 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 Hast du den Trailer mal gesehen? Nee. Aber ist da schon wieder, äh, Dingens, äh, blieblicher Bezug. Ist so ein Horrorfilm. Ist so ein Horrorfilm. Aber so ab 16 halt, ne? Und, ähm, wie die das ab 16 gemacht haben, keine Ahnung, das ist voll heftig, ich eigentlich. Ähm, wir müssen reingehen und das mal anschauen. Da habe ich einfach so gesagt, komm, wir gucken das jetzt mal und wir entschlüsseln den mal. Einfach so. Einfach so. Mal schauen, ob da wirklich was versteckt ist und mal schauen, ob das Israel widerspiegelt. Und wir haben gesagt, es muss mindestens eine, eine Person sein, die Israel widerspiegelt. Die mit den jüdischen Gesichtshalszügen, alles jüdisch. Und da muss jemand, und da habe ich gesagt, diese Person muss sein, es kommt jetzt drauf an, was da jetzt passiert, ne? Wenn es jetzt, äh, welche Epoche es anspricht mit der Offenbarung, eben was. Habe ich gesagt, gut, da muss es die gerettete Person sein, die eine von den 144.000 ist. Na, also die dann am Ende neu geboren werden und bereinigt werden. Guck dir das an. Es fing so an. Abigail, ein kleines Kind, ja? Ein kleines Kind, was dann empführt wird. Es wird dann sofort, sofort, direkt die erste Stelle, sofort wird durchstochen, durch einen tiefen Schlaf gelegt. Durchstochen, symbolisiert dann den Tod, was sie da am Hals bekommen hat. Ja, ja. Die vertritt die zwei Naturlehren, die ist einmal Mensch und die ist einmal Vampir. Ja. Und dann zeigt die dann, dass sie erstmal liebvoll ist und zu diesen ganzen Menschen ist. Und dann kommt Israel, also diese, diese Person als Frau, die war eine Frau. Und die war, die war die einzige, die nach Israel aussieht. Alle anderen waren so Heiden, Heidner, aber die war die einzige, die wie Heiden aussieht, äh, wie Israel aussieht. Und dann sagt die zu dem kleinen Kind, wo die dann auferstanden ist, von diesem Schlaf. Die wurde erstmal sogar in ein Tuch reingetan, also wie ein Leinentuch, ja? Ja. Na? Und dann auferstanden in einem anderen Ort. Und dann, äh, haben die einen Bund zwischeneinander gemacht. Wie empführt den eigentlich? Weil Israel hat die verworfen. Ja. Und dann macht die einen Bund. Weil die hat ja den empführt. Mit so ein ganzes Team. Ja. Und dann hat die gesagt, wir machen jetzt einen Schwur, na? Dass wir uns einander achtgeben. Ja. Und dann haben die einen Schwur gehalten. Ja, genau. Und dann, und dann kommt noch was. Und dann, wo der Schwur gehalten worden ist, dann haben die jetzt, äh, jetzt was gemerkt. Dann war das jetzt dieses normale Zeit halt. Jetzt kommt die Offenbarung. Wo Jesus Christus wiederkommt, als richtiges Gericht. Da habe ich sofort gemerkt, da habe ich auch sofort die Person, die mir gesagt hat, jetzt kommt das Gericht, was die Offenbarung widerspiegelt. Das richtige Gericht und so weiter, in der siebenjährigen Drangserzeit. Weil dann kommt sie und sie hat dann jeden weggeschlachtet. Jeden einzelnen. Na? Und warum hat die das gemacht? Am Ende hat die das gesagt. Am Ende. Die steht dann da und die sind da alle vor ihr. Und dann hat die gesagt, ich habe euch alle reingetan mit einem gewissen Grund. Na? Ja. Der Grund war, ihre ganzen Sünden aufzudecken. Ihre ganzen Sünden wurden dann gesagt. Und da war einer dabei, der lauwarme Christ. Und da habe ich gesagt sofort, das ist der lauwarme Christ. Der war der mit seiner Kreuzkette, der aber so lebt, wie er will, aber mit seiner Kreuzkette, wenn es hart auf hart kommt, kommt dann wieder, ne? Jesus, bitte hilf mir. Und dann, guck jetzt, dann hat der das Kreuz genommen und wollte sie sich schützen davor. Da hat die das Kreuzkette auf den, ne? Eingestochen, ne? Eingestochen. Und hat den richtig ausgespuckt aus seinem Mund, letztendlich. Der lauwarme Christ, hat so richtig so weggeschmissen. So, ich habe mit denen nichts zu tun. Und dann wollten die doch alle auf heilig machen. Aber dann hat die richtig alle Sünden von den einen aufgezählt. Und gesagt, was für Menschen ihr seid. Und deswegen kommt das Gericht so gesehen über euch. Und weißt du, was noch krass ist? Ja. Die hatten alle Angst vor dem Vater gehabt. Der Vater war der heftigste, dann so gesehen, ne? Hatten wir symbolisiert dann damit die Trinität, Vater, Sohn, und die haben gesagt, wir sind alle eins. Ja, ja. Und dann ein Heide, dass diese Person Frau, wo ich sagte, dass die Blondine voll tätowiert, ist so, das ist der Heidenvolk. Und sie hat das Mahlzeichen bekommen. Ja. Und weil sie dann jetzt einer der Bösen war und deswegen musste sie auch, ne? Geschlaftet werden. Dreimal Katze haben wir überlebt, hat von einem Menschen. Nur die Israel-Gesicht hat. Israel, genau. Weil die musste dann, am Ende ist der Vater gekommen, guckte das an diese Zähne, kommt der Vater, wie sie jetzt auch richten, aber sieht, die ist vollgedeckt, vollgedeckt mit das Blut. Vollgedeckt, das Blut des Lammes. Ja, das Blut des Lammes, ja. Er hat es natürlich überlebt, weil er das Blut des Lammes hatte, durfte dann nicht gerichtet werden vom Vater und so durfte die hinein. Unfassbar. Die haben einfach die, die haben einfach die Bibel kopiert mit diesem Film und jetzt habe ich den Herrn gespottet. Ja, sicher. Aber ein ganzer Film. Ich konnte das nicht fassen. Ja, da siehst du es mal mit deinen eigenen Augen. Wenn man einmal das durchschaut hat, dann sieht man diese Dinge. Mit Glauben. Da brauchst du auch Glauben, ne? Ich konnte das nicht glauben. Ich wollte, ich dachte, komm. Und dann dachte ich, das ist schon schwer. Ich check das irgendwie alles nicht. Wo der Film Abigail heißt, ist ein Kino gerade, Abigail. Wo ich den Film fernig gesehen habe, dachte ich mir, was? Ich konnte alles vorhersagen, so gesehen, weil ich genau wusste, wenn die das kopieren, dann wird auch das passieren. Ja, genau. Abigail, die Frau David, die eben auch nach dem Tod ihres Ehemannes dann die Frau Davids wurde. Da haben wir auch die Symbolik. Der Ehemann musste sterben und dann wurde die Frau David. Abigail symbolisiert eben Israel, die eben die Frau, der Herr Jesus wird ja auch Davids Sohn genannt, der Spross aus dem Stamm David, der Löwe-Juda. Ja. Mit David gleichgesetzt, ja. Da ist die Symbolik mit Abigail, die Frau in der Bibel. Und wo der Reza, diese Frau, wo die, bevor sie mit dem Blut voll war, also Blut, also Ketchup, sage ich jetzt hier wegen TikTok, mit Ketchup voll war, musste sie so gesehen sterben. Die wurde da richtig durchbohrt. Ja, ja, sie musste natürlich, klar. Die musste auch wiedergeboren werden. Wiedergeboren werden, genau, genau, das meinte ich. Die musste von Neuem geboren werden. Und dann hat sie es auch mit denen zusammengehalten. Und die hat auch gesagt, den Schwur, den wir gehalten haben. Die wollte erst mal die auch richten, aber wegen den Schwur. Und haben dann gegen den Satan gekämpft. Und der Satan wollte dann alle, da war einer, der hat den Satan kopiert, nicht sofort, weil der hat auch kopiert. Der wurde auch durchbaut. Er wollte sich als falscher Messias ausgeben. Er wollte sich als den Guten ausgeben. Und dann wollte der Israel komplett vernichten und die Wiedergeburt und den Herrn Jesus sowieso. Aber hat er nicht geschafft. Der wurde dann komplett vernichtet. Der wurde komplett, und so waren die alle dann mit Ketchup umrandet. und konnte dann bewahrt werden letztendlich. Aber sie wurde durchbohrt, ist dann auf den Boden gelandet. Und wir dachten alle, die war dann tot gewesen. Und dann sehen wir, sie ist dann auferstanden. Dann wollte der Satan sie kontrollieren. Diese Person wollte dann sie kontrollieren. Und die hat sich nicht kontrollieren lassen, weil sie denen jetzt gehört, zu dem Herrn Jesus. Und wollte dann den Satan vernichten. Und so haben die Satan vernichtet. Also der Jesus kopieren wollte, das Kind. Ja genau, wie Galater 2 heißt, ich bin gekreuzigt mit Christus. Also die Braut ist ja auch mitgekreuzigt, gestorben, auferstanden. Bei der Wiedergeburt. Und so ist das, wie ich das gesehen habe. Ja, ja, ja. Wenn du die Bibel kennst, glauben hast, wiedergeboren bist, dann siehst du diese Dinge. Ich konnte das selber nicht passen, wie detailliert das aber war. Wie konnte ich von dem Film, wo ich nicht mal den Trailer sogar zu Ende geguckt habe, wo konnte ich schon wissen, wer auf jeden Fall überleben wird. Wo ich wusste, das symbolisiert Israel. Ich habe auch gesagt, die hat jetzt das Headshot angezogen. Und so wird die auch bewahrt werden. Und ich habe auch gesagt, wenn die jetzt gerichtet wie vom Vater, dann verstehe ich nichts mehr. Aber dann wurde sie nicht. Wurde sie nicht. Die durfte gehen. Und die war voll mit Kitschop, voll. Das zeigt, wo die Aufmachung die Stelle steht, Herr, wer sind die, die mit weißen Kleidern zu uns kommen? Dann sagt der Herr, das sind die, die das Blut des Lammes in der Drangseilzeit sich reingewaschen haben. Ja, genau. Und da dachte ich mir, das sind diese 144.000, außer wenn diese Israeliten. Symbolisch. Ja, genau. Also die 144.000 sind die Erstlingsfrüchte, die werden direkt nach der Entrückung anfangen zu erfangen. Die kommen direkt zum Glauben. Die kommen auch direkt zum Glauben, ja. Ja, genau. Das sind die Erstlingsfrüchte. Und der Rest von Israel wird später kommen, der letzte Drittel. Das ist dann ganz Israel. Aber die 144.000 werden zusammen mit dem Lamm auf dem Ölberg stehen und mit dem Restüberlebenden von Israel in das tausendjährige Friedensreich zusammengeführt werden. Ja, genau. Gottes Segen. Du musst den Film annehmen, Bruder. Du musst den Film wirklich annehmen. Du willst dann auf denselben Entschluss kommen. Ja, das erinnert mich an einen Film, an so einen Horrorfilm, den ich vor einiger Zeit geschaut habe. So ein Horrorfilm mit Nonnen. Und diese Nonnen, die haben dann so gesagt bei einer Szene, die meinten so, lasst uns zu Gott beten. Und dann haben die sich niedergekniet und alle, haben einfach begonnen, Maria anzubeten. Ja, das ist krank. So krank. Alle so heilige Mann. Ja. Und davor sagen, ihr lasst uns zu Gott beten. Das ist krank gewesen. Da war ich schockiert. Das war mein Sinn. Ja, genau. Dass der Herr Jesus eben die 144.000, die Erstlingsbrüche, die in der Mitte der Drangsalzeit rüberfliehen nach Moab, nach Jordanien, er wird sie ja wieder zusammenführen am Ende der Zeit. Er wird sie rufen und zusammen auf dem Ölberg stehen, Berg Zion, auf dem Tempelberg. Und der wird seine 144.000, diese Erstlingsfrüchte mitbringen und zusammenführen mit den letzten Dritteln. Und dann geht es ab in den tausendjährigen messianischen Friedensreich. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 1. Kann jemand das vorlesen von den Brügge-Schwistern? Ja. Vers 1. Ja, warte. Soll ich dir das vor? Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben. Amen. Genau, das sind diese Erstlingsfrüchte, die der Herr aus Moab herausführt und eben nach Jerusalem führt und den letzten Drittel, den er rettet hat, zusammenführt mit den 144.000. Also die Moabiter sind dann die Jordanier, ne? Jordanier, ja, ja. Deswegen werden die Jordanier an dem Grenzgebiet von Israel die Apokalypse überleben. Heftig, ne? Wie präzise, dass aber auch alles geschrieben steht und die Leute dann immer noch nicht glauben wollen, ne? Obwohl der Herr von Gezeiten her das alles so geschrieben hat und dass das sich auch so erfüllt, das ist für mich so krass. Ja, das heißt also, wenn jetzt ein Muslim überleben will, Amir, jetzt, wenn er das hört und denkt, was ist, wenn Jom und Riamat kommen, wo, in welchem Staat, in welchem Land kann ich überleben? Ja, Jordanien. Warum? Weil die Jordanier die Juden diese 144.000 Flüchtlinge aufnehmen. Kann einer von den Brüdern in Jesaja 16, Vers 4 lesen? Ja. Christliche Dauer, Bruder, wo, willst du noch was sagen? Dann tue ich jetzt paar runter. Okay, ich glaube, der ist nicht mehr da. So. Jesaja 16, Vers 4. Ja, warte. Jesaja 16, Vers 4. 16, Vers 5, ja. So. Hab ich sofort. Lass meine Flüchtlinge bei dir einkehren, Moab. Sei ihnen ein Schirm vor dem Verderber, wenn der Bedrücker nicht mehr da ist, das Zerstören aufgehört hat, die Gebeitätigen von der Erde weggefickt sind. Genau. Das heißt also, diese 144.000, die flüchten nach Moab, nach Jordania und Jordania. Da sagt der Herr zu den Jordaniern, nimm meine Flüchtlinge auf. Und die Jordanier nehmen diese 144.000 Juden auf. Ja, genau. Dreieinhalb Jahre, ne? Ja, genau. Und nach den dreieinhalb Jahren kommen die wieder, nach dem Ende der Drangsalzeit. Dann weiter, Vers 5. Jetzt kommt es zum tausendjährigen Reich. Dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden und auf ihm wird sitzen in Wahrheit im Zalt Davids ein Richter, der nach dem Recht trachtet und die Gerechtigkeit fördert. Amen. Das sind gewaltige Verse. Das heißt also, Gott sagt zu den Arabern, Jordaniern, nimm meine 144.000 Flüchtlinge auf und später hole ich die wieder ab. Und dann, sagt er, dann wird dein Thron aufgerichtet und ich werde der Messias über die ganze Erde herrschen in Gerechtigkeit als Richter. Ja. So wird das sein. So. Jetzt kommen Kunden rein. Jig, was seht ihr auf den Herzen? Jig, Gottes. Ja, hi, grüßt euch. Ich habe nur kurz ein, zwei Fragen. Eigentlich mehr oder weniger an Armio und Resa. An dich aber auch eigentlich, Pavlos. Armio und Resa, ihr seid Brüder, ne? Ja, leider, ja. Leider. Mich interessiert eigentlich nur, wie Resa zum Glauben gekommen ist. Wie Armio zum Glauben gekommen ist, weiß ich. Es hätte mich nur mal interessiert, wie Resa, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich habe einfach versucht, die Wahrheit herauszufinden und ich habe immer nach Gott gesucht und Gott hat mir die Wahrheit gezeigt und hat mir gezeigt, wer er ist und am Ende stand Jesus Christus. Also du hast dich vorher auch mit dem Islam beschäftigt und was? Ja, ja, den Islam habe ich schon mit 14 Jahren verlassen. Ja, okay, okay. Der Islam, ich wusste, ich habe schon herausgefunden, dass Mohammed ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und da war schon für mich sofort Islam vorbei. Da wusste ich, okay, Islam ist nicht die Wahrheit, es muss aber eine andere Wahrheit sein, weil Gott gibt es ja trotzdem. Nur weil jetzt Islam nicht die Wahrheit ist, heißt das ja nicht, dass es keinen Gott gibt. Nein, der wahre Gott ist immer noch da. Jetzt muss ich ihn suchen. Und dann hat der Herr Jesus am Ende der Wahrheitssuche, nach 20 Jahren Wahrheitssuche, hat der Herr Jesus sich mir offen gemacht. Wahnsinn, ja, Halleluja. Ja, Amen. Und ich wollte noch mal kurz fragen, euch beide, oder eigentlich euch drei, auch Pagos, was für eine Gemeinde besucht ihr? Ja, also guck mal, ich habe meine Brüdergemeinde besucht, weil die Brüdergemeinden an sich die gesunde Lehre auch vertreten. Nur ich habe die Brüdergemeinde jetzt nicht so lange her verlassen, aufgrund dessen der Laufarmität in der Gemeinde. Aufgrund dessen, weil die jetzt plötzlich, wie die auf einmal drauf kommen, vorher haben die das nicht vertreten eigentlich, oder vielleicht habe ich das nie, einfach nur gewusst, mit Orthodoxen das Brot brechen wollen. Vor meinen Augen. Und das ist eine Katastrophe. Ich habe auch einige Gespräche geführt, aber die machen sich eins mit der Finsternis. Und dann gab es noch andere Punkte, wo ich jetzt aber auch nicht so war, wie es war, wo die jetzt nicht richtig urteilen konnten, aufgrund dessen eine Sünde konnten die nicht beurteilen und haben auch mit Absicht gesagt, der Älteste, also wir reden schon den Höchsten. Und er sagt auch, ich werde das nicht beurteilen. Nachhinein hat die Person sich sogar tatsächlich entschuldigt, nicht die Älteste, sondern die Person, die sich versündigt hat und gemerkt hat, was eine Sünde das war, aber der Älteste will es bis heute noch nicht beurteilen, dass es eine Sünde ist. Unfassbar. Dass selbst der andere, der versündigt hat, das gemerkt hat, aber der Älteste es bis heute noch nicht merkt. Ja, und dann habe ich ihn verlassen. Ich besuche keine Gemeinde jetzt mehr. Klar ist man nie abgeneigt für eine gesunde Gemeinde. Aber finde man eine gesunde Gemeinde. Ja, ich verstehe, was du meinst. Nein, wir leben in der absoluten Endzeit. Find die mal. Ich verstehe. Die will ich mal sehen. Wie bitte? Wenn du eine gesunde Gemeinde, Bibeltreue, 100% Bibeltreue Gemeinde findest, die will ich sehen. Absolut. Also ich besuche eine Gemeinde, EF Siegburg heißt sie. Unser Motto ist auch, wie wir machen. Wir sind komplett bibeltreu. Wie heißt sie? Der Name nochmal? EF Siegburg, also Evangelische Freikirche Siegburg. Siegburg? Den kenne ich nicht. Woher redest du das mal gehört? Nie in Köln. Also Siegburg, ja genau, das ist halt ein Ort da in der Nähe von Köln. Ja, genau. Überner Raum, glaube ich. Köln, Überner Raum. Ja, genau. Ja, wir sind eine absolut bibeltreue Gemeinde. Also bei uns geht es nichts über das Wort. Unser Motto ist auch, wie bitte? Die Brüdergemeinde haben wir auch so geredet. Bei uns wissen wir nicht, wir sind eine solche Gemeinde. Ich verstehe schon, was du meinst. Es ist schwer, eine richtige Gemeinde zu finden, aber, ja, so was will, findest du auch noch eine. Ja, und jetzt bin ich mit meinen Brüdern so, klar, wenn, heute Sonntag zum Beispiel, wenn du dann einen Bruder in der Nähe hast oder eine Schwester, ja, dann kannst du mit denen zusammen das Brot brechen, weil wenn zwei unter drei in meinen Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Klar ist es dann keine 100% Gemeinde, weil der Älteste fehlt, weil es muss ein Ältester da sein für die Gemeinde, ne? Ja, aber die sind wir alles die Kirche. Wir sind alles die Kirche. ja klar, natürlich, nur wenn man es richtig macht nach der Heiligen Schrift, aber trotzdem kannst du dann das Brot brechen Gottesdienst halten am Sonntag, wenn du nur einen einzigen Bruder oder Schwester, der in der Nähe hast, der wiedergeboren ist. Ja, Und Reza und Amir, ihr besucht hier eine Gemeinde? Nein, nein, wir waren in einer Brüdergemeinde und dann haben wir herausgefunden, dass sie die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und dann sind wir weggegangen. Ja, dann sind wir weggegangen. Das war es dann mit Gemeinde. Nein, also ich mache das nicht mehr. Was der Amir macht, ob er sich in eine Gemeinde begibt oder nicht, das ist seine Sache, aber ich mache das nicht mehr. Ich kenne eine Schwester, die hat 13 Gemeinden oder sieben Gemeinden besucht, nein, in Hamburg, nicht eine davon war wie Bibel, nicht eine einzige. Die hat mir die Ehe namentlich genannt. Die zweite Gemeinde ist vorbei. Der Herr Jesus sagt in dem Sendschreiben Offenbarung Kapitel 3 Abvers 16 zu Laudizea und damit enden die sieben Sendschreiben mit der Laudizea, also die Geschichte der Christenheit endet mit dem Sendschreiben an Laudizea und der Herr Jesus sagt zu dieser Gemeinde, weil ihr weder heiß seid noch kalt, sondern lau warm, spare ich euch aus aus meinem Mund. Das heißt, die Endzeit Christenheit wird gekennzeichnet sein von Lauheit. Absolut. Wir wissen ja, was in den letzten Tagen passieren soll. In der zweiten ist mehr als weit. Zuerst muss der Abfall kommen. Der große Abfall ist da, die Lauheit ist da. Jetzt fehlt nur noch die Entrückung. Aber mein Besser, ich will dich kurz prüfen. Ich will gucken, ob du die gesunde Lehre ver- weil wir sollen es ja immer gegenseitig prüfen, du und mich ja genauso. Nicht, dass du jetzt was Falsches stehst, wenn ich jetzt Fragen stellen möchte. Alles gut. Also nur die Bibel allein, auf jeden Fall mein bester, ja? Auf jeden Fall, absolut. Einmal gerettet, immer gerettet? Kann ich selber nichts zu sagen. Ich würde jetzt selber behaupten, ja, aber ich glaube, man kann auch abfallen. Ne, man kann nicht, also laut der Schrift kann man ja nicht abfallen. Okay, ich verstehe, was du, ja, okay, ich verstehe. Ja, aber ich glaube, also einmal gerettet, immer gerettet, würde ich schon ja sagen. Ich kenne mich aber da jetzt nicht in der Schrift gut genug dafür aus und wirklich an. Kann ich eine gute Bibelstelle geben? Gerne, gerne. Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28 steht da drin, meine Schafe hören meine Stimme und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Johannes 10, nur? Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28 Ja, okay. Das wäre, oder die habe ich mir sogar markiert hier. eine wunderschöne Stelle, weil das zeigt sie ganz klar, wir sind gerettet. Deine Artie würde ich auch sagen, wenn nie einmal gerettet ist, ist gerettet. Ja, genau. Nein, versiegelt, Epheser 1, Vers 13. Glauben ist ja nicht alles, aber vom Glauben kann man halt auch abfallen. Ja, aber nicht ein Kind Gottes. Der Glaube ist Gottes, aber eines Wiedergekehrs. glaube ich, einer Meinung. Ja, er ist versiegelt. Ein Kind Gottes ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13, Epheser 4, Vers 30. Und Gott bewahrt die seinen, die ihm versiegelt. Das ist seine Brautgemeinde, die holt er ab bei der Entrückung. Richtig. Da lässt er die Braut nicht feiern für eine andere, sondern seine Braut ist seine Braut. Ja. Und die schützt er. Du wirst ja auch alles geben, damit deine Braut geschützt ist. Absolut. Siehst du, genau so ist das. Gehen wir weiter. Trinität mein Messer, also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alle drei ist ein Wesen, ein Gott und keine Randordnung. Absolut. Erste Mose, die ersten Verse schon. Erste Mose 1, Vers 26 ist noch stärker, finde ich. Ja. Was noch? Glaubst du an die Vorentrückung? Ich bin Offenbarungsthema, ich weiß nicht, ich habe da nicht so eine feste Meinung zu. Ich weiß es nicht, wie das genau mit der Entrückung sein wird. Ja, okay, so suchend. Also, weil du ja da auf jeden Fall noch suchend. Ich bin jetzt seit ein, zwei Jahren wirklich tief im Glauben und bin jetzt im Bibel am Studieren. Man sieht das ja, mein Lieber, ich sehe gerade Bilder von deiner Gemeinde und ich sehe, dass die Frauen alle unbedeckt sind beim Gottesdienst. Ja, das ist aber, das ist aber, ja, klar, okay. Ja, und da geht es schon los. Aber wie begründest du das? Das ist ja in 1. Korinther 14 wird das, glaube ich, aufgefasst. 11. Oder 11, 11, genau. Da wird das aufgefasst. Und ich würde jetzt mal selber so behaupten, wenn das wirklich so wäre, dass das wirklich eine Pflicht ist, für jeden, für jede Frau sich zu bedecken, dann wird das nicht nur einmal so undeutlich gesagt werden. Sehr deutlich. Und das ist sogar sehr interessant, was eine schöne Weisheit dahinter ist. Da steht es sogar noch drin, die sollen sich ja bedecken um den Engelwillen. Ja, was meint der Herr mit um den Engelwillen? Um den Engelwillen bedeutet, die Engel können nicht in die Herzen reinschauen der Menschen. Gott, schon. Aber um den Engelwillen hat der Herr das so eingerichtet, dass die Engel unterscheiden können, ah, da ist eine, die ist wirklich Gott gehorsam. Weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wir können viel reden, aber ein Bild spricht immer tausend Worte. Ja, und ein Zeichen der Unterordnung der Frauen generell als Autorität, dass die Frauen die Autorität des Mannes anerkennen und eben der Emanzipation entgegenwirken. Das ist das Problem. Richtig. Aber ich habe auch noch weitere Bilder gesehen, dass sie mit Gitarren und so weiter da, ne? Ja, absolut. Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, doch. Also die haben damals einen Pauk und Trompeten Mauern eingerissen. Ich wüsste nicht, ob sie keine Musik machen sollen. Nee, 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 nee. Der Gottesdienst im Neuen Testament ist etwas ganz anders als, äh, wir dürfen zum Beispiel jetzt nicht Breakdance machen und so weiter und Rap oder so, ne? Ja, das machen wir auch nicht. Wir haben eine Bass. Das geht schon in die Richtung. Wir machen das. moderne Rockmusik und so weiter mit Gitarre und dies und jenes. Ach so, das macht ihr? Moderne Rockmusik? Wir machen einen ganz normalen Lobpreis, wie man den auch überall anders in Gemeinden hört. Nur halt, wie halt auch mit Schlagzeug, was aber überhaupt nicht verwerflich ist. Ich kenne keine Stelle in der Bibel, die das untersagt. Und jetzt, mein lieber, ihr Lieben, oder beziehungsweise Bruder Pavlos, in der Gemeinde, wo wir waren, wo die die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet haben, wo wir rausgegangen sind, da haben die auch noch damals noch nur ein Klavier gehabt. Und wir haben gesungen, nur mit einem Klavier begleitet. Danach, als wir rausgegangen sind, was glaubt ihr, was sie für den Lobpreis gemacht haben danach? Mit Gitarre, Schlagzeug. Ja, aber Risa, kannst du mir, jetzt nicht böse gemeint, aber kannst du mir Stellen nennen aus dem Neuen Testament, wirklich? Wahrscheinlich wird das dann ja nur in den Briefen aufgegriffen werden, wo sowas denn verboten wird? Ich kenne keine. Ja, wie haben wir denn die Gemeinden in dem, es heißt, er singt und Lobpreist dem Herrn Lieder. Ja, das heißt aber nicht, dass du jetzt da hingehst und daraus eine Partymusik machst. Wir verkünden den Tod des Herrn. Ihr könnt euch unsere Gottsdienste ja auch angucken auf EF Siegburg, gibt es auch einen Kanal auf YouTube. EF Siegburg. Also, jedem das Seine, der eine wird, es gibt viele konservative Brüdergemeinden, die uns schlecht reden, aber bei bestem Willen, ich sehe bei uns in der Gemeinde nichts Schlechtes. Also, keine Schlechtes. mach dir Zungenrede. Eine Rubrik Frauenabende, da steht Frauenfreizeit, wenn man Freundinnen sucht. Frauen, die Freundinnen suchen. nicht Schwestern im Herrn, sondern Freundinnen, so wie Weltmenschen, Freund, Freundinnen. Hier steht auch immer so Gott kennenlernen, aber nie Jesus Christus kennenlernen. das Wort Jesus ist ja immer Gott. Bei uns jetzt, oder was? Ja, wir sind auf der Webseite. Aber trotzdem reden wir absolut Jesus Gott, also Jesus ist Gott, das ist ja, da gibt es nichts zu an uns. Aber das ist dieses typische evangelische, freigeehrliche Gemeinde. Aber wenn wir jetzt anstatt Jesus Gott sagen, ist da doch nichts bei. Ja, aber die meisten falschen 50er sagen immer nur Gott und nie den Herrn Jesus. Das ist das Problem. Ja, also klar, man kann jetzt oberflächlich sich ein paar Sachen angucken, da hat doch irgendeiner geschrieben, glaube ich, wenn man Musik über alles stellt, das tun wir ja auch nicht. Ihr könnt euch ja den Gottsdienst mal angucken, der wird auch jeden Sonntag und dann kann man sich vielleicht ein besseres Bild machen und dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Autoabenteuer mit entspannten Sauna-Events. Sauna-Events? Was? Das muss man ein kleines Geck. Was sind Sauna-Events? Also wir haben, also wir haben Männerfreizeiten und Frauenfreizeiten und auf den unseren Männerfreizeiten bauen wir auch eine Sauna auf für uns. Wie, seid ihr jetzt untereinander nackt? Man muss doch nicht nackt in die Sauna gehen. Es gibt doch die Sauna geht. Ich kann jetzt halten, der angezwungen in die Sauna geht. Ja, ich gehe nie nackt in die Sauna. Mein Lieber, wenn man zusammenkommt in die Gemeinde, dann verkündet man den Tod des Herrn. So sagt der Jesus. Wenn ihr zusammenkommt, meinen Tod zu verkündet. Das ist ein Sauna-Klub, ey. Nein, das ist echt schade, das ist echt schade, dass ihr urteilt. Es ist echt schade, dass ihr oberflächlich urteilt, ohne irgendwelche ... Oh, wie, mein Lieber Jig, nein. Das ist echt schade. Nein, es geht darum, dass diese Gemeinde, die du jetzt auch besuchst, es sieht so aus, als ob die auch sich einreiht, wie alle anderen Laufheim-Gemeinden, wo die halt die Frauen unbedenkt ... Unbedenkt zum Abendmahl kommen, jeder am Abendmahl teilnehmen kann, die Frauen predigen, predigen auch Frauen bei euch? Nein. Das ist zu selten. Okay, wenigstens etwas. Aber Zungerien macht ihr nicht, ne? Nein, machen wir auch nicht. Okay, dann geht's gut. Aber Sauna-Events ist alles klar. Sauna-Events? Sauna-Events? Geil, aber was für eine coole Gemeinde ist. Sauna-Events? Aber das ist schade. das ist mein Lieber. Vielleicht machen wir ein Poker-Events. Aber warte mal, jetzt kommt auf herz. Macht die wirkliche Sachen bei der Sauna-Events? Ja, guck mal, das ist halt die Schade, jetzt macht ihr so. Nein, was meint ihr mit Sauna-Events? Das ist so hilarious, das ist so hilarious. Tut mir leid, aber das kam jetzt gerade so trocken, ey. Ich kann ja verstehen, dass das für die Ersten so ein bisschen komisch vorkommt, vor allem, wenn man, ja, die Ersten denken ja sofort, man geht nur nackt in die Sauna, aber das muss man ja auch nicht machen. Und was ist daran schlimm an Sauna gehen? Was ist denn daran schlimm? Das ist doch kein Freizeitverkommen wieder. Das ist doch komisch rüber, so komm Leute, als Gemeinde, komm, wir gehen in den Saunagang. Ja, ey, das machen wir ja auf unseren Männer-Männer-Zeiten zum Beispiel. Da sind wir unter Männer-Männer-Zeit. Zusammen in der Sauna? Wie bitte? Torn und Männer-Zusammen in der Sauna? Nein, auf keinen Fall. Das wäre noch heftig. Das wäre wirklich die Torte gewesen. Was für noch heftiger. Das wäre die Kirche. Ihr dürft euch immer so oberflächlich bewerten. Naja gut, du siehst ja, also mit Saunen-Immens habe ich erst mal verstanden. Ich dachte erst mal, und das meine ich ja wirklich, ich dachte jetzt auch nach Club, oder ich nehme die Gäste. auf keinen Fall, nein, schau mal, wir machen alle vier Jahre zum Beispiel eine Männer-Freizeit, da wird alles Mögliche aufgestellt. Wir machen da Sport. Das ist einfach so ein Urlaub für Männer. Dann sind wir nur unter Männern, und da werden auch Sauna aufgestellt. Jungs, das ist alles möglich. Entschuldigung, Jungs, darf ich mir eine Frage geben? Ja, bitte, ganz kurz. Sorry, ich habe schon lange gewartet. Alles gut, ich gehe raus, Gottes Segen euch noch. Gottes Segen. Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber es ging nicht. Alles gut. Das war sehr, sehr lustig gerade. Ja, aber trotzdem falsch bewertet, das ist kein Sauna-Club, oder sonst was. Nein, ich weiß es, aber das kam mir sehr komisch rüber. Alles klar, Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hadi. Ja? So, was liegt dir auf dem Herzen? So, war eine Frage, Jungs. Ich bin Muslim zuerst, ja. Ja. Und, so, da steht hier, Muslim kehrt um, bevor es zu spät ist. Ich weiß nicht, ob ich zu spät bin, oder noch nicht. Noch nicht. noch nicht. Noch nicht, ja? Ja. Gut, sei Dank. Guck mal, wenn die Wahrheit nicht bei dem Islam tun, dann, wo muss man suchen, normalerweise? Oder welche Religion ist die Wahrheit? Bibel. Ich habe, ich habe, ich habe versucht zu lesen, und ich habe hier ein paar Punkte, ein paar Fragen. Ja. Ich habe in Bibel so gelesen, ja, und wie, zum Beispiel steht hier in Bibel, also, will eine Frau also sich nicht bedecken, so, lass sie sich das Haar abschneiden. Wenn es für eine Frau schädlich ist, abgeschnittenes Haar zu haben, oder geschüren zu sein, dann bedecke sie den Kopf. Ja, genau. Ich habe, ich habe so, mich so überlegt, und, ähm, ich habe mich gefragt, ähm, Bibel spricht hier über den Hijab, über den Kopftuch, und, ähm, ja, von der christlichen Seite, ich finde, die, äh, alle, die, die Frau, sie tragen kein Kopftuch, die christliche Frauen, und von der anderen Seite, von die islamischen Frauen, die, sie tragen alle, alles, Kopftuch, ja, ja, und, äh, so, die, das ist der erste Punkt, zweiter Punkt, die, äh, steht hier auch im Bibel, und eine Schweine spattet, die glauben, aber es wieder geht nicht, darum soll es euch unrein sein, von dieser Fleisch sollte er nicht essen, noch eher als anrühren, dann sie sind euch unrein, ja, und ich habe so auch mich gefragt, warum ist die christliche, äh, christliche Menschen, sie, sie, sie essen Schweinefleisch, und sie essen andere Fleisch, und so, aber die, die, äh, muslimische, die essen kein Schweinfleisch. Ja, also diese zwei Fragen hast du? Ja, 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 okay, zu der ersten Frage, warum sich christliche Frauen nicht bedecken, also in einer richtigen Gemeinde, beim Gottesdienst, bedecken sich Schwestern, ja, also ich kenne Schwestern, die sich, also ihre Haare bedecken beim Gottesdienst, natürlich, dass heutzutage eben die meisten Christen, äh, lauwarm sind, und die Frauen bei dem Gottesdienst, ihre, äh, also ihr Haupt, ihre Haare nicht bedecken, denn das liegt natürlich an den, an der Zeit, in der wir leben, in der eben die Christen nicht mehr so richtig brennen für den Herrn, sondern sich selber, ähm, vollbringen. Aber trotzdem ist das nur im Gottesdienst, ja, nicht, dass jetzt die christliche Frau überall sich bedecken muss, nein, das steht in 1. Korinther 11, dass wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde, dass beim Gottesdienst, die Frau eben, äh, äh, als Zeichen, dass die, äh, eine höhere Stellung annimmt über sich selbst, also eine höhere Autorität und nicht selbst Autorität ist, dadurch kennzeichnet ist, dass sie halt ihr Haupt bedeckt, dass sie was auf dem Kopf hat. Der Mann dagegen darf nichts auf dem Kopf haben, weil er ja das Haupt der Frau ist. Und Gott ist ja, also der Herr Jesus ist ja das Haupt des Mannes. Deswegen darf der Mann sein Haupt nicht bedecken beim Gottesdienst. Aber die Frau schon, weil der Mann ist das Haupt der Frau. Ähm, aber ich, ja, ähm, ich gucke ja, wo steht ja die Gemeinde, steht ja leider nicht. Da steht nur einfach, äh, will eine Frau also sich nicht bedecken, aber, ja, er ist in 1. Korinther 11. Ja, aber, nee, ich meinte, äh, da steht ja nicht in der Gemeinde oder auf der Straße. steht, das ist generell. Nein, das stimmt nicht. Da steht in der Gemeinde. Aber wo, wo steht das? Kannst du mir zeigen? Sekunde. Ja. Weil hier bei mir, wie gesagt, steht nicht in der Gemeinde oder auf der Straße, steht einfach, äh, äh, generell. Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Stelle, wo man den Kopf bedecken soll, äh, erst unter 11 steht geschrieben, wenn du betet oder weiß sagst? Also nicht nur länger. Er steht gleich immer. Das ist nicht, hallo, das ist nicht durchgängig. Das bedeutet, da wo du beten tust, oder da, wo du weiß sagen tust, und das ist in der Gemeinde, weil eine Frau darf nicht predigen, weiß sagen bedeutet dann, sie repräsentiert ja, in der Gemeinde was, und sie predigt automatisch mit ihrer Taten. Und dann soll sie in der Gemeinde dann ihr Haupt bedecken und sich unterordnen. Aber wenn sie betet, soll sie dann natürlich genauso, ne, äh, unterordnen. oder wenn wir zusammen beispielsweise schön die Heilige Schrift lesen, ja, und dann soll die ihr Haupt auch dann bedecken. Ja, aber dass er sieht, dass wirklich, dass diese Stelle, 1. Korinther 11, die Frauen in der Gemeinde, in den Zusammenkünften bedeutet, erst, äh, kann bitte einer den Vers 17 lesen? Ja, 1. Korinther 11, Vers 17. Ja, genau. Rösa, willst du das mir zeigen, oder? Ja, der Bruder liest sie das, damit du siehst, dass das in der Gemeinde ist, bei den Zusammenkünften, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst. Das aber kann ich, äh, ich liest es doch mal, das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass euer Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Ja, das geht also um die Zusammenkünfte, 1. Korinther 11, wo die Frau sich bedecken muss und der Mann nicht. Rösa, ich habe an dich, bitte eine Frage. Du hast gesagt, du warst Muslim und konfrontiert zum Christentum, weil Mohammed hat ein Kind geheiratet, oder? Ja, so habe ich gehört, glaube ich. Ist das richtig? Ja, genau. Ich würde dich fragen, wie alt war Maria, als sie schwanger war? Da gibt es kein Alter über die Welt. Die Bibel zeigt uns kein Altersangaben, aber in anderen Stellen wissen wir, dass eine junge Frau eben erwachsen sein muss, um einen, einen Heirat anzugehen, einzugehen. Aber es steht, es steht nicht genau, ja? Und, weißt du auch, wie alt war Josef, ihr Mann? Das wissen wir auch nicht, das zeigt uns die Bibel auch nicht. Ich habe das im Talmud gelesen. Der Talmud ist aber nicht Bibel, das sind irgendwelche verrückte Worte. Das ist die Bibel. Talmud ist Talmud, das ist wie Bild-Zeitung. Genau, aber im Bibel steht, die Maria war eine junge Frau. Jungfrau, ja, die war jungfrau, aber nicht, ja, aber nicht ein kleines Kind. Junge Frau. Ja, jungfrau. War ja auch eine junge Frau, aber nicht ein junges Kind. Das ist wichtig. genau, junge Frau, aber wie alt, wie alt normalerweise eine junge Frau? Bis zum Beispiel bis 20, bis 25 oder bis... 20 kann man auch junge Frau sagen, 25 kann man noch immer sagen, junge Frau. Ja. Okay. Weißt du, ich habe von zwei Priester, von zwei Priester, ja, die sind evangelisch, und ich habe von zwei Video von einem Priester, die hat gehört, sie war zwölf Jahre alt. Krise haben nichts mit uns zu tun, ich bin Ex-Katholik, das sind Leute, diese Katholiken, evangelische oder orthodoxe, sind ihr Lehrer. Das sind wir, als würde ich jetzt ein Achmedia aus Nislamis bei dir zitieren. Oder Sufis. Sufis. Die haben gesagt, dass man muss tanzen. Und dann würdest du sagen, ja, Moment mal, die Sufis sind für uns gar keine Muslime, die haben gar kein Gewicht, die Sufis. Verstehst du? Okay, das heißt, das heißt, wie gesagt, steht nicht im Bibel, wie alt war Maria, aber Josef war ein bisschen alt, oder? Nein, auch das Alter wird nicht genannt. Weder bei Maria, noch bei Josef. Keine von den zwei wird genannt. Aber im Islam, da wird das Alter von Aisha sehr genau bekannt, nämlich sechs Jahre alt, als Mohammed sie geheiratet hat und mit neun hatte die Ehe mit ihr sexuell vollzogen. Ja, ja, genau, genau. Deswegen, ich frage, ja, ja, genau, genau. Und dann war für mich vorbei. Ich wollte auch wissen, weil ich habe so, wie gesagt, ja, ja, wie gesagt, deswegen, ich habe das im Telmud so gelesen und ich war, ich war, ich bin ein bisschen so schockiert und ich habe gesagt, nee, das ist falsch, oder so, was sagt im Telmud. Deswegen, ich habe auch im YouTube gesucht, ich habe die anderen Bücher gelesen und so und die haben alle, alle, die sagen alle, die Maria war zwölf und Josef war über 80 Jahre alt. Ja, das kann jeder in der Bildzeitung selber ein Buch schreiben, ein jüdischer Rabbiner kann selber einfach Kugelschreiber nehmen und einfach schreiben, ja, Maria war zwei Jahre alt. Das kann er machen, nur, dann hat er mit uns nichts zu tun. Ja, es gibt verrückte, was ein verrückter Rabbi da schreibt, das interessiert uns weh, das ist so wie als Bild-Zeitung lesen, das interessiert uns aber wenn man wissen will, wo muss man suchen? Das sagt uns Gott nicht, wie alt Maria, du kannst es nicht suchen, weil Gott es nicht uns gesagt hat, wie alt Josef, wie alt Maria war, du kannst das nicht suchen. Kann man nicht. Das ist vollkommen egal, wie alt die sind, die sind über die Reife, weil faktisch, sie muss natürlich geistlich so sein, weil erstens, laut der jüdischen Tradition, ja, kannst du schon nicht heiraten, wenn du nur nimmst irgendwie 13 bist, oder so, wegen der Barmützer und so weiter. Du musst schon die jüdische Tradition schon mitbetrachten, ein bisschen, dass du schon, auf jeden Fall kein Kind mehr ist. Wenn wir schon nur die jüdische Tradition schon anschauen, obwohl die jüdische Tradition viele Punkte nicht mehr einstimmig ist, eigentlich mit der Eingeschrift der Bibel. Und selbst da sind alle über ihre Reife, weil die auf ihre Reife warten, müssen nicht nur die biologischen, sondern auch noch die geistlichen. Diese Frau muss doch den Haushalt führen. Welche Kind kann den Haushalt führen? Ähm, guck mal. Adi, Adi, Adi. Adi, Adi, ganz kurz, ganz kurz, Adi. Nur eine Weile. Adi, Adi. Letztes Mal habe ich eine Priester gesehen und ich habe gesehen, wie auf einmal ein Baby auf dem Boden gekrabbelt ist. Da hat er diese Baby angeguckt und hat gesagt, wenn du größer wirst, dann werde ich dich heiraten. Ich war sehr, sehr entsetzt über diese Priester. Was hältst du von dieser Priester? Ja. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ist das gute Aussage, was der macht, wenn der Baby auf Boden krabbeln sieht und sagt, wenn du ein bisschen größer wirst, dann werde ich dich heiraten. Ja, ja, genau. Guck mal, Adi, er hat das so verstanden, er gibt dir keine Antwort. Ich gebe meine Antwort. Adi, ich will spielen, ne? Wird spielen, ne, Adi? Adi, letztes Mal war ich mit Priester. Adi, letztes Mal war ich mit Priester und dann hat er diese Baby angeguckt und hat gesagt, wenn du größer bist, dann werde ich dich heiraten. Der hat nicht diese Baby genommen, hat gesagt, oh, wie süß, so süß. Der hat Heiratsgefühle bekommen für das Baby. Was hältst du von so einem Priester? Ist das bedeutet, hat nicht geheiratet oder was meinst du? Nein, der hat Heiratsgefühle für ein Baby bekommen. Kriegst du Heiratsgefühle für ein Baby? Ja? Nein. Sehr schön. Nein. Was ist das für ein Mensch für dich, wenn dein Baby anguckt und Heiratsgefühle bekommt? Ja, das weiß ich nicht. Normalerweise nein. Ist das ein psychisch kranker oder ist das ein guter Mensch oder was ist das? Wenn man mit einem Baby zum Beispiel? Du siehst ein Baby. Du siehst ein Baby. Du bist einfach geil. Du bist einfach geil. Warte, warte, warte. Ach so, meinst du, wenn man vor ein Baby sagt, zum Beispiel, ja, du bist sehr süß und wenn du groß bist, dann ich will dich heiraten, dann, wie finde ich das meinst du, oder? Ja, dieser Priester hat diese Baby angeguckt anstatt dieser Priester sagt, oh, wie süß du bist und so schnuckelig, bisschen knuddeln und so, hat er diese Baby angeguckt und hat gesagt, wenn du größer bist, dann werde ich dich heiraten. Der guckt Baby an und kriegt Heiratsgefühle. Ist das normale? Wie soll ich das wissen, ob das normale oder nicht? Normalerweise ist das... Was für ein Mensch du bist, das ist so krass. Hadi, wenn du zu mir nach Hause kommst und mein Baby siehst, dann sagst du, später will ich dich heiraten, mein Baby, mein kleine, zwei Tage alte Baby. Guck mal, bei mir sage ich nicht. Hadi, was ist das für ein Mensch für dich? Ich sage das, ja. Was ist das für ein Mensch für dich, der ein Baby anguckt und sagt, ich werde dich heiraten? Einfach dumm. Dankeschön, dann hast du Mohammed gerade als dumm bezeichnet. Sehr gut gemacht. Okay, und was ist mit Maria? Okay, sag doch einfach. Wobei, Hadi, hast du gesehen? Ganz schnell. Hadi, dein Prophet Mohammed hat das gesagt, das mit dem Baby, ich will dich heiraten. Okay, okay, dann, du sagst, du hast gerade dein Prophet Mohammed als dumm bezeichnet. Aber wie gesagt, du, du steht, steht hier, Muslimer Kehrt um, äh, Hadi, es ist vorbei. Spielerei bitte nicht machen hier. Ja? Leute, guck mal, ich, ich kann, ich kann wirklich nicht so 100% mit euch mich konzentrieren, weil ich bin, ich bin jetzt am Fahren, aber trotzdem, ich bleibe mit euch. Und, äh, hast du gesagt, so Mohammed hat das gesagt, oder? Ja. Genau. Und, und noch eine Frage, es steht auch, die, äh, Mohammed ist eine Prophet von Gott. Äh, Leute, Mohammed ist eine Prophet von Gott, so, so ist die, äh, die islamische Glauben. Und, äh, wie ich weiß, die, äh, wie heißt das, der, der, der Sohn von, von Abraham, Isaac, glaube ich. Er heißt Isaac. Ja. Ja. Und er hat auch, da war auch eine Prophet von Gott und hat auch, äh, ein Kind geheiratet. Seine, äh, seine Frau heißt Rebekah und sie war auch drei Jahre alt. Nein. Nein. Was geht das schon wieder los? Sagst du auch nicht? Nein. Wieso nein? Kann eine Dreijährige, du weißt doch, wie eine Dreijährige aussieht, oder? Ja, ich weiß. Okay. Kann eine Dreijährige in einen Brunnen, Wasserbrunnen, reinsteigen, Wasser schöpfen, aussteigen, Kilometer weit laufen und ganze Kamele bewässern? Aber Isaac hat das gemacht. Ich danke dir für gar nichts. Ich sag, die Rebekah soll drei Jahre alt gewesen sein und Kamele getränkt haben. Ein Kamel trinkt 200 Liter Wasser. Wie macht das eine Dreijährige? 80 Millionen Mal hin und her laufen, um ein Kamel zu trinken? Überleg doch mal. Ja, ich überlege. Guck mal, ich habe das auch am Anfang nicht glaubt, aber, ähm, wie gesagt, äh, danach habe ich im Telmud und so, im Taura und Telmud so gelesen und da steht so, so steht, das war drei Jahre alt. Schon wieder sagst du Taura und äh, schon wieder sagst du Talmud, das ist genauso, als würde ich sagen, die Sufis haben recht, du musst 80 Mal im Kreis drehen, damit du Allah besser empfängst. Würdest du sagen, ja, Armin, ich muss ganz kurz, äh, mein Mikrofon ist stumm, stumm, ja, ich bin, ja, dann mach dich mal stumm. Nur zwei Minuten, nur zwei Minuten, ja. Ja, unglaublich. Also der verwendete Talmud gegen uns, von jüdischen Rabbinern, die überhaupt gar keinen Wert bei uns haben, ist genauso, wie mein Bruder erklärt hat, dass wenn man zum Beispiel den, äh, äh, Sufis oder Ahmadiyah nimmt, als Beweisquelle gegen die, gegen die, ja. Unmut. Gott sei Dank. Hi, hallo zusammen. Hallo, wo ist dich? Ich wollte fragen, wo, wo steht die Sache, die ist denn drin? Mit dem Baby, wo der Mohammed losbekommen hat. Ja, genau. Einmal das, muss der Armin die raus suchen. Nee, in welchem Buch nur? Ja, der sucht dir das raus, wartet kurz. Okay. Bruder Reza. Ja? Der älteste, ne, hat mich heute angeschrieben, ne? Ja. Der so, wir vermisst, ich komme zurück. Ei, 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 ei. Die Stadte sagt, ich habe Fuße gemacht, das ist, hier auch da war eine Ehre, was war falsch, tut mir leid. komm zurück. Ummut. Musnad Ahmad, also von Ahmad Iban, Eben Hanbal, Band 6, auf der Seite 338. Okay, Musnad Iban Hanbal ist sunnitisch. Also, ich muss zugeben, ich glaube weder an die sunnitischen Werke, Sahih Bukhari ist für mich so ein Witzbuch, ist Anaschieh, ich bin Alevitisch, Schiitisch, genau, für mich ist, gerade diese Sachen, was ihr hier diskutiert, haben wir letztens auf YouTube, in anderen Kanälen mit den Sunniten diskutiert, zum Beispiel, dass der Prophet verzaubert ist. Wir glauben nicht daran, die glauben daran, ihre Tafsire sind natürlich auch ein bisschen anders, als uns rausgelegt, aber von mir aus, ich kann muss sagen, ich bin gebürtige Alevite, genau, Schiite, ich glaube nicht an sunnitische Werke, besonders nicht Bukhari, für mich ist es ein Witzbuch, für mich ist es ein Witzbuch, also das Gleiche, Ja, genau, auch für mich ist Bukhari ein Witzbuch, muss ich zugeben, also was da drin steht, das ist einfach, ich, ich muss zugeben, du akzeptierst doch Alkafi, oder? Du akzeptierst doch Alkafi, oder? ich akzeptiere Alkafi, aber du weißt, ja, klar, aber du weißt, dass bei uns Alkafi nicht so wie Bukhari, dass alles, was drin ist, sei es, das weißt du, also verbreiten diese Leute lügen über deine Problemen, Wer verbreitet, wen meinst du? Also deine authentischsten Quellen, Alkafi ist ja so wie für die Sunniten, die Alkafi, die authentischen Vertrauen, sonst würde ich nicht die Quelle. Das heißt, mit anderen Worten, wenn da Lügen zu finden sind, dann hat dein Imam Jafar, der Überlieferer, Al-Kulaini, der das ja geschrieben hat, hat ja dann natürlich Lügengeschichten über deinen Propheten verbreitet, ne? Wer hat, jetzt erstmal, wer hat dann verbreitet, Imam Jafar Sauduq, oder Alkafi? Wen meinst du jetzt? Al-Kulaini ist doch der Schreiber von Alkafi. Ja, aber er sagt ja nicht, dass es, ja, aber er, also hat Al-Kulaini lügend erzählt über deinen Propheten, wenn man da drin was findet. Wir sind nicht unbedingt lügend, er hat alles, alles mögliche, auch von dem Sunniten, er hat auch ein Haddis, wir, ich sage dir warum, ich sage dir warum du so reagierst, weißt du warum, weil du dich schämst, weil es einige Sachen ist, Alkafi, die unglaublich sind. Nein, nein, nicht nur, nein, nicht wegen dem, nein, bei uns, wir sagen, ein Haddis, der in unserem, Hör mal zu Bruder, ein Haddis, der bei uns in den Büchern drin steht und der gegen den Koran oder gegen die religiöse Ethik oder sonst irgendwas so spricht, das sagt, Imran Jav sagt, den Haddis nimmt und schmeißt ihn gegen die Wand. Wir haben keine Bücher, wie Sahih Bukhar, wo alles Sache ist. Bei uns gibt es nur ein Buch, wo Sahih ist und das ist Koran und Kerim, der Rest nicht. Der Rest, wenn er gegen die Logik oder gegen den Koran widerspricht, ist egal in welchem Buch der steht, der gilt für uns nicht als Sahih. Das ist bei uns die Grundlage. Ich hoffe, du kennst dich auch. Akzeptierst du aber Kinder eher, mein bester Umhoff? Hä? Akzeptierst du Kinder eher? Ich akzeptiere jetzt keine Kinder eher. Also wenn du meinst, weil er eine neunjährige Jahre hat, bei euch im Christentum gab es ja auch mit 13 Jahren, 12 Jahren, mein bester, schau mal nicht auf andere. Erstens in Christentum gibt es gar nichts davon. Zumal das erste, der zweite, schau mal nicht auf andere, schau mal auf dich selbst. Ja, ja. Aber ich habe dein eigenes, nein, 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 mein bester. Zieh mal dein Bein mehr heraus. Akzeptierst du Kinder eher? Ja oder nein? So eine ganz einfache Frage. Ja oder nein? Also jetzt, ich akzeptiere keine. Zu unserer Zeit ist vielleicht nicht üblich. Dann bist du denn damals in der Zeit in der Zeit in der Zeit nicht gekommen. Nein, nein, es kann sein, dass es zu der Zeit vielleicht üblich war, oder nicht? Nein, 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 nein. Aber Ruherei akzeptierst du doch. Mutter eher, ne? Aber Ruherei akzeptierst du. Ja, genau. Nein, Ruherei ist keine Ruherei. Es gibt Schrut. Mutter ist keine Ruherei, Lisa. Mutter, es gibt Schrut. Wie man das macht, wenn du das ausnutzt und anders machst, dann bist du du. Dann bist du derjenige, der Gott sozusagen hinterher möchte. Wie kann man denn eine Frau zu Genuss nehmen, zu Genuss und dann sie genießen und dann die weggeben? Und wie kann man das anders dann ausnutzen? Probefahrt mit Frauen. Also, hör mal zu. Eine Mutter-Ehe kannst du machen mit einer Frau, die normalerweise schon verheiratet war oder nicht. Also die halt verheiratet war und geschieden ist. Du kannst mit ihr deine Schulutin, du heiratest du, du musst ja auch genau ihre Brautgabe geben. Wenn du ein Kind mehr kommst, ist es dein Kind. Alles ganz gut. Du machst mit der Frau. Die hat 30 Jahre auf den Tisch liegen. Geht doch klar, oder? Auf was? 30 Jahre auf den Tisch liegen, wenn sie das akzeptiert, oder? 30 Euro? Ja, 30 Euro. Wenn die da akzeptiert sind, der Vater auch ja sagt. Ja. Der kann auch 10 Euro geben, der kann ja auch eine Handvoll Dattel geben. Wie nennt man es in Deutschland, wenn man eine Frau... Schau mal, eine Ehe sollte länger dauern, natürlich für ein Jahr. Aber wenn du das ausnützt... Ja, das ist ja... Wenn du das ausnützt... Ich rede doch gerade darüber, wenn du das ausnützt... Nicht, auch nicht. Aber ich habe... Ich meine, ich bin ein anderes Thema. Umut, Umut. Der weiß, was die Sahaba gemacht haben, weil die kein Geld hatten, die Frauen zu bezahlen. Die haben denen so irgendwelche Sachen von... Wie klaute Ware haben die den gegeben? und Koran rezitiert. Und dann haben die sich an den bedient. Wahnsinn, ne? Hallo? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Hallo? Wie könnt ihr mich hören? Ja, ich kann mich hören. Ja, mein nein. Ich habe keinen Ohr. Also, jetzt hört ihr mich bestimmt, oder? Jetzt. Ja, einen Moment. Jetzt ist gut. Hört ihr mich? Ich habe das im Auto ausgeführt. Ich habe ja gesagt. Okay, super. Halt, weiter geht's. Ja, also, guck mal, Umut. Wenn ich jetzt ein Beispiel, ja? Ich mache das Beispiel. Ich habe eine Frau. Ne, ich sehe eine Frau. Ich will sie heiraten. Ich lege 30 Euro auf den Tisch. Und zwei Daten dazu. Vielleicht nur drei Daten, wenn sie mit Mehrwert ist. Und dann frage ich dem Vater, er gibt mir den Segen, mit dem Imam abgesegnet heiratet. Wie lange? Drei Monate. Drei Monate habe ich halt mein Späßchen. Genieße ich das richtig. Ja, klar. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte was Neues. Drei Monate vorbei, und dann gönne ich mir halt die nächste. Dann gönne ich mir die Schwester. Weil die Schwester ist mir ein bisschen schöner. So, dann die Schwester, drei Monate, vielleicht vier Daten, weil die schöner ist, und vielleicht ein Vierzigen, weil sie mehr Qualität besitzt. Vater gibt Segen, habe sie dann. Mache ich dann daraus vier Monate. Habe vier Monate aufgegönnt. Gut, Vater immer verstorben. Die Mutter ist da. Dann halt die Mutter. Dann wird halt die Mutter halt reingenommen. Was machen wir jetzt? Dann gibt mir Opa den Segen dazu, der Vater von der Mutter. Und dann gebe ich über 50 Euro. Qualität hat seinen Preis, wissen wir ja in gewissen deutschen Gebieten. Wenn die Mutter schon ein bisschen älter ist, keine Ziege, dann eine Hohn nur. Oder ein Ei von einem Hohn. Und dann gehe ich mal halt die Mutter. Da mache ich wirklich ein Jährchen. Da muss ich mir ein bisschen Spaß gönnen. Dann, gut, da habe ich das gepäckte, gemerkt. Gut, dann muss halt die Oma ran. Was machen wir jetzt? Okay, du kannst auch vom Punkt kommen. Du brauchst nicht zu überträgen. Komm auf den Punkt. Ja, aber das ist doch so legitim. Das wäre so erlaubt, wenn da jeder einstimmig ist. Also habe ich die ganze Familie auseinandergenommen? Ich habe die Tächte herangenommen, ich habe die Mutter herangenommen, ich habe die Oma herangenommen. Und das ist legitim. Das ist Helal. Kennst du überhaupt die Chirut von Mutter? Kennst du die Chirut von Mutter überhaupt? Erklär uns das. Ich frage, erkennt ihr die Chirut von Mutter? Erklär uns das bitte. Ja, ich frage euch jetzt mal, kennt ihr? Du musst uns das erklären, was das für eine Hure Reihe ist. Du kannst nicht einfach jede Frau heiraten oder eine, wo Jungfrau ist oder sonst irgendwas. Es geht doch gar nicht. Kein normaler Mensch. Es geht hier um die Hure Reihe, was von Gott der Bibel, Sex vor der Ehe, sehr, sehr schlimm an Sünde gezeichnet wird und Sex mit mehreren Frauen. Und du musst ein Mann in deinem Leben heiraten, eine Schwester im Glauben und bis zu Tod euch scheidet diese Ehe aufrecht ein. Das ist die Heiligkeit. Was aber dein Gott oder der Allah im Koran erlaubt, ist Hucherei. Ist ja legitim, Mutter. Ich durfte die ganze Familie auseinandernehmen. Darfst du nicht. Das gibt es. Ich sage, du kennst die Chirut nicht. Nein, nein. Wenn meine Intention dahinter ist, sie zu heiraten und nicht wirklich zu lieben, aber gemerkt habe nach drei Monaten, nee, ich will nicht. So wie es mir die Zeit hier erlaubt, will ich sie nicht. Dann will ich die andere. Und immer der Segen kommt vom Vater oder von Opa da. Das ist immer der Segen vom Vater. So, habt ihr den Segen bekommen? Ich darf heiraten. Ich lege das Geld auf den Tisch und ja, dann gönne ich mir. In der Hauptzeit ist doch alles erlaubt. Darfst du einen heiraten, die Jungfrau ist? Ist doch immer der Jungfrau. Das ist doch kein Problem, die Mutter ist auch angenommen worden. Ja gut, aber sie heiraten im Namen Gottes, sie sind verheiratet. Und wenn die ein Kind bekommen ist, die ganze Familie einmal zu begleiten. Also die ganze Familie einmal zu begleiten. Ist doch besser wie ihr Christen, das macht die Diskotheken. Ist das Helal? Ist das Helal? Ist das Helal? Ist das Helal? Die ganze Familie einmal zu begleiten. Das heißt, wenn ich ein bisschen Geld gebe, zu einem Hoja gehe und mich billig verheiraten, dass er auch noch auf dem Vertrag steht. Heute ist der siebte, fünfte und achte, fünfte ist die Ehe dann wieder geschieden. Das nennt der Heiligkeit. Schau dir das mal an, was Islam mit seinem Gehirn macht. Ja, ich lege, wie bei einer Heidra. Auf jeden Fall. Ja, also ist Koran, 24, Altstadt, Düsseldorf. Ja, Umut, das ist das Problem. Warum ist er nicht bewusst, dass das Hurerei ist, was praktiziert wird, mit Geld, Frau zu kaufen, um die Frau sexuell zu genießen und danach ihr das Geld zu geben? Der Islam versucht, diese Hurerei, Prostitution, einfach schöner zu machen und zu sagen, ja, das ist nicht Prostitution, das ist Heiraten für drei Stunden. Es gibt nochmal keine Selbstliebe, dass du Heiraten hast und sagst. Du musst drei Tage. Umut, kennst du den Scharia-Keller? Genau, das ist Uro 424. Was ist das? Was ist über die Nachricht verkündigt worden, ist dieser Scharia-Keller. Die haben alle auf Zeit hier einmal kurz geheiratet, haben einmal hier gefühlt eine ganze Orgie gestartet und dann war er vorbei. Und was ist mit den Frauen? Ja, die sind benutzt. Schon werden dann von einer anderen benutzt, keine Ahnung. Eine Frau, die zum Beispiel keinen Mann abbekommt, ihr Mann ist gestorben, bevor die auf der Straße geht. Naja, du bist ja drei Monate für sie. Und nach den drei Monaten ist weg. Und nach der Situation der Frau auslösser, anstatt dir zu helfen, nutzt man natürlich die Situation aus. Guck dir das an. Nein, nein. Weißt du, was die Bibel sagt? Weißt du, was die Heilige Schrift, die Bibel sagt? Wie es sein sollte, wenn die Frau geschieden ist, wenn die sogar verwitwet ist, also der Mann ist gestorben, dann muss die ganze Gemeinde für die Frau sorgen. Die ganze Gemeinde soll für sie sorgen, ohne einmal hier, dass jeder einmal rangeht und einmal sie beglückt. Nein, die ganze Gemeinde sorgt für sie. Und daran sehen wir die Heiligkeit der Bibel gegen die Unheiligkeit von Allah. Euch dürften wir einmal beglücken hier. Was ist das denn? Einmal der Imam auch noch. Einmal kurz rein hier. Jeder von euch kann froh sein, sich vom Namen abzuwenden und zum Herrn Jesus Christus gefunden zu haben. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Ja, die machen das ja für Sinner. An die Dame von Umut, wie findest du das, dass man eine Frau so benutzen darf? Sei mir ehrlich, an die Dame von Umut. Also, meine Frau. Also ganz ehrlich, da gibt es auch Regeln und das ist wie eine Ehe. Das ist nicht so, als wenn du jetzt zum Beispiel Sinner betreibst. Das ist kein Sinner, das ist Halal. Erzähl kein Quatsch. Das ist kein Sinner. Jura 424 ist Halal. Es ist unter Namen Allahs legitim geworden. Das beispielsweise, wenn Umut verstirbt und du einen heiraten darfst und drei Monate mit ihm beglücken darfst, dann kommt der Nächste und dann wieder der Nächste und dann wieder der Nächste. Ja, legitim. Das möchte ich Sinner sagen. Was mit der Seele der Frau anrichtet wird, ist unglaublich. Die Seele der Frau hat doch selbst zu entscheiden, ob sie das will oder nicht, hat sie selbst zu entscheiden. Ja, es geht doch nicht um die Selbstentscheidung. Es geht darum, dass Gott so eine Prostitution erlaubt mit Geld. Das ist keine Prostitution, damit geheiratet ganz normal. Ich gehe mit der Frau 30 Euro für drei Tage, das ist Heirat für dich. Ja, das meine ich doch, wenn du das, wenn du so ein Mann bist, der das ausnutzen möchte und sagt, hey, ich heirate es für drei Stunden, dann ist du deine Intention darin, dass du das noch ausnutzen musst. Nein, Mann. Ja, klar, du darfst das ausnutzen. Da steht, Suche 424, die Frauen, die ihr genossen habt, geben ihnen das Geld. Wie nennt man diesen Vorgang in Deutschland? Eine Frau genießen und dann ihr das Geld geben. Wie nennt man das in Deutschland? Ich weiß nicht, wenn du deine eigene Frau genießt, wie nennst du das? Ja, ich bin verheiratet mit meiner Frau, aber du kannst eine Frau da draußen genießen und ihr das Geld geben und dann gehst du weg von der. Ich gehst du weg von meiner Frau, wenn du ganz plötzlich unterscheidest, ummut. Jetzt sagst du, du bist meine Frau verheiratet, in dem Sinne bin ich ja auch mit der Frau verheiratet. Wie, der Mann ist nicht bei der Mutter an diese Frau gebunden, die er genießt, der kann danach wieder weggehen. Verstehst du den Unterschied zwischen einer Ehe, die bis zum Tod geht und einer Mutter, die nur für Genuss da ist? Du kannst dich doch auch scheiden lassen von deiner Frau weggehen. Du kannst dich doch auch scheiden lassen von der Frau weggehen. Nein, die Bibel sagen, dass wir nicht scheiden. Können wir nicht, der Herr Jesus hat gesagt, nur bist du tot ausscheidet oder bist du Ehebruch. Wenn einer von den Fremden geht. Du bist nur tot, genau deswegen ist nicht so viele Christen hier geschieden. Erstens, erstens sind das keine richtigen Christen, zweitens, weil die meisten Fälle, zweitens, ummut, hör mal genau zu. Ummut, warte mal, warte, warte ganz kurz, ummut, hör jetzt genau zu. Du hast jetzt Sünden anderer Menschen angesprochen, sowieso, die sind die meisten lauwarm. Wir reden jetzt anhand der Regeln. Bei euch ist eine Regel von Allah höchstpersönlich, dass deine Frau so viele Männer haben darf, wie sie möchte und das ist Helal. Das ist krank, das ist krank, dass die Frau die Beine breit macht, für den Mann, für den Mann, für den Mann, für den Mann und das ist noch Helal, von Allah noch gesegnet. Schön, der hat für die ganze Fußballmannschaft die Beine breit gemacht, Helal, sehr schön gemacht, super Religion. Und dann Geld geben. Und dann kriegt jemand so einen Reißen auf den Tisch, so wie es sich dann gehört. Allein, dass er meinem Bruder nicht zugehört hat und gesagt hat, ja du gehst auch zu deiner Frau und dann machst du nach Hause ab. Guck mal, was er da sagt. Ja, wie wir nirgendswo, unfassbar sowas. Es steht darum, dass Allah sowas legitimisiert. Ja, aber du hast es doch nicht ausnutzen, nee, steht nur drin, du solltest es genießen. Komm, sagen wir sogar, die Leute wollen es nicht mehr ausnutzen, die wollen wirklich mal drei Monate an deine Frau ran, wenn du tot bist. Ja, okay, drei Monate hatten die jetzt deine Frau. Gut, er ist weg, kommt der Nächste. Der hat jetzt auch drei Monate, deine Frau. Gut, er ist weg, kommt der Nächste, er hatte auch drei Monate. Er meint das alle, alle meinen das ernst, aber dann haben die am Ende gesagt, ja ich will doch nicht. Ist ihr gutes Recht, halt eine neue zu suchen und deine Frau hat dann einen Mann nach dem anderen und den hat 30 Euro auf den Tisch. Sehr schön. Sehr schön und wenn die Frau mitmachen lässt, hat die, ja, da hat sie es verdient. Wenn Pech für sie, wenn sie halt die Beine bracht, für so eine, wirklich so eine Ideologie, die so dumm ist, dann hat sie Pech gehabt, wenn die ganze Fußballmannschaft reingelaufen ist. Genuss, sexuelles Genuss und danach Geld geben, der Frau Geld geben ist per Definition Prostitution. Und im Islam wird das nicht Prostitution genannt, sondern Ehe, eine Mutter-Ehe. Das wird schön geredet. Das ist der Punkt wieder hin. Da ist eine Ehe auf Zeit. Du gehst zum Hodja, gibst ihm Geld, du willst heute heiraten und dann machst du auch den Datum fest, an dem du dich von ihr scheiden lässt. Dann geht jeder ihre Wege. Ja, das nennt man Prostitution. Und das ist Definition Prostitution, ja. Und das will ich dem Umut ja, irgendwie, das wollen wir dem Umut ja eben klar machen, dass hier Allah Prostitution schönreden will. Nämlich, ja, das ist keine Prostitution, wenn ihr drei Tage eine Frau heiratet und dann ihr Geld gibt. Das ist Prostitution. Prostitution, weil der Gott der Bibel sagt, Mann und Frau werden heiraten und bis das der Tod euch scheidet. Das ist heilig. Das ist heilig. Der Herr hat vorgehabt, damit die bis zum Tod verheiratet sind. Aber Allah erlaubt bei euch, gönnt. Ja, was die Leute heutzutage machen. Ja, die ficken doch auch einfach so. Ey, TikTok sportlich, ich sage einfach beglücken. Beglücken. Ja, aber das sind doch keine Gläubige, das sind Atheisten, die da draußen Horrorerei betreiben. Das hat doch nichts mit der Bibel zu tun. Die Bibel sagt, das ist verboten. Warte, warte, ein Bruder hat gerade gesagt, das sind doch keine Gläubige, die das tun. Das sind Ungläubige, gebe ich dir recht. Aber bei uns gibt es auch solche Ungläubige, das Outnutzen, ne? Mit solchen Frauen, es gibt solche Leute. Ja, der steht im Koran, aber Koran. Ja, und steht da, du sollst es ausnutzen, du sollst jeder... Du sollst genießen die Frau, ja. Du sollst genießen die Frau auf Zeit. Und dann gibst du ihr das Geld. Du gibst ihr ihr Mahr, das hat nichts mit Geld zu tun. Ja, Mahr, mit 30 Euro Mahr, genau. So wie ich damals Mahr gegeben habe für 30 Minuten. Mahr gibt es auch bei normaler Heiratbruder, nicht nur bei Dings. Ja. Verstehst du das nicht, wenn man eine Zeit festlegt, eine Zeit, wo man sich widerscheidet und dann die Frau in dieser Zeit genießt und dann ihr dieses Geld gibt als Brautgabe, das ist eine Schönredung von Prostitution. Genießen die Frau und ihr Geld zu geben. Dann gibst du deinen Verstand und versuch dich zu verführen, damit du Prostitution betreibst und es dir nicht bewusst wird, dass du in Prostitution bist. Das ist krass, dass Uru das verteidigen will, okay, weil er ist der Mann, er hat einen Vorteil daraus, aber dass die Frau es verteidigt, das ist für mich die Höhe. Ja, das ist auch heftig, dass die Frau das nicht erkennt und sagt, ey, bist du verrückt, mein Mann, was sagst du da, Mann, wie kannst du sowas überhaupt verteidigen? Was ist das für ein Buch, was wir da folgen? Das ist ja eine Unerefungsfrau. Das ist mein. Die Frau kann doch selber entscheiden. Die Frau kann selber entscheiden. Okay, kann die Frau auch selber entscheiden, dass die Frau auch selber entscheiden, dass sie einen Ellbogen bekommt, wie es in Sura 4, Vers 34 steht, die 4 ist ganz schön bei euch, ne, im Koran. Ermahnt sie, meinst du mehr wird und gib ihr so einen Ellbogen von der Seite mit Abu Zainik. Abu was? Das heißt Kuschel. Der weiß, wie kürzt dein Auge, aber es ist ähnlich. Das Problem ist, dass du mal, das ist wirklich schwer zu verstehen für Leute wie hier, ne? Der Kuschel ist wirklich schwer zu verstehen für Leute wie hier. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja, was ist denn Sinn dahinter? Ein Mannsinn meint die Sinn dahinter. Leza, eine Frau in Räumte-Kar zu mieten, das verstehen wir den Sinn dahinter nicht. Leza, schau dir an, was Islam drauf hat. So wie er möchte, das ist falsch. Ja, erklär mir das doch bitte, meine liebe Dame. Ma'am, Ma'am, erklär es mir bitte, in Sura 4, Vers 34, was Islam zu verstehen ist. Erklär es mir mal. Sura 4, Vers 34, erklär es mir mal. Ich habe jetzt den Koran nicht da bei mir, aber du kannst doch mal vorlesen. Da steht drin, erst mal für die Frau, ja, dass sie, die ist natürlich, wenn die natürlich aller Gehorsam ist, dann ist kein Problem, dann ist es alles top, alles sauber. Aber für diejenigen, wo wir nur befürchten, dass sie Ungehorsam gegenüber dem Mann ist, befürchten, er mahnt sie, meidet sie im Ehebett und ich bin so ein Ellbogen mit Abu Zainik. Ich schau mir das an, ich schau mir das an, erst mal, ich schau mir den Vers an. Ja, lies, ich möchte, dass du genau liest. Da steht Ellbogen mit Abu Zainik. Mit was? Da steht Ellbogen mit Abu Zainik, lies mal genau vor. Schau dir das an und lies mal ganz laut vor. Ich möchte, dass du den Vers ganz laut vorliest. Ja, ich schalte kurz mein Laptop ein, ich muss kurz warten. Ja, genau. Ich schalte gerne. Die richtige Bibel wurde verfälscht? Ja, Mensch, Mann, warten Sie bitte, Mann, 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 bitte, bitte. Wenn ihr von Frauen verfälscht und gehen, habt ihr ganz verlaufen. Erst mal Frauen verprügeln, und dann gehen wir uns so, die Fälschen. Mann, das Wichtigste zuerst, Frauen verprügeln. Erst kommt das Wichtigste, Priorität, Ellbogen mit Abu Zainik. Das ist die Priorität. Ja, ich schalte gerne mit Abu Zainik, aber nicht vergessen, vorzulesen. Ich werde nochmal kommen, nicht jetzt, aber ich werde so viele Versionen mitbringen. Ich möchte das bestimmt vor, ich zeig den 340 Leuten, Abu Zainik mit Ellbogen, bitte. Verachtet werden auch, ja. Ja, nein, meine Liebe, du bist doch ein Muslim, ne? Gehe, du widersetz dich. Gehe, du widersetz dich, wenn du den Ellbogen kassierst. Bitte, Umut, einmal vorlesen. Umut, lies einmal vor, dass ihr Frauen einen schönen Ellbogen geben dürft. Ein Bodycheck. Lies mal. Bodycheck. Dann will ich sehen, ob sie das noch verteidigen tun mit Herz und Seele. Das will ich sehen. Umut, bitte. Ja, ich suche gerade, ich fahre gerade mal nicht, ob es weg ist. Jura 4, Vers 34. Komm mal, jetzt, jetzt kriegt die einen richtigen Schock ihres Leben. Jetzt denkt die sich, was hast du, wenn die das verteidigt, also dann, haben wir alles geklappt. Dann ist richtig Gaudi. Also da meint die jetzt richtig ernst. Suradan Nisa, ja genau, Antar. Die Suche für An-Nisa, die Frauen. Ich wette, 500 Euro, der Wetter hat nicht ganz vorlesen wollen. Also dann schickt mir die 500 Euro, ihr lernt, Leide. Schickt mir die von heute. Dann lies mal bitte. Ja, ich lese dir vor. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen. Und diejenigen, die ihre Gatten Geheimnisse mit Allahs Hilfe waren. Und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, vermannt sie, meintet sie im E-Wett und schlagt sie. Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht, gegen sie keine Ausrede, weil ihr alles erhaben und groß. Und jetzt siehst du, schlagt sie. So was hast du gesehen? Und jetzt will ich die Frau hören, wie wir die das verteidigen? Der sagt Radio und Frauen schlagen es so gut. Der sagt ja, der ist der Mann. Ja, jetzt an die Frau. Ist das auch für dich jetzt egal? Ja, wenn sie wieder. Das ist bei WDF, 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 WDF. WDF, 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 WDF. WDF, 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 WDF. Wenn die Frau ungehorsam ist, widersprengt sie uns. Ja, ermahnen, aber doch nicht, ey, Bogen mit Abu Zaynac. Und wo steht hier Abu Zaynac mit Ellbogen? Lies doch mal. Da steht uns schlag, schlag, verfrügelt sie. Schlag, sie verfrügelt sie. Du kannst auch dein Kind schlagen mit einer Backpfeife. Du, der ist von Ellbogen. Ja, dann geht doch deine Feuerzeiten Backpfeife. Ey, kanns doch machen. Kanns doch machen. Jeder, ich schläge seine Kinder, oder ein Schlechtzeichen, oder ein Schlechtzeichen, oder ein Schlechtzeichen, oder ein Schlechtzeichen. Da muss ich immer sagen. Wenn du hier gibst, wenn du hier gibst, ich möchte, dass du noch sagst. Was sagt denn deine Frau dazu? Was sagt deine Frau dazu, dass du sie verprügeln darfst? Ja, erzähl mal. Wenn meine Frau eine gläubige Frau ist, dann sagt sie, ist okay. Aber es ist okay. Wenn die gläubige Frau ist, dann sagst du, okay, bitte. Wenn meine Frau ist, dann sagst du, okay, bitte. Meine Frau ist nicht so ungehorsam wie eure Frauen. Tut leid, bitte. Nein, 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 nein. Darum geht es noch deine Frau. Sondern das ist im Ermessenes, wenn er befürchtet. Sie muss noch nicht mal ungehorsam sein. Sondern wenn er das Gefühl hat, sie könnte, das ist das jetzt noch nicht mal gemacht, sondern vom Gefühl her, und dann bam, die Rechte rein. Dann kommt ein alter Elbum mit Abu Zaynik. Aber so richtig schön. Und dann die Linke in die Leber. Warum ist die Frau so ganz ruhig geworden? Was sagt denn deine Frau dazu? Und was soll ich sagen? Und was soll ich sagen? Das ist ein gutes Gebote. Was soll eine Frau sagen? Nee, was soll eine Frau sagen? Nee, was soll eine Frau sagen? Nee, lass immer nachfragen, bitte. Der hat mir gesagt, meine Frau akzeptiert, dass ich finde das gut ist. Gläubige Frau. Ja, die soll das sagen, ich will das von ihrem Mund hören. Was soll ich aus ihrem Mund hören? Ja, ich will aus dem Mut, dass er das gut findet. Wenn dir deine Frau zum Beispiel fremd gehen würde, was würdest du machen? Nein, bei fremd gehen, Ehebruch ist die Steinigung. Dass du den Kopfdruck nicht tragen willst, zum Beispiel. Nein, nein, Moment mal, bei Pavlos Bruder. Liebe Frau von Ehebruch entscheiden, was er möchte. Warte bitte, liebe Frau von Ehebruch, was du gerade gesagt hast. Mein Mann kriegt es auch nicht, ein Kopfdruck zu tragen, ja? Es ist jedenfalls... Ah, 29 hast du gar nicht gelesen, aber warte, Bruder Rieser, bitte. Liebe Frau, liebe Frau von Umut. Es gibt es nicht. Liebe Frau von Umut, du hast gesagt, was ist, wenn die Frau fremd geht? Weißt du, welche Strafe auf Ehebruch steht, was Mohammed gesagt hat, was man machen muss? Die Todesstrafe, die Steinigung bei Ehebruch. Da steht nicht, Herr Bogen mit Amuseinik, da steht Amuseinik Kopf weg. Du musst mit Steinen streicheln, du musst die Steine nehmen und auf den Kopf streicheln bei Ehebruch. Das haben wir die Lär. Ja, verstehst du das, was da Allah erlaubt in so 434? Das ganz normale Verprügeln von Frau in der Ehe. Ohne Fremdchen. Lisa, Lisa, weiß, was der Song dazu ist? Manchmal, aber nur manchmal, habe Frauen etwas auf die Fresse verdient. Immer. Perfekt ist immer. Für alles hat der Allah einen Song, Lisa. Das ist heftig, das ist wirklich der wahre Song dafür, ne? Das ist auch ein Glaube. Das ist der wahre Song. Jetzt wird das bei Omo krisen, bei der Geschichte, bei der Ehe. Jetzt wird das richtig krisen, weil die Frau bestimmt emanzipiert ist und dann wird sie den Omo erschlagen. Frauen, das haue gern. Das ist die Fresse verdient. Sehr gut. Immer. Mach doch kein Kopf. Sehr gut. Ja, genau. Deswegen die letzte Säle schön schlagen. Ja, genau. Ja, genau. Alle Krimmetsch. Genau. Ich habe eine Frage, Mann. Ja, Antwort, ich habe meine Frage. Findet deine Frau sehr schön, dass die Meldung geschlagen wird? Ja. Ja, natürlich. Meine Liebe, findest du es sehr schön? Das steht nicht in der Bibel. Findest du es sehr schön, dass du geschlagen wirst? Findest du richtig, ne? Ich werde nicht geschlagen. Das sagst du noch immer, Hamdida Muslime, ne? Wie ich sehe dich irgendwo in Frauenhäuser, wie ich sehe dich da? Dann bist du eine Heuchlerin. Erla, ich habe eine Frage. Ja, ablenken, ne? Ganz schön ablenken. Ja, haben wir nicht gemerkt. Okay, erzähl deine Frage. Ja, du hast doch gerade zu mir gesagt, Lies, ich habe dir gelesen, ich habe dir gesagt, wie der Stand bei uns ist. Eine Frau, die an Gott glaubt, die hält es auch ein, ne? Also, was wüsst du noch mehr? Du machst so ganze Zeit Witze, du hast ja gar keine Argumente. Du kommst hier mit Elbogen und sie nachher. Du kannst nicht normalisieren, wenn der Mann befürchtet, dass sie ungehorsam sein könnte. Du kannst nicht normalisieren. Wenn der Mann befürchtet, so wie das das steht. Wenn ihr aber befürchtet, dass die Frau ungehorsam werden könnte, so schlagt sie. Ja, das ist eine Verprügung, die Frau. Die hat bezeugt, dass der Koran nicht heilig ist. Auch nicht heilig. Habt ihr das gehört? Genau, unser Koran ist nicht heilig, eure Bibel ist auch nicht heilig, hat die gesagt. Also auch. Habt ihr das gehört? Wie unser Koran auch nicht heilig ist. Das heißt, die Frau ist raus aus dem Islam. Die hat den Islam als unheilig bezieht. Jetzt musst du sie schlagen, jetzt musst du einen Elbogen geben und da musst du einen Ungehorsam sein. Jetzt musst du von der Seite geben. Was hast du gesagt über Koran? Abus Seineck. Und dann geht es so rein. Genau, Umut, jetzt wollen wir sehen, ob du wirklich ein Muslim bist. Die war ungehorsam, die hat gesagt, der Koran ist unheilig. Jetzt praktiziere mal. So hat der Herr das jetzt zusammengeführt. Jetzt, Umut, bitteschön. Wir hören jetzt. Ich möchte richtig einen Elbogen hören. Dann ist okay. Anweislich, du bist Muslim. Ist er jetzt wirklich da dran? Ich stelle mir vor, nein, nein, nein. Wenn der da dran ist, ne? Die gar nicht akzeptabel sind in eurer Bibel. Das müsst ihr ja auch mal sagen. Also eigentlich, ich glaube, Umut versteht den Versuch. Sie muss den einen Amtsherr geben. Ich glaube, dass es gerade so zart gestritten ist, Umut. Ja, die ist gerade widerspenstig, ist er. Ja, ja, ja. Naja, genau, genau. Ihr habt ja keine richtigen Argumente. Aber ich hätte jetzt auch mal eine Frage. Deine Frau hat gesagt, der Koran ist unheilig. Gib ihr einen Elbogen. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Mohammed ist höher als, äh, er ist eine Frau. Umut, wer ist der Chef bei euch? Sie oder du? Ich höre nur sieh, laut. Ja, sie gibt den, das was ich bin, ein guter Moslem. Ich lasse meine Frau auch aufsprechen, muss was zu sagen, ne? Nee, die hat gesagt, du warst unheilig. Als guter Moslem musst du Ellbogen geben. Genau, lies mal den Vers richtig. Du hast keine Argumente. Ich korrigiere, pardon, schlag sie als guter Moslem. Umut, umut, hast du gerade gesagt, eine gläubige Frau macht sowas nicht? Eine gläubige Frau macht sowas nicht? Ist deine Frau keine gläubige Frau? Sogar meine Frau lacht ihr nach, schaut über euch. Die gläubigen Frauen machen sowas nicht. Ja, hast du nicht gesagt, das machen nur die ungläubigen Frauen. Aber siehst du, deine Frau ist widerspenstig in der Hinsicht. Und die hat schön gesagt, dass Korn verheilig ist. Echt verteidigt, mein Mann, gerade, ja? Ja, ja, du, nein, man muss sich verprügeln. Vor allem, das ist eine Publixshow, was ihr da betreibt, ne? Gibt Ellbogen, jetzt so. Aber schau, ihr macht schon Fisch. Spare nicht an Ellbogen, du, spare nicht an Fallshände. So machst du die Ehen kaputt auch schneller, wenn man einmal den Koran zeigt. So machst du, gleich sehe ich die Emo in einer Scheidung, ey. Spare nicht an linken und rechten Ellbogen. Nein, das ist reichlich geregnet. Ein Travlos-Verdinien. Gesegnete Ellbogen soll reichlich regnen in der Ehe. Wie kaputt, was sind das für Menschen, Mann? Wenn etwas unheilig ist, dann muss man das so benennen, Mann. Ihr seid einfach nur Witzfiguren, das ist alles. Wenn das hingleich aus ist, dann... Was hast du gesagt, über Koran? Gott segne dich. Ich leg den Leuten irgendwelche falschen Sachen ein, ja? Das ist echt unmöglich, unmöglich sowas. Unmöglich ist das mit dem Koran als unheilig bittet. Das ist unmöglich. Umut, bitte. Umut, ich will kein Wetter machen, aber ich hätte schon Ellbogen gegeben. Umut, ich habe keine Argumente. Ja? Ihr habt keine Argumente. Umut. Was sagt der Abu Ex-Muslim dazu, zu dieser ganze Angelegenheit? Ich bin sehr, sehr am Ende gerade, sehr, sehr am Ende. Meine liebe Frau von Umut, was machst du denn, wenn dein Mann auf einmal eine vierte Frau, eine zweite, dritte, vierte Frau haben will? Die hört ja nicht mal richtig zu. Witzfigur, Comedy-Show. Was sagst du dazu, meine liebe Dame, dass Umut schön eine zweite und dritte Frau haben möchte? Wo in der Bibel sagt Jesus, dass er Gott ist? Das will ich gerne verstehen. Wo in der Bibel sagt Jesus, dass er Gott ist? Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Wer ist der Erste und der Letzte? Ich frage dich, wo sagt Jesus? Ich beantworte dir genau so diese Frage. Wer ist der Erste und der Letzte laut Islam? Und da hast du die Antwort. Warum musst du eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten? Sie fragt dich, wo in der Bibel sagt Jesus, ich bin Gott? Nein, ich weh dir diese Offenbarung 1, Vers 17, 18. Aber da ist die Antwort. Offenbarung ist ein Traum. Bring es mir von Matthäus Lukas, der Nehmer. Die ist von einem Traum. Weißt du, was sein Traum ist? Du weißt, was sein Traum ist, Ure 434. Deine Frau hätte schon ein E-Bow-Kassif. Offenbarung ist ein Traum. Johann ist ein Traum. Erzähl mir von einem Traum, Alter. Ich bin ehrlich, Ure 434 ist auch ein Traum. Wo Mohammed immer irgendwelche Glöckchen gehört und epileptische Anfälle bekommen hat, wo er sein Offenbarung bekommen hat. Ist auch ein Traum. Genau. Offenbarung ist ein Traum. Das sagt doch selber. Ist ein Traum. Für mich bist du ein richtiger Musstern, wenn du jetzt ein E-Bow-Kassif. Ich kann dir einen geben, wenn du Bock hast. Nein, nein, du kannst eine Freude geben. Meine Frau ist nicht widerstrengend. Die hat gesagt, der Freude ist unheilig. Die hat deinen Prophet beleidigt. Und Allah beleidigt. Das stimmt, was es gibt. Wenn du deine Frau jetzt ein E-Bow-Kassif, dann bin ich ruhig. Dann weiß ich, die Schau mal. Meine Frau hat mir eine Frage gestellt. Und du lenkst jetzt wieder ab, weil du keine Antwort hast. Ja, das war ein 1. Das ist nur noch ein bisschen drin, dass Jesus trittet und selber sagte, ich bin der Erste und der Letzte und ich war tot und sehe, ich nehme von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wer ist der Erste und der Letzte? Allah. Also hat Jesus sich selbst als Gott betitet. Wo sagt Jesus? Was ist die Frage nicht? Soll ich es auf Arabisch? Ich glaube, du hast es noch in Arabisch verrichtet. Du bist doch gar nicht an der Antwort interessiert, oder? Umfassbar. Man gibt ihnen die Antwort, ihr hört nicht zu. Das liegt daran, morgen Gebet nicht verrichtet. Satan hat ihn in den Ohr reingepinktet. Das ist das Problem. Ja, und der war nicht zu tief hier diese Abluschen gemacht. Die wollen sie auf euren Weg bringen, ihr habt überhaupt gar keine Argumente. Das Problem ist, meine liebe Dame, dass ich kein Kopfstuch bei dir sehe, das ist das Problem. Da habe ich den 2. Die man euch fragt, das ist peinlich. Ja, möchtest du die Wahrheit? Möchtest du denn die Antwort haben? Interessiert du dich für die Antwort? Würdest du sie dann annehmen? Wo, noch mal die Frage, wo in der Bibel sagt Jesus, ich bin Gott oder betet mich an? Wo? Ja, Offenbarung 21. Nicht Offenbarung. Ich sage zu dir Lukas Evangelium. Guck mal, ich habe lauter Evangelium. Eure Evangelium. Okay, soll ich dann? Johannes Evangelium. Johannes Evangelium. Kapitel 8 bis 58. Vom Menschen hat geschrieben. Wieso auf einmal von Menschen hat geschrieben? Merkst du, egal was du gesagt hast. Umut, 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 Umut. Ich will kein Fitner machen, aber da wäre der dritte E-Bogen. Wie hat jetzt gesagt, laut Suche 3 Vers 3, was ist alles Wort ist in Giel, das ist das Evangelium, das ist alles Wort, die nennt es vom Mensch hat geschrieben. Dritte E-Bogen. Ich meine, Umut, ne? Will ich du wäre? Ich hätte schon längst den vierten da reingemacht, ne? Aber ich bin ja nicht du. Ich wäre ein richtig guter, treuer Moslem, ey. Ich bin fast richtig. Ein, zwei, Treterei. Drei, vier, ein Ellbogen mehr. Fünf, sechs, gebe dir noch ein. Ich hätte dir richtig einen Song gemacht. Wie ist mir ein, und dann bin ich reingerannt. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein bisschen haue gern. Hau gern. Das ist der Song für Suche 434. Ich warte noch immer. Wo ist der Vers? Ich warte noch immer. Johannes 14, Vers 6 zum Beispiel. Da sagt Jesus Christus, ich bin Al-Haq. Wer ist Al-Haq, laut Islam? Das ist Hackfleisch, Al-Haq. Genau, der Bruder hat gesagt, es ist Hackfleisch mit Leber und so. Jalla. Boah, ist der fertig. Umut. Wer ist die Wahrheit, laut Islam? Wer hat diesen Ehrentitel? Die Wahrheit. Derjenige, der die Wahrheit bringt. Und von mir. Al-Haq, Al-Haq. Wer ist Al-Haq? Die 99 Namen Allahs. Bei uns ist es Allah subhanotale. Ah, Jesus hat das auf sich bezogen. Jetzt hast du die Antwort. Ah, wo hat es sich auf sich bezogen? Johannes 14, Vers 6. Er hat sich auch bezogen, weil er von Hack kommt. Bei uns ist es nicht nur Gott, so ein jeniger, der es bringt. Al-Haq, Al-Haq. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, will es nicht, dass es eine Person ist, weil der Vater ist eine Person. Er ist eine Person. Aber wenn ich mir jemanden dicke bin, das sage ich, ich und der sind eins. Das bedeutet, wir sind ein... Ja, hat Mohammed denn jemals gesagt, ich und Allah sind eins? Nee, hat er nicht gesagt? Bei uns oder was? Wenn ich sagen würde, ich und Gott sind eins, was mache ich denn dann? Wenn was? Wenn Vater Gott ist und Jesus Christus sage, ich und Gott sind eins, was bedeutet das, Ohmud? Im Koran hat, im Koran sage ich, in der Bibel hat Ohmud, Gott schon oft zu vielen gesagt, Ohmud, Israel ist mein erstgeborener Sohn und jetzt ist es sein wichtiger Sohn, ist Israel der Son oder was? Wenn Jesus Christus sagt, ich und Gott sind eins, was macht sich Jesus? Was soll das sagen? Er sagt ja, ich und, also nochmal jemand, das sind zwei Personen, versteht er keinen Deutsch? Wer ist Allah, Gott? Wer ist Allah, Hallo, Hallo, eins und eins sind zwei. Oh mein Gott. Was bedeutet denn, was bedeutet denn, du und deine Frau werden ein Fleisch? Wer denn ein Fleisch? Was für werden ein Fleisch? Warum soll ich meine Frau ein Fleisch? Hier zwei werden ein Fleisch sein. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Keine Ahnung, was dazu sagt, meine Frau lacht schon einen Arsch ab. Hör mal zu mir, weil sie hat schon die ist, die muss ja die Erlegung von dir kassieren. Genau. Kassierst du auch eine, glaub mir. Ja, ja, auf jeden Fall, es ist gar nichts zu tun. Erst die Frau rangehen, erst richtig, dass hier, so muss man dir den Elbogen gehen, weil du nicht den Isam richtig nachgehst. Er ist die Frau. Also, irgendjemand gibt mal dem einen, der ganze Elbogen regibt, dem mal 50 Cent, das soll meine Mailbox anrufen, das soll ein bisschen drauf labern, dann labert so ein Dreck. Auf jeden Fall, du sagst, du sagst, ich gehe mal suche, ohne Argumente ohne nix. Bruder, du hast echt null Ahnung, ich rede mit Emil, der scheint ein bisschen mehr Verstand zu haben. Dann geht mit Emil, bitte. Weil du, der scheint ein bisschen mehr Verstand zu haben, als du. Du hast mich im Medien verstanden. Ja, du hast verstanden. Du sagst, Gott und, also Jesus sagt, ich und Gott und, was ist für dich und? Ich bin Gott und sagt, und Gott. Er sagt, ich bin so fertig. Guck mal, was er da jetzt macht. Umut, wenn du sagst, ich und Allah sind eins, was bedeutet das, Umut? Das bedeutet nicht, dass ich Gott bin, das wird, ich bin auf dem richtigen Weg. Umut, ich bin zu dir genommen, Umut. Bitte, rede doch mal, wenn ich sage, ich und Gott sind eins, bedeutet nicht, dass ich, wenn ich sage, ich und mein Chef sind eins, bedeutet das, ich der Chef bin oder was? Nein, aber wenn du sagst, wenn du Gott, wenn du Gott erwähnst und du sagst, ich und Gott sind eins, sowas machst du denn dann? Was mache ich denn dann? Ich weiß, dass er zum ganzen Arten steht. Ich sage, du machst es selbst. Nein, machst du, machst du nicht, weil wenn du das machen würde, dann hätte er gesagt, ich bin Gott oder er hätte zumindest, zumindest gesagt, hey, betet mich an. Okay, möchtest du sehen, möchtest du sehen, dass die Jünger ihn anbeten? Hat er gesagt, hat er aus seinem Mund gesagt, betet mich an? Ja, natürlich. Wo hat er gesagt, betet mich an, bring mir den Vers, die ganze Zeit aus und die Leute haben ihn auch angebetet. Oder du hast gesagt, er hat es gesagt, hast du gerade gesagt, jetzt verlange ich von dir, dass du mit diesem Vers bringst, wo er sagt, du bist ja noch nicht mal, du bist ja noch nicht mal in der Lage, einmal ein Vers aufzuschlagen. Ich habe die Bibel, ich habe die Bibel offensagt, wo steht es? Hebräer Kapitel 1, sehen wir, dass Jesus Christus angebetet wird von den Engeln. Guckt euch das an. Hebräer Kapitel 1, denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Vers 6, und wenn er den Eingeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Vers 7, von den Engels versagt er, er macht seine Engels zu Wind und seine Diener zu Feuerflammen. Vers 8, aber von dem Sohn, dein Thron, oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Da hast du es schön gesehen, dass Jesus Christus angebeten wird von den ganzen Engeln. Okay, ist das so viel erzählt, aber wo es sagt, ich habe dich gefragt, ich weiß nicht, rede ich, Engelisch, und war mir nur, oder mir, oder mir, bitte, ich frag doch nur eine Frage, ist so nicht so schwer zu verstehen. Ich frage eine Frage, du hast gesagt, Jesus hat auch gesagt, betet mich an, betet mich an, wo steht das, sag mir das, wo steht das nicht mehr. Vers 7. Was? Wo steht der drinne, dass ich sein Gott bin? Vers 21, bei Bogenbach, 21, Vers 7, schau dir das mal an, um und da sagt er, das ist die Bibel, was hat sie zu der Ummut? Hey, ihr habt Markus Evangelium, Lukas Evangelium, also ich mache Johannes auf, wo steht es in Johannes drin? Du willst jetzt Johannes sehen, wo Jesus sagt, ich bin Gott, dein Mächtiger, wo er sagt, ich bin Gott, betet mich an, ich meine, wir sehen das, bei Johannes Kapitel 14, Vers 6, dass er der Weg, die Welt und das Leben ist, also er nennt sich Al-Hayat, er nennt sich Al-Haq, was heißt das denn? Das sind nur Ehrendite von Allah, nur Allah gibt diese Ehre, sowas zu sagen. Oh nein, 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 nicht nur, nein, nein, ich möchte mal Mohammed hören, der sagt, er ist Al-Haq, guck mal, bei uns in Überlieferung sagt auch immer, ich bin der Erste und der Letzte, aber es hat noch nie gemacht, zu Gott ist er, also es gehört, er ist der Erste und der Letzte, Jesus hat gesagt, ich bin der Erste und der Letzte, Jesus Christus gesagt, er gibt sich also einen, den 99 Namen Allah, schau dir das mal an, was der Schiede da macht, Ach, der hat das auf sich bezogen, warte mal, Herr Mir, was habe ich denn gemacht, meine Dame, meine Dame, die mithört, wenn ich du wäre, ich hätte er hier selber umgegeben, Herr Mir, Herr Mir, was habe ich denn gerade gemacht, du redest mit der Sack, du hast Gott mitgebracht, was hast du gemacht, du hast Ali zu Gott nicht gesagt, weil er hat sich einen der 99 Namen Allahs gegeben, Ach so, Gott, sein Name ist auch Ar-Rahman, Ali ist auch ein Name von Gott, von 99 Namen, ist jetzt jeder der Rahman, ist jetzt jeder der Rahman, ist jetzt jeder der sich Rahman nennt, Gott, was heißt Rahman, oh Mut, was bedeutet Rahman auf Deutsch, sag du es mir, du weißt doch besser, du kennst doch alles, er warmherzig, warmherzig, und jetzt, wer ist durch und durch barm, wir sind nur relativ barmherzig, wir sind aber auch sehr ungerecht, nur Gott kann zu sich selber den Titel geben, der barmherzige, weil er durch und durch barmherzig ist, ja, ah, okay, und warum hat sich im Ali, hat er dann gesagt, in der Hadith, Anna, an Aul al-Akhir, warum bin ich der Erste und der Letzte, aber warum, weißt du warum, du kennst du, du kennst einen Taps eben nicht mal, und sagst, ich würde ihn als Gott bezeichnen, nein, Imam Ali hat dann selber zu Leuten gesagt, er denkt, ich wäre Gott, ich bin nicht Gott, Anna, Al-Aul, Lea, man, wie Rasulallah, ich bin der Erste, der an Rasulallah geglaubt hat, und ich bin der Letzte, der bei ihm sein wird, wenn er sterbt, dann durchst du es ja nicht gemeint, dann durchst du es mir aus, ihr nimmt alles aus dem Kontext raus und denkt, er ist auch der Letzte Gläubige an Allah oder was, es gibt keinen anderen Gläubigen außer Ali. Nein, du hast das nicht verstanden, ich sage, er ist der Letzte, der bei ihm sein wird, wenn er sterben wird, das hat immer alles selber gesagt, nun, das war auch schon los, was du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, ihr bezeugt selber, ihr spielten, das soll Koran verfälscht, ist und dem verfälscht, Koran glaubt ihr, und mit was habe ich das bewiesen, ja, okay, gibt es den Original Koran, hier kann ich den einmal sehen, kann ich irgendwo im Internet forschen, dass der originale Koran einmal zu sehen ist? Keine Ahnung, musst du gucken, ich meine, wenn ich die Bibel anschaue, da gibt es ja, da sind da für in der Kirche verbrannt worden, weil die alle Sahabil alle falsch rezitiert haben, hier ist nicht der Koran, den ältesten Koran, den ihr habt, von Uthman ibn Affan, der dritte Kalif, also unser Koran ist von Ibn Amalai, das labert er, nein, von Uthman ibn Affan ist der älteste Koran, den ihr habt, das war's, es gibt nichts älteres, das war's, nicht, das sage ich, das ist ein historischer Wakt, wer sagt das, was sind deine Quellen dazu, dein Islam selber sagt das, aber du nimmst sowieso seine Pokal nicht an, ist doch kein Problem, das ist ein historische Nachweise, meine gelehrte, meine schädlichen Gelehrte sagen, selbst ein Schied hat mir zugegeben, dass euer Koran verfälscht ist, aber an den glaubt ihr, weil dann kommt irgendwie so ein Mehdi Ali oder so, der bringt euch den Original Koran, der Mann, nein, nein, er bringt nicht den Original Koran, er bringt Al-Mahner von dem Koran, was damit überhaupt gemeint ist, bei vielen Sachen, erzähl dir mal, erzähl dir mal, was heißt das, ich erzähl dir mal was, guck mal, erzähl doch, sag doch, was das heißt, du siehst dann nicht, sag mal, hey, warum, du erzählst mir hier über, über den ältesten Koran, ihr habt Bibeln, das weiß ich wie viele Bücher, eure Bibeln sind, die katholische, die, das weiß ich was, ihr habt doch 31 verschiedene, ihr habt doch 31 verschiedene Versionen des Korans, nein, ihr habt keine Version, ihr habt einen Koran, die Wörter sind überall gleich, ihr habt aber, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, ihr habt die zwei großen Versionen, Wash und Hafs, was ist der Koran, das ist ein Buch und Versionen, der Bibel ist ja gar nicht, was was ist, dann guck dir das mal an. Wir müssen mal nur den Koran öffnen, da steht das so direkt schon drin, aber ich weiß, weil die Frau guckt ja nie in den Koran rein, dann muss ein Zuru 434 praktiziert werden, der Mann genauso will, ich genauso an ihm muss, das ist praktiziert werden, das Manuskript in Taschkent und Topkapi, die haben Abweichungen zu dem heutigen Koran, das sind die ältesten Manuskripte, die gefunden wurden, auch die in Sana stimmen nicht mit den heutigen Koran-Versionen überein, das ist ein Desaster, Riza. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, der Koran-Modik hat ohne Taschkiel und alles geschrieben. Ein Desaster ist in eure Version, ihr habt so viele Versionen, da fehlen komplette Bücher, da fehlen komplette Bücher. Nein, da fehlt bei dir, bei uns fehlt nichts. Nein, nein, komplette Bücher fehlen bei euch. Ja, was fehlt denn bei uns, sag mal ein. Einige Stellen, die aufgenommen sind. Manche Bücher sind, das ist in der katholischen Bibel, ist was drin, was in der anderen, sagt man, der James King Version nicht drin ist. Was ist das in Übersetzung? Was hat das gesagt? Wir sind nicht Übersetzung, das sind Versionen, Versionen und Übersetzung sind zwei verschiedene Sachen, Bruder. Übersetzung ist Übersetzung, die Manuskripte erinnern sich doch nicht. Jetzt Umut, jetzt Umut, das meine ich doch. Lass mal nachreden es reden. Umut, Umut, bitte, geh mal drauf ein, warum ist der älteste Koran, Uthman, ich bin erfahren. Wo ist der originale Koran? Wo ist der denn? Wenn ich das Wort übersetze, habe ich mehrere Möglichkeiten, das Wort zu übersetzen in verschiedenen Wörtern. Wo ist dein originaler Koran, Umut? Hey, aber wenn ich eine Version habe, Version, wo drei, vier Bücher nicht im Original Koran sehen möchte, warum finde ich den nicht? Hey, warum blockierst du mich dauernd? Ja, weil du nicht auf antwortest, das ist meine Frage. Ja, du antwortest genauso, wenn ich auf meine Frage. Ich habe dir selbst, was ist das? ich habe dir selbst, ich habe dir selbst, ich habe dir selbst gesagt, ich bin Gott, hast du nicht gebracht? Johannes 14, Vers 6, Offenbarung 1, Vers 7, Offenbarung 21, Vers 7. Offenbarung, ist ein Traum, ist ein Traum, aus dem Hörerbüro, ist der, diesmal James, James King Version, da steht, James King Version, das ist ein Traum, diesmal James Bond Version, was du dir da sagst, er ist so fertig, James King, James King, warum ist ein Koran verfälscht, schon von Hand geworden, warum, warum gibt es den, warum ist ein Traum? Ablos, das bringt mich, das ist nur Kopfschmerzerei, mit dir, da hol jemand anderes, da hol jemand anderes hoch, das ist vollkommen recht, das ist nur, hier graue Haare machen, also wenn mir jemand sagt, Offenbarung ist Traum und sowas, und der nichts akzeptiert, dass die Jünger jemanden anbeten, also hallo? Die ganze Bibel spricht von dem Herrn und seiner Anbetung und im Neuen Testament heißt es, der Herr ist geboren. Ja, der Retter ist geboren, Lukas 2,11. Ja, der Herr, geboren zu euch in Jerusalem, der Herr. Und im Alten Testament heißt es, erbetet den Herrn an, Psalm 96. Er wird richten die Welt. Amen. Neues Testament. Der Herr Jesus ist der Wegster. Ich hilf. Ihr seid ja noch, und schaust du. Alaykum. 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 Shur Ex-Mosler, bist du Mosler geworden? Ja, es geht. Du bist Mosler. Ich wusste doch, du bist Mosler. Ich bin Mosler. Boss Gang. Boss Gang. Marvin möchte hoch. Ja, Marvin kann sofort hoch, meine Lieben. Der muss kurz warten. Schon wegen Geld und so. Ex-Mosler machen, oder? Ja, wegen 1 Euro Geld machen, das recht. Ist doch besser, ich mag nur. Was, wie gestern, 700 Geschenke. Ja, 700 Geschenke, genau. Ich versuche, ich versuche zu sein, wie dein Prophet, in Zoga 58, Vers 12, um Geld daraus zu holen. Stachalonda. Der Bogen, was hat der gemacht? Da haben wir hin, sogar 58 Vers 12. Ja, der hat erstmal Geld, genauso wie Anas Islam, damit der Fragen beantwortet, ansonsten hat er das nicht getan. Unglaublich, so was. Sehr wundervoll. der hat einer alten Frau geholfen, die blind war und hat nicht mal seinen Namen verraten. Der hat sogar 80 Vers 1 einen blinden Mann weggeschickt, mit einer runzelnden Stirn. Und was war der Kontext? Der Kontext war, weil dein Prophet ein sehr, sehr bösartiger Mensch war und einen blinden Mann weggeschickt hat. Ich schwöre Lüge. Ja, lies mal bitte. Ja, aber lies mir mal alles vor, was ist davor und danach passiert. Du kannst 1, 1, also rausholen und dann darüber urteilen, weißt du? Du kannst noch sogar 80 selber lesen, ab Vers 1 bis 5. Und das kostet 4 Euro. Welches Euro? 80. Weiß schon, Shaitan lacht dich gerade aus. Ja, genau. Dein Prophet hat gesagt, wenn ihr gehnt, dann haltet euer Mund zu, denn der Satan lacht euch aus. Oder er kann nur der Mund zu sein. Allah mag das niesen, Hachi, aber wenn du gehst, gehst, dann haltet dein Mund zu, sonst lacht dich der Satan aus. Aber hat der Allah nicht das Gehnen und das Hachi erfunden. Ja, aber das Problem ist, das Problem ist, Allah hat nur Hachi erfunden. Das Problem ist, dass Satan schon wieder in Omnipotenz ist und omnipräsent. Der lacht so 8 Milliarden Menschen aus. Also 8 Milliarden Menschen gleichzeitig gehen, denn da ist der Satan überall oder was gleichzeitig? Ist Gott. Der Satan im Islam ist einfach Gott, ey. Subhanallah. Also Satan ist allgegenwärtig, der kann überall sein, ich verstehe. Ja, der ist in der Nase, der pinkelt in Ohren, in 8 Milliarden Ohren, der schlägt in der Nase, der lasst die Leute aus, ja. Was ist ein Job, er wickelt sich um den PINIS des Mannes in Zuge, 17 Vers 64, das ist ein sehr, sehr heftiges Wesen. Wie macht der das? Ja, das ist wissenschaftlich. Er riecht noch ein Pürze, genau da seht ihr es. wenn die Eltern von Muhammad Allah nicht gekannt haben und Muhammad gesagt hat, wenn ich im Namen, wenn ich Bismillah, Rahman daheim sagt, so wickelt sich der Satan um dein PINIS. Ja, ich kenne das, ich kenne das, ja. Also, der Schluss, was sind das für Gerüchte? Was sind das für Gerüchte? Der Koran nennt der Gerüchte, habt ihr das gehört? Ja, ja, der soll weiter sagen. im Koran drinnen, dass der Teufel sich um den Intimberecht wickelt. Wo steht das im Koran? Tafsil al-Barawi. Ja, aber wo steht es im Koran? Ich kenne das für Gerüchte, weißt du nicht? Ich kenne das für Gerüchte, ich kenne das für Gerüchte. So, das ist 17, Vers 64. Ja, warte. Unfassbar, ne, was soll ich hier? Islam ist unfassbar. Merkst du, dass der Islam eigentlich mehr oder weniger so Aberglaube, Legende und so ein Blödsinn ist? Ja, das ist so, Leuten alles zum einzujagen. Du darfst nämlich mal seberndes Besteck essen. Das haben wir auch aus den Haddiensten von Sayyidu. Das heftig ist, die praktizieren einfach diese ganzen Zwangsneurosen von Mohammed, ne, als er gesagt hat, äh, nicht das Geschirr der Juden benutzen, wenn ihr nichts anderes findet, dann wascht es gründlich und sowas. So, dieser Buch, hast du, ne? Ja, das ist eine Art Rassismus, ne? Ja, ja, das ist, ja, ja, das ist, du hast noch eine Einladung geschickt, nimm die doch an, wenn ich die jetzt eine Einladung schicke. Da steht auch nichts drinne. Reza, die Muslime sagen zu mir, Mohammed war der sauberste Mensch der Welt und Imam Bukhari sagt, er war voller Läuse, Reza. Ja, 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 das schlägt mich, dank Allah. Gott sei mal zu dir, du hast gelogen, damit du Bescheid sagst, und dann liest du doch vor, ich habe schon gelesen, er weiß doch gar nicht von oben und unten ist, ich sage, es ist Hure 17 Fest 64, ich traf sie als Marawi und dann ist einfach nur Koran so. Ich habe geguckt, da steht nichts von Umwegkämpfer an. Nächste, siehst du, siehst du, was das feiner ist? Der ist nicht in der Lage, mir zuzuhören. Naja, Ami Arab, sie wissen noch selber, dass du Lügner bist. Du bist mein lieber Schia Mare, das ist das erste, was du warten. Die Muttei kommt gleich ran. Der ist zum Schietischen, der ist zum Schietischen Islam konvertiert, damit der das nicht mehr machen kann mit Babys. Guck mal, der Deutsche. Jesus geht mit dem Kopf auf dem Boden. Warum? Wie schießt er dann Gott, ich dachte, da wurde ich mir leidigen. Wie ist er noch? Wenn das selber betet, wie kann er Gott sehen? Also habt ihr unser Gebet geklaut, verstehe. Habt ihr mit Händen nach oben gebetet? Was hände nach oben? Wir niedrigen uns. Wir haben so gebetet, wie israelislam auch gebetet. Wo hat israelislam gebetet? So wie ihr? Wo? Er ist mit dem Kopf, mit dem Schild auf dem Boden. Und weiter ist die noch weitere. Es gibt noch weitere praktische Stellungen, die ihr machen müsst, oder? Ja, was er akrobatisch müssen wir noch machen? Wir müssen auf die Knie gehen. Hoch. Da hat er sich ja gemacht. Iraelislam auch auf den Knien. Ja, ist das auch beim Gebet. Iraelislam kann auch sein. Iraelislam hat sich auch ergebeugt. Kann auch sein. Na, wo steht das? Dass er genau so gemacht hat wie ihr? Jeden einzelnen Schritt. Ich meinte. Ich meinte, kann er sein, dass wir so beten wie er? Na, jeder soll das 1,2,1. Der ist auch heuchler. Wir beten mehr wie ihr es so als ihr selber. So, das sind du. Die geht mit dem Kopf auf dem Boden. Da geht er mit Schmuele in die Küche rein, oder? Hast du selber gemerkt, du heuchler? Ich bin heuchler. Doch, du hast einfach gelogen. Ich habe nicht gelogen. Jetzt bist du ein Heuchler, weil du hast geurteilt. Hm? Ja. Wie ja. Und ob du hast du, Herr Jesus Richtung Mekka gebetet? Das sind alles meine Zeugen. Drei Hunde, das ist alles meine Zeugen. Ja. Ja. Der Herr Jesus hat dann Richtung dieses schwarze Steins da gebetet, oder was? Nein, der... Ich weiß nicht, in welche Richtung er gebetet hat, aber... Ja, weißt du, bei euch ist das so, dass ihr Richtung... Du sagst ja selber, Jesus hat gebetet, oder nicht? Also hat da jemand angehört. An die Hamza. An die Hamza. Kannst du mir einmal die Shahada sagen? Ashadu an la ilaha idlallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulluhu. Okay. Hat Jesus, Mohammed, Russal lallah, gesagt? Was? Hat Jesus das gesagt, die letzte Stelle? Mohammed, Russal lallah? Nein, weil es ist noch... Er hat gesagt, Rüssel, Allah. Er ist auch Rüssel von Allah. Er hat gesagt, Rüssel von Allah. Der Pablos ist der heftigste Rüssel von Allah. Rüsselsheim. Richtung Rüsselsheim, babe. Rüssel von Allah. Ich geh doch einfach nur noch kaputt. Ich kann noch nicht mehr hack und hab Aburerei und Rüssel von Allah. Pablos ist der heftigste Rüssel. Der Pablos macht alles kaputt. Der Pablos ist der demolierer, der Pablos. Er hat sich immer... Der Zerstörer der Sprachen. Der Pablos hat 10 Stunden, die geniht, 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 die geniht. Der Pablos ist der... Der Destroyer. Der grammatical Destroyer. Pablos ist der weiße... Können wir normal diskutieren? Ja, hat er es jetzt gesagt? Ein Muslim sagt, lass uns normal diskutieren. Ich kann nicht mehr. Und sie werden sagen, wir haben nur Scherze. Der Witz des Jahrtausend. Lass uns normal diskutieren. Lass uns normal diskutieren. Die Hamza hat das nicht selber gut gesagt. Der weiß nicht, äh. Ja, so, bitte. Ich finde, ich finde, ich habe... Dieser, 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 der hat ausgesprochen. Dieser, 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 der hat ausgebrochen. Na, hat er nicht. Weil seine eigene Oma gab es schon drauf. Also seine Gemeinde gab es schon drauf. Also vor dem Islam. Ja, aber es muss man ja machen. Doch, was ist das? Ich war rauskommen, ist, weil Allah wusste, dass, dass sie wieder verfälscht wird, weil er selber geschrieben hat. Hat er gesagt, halt durch an die letzte Religion. Sie ist vollkommen und sie wird vollkommen bleiben. Und davon wird nichts fehlen. Und bis heute ist der Koran 1 zu 1 genau so geblieben, wie er vom Anfang an ist. Ein weiterer, welcher Koran denn der von Habs oder der von Walsh? Wie willst du bist der einzige Koran? Ja, es gibt aber 31 verschiedene Kinder. Ja, es gibt nur einen einzigen Koran. Und alle anderen sind gefälscht. So ist das kein Blödsinn. Ich zeige mir, du erzählst doch gerade Blödsinn. Du kommst mir gerade mit einer Bibel aus dem Verschieben. Und die von Menschen umgeschrieben sind, aber nicht. Sahih Muslim 14, 52 A. Es wurde mit dem Koran gespielt. Was? Das Brustsaugen eines Erwachsenen ist nicht mehr im Koran. Wo ist es? Der wo was? Das Brustsaugen eines Erwachsenen, Rida al-Kabir, ist aus dem Koran rausgenommen worden. Wo ist es? Im Koran wurde nichts rausgenommen. Doch. Sahih Muslim 15, 52 A. Lies mal bitte. Ja, das ist der Ergebnis rausgenommen. Warum, Ali? Die machen aus dir einen Baby-Muslim. Deswegen, du sollst schön dumm gehalten werden. Und schön nachklappern. Also, was, Koran ist einzig so geblieben. Und wenn ein Hadith kommt, wo gesagt wird, im Hadith, dass etwas umgeändert wurde im Koran, so ist es ein Käfer. Also, dann ist eigentlich ein Käfer. Dankeschön. Ja, wenn sie sagt, dass im Koran was fehlt, ist es ja ein Käfer. Aber hat sie nie gesagt. Habt ihr es gehört, die dummen Muslime? Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört, ihr Muslime, was euer eigener Muslim sagt? Ja. Weil sie heiche eine Käfer ist. Also, hat Mohammed eine Käfer? Eine Käfer hat fast so viele Hadithe überliefert wie kein anderer. Und die ist Kaffir. Also, eine Käfer hat, also Mohammed hat eine Käfer beglückt. Und diese Leute suchen nur Stress, weißt du, was ich meine? Und jetzt wird der Probleme kriegen. Die wiederlegen, ja, die haben wir jetzt werden Probleme kriegen. Die Christentum ist Spotterei, oder was? Also, ich verhalte mich so, ich konfrontiert mich mit Spotterei. Die ganze Zeit. Überhaupt, er darf ich den Christentum nicht mehr besuchen. Er steht hier zu, bei der Mutter der Gläubigen, Muslime, Aisha, ist eine Kaffee, da hat er gesagt. Und jetzt machst du Fitnah, genau was Allah nicht liebt. Denkst du, Allah würde dich mal im Islam haben? Allah liebt so sehr gut Fitnah, der sagt, ich werde selber große Fitnah machen zwischen den Christen. Denn Allah macht auch sehr beim Islam Fitnah, er macht auch irgendwo Fitnah. Allah macht Fitnah. Allah macht Fitnah. Er kann er machen, ist er. Er ist Allah, er macht das, wenn er will, ist nur. Allah macht Fitnah. Ey, Brüten oder Amir, das kannst du kein erzählen. Er hat doch die Fitnah selber erschaffen. Also, der, der Urheber an der Brüste. Allah macht Fitnah. Ja, kann er machen, ist doch. Ja, der ist doch der Fitnah, ja. Ist das nicht die Eigenschaft von Satan, Fitnah zu stiften, um die Menschen durcheinander zu bringen? Hat Allah nicht die Fitnah erschaffen? Nein, Allah, aber unser Konz nicht auch bei uns. Hat Allah deine Seele nicht erschaffen? Ja, aber er hat nicht den Betrug erschaffen. Also sagst du, Allah hat dich erschaffen. Dankeschön, wir kommen beim Islam. Nein, Allah hat die Sünde erschaffen bei uns nicht. Bei uns ist der Ursprung der Sünde der Satan. Also unser Satan ist euer Allah. Hast du doch gerade gesagt, er hat die, Allah hat die Sünde gesagt, die Sünde hat angebetet. Wir glauben an den, der Jesus angebetet hat, an den. Ja, der Jesus, der Sohn Gottes hat den Vater angebetet. Und der Vater betet so. Warum gibt es jetzt zwei Gottheit bei euch? Zwei Gottheiten? Warum betet Allah bei dir? Warum betet Allah? Allah betet nicht. Doch, Allah betet. Das ist eine Lüge. Doch, was heißt denn? Nein, nein, nein. Nur weil du, wenn du uns gebetet hast, willst du das Beste? Nein, nein. Wir haben nicht diesen Fehler gemacht. Was heißt Allah? Was? Was heißt Allah? Allah? Also Gott, das sei ein eigener Mann. Allah, nicht Allah. Allah. Das weiß ich jetzt nicht genau. Denk ich an dem Mohammed Sallah oder so, diesen Fußballspieler. Nein, ich meine dein Gott, den, guck mal, Sallah heißt doch beten oder nicht? Ja. Sallah, heißt mir Sallah, tut mir leid. Sallah, tut mir leid. Ich habe das Wort gesprucht. Sallah. Warte, ich schau mal rein. Soweit, ich habe eben was noch mit Sura 33 im Kopf. Wartet mal. Ah ja, genau. Sura 33, Vers 56. Richtig. Da steht drin, dass Allah betet. Sura was? 33? Sura 56. Aber du musst auf Arabisch schließen, weil Deutsch ist doch nicht vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig. Naja, ich ist okay. Ja, mach doch Arabisch oder Deutsch vertrauenswürdig. Das heißt, dass Allah gegeben hat, oder nicht? Das war Arabisch. Äh, nein, nicht so gut. Aber das heißt, dass Allah das Gebet gegeben hat, aber nicht gemacht hat. Das heißt, dass er nicht gegeben hat. Da steht nichts von geben. Da steht drin, er hat einfach gebetet. Na. Ja, Mohammed dann gebetet oder so. Er hat einfach gebetet. Auf Deutsch steht Segen. Aber das ist falsch übersetzt. Salach heißt ja, äh, beten. Ich glaube, da steht sogar drin irgendwas mit Yus Salunu. Irgendwie so wird das aufgesprochen. Warte, schau mal rein. Da kann ich euch das sagen. Ja, richtig. Yus Saluna. Yus Saluna. Ja, genau so. Yus Saluna. Und das heißt, bete. Er hat gebetet. Was machen wir jetzt? Und genau, das kommt alles von Yus Salah, Yus Salih und Yus Saluna. Also bei Surah 33 Vers 46 finde ich nix. Und er ist, hat sich Segen gemeint, damit ohne ich das Gebet, damit du schätzt, weiß. Unterschied ist Salah. Yus Saluna steht da. Yus Saluna und Salah sind zwei unterschiedliche Sachen. Was heißt Yus Saluna? Und was heißt Yus Saluna? Segen. Segen. Was bedeutet Baraka? Baraka ist auch Segen. Es gibt verschiedene Wörter, die auf einem Wort zugleich sind, damit du weißt. Warum lügst du gerade so? Wie bitte? Warum lügst du gerade so? Warum soll ich reden? Das ist nicht stimmt. Salah ist Eich beten und Baraka ist segnen. Salam ist Frieden. Ja. Und Yus Salun? Ist beten, weil in Al-Adab, Al-Mufrat 645 steht, dass Allah betet. Und da kommt das Wort Yus Saluna vor. Siehst du? Nein. Was heißt, dass er betet? Wo steht das drin? Al-Adab. Al-Adab 645 aufschlagen und nicht bellen. Ist er authentisch? Ja, da steht Sachi. Von Bukhari, ja. Von Albania, genau. Da stand er. Albania hat das überlegt. Komm mit Muslim an. Okay. Was? Muslim, der Sachi? Das ist von Bukhari, von Imam Bukhari. Das ist sein Al-Adab, Al-Mufrat, Mann. Das ist authentisch. Wir haben ja gesagt, dass es überhaupt mehrere Beleidungen hat, oder nicht? Warum wird das dann dort mit Beten übersetzt? Dass Allah zehnmal für die Gläubigen betet. Hör auf, mit mir Spielchen zu spielen. Nein. Ich sehe, das Gebet hat zehnfach singen. Hör auf. Gib mir ein Al-Adab, Al-Mufrat, 645. Al-Adab, Al-Mufrat, 645. Al-Adab, Al-Mufrat, 645. Wie? Sag noch mal. Al-Adab, Al-Mufrat. Hör auf. Hört das mal in den Kommentaren rein, meine Lieben. Al-Adab, Al-Mufrat, 645. Al-Adab, Al-Mufrat. Ich meine gerade über einen Kommentar, aber warte kurz. Man braucht das Berien hier. Ja, guckst du jetzt nach oder was ist da los? Damit ist segnen gemeint, damit du Bescheid weißt. Allah hat nicht sich so selber behauptet. Lüge! Lies einmal vor, was da drin steht. Lies einmal vor, was da drin steht. Nein, so heißt das. Ich schwöre bei Allah, so ist die Bedeutung. Allah hat nicht gesagt, dass Allah bebetet. Warum schwörst du nicht auf Mohammed? Warum schwörst du nicht auf Mohammed? Weil man nur bei Allah schmürt. Und warum schwört Allah auf Mohammed? Zeig es mir. Und bitte zeig es mir. Äh, duke 18, Vers 72 müsste das sein. Suche 18, Vers 72. Suche 15, Vers 72, genau. Suche 15, Vers 72, okay. Das ist die Ipe Katia. Was ich höre, was ich süß finde, ist, dass sie solche Fehler vergleicht, also, wie ihr es behauptet, vergleicht mit solchen riesigen Dingen, die nicht mal vereinbar sind. Warum denn? Nein, nein, Allah macht Shiyuk. Sag mal, ich finde das süß. Ich finde das süß. Solche riesigen Unterschiede einfach. Ich finde das auch süß, wenn Allah Shiyuk macht. Finde ich auch sehr süß. Jetzt guck mal bitte. Und lies vor. Alles gut. Guck mal, Alter. Meine Lieben, ihr kommt gleich alle hoch. Habt ein bisschen Geduld. Er ist der Ali Hamza. Ja. Wenn, wenn, wenn Allah will, schwört er bei Mohammed. Kling jetzt auf einmal, wenn Allah will, ne? Ja, ist doch. Ich hab doch davor nichts gesagt. Ist es Haram, wenn ich auf Mohammed schwöre? Ist es Haram, wenn ich auf Mohammed schwöre? Du bist nicht Allah, dass du auf Mohammed schwörst. Also darf Allah Sünden machen? Herr, Allah hat, auch wenn Allah will, er hätte keine Sünden. Wolltest du gerade sagen, Allah hat auch Sünden? Du bist nicht so fertig. Ah, nee. Das ist Schick. Das ist ein Schick auf jemand anderes, als auch zu schwöre. Warum schlürt dein Schick abgetreten? Wenn er will, macht er das. Damit solche Leute mit deiner Macke kommen wie du. Ja. Warte. Wie macht er das? Damit er Leute wie Ex-Muslim kommen und sagt, er ist ein Widerspruch. Ja. Ich will dich gar nicht mehr. Ey, Bruder Reza, bitte. Das ist kein Widerspruch, ne? Das ist kein Widerspruch, ne? Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Nein. Ist auf Mohammed schwöre ein Sünder, Haram. Hat Allah selber gesagt im Koran, dass er nicht auf Mohammed schwört? Ja, er schwört doch mal mit Allah. Also selber widersprochen. Mama, ihr dürft nicht auf Mohammed schwören, weil das Haram. Müssen wir auch nicht, weil wir nicht Allah sind. Ja, also warum macht Allah Sünden? Weil Allah hat keine Sünden. Du vergleichst Allah mit einem Menschen. Das ist dein Ernst. Im Vergleich manchmal Jesus. Deine Regeln hat Allah aufgestellt. Allah hält sich immer an seine eigene Regeln. Gott verwechst du auch noch Gott mit einem Menschen selber? Ja, wo bist du hängen geblieben? Nein. Nein, das sagt Sura 68 42, dass Allah schon ein Schienbein ist. Mein Bester, wir gehen immer auf den Punkt ein, dass Allah die Regeln aufsteht und Allah nicht mal seine eigene Regeln hält. Und wenn Allah will, hält er sich nicht an seine eigenen Regeln, wenn er will. Ja, das ist Allah. Nicht, wenn er will, hat er auch sogar gemacht. Wo hat er was gesagt und sich widersprochen? Ja, Sura 15, 20. Und wenn er widerspricht sich sogar, wenn er widerspricht sich sogar bei Allah aus. Und jetzt? Ja, er hat er auch. Und jetzt? Er kann auch machen, wenn er will. Und jetzt? Ein Gott, der spricht sich sehr gut. Aber wenn er will hat, kann er machen. Und jetzt? Ein Gott, der spricht sich als wäre er. Jetzt reden wir hier von einem Menschen. Komm, hast du da was? Sehst du was? Ich meine, wenn er will, macht er das. Und er hat sich nicht mal widersprochen. Er hat sich ja ungerechtigkeitschaft. Aber er hat sich nirgends vom Chora mitgesprochen. Erstens das. Zweitens. Wenn er widerspricht sich sogar. Und jetzt? Wo macht Allah Sünde? Wo macht er Sünden? Der schwört auf Menschen. Kann er machen. Die Regeln sind. Aber das ist für dich. Ein Gott, der Urheber von Schirk. Ja und jetzt? Er hat Schirk erfunden. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Ja ist ja ein Schirk. Mein Gott beginnt Schirk. Aber ist kein Problem. Weil wenn Allah Schirk erschaffen hat. Und wo hat Allah selber Schirk gemacht? Sag mir das. Bist du mich jetzt verarschen? Wenn dein Gott auf ein erschaffenes Wesen schwört. Dann bist du ja besser als dein Gott. Weil du würdest niemals auf den Propheten schwören. Oder bei deiner Mutter schwören. Wir haben bei dem Leben geschworen. Nicht auf ihn. Bei dem Leben ist also das Leben von Mohammed höher als Allah selber. Weil in der Bibel heißt es, es gibt niemanden Höheres, worauf Gott schwören könnte als bei sich selber. Damit hat Allah sich ja selber einen Knockout gegeben. Ja genau. Die Bibel ist nicht der Koran. Oh ey. Das sagt doch dein Koran. Es gibt doch nichts größer als Gott. Auch wenn man schwören kann. In solcher Regel nicht. Weil genau das hat er halt einen von Hochmut entfernen. Das ist Hochmut. Wenn Gott sagt, der ist ein Mächtiger. Wo es gibt nicht größer als er. Du bist fertig. Du bist fertig. Boah, du bist ja richtig fertig. Du bist richtig süßer. Das kann es keiner sehen. Er sagt einfach, das ist Hochmut. Wenn Gott sagt, ich bin der Größte. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann wahr sein. Auch meine Wörter umzudrehen. Egal sind alles meine Zeugen. Damit du bescheid weißt. Du machst mich. Du machst mich selig langsam fertig. Das muss ich schon zugeben. Ah nee, warum gibst du dein Leben nicht den Jesus ab? Du merkst doch jetzt selber langsam die Katastrophe. Du willst noch nicht zugeben, weil das dein Stolz ist. Nein, du versuchst. Du versuchst mit betrügerischer Art mich zu kommentieren. Aber das hält mein Glaube noch mehr fest. Wegen deiner Art. Zum Beispiel wenn du jetzt angekommen wärst. Ich hätte vielleicht gemunkelt. Wenn du aufrichtig wärst. Aber von Aufrichtigkeit sehe ich gar keinen drin. In gar keinen. Da sehe ich mich ohne hochmütig zu sein. Sehe ich mich aufrichtiger als wir alle drei zusammen. Da hat man jetzt sehr hochmütig gesehen. Ja, das ist nicht größer als alle anderen. Von meiner eigenen Perspektive. Das ist hochmütig. Du hast recht. Sollte man nicht aussprechen. Aber es war eine richtige Wahrheit. Mein Bester, gib dein Leben den Herrn Jesus. Aber er liebt dich. Der hat sein Leben für dich gegeben. Damit du ewiges Leben bekommst. Gott ist Mensch geworden. Damit wir alle Frieden bekommen. Und einen neuen Bund. Die Gnade. Jesus ist Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei sind eins. Ein Gott, ein Wesen. Wer von neuem geboren ist, wird das ewige Leben bekommen. Johannes 3, Vers 3. Wenn du nicht von neuem geboren bist, mein Bester, wirst du das Recht Gottes nie erben. Ist das nicht traurig, dass du in die Hölle gehst? Ali. Ali. Ja. Ist das nicht traurig, dass du in die Hölle gehst? Äh, wo willst du das wissen? Nein, Bester. Ist Mohammed denn im Paradies? Ja. Ja? Ja? Mohammed hat du selber gesagt, er hat keine Ahnung, wie ihn geht. Ja, wo wir sind. Irgendwurde das Paradies versprochen. Aber er hat gesagt... Er sagt nur selber immer inshallah. Ja, weil das der Prophet ist. Hä? Also er weiß es nicht. Also kann sein, dass er in der Hölle ist, ne? Nein, er hat sich Allah in einer Situation wiedergegeben, damit er so meist ähnlich ist wie wir, damit wir ihn als Vorbild sehen. Aber er wusste es nicht, ob er in den Himmel geht, also wir wissen nicht. Doch, er sagt inshallah. 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 Aber er sagt inshallah. Er sagt inshallah. Er hat sich so hinterlegt, damit wir ihn als Vorbild sehen, damit wir so handeln wie er. Also hat Mohammed gelogen. Er weiß es nicht. Wenn Allah will, nimmt ihr ihn morgen ins Paradies, morgen ist schon jetzt? Ja, dann ist er vielleicht in der Hölle. Dein Mohammed, dein größter Vorbild in der Hölle. Und brennt. Ich schwöre bei Allah, er wird ins Paradies kommen, oder? Nein, weißt du nicht. Ich weiß es. 46, er selber sagt, er hat keine Ahnung, woher er hingeht und woher er kommt. Inshallah natürlich. Der Stimme ist in der Stimme. Sahih Bukh Ali sagt er, ich brauche Allahs Gnade, damit ich errettet werde, weil er selber ein Sünder ist. Heftig. Wir alle brauchen Allahs Gnade. Issa, alessalam. Issa, alessalam. Iisa, alessalam. Iisa, alessalam. Warum schwöre dann auch Gott, dass der Puppe gerettet ist? Ali, warum schwöre dann auch Gott, dass dein Puppe gerettet ist? Die Puppe gerettet ist auch Gott. Das liegt daran, dass Gott uns so schreibt, dass daran liegt die Barmherzigkeit. Schon allein darin, dass wir sogar gut sind und dann ins Paradies kommen. Darin liegt auch die Barmherzigkeit, weil Gott ist nicht geschrieben, dass du gut bist. mein bester ali warum warum widersprichst du die die ganze zeit selbst du schwörst dass muhammad im paradies geht wo muhammad selber sagt der buchte genau so was inschallah und jetzt aber ich will darauf schwören und jetzt ja da hat man geschworen der wort auch oder auch einmal machen bis hier kommt auch ein bisschen ein bisschen machen oder ich bin schon die sunite ja und er sagt der islam ist ein moslem zu sein ist eine ganze gemeinschaft da trennt kein schien oder so profit machen wir zwar hat nicht gesagt ich weiß nicht was da was du du bist ein richtiger gerade dort versuchte gerade uns beide zu trennen und dann ist das ist fit mal das kann sich ein der zehn bruder amir hat eigentlich samm gemacht der new age islam ja und meine sich vom islam präsentiere ich mit stolz ja mit stolz na ich tue ich raus dass da wirklich kann sind du hast den eigenen islam gebastelt das ist doch richtig das kamelo auf das verstand kaputt machen irgendwo gibt es auch eine grenze müssen auch an unsere nerven denken hallo ich schwöre und inschallah das war krank das war wirklich richtig ich bin ich trinke kamelorin bis jetzt und litte du bist nicht so liebte ich bin schiete ich trinke kein kamelorin ja du trinkst männer sind marschiert ali immer männer sitzen im mund nehmen kann wie was der offenbarungsgrund von zure 5 vers 33 bitte jetzt raus wollte ich wieder legen und zack weg da ist er wieder mein ding ist jemand anderes ich möchte den offenbarungsgrund von zure 5 vers 33 wissen ich schon mal kurz was weiß meine lieben bin sofort da 33 der lohn derjenigen die kriege führen gegen allah und seinen gesandten und sich bemühen auf der hatte unheil zu stiften ist indessen der dass sie all alsamt getötet oder gekreuzigt werden dass ihnen händen und füße westenseit abgehakt werden oder dass sie aus dem land verbannt werden das ist für sie ein schande in diesseits und im jenseit gibt es für sie gewalttätige strafen also ich darf nicht aus meinen eigenen gelüsten reden aber sobald ich verstanden habe will ich mir damit sagen derjenige der gegen den gesandten ist dessen da muss gekreuzigt werden wenn ich ich will von dir wissen warum hat allah diesen vers herab gesandt da muss es ja eine geschichte dazu geben lass mich kurz den taufser von imam jarfs ade galais salam lesen ja da ließ mal die taufser phone und ich mach das immer traurig dass so in deinem bruder christen geworden seit als iraner noch wir wollen keine Mutter-Ehe-Leasing-Vertrag mehr. Wir wollen lieber zum Ehre kommen. Zum ehrenhaften Gott kommen, nicht zum unehrenhaften Gott. Ja, ich glaube, ich habe Sayyid Bukhari gelesen. So, lese jetzt bitte deinen Imam Jafar vor. Also, wir dürfen sowieso niemanden töten, bis der Imam Alayhi Salaam kommt. Deswegen ist es bestimmt nicht für die Zukunft. Karan, halt mir keine Reden. Lies den Tafsir vor. Hast du eine Meinung zu Khamenei, Rahimullah? Wechsel nicht das Thema, mach hin. Ach, Ex-Muslim. Ich verliere meinen Loose Control, du weißt schon. Das Lied passt schon perfekt. Ah, Loose Control. Ach, also eben noch mit Handi debattiert, der hat schon meine Nerven kaputt gemacht, aber du machst auch meine Nerven manchmal kaputt. So, äh, Sura 3 bis 55. Sura 33, Sura 5 bis 33, Mann. Ja, sehr gut. Was für ein Typ. Und was ist jetzt passiert? Ist er weg? Ja. Wir waren es. Ruhig den nächsten Mal. Hey, Servus. 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 Amir, erzähl mal von deinem Partner Schiiten, der erschossen worden ist in Iran. Was für ein Partner Schiiten? Wurde doch ein Kollege von dir erschossen. Hä? Wurde doch mal von deinem Partner Schiiten. Ja. Wer meint diesen Hells Angels Typen da, diesen verrückten Typen da. Warum wurde erschossen in Iran? Ja, das musst du deine Kollegen fragen. Das ist Wäsche-Kollegen. Ja, du hast ja gesagt, dein Kollege wurde erschossen in Iran. Ja, das ist doch ein Kollege von deinem Bruder. Hm. Der einzige Kollege von meinem Bruder ist der Kollegah, der Rapper. Das ist doch euer Landsmann. Kollegah ist Iraner, ja. Ivar Kollegah. Er ist in Isfahan geboren. Erzähl mal, warum geht denn das so ab in Iran? Warum werden die Leute erschossen einfach? Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Scharia-Staat nach Islam. Deswegen werden die alle schön... gut behandelt. Echt? Herrscht der Scharia, obwohl das Schiiten sind? Ja, natürlich, ne. Was hat er denn gemacht, dass er erschossen worden ist? Genau. Komm mal auf die wichtigsten. Er will nur rumfrauen machen. Aus dem Bauern. Was, Pierre Vogel ist mein Stream? Bär-Vogel. Nicht Pierre, sondern Bär. Bär-Vogel. Bär-Vogel. Nein, das glaube ich nicht. Herr Vogel, kommen Sie. Ich lasse ihn direkt ein. Kommen Sie, Herr Vogel. Er hat mich so blockiert. Oder hat er mich entblockt? Nein, das sind irgendwelche Leute, die wahrscheinlich da den Namen genommen haben. Ja, 20.000 Follower. Ehrlich? Nein, das ist dieser eine Troll. Das ist auch traurig, ne. Da kommt er hin. Man hat auf einmal sofort so viele Abonnenten. Das ist unglaublich. Ja, mal hoffen. Die Christen soll Christen halt am Ende, ne. Hey, warum hat dieser eine ganze Khamn-Nailan geschrieben? Rahimullah muss man schreiben, oder? Wer ist denn dieser bärtige Mann da auf deinem Foto? Das ist Ali, aleyhisselam. Das ist mein Rob. Alles im Koran ist Ali. Wie die den verehren, merkt ihr? Wie die so Götzen verehren, wie ein Mensch. Wie irgend so einen Götzen verehren. Okay, bei mir kommt jetzt diese Kaffeezeichen, weil ich den Screenshot machen muss. Also, ich höre euch, aber ihr hört mich, glaube ich, nicht. Der Ali ist bei dem Gott, ne? Nein, der ist kein Ali. Der ist Schiite. Ja, der sagt ja, durch Ali ist die Welt entstanden, Universum. Allah hat durch Ali dieses Universum geschaffen. Woher kennen wir das als Kopie? Ja, aus Kolosserbrief, ne, bei uns in der Bibel. Und Johannesbrief. Johannesbrief. Alles ist für ihn und durch ihn entstanden. Entschaffen, genau. Das heißt, der Ali ist auch wieder eine weitere Antichristenfigur. Wie tausende andere. Wenn der Jesus sagt, viele Antichristen werden aufstehen. Unfassbar. Unfassbar, ne? Karin, wie lange noch? Ich muss es noch auf Deutsch übersetzen, dann kannst du mich groß machen. Was willst du denn zeigen? Bruder Reza, die Zeit müssen wir nutzen. Lacht mal den Menschen, dass Adam, ne? Und wo die Frau entstanden worden ist, aus der Seite, das ist der Herr Jesus Christus. Ja, und Jesus sagt, wenn Johannes ist, ja, das zeige ich gleich, dann solltet ihr, Kunde ist König. Reza, du bist hier der Vernünftigste von allem. Ja, aus der Künste. Also, ah, kann man nicht erkennen. Lanatullah auf diese iPhone. Allahs Fluch auf diese iPhone, ist er. Nicht mal iPhones haben Ruhe vor allem. Du hast doch selber, du hast ihn doch selber damals geliebt. Janin, du musst mich auch so ein bisschen verstehen. Ich habe das heftigste Lied immer gemacht. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. Ihr rennt doch auch draußen in Rumänien mit diesem Kreuz rum. Was? Ich habe Videos gesehen. Warum schlag ihr euch selbst? sag mal erstens ist das kein schlagen das ist das leichte klatschen ok und das macht man als trauer als hussein geboren wurde hat der prophet seine brust geküßt und seine brust wurde vom pferden über seine brust gelaufen und das ist das gemacht merkt ihr das nein alhamdulillah ich mache das gehört du willst gegen hamster wieder debattieren weil du wieder ein lockout kassieren runter mit dir runter best blockiert unter weg typischer kindergarten ist das lieber in einem inder garten anstatt in einem Kinderschnitt. Oder ist er mit Adam? In der Stadt Inder. Ja, das ist die Härte. Nein, ihr Lieben, der einzig wahre Gott ist der, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat und seine Liebe dadurch uns bewiesen hat, dass er für uns bereit ist zu sterben, sagt der Herr Jesus er selber auch. Es gibt keine größere Liebe, als man, dass man sein Leben hingibt für seine Freunde und ihr seid meine Freunde. Was gibt es Schöneres auf dieser Erde, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind von Gott unserem Schöpfer und dass er uns so sehr liebt, so sehr nahe sein will, dass er Mensch wird, um mit uns auf so einer nahen Ebene Gemeinschaft zu haben. Ist das nicht wunderschön? Bruder Riesel, erzähl das gleich mit Adam, mit der Seite, du hast verweist. Jesus sagt in Johannes 5, ihr studiert ja die Schriften und doch sind die Schriften die, die von mir zeugen. Das heißt, der Herr sagt, wenn ihr das Alte Testament studiert, so studiert ihr eigentlich meine Person. Meine Person ist in jedes Vers, jede Geschichte des Alten Testaments verborgen, verschlüsselt, hineingelegt. Und so beginnt es auch mit Adam und Eva. Adam wurde, also Gott legt Adam in einen Schlaf, in Ohnmacht, das symbolisierte Tod des Herrn am Kreuz. Und dann erst konnte die Braut, also Eva, entstehen, als die Seite Adams geöffnet wurde und die Rippe rausgenommen wurde. Und die Seite des Herrn Jesus wurde ja am Kreuz von dem römischen Soldaten durchstochen mit dem Speer. Und nachdem der Herr gestorben ist, ist seine Brautgemeinde entstanden, seine Gläubigen, die er auch die Braut Christi genannt hat, in Offenbarung. Und Eva symbolisiert eben die Braut Christi. Adam symbolisiert eben den Herrn Jesus Christi. Schon beginnt die Bibel sofort schon mit Jesus Christus und seiner Gemeinde. Ja, genau. Ja, sehr schön. Guten Tag zusammen. Guten Tag, Asis. Asis, lange nichts mehr gehört. Ich habe Sorgen gehabt. Ich habe gestern noch mit Amir geredet. Und zwar Kamelurin lecker. Hör mal, Amir, du hast gerade gefragt, der Grund, warum Sura 5 Vers 33 heratgesagt wurde, richtig? Ja, bei euch Sunniten weiß ich ja. Ich wollte wissen, was die Schia dazu sagen, weil er hat gesagt, Kamelurin gibt es bei uns nicht. Ach so, okay, okay. Aber bei Sunniten weißt du warum, ne? Ja, natürlich. Du brauchst mir nichts davon zu erzählen. Ich weiß ja fast alles, was im Islam aufgeht. Ja, Asis, wann gibst du dein Leben den Herrn Jesus ab? Wie lange noch? Ich habe dir gestern eine Hausaufgabe gegeben, Asis. Hast du das kontrolliert? Ich mache Wochenende keine Hausaufgaben. Also so wie die Schulzeit, ne? Ja, genau. Sabe, Sabe, heftig. Und hör auf, bei haben die bei mir zulässern. Hör auf damit. Das stimmt gar nicht. Lein gerechter Mensch. Hör auf, bei haben die bei mich zulässern. Hör auf damit. Mal, Amir, du musst nicht glauben, was immer da unten steht. Ich habe, ich habe gar nicht mit Hamdi geredet erst mal. Das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens ist, du musst nicht alles glauben, was die da unten schreiben. Das stimmt nämlich gar nicht. Und wenn das so gewesen wäre, dann würde ich, man, genug sein und dazu stehen. Vielleicht schämst du dich gerade und sagst scheiße. Nein, nein, nein. Ich habe, ich habe echt nicht mit Hamdi darüber gesprochen. Ich habe, ich habe überhaupt nicht mit dem gesprochen. Mal abgesehen davon. Also ist, hast du gesehen, was ich in meinem WhatsApp-Kanal gepostet habe für die Leute, dass der Schätan sich um den Piennis des Mannes wickelt und Dreier macht mit Frau? Nee, ich bin ja nicht in deiner WhatsApp-Gruppe. Heftig, ne? Du nimmst eine WhatsApp-Gruppe rein, also ist dann leer. Das ist Koran-Zuche, Koran-Zuche 1764, Tafsil al-Baraoui. Der Schätan wickelt sich um 1,6 Milliarden Piennisse und dann macht der Dreier mit den ganzen Frauen, Mann, Ist das ein Asit? Ja, für diejenigen, die nicht bis Bismillah sagen, vor dem Bambam-Bambam-Bumbu. Ah, Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Wenn jemand Bismillah sagt, dann nicht, dann wird der Schätan sich nicht um den Piennis winden, aber die, die vor dem Bunga-Bunga nicht Bismillah sagen, da windet sich der Satan wie eine Schlange, wie ein Kondom, um den Teil des Muslims und dann macht der eigentlich den Sex-Akt dann mit, mit SEX-Akt mit dem mit dem muslimischen Frau. Das kannst du kein Netz sehen. Wie hat der Mohamed das überhaupt so gesehen? Hat er das so gesehen? Das wissen wir auch nicht für ihn. Das wissen wir auch nicht für ihn. Aziz, merkst du nicht, dass das Aberglaube und das ganze Unsinn ist, auch dass Mohamed auf so ein Maultier in den siebten Himmel geritten ist und mit Allah debattiert hat, wie viele Gebete er machen muss? Er diskutiert ernsthaft mit Allah und er hat den Allah auch noch besiegt in der Debatte. Nein, der hat das genehmigt bekommen. Genehmigt, indem er sagt, Allah komm, gewähre uns. Dann sagt der Allah, ja okay. Dann sagt er, nein, der Mohamed, ich denke, die schaffen das nicht. Dann sagt er, ja okay, alles klar, dann gehen wir ein bisschen runter. Jetzt reicht aber. Dann sagt der Mohamed, nein, meine Oma schafft das immer nicht. Also der Mohamed weiß mehr als Allah. Guck dir das mal bitte an. Die diskutieren ernsthaft, der diskutiert mit Allah, dem Allmächtigen, den Schöpfer über Himmel und Erde. Ist das zu fassen? Das war keine Diskussion, der hat darum gebeten. Ach, das war keine Diskussion? Willst du den Hadis mal aufschlagen? Der hat den doch gebeten darum. Ich habe das nicht. Er war immer am Argumentieren. Weißt du, was Argumentieren bedeutet, wenn du mit Gott argumentierst? Hör mal, es gibt Diskussionen und es gibt einen Dialog. Das war ein Dialog. Ach so, deswegen hat er auch zu Allah gesagt, nee, das schaffen sie nicht. Und dann hat Allah gesagt, ja okay. Und dann hat er gesagt, nee, das schaffen sie schon wieder nicht. Dann hat Allah gesagt, ja okay, kein Problem. Dann hat Mohammed gesagt, aber das schaffen sie schon wieder nicht. Guck dir das mal an. Wenn Moses dem das gesagt hat. Moses hat ihm gesagt, hör mal, frag mal Allah, die schaffen nicht 50. Also hat er Allah gesehen, ne? Also wusste Allah nicht, dass die das nicht schaffen. Der Mohammed muss Allah korrigieren, ne? Ist das zu fassen, Asis? Ich sag mal so, im Koran steht ja sowieso nur drei Mal, ne? Koran. Was? Ich muss Ex-Muslimen im Fernstand da. Was sagt denn? Beschränkung. Ja, toll. Ich kann Ex-Muslimen nicht mal reinhauen, steht hier, warte mal. Ich guck mal. Ich guck mal, ob das jetzt... Ja, geht nicht, ne? Das live ist eingeschränkt. Eingeschränkt. Ich muss neu schalten. Bruder, willst du live gehen? Nee, ich hab keine Lust, ich hab keinen Nerv. Ich muss den Livestream tatsächlich neu machen. Immer das gleiche mit TikTok. Ja, komm, ich mach dir mal kurz neu. Alle Folgen, bitte. Alle Folgen. Bis später, Amir. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.